Der Antisemitismus dort so groß geworden ist, nicht durch die auch Totonen-Franzosen, sondern durch die zugewanderten Menschen islamischen Glaubens, dass sie ihre Heimat verlassen und nach Israel gehen. Das sind schlimme Befunde und da müssen wir mit aller Härte dagegen gehen. Das heißt, die Maus keinen Fahnen hat, indem wir vor allen Dingen die Einwarnung erstmal aus dem islamischen Kulturkreis beenden. Wir dürfen nicht mehr Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland grundsätzlich, es mag Einzelfälle geben, aber grundsätzlich aufnehmen. Ich halte das für eine große Gefahr, auch für den Bestand unseres demokratischen Rechtsstaates. Sie stellen Millionenmuslimen unter Generalverdacht, Herr Höcke. Das wusste ich, dass das kommt. Ja, klar. Nein, nochmal. Ich kenne, ich bin kein Feind. Guten Morgen an diesem Freitag, den 12. April in die Welt. Am Morgen. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikalpopulistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozial am Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich Sie nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein... Nein, das ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp! Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell, mehrzeitlich vom Volk verabschiedet. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist ja bereits seit Tagen in Thüringen und er hat in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt das TV-Duell ja intensiv beobachtet. Guten Morgen, Steffen. Welche Reaktionen hast du denn in Thüringen während und nach dem Schlagabtausch Vogt-Höcke einfangen können? Also wir waren in Weimar unterwegs. Warum in Weimar? Weil dort die Junge Union, also die Jugendorganisation der CDU, eine Watchparty, eine sogenannte, veranstaltet hat. 50 Leute mit dabei. Das hatte jetzt nicht Charakter eines Spiels der Fußball-Nationalmannschaft, aber doch auch immer wieder Applaus zwischendurch. Dann höhnisches Gelächter für den Konkurrenten. Und auch die AfD haben wir uns sagen lassen, zumindest hat seine solche Watchparty abgehalten. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Medien waren dort nicht erlaubt. Und natürlich, und auch das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, sehen beide Lager dann ihren eigenen Kandidaten vorn. Und wenn man dann auf die anderen Parteien schaut, dann hört man eher, keiner von beiden hat da eine gute Performance abgegeben. Also wir haben da auch Reaktionen gesammelt. Ich bin mir sicher, dass viele, viele Menschen das auch am Fernseher verfolgt haben. Auch die Parteien, die vorher gesagt haben, wir boykottieren das, wir schalten das gar nicht ein. Ich spreche da beispielsweise von der SPD, weil es eben doch ziemlich zur Sache ging. Und die Reaktionen, die dann am Abend kamen, die auch an diesem Morgen reinkommen, die sind natürlich dann auch durchaus stark und bemerkenswert. Hören wir mal rein. Meine Kollegin Leonie von Rando hat so ein bisschen das zusammengefasst, was wir bislang an Reaktionen haben. Watchparty bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Mario Vogt heute Abend für die Demokratie in den Boxring gestiegen ist und Björn Höcke stehend K.O. geschlagen hat. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der diese ganzen Argumente der AfD inhaltlich auseinander nimmt. Und das ist erfrischend zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das öfter so wäre im Fernsehen. Ich selber als deutscher Migrationshintergrund vertraue den Aussagen von Herrn Höcke nicht. Und ich finde, Herr Vogt hat sich da souverän gezeigt. Er hat ehrlich geantwortet. Auch die AfD veranstaltet eine Watchparty, allerdings unter Ausschluss der Presse. In einem schriftlichen Statement für Welt schreibt die AfD Sonneberg, nach über 70 Minuten Schlagabtausch, Sieger nach Punkten Björn Höcke. Vogt hangelt sich in allgemeinen Worthülsen, hat aber keinerlei Konzepte. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin sieht sich die CDU-Bundesspitze das Duell ganz genau an. Für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann steht fest, Mario Vogt hat heute gezeigt, dass er Ministerpräsident kann. Sein mutiger Kurs, die Rechtsextremen inhaltlich zu stellen, hat sich als Gold richtig erwiesen. Für die Linkspartei geht ein ganz anderer Mann als Gewinner vom Platz, nämlich Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Vogt und Höcke hätten beide bewiesen, dass sie nicht das Format eines Ministerpräsidenten besäßen, so Parteichef Martin Schirde waren. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Ja, Steffen, dieses TV-Duell hat natürlich bundesweit hohe Aufmerksamkeit erlangt, ist genau beobachtet worden. Aber wie wird sich dieses TV-Duell, das hier bei uns bei Welt TV ausgestrahlt worden ist, nun auf den weiteren Wahlkampf in Thüringen auswirken? Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus eine Rolle spielt, beispielsweise hier auch in Erfurt. Stadtratswahl steht an Ende Mai die Kommunalwahlen, die Europawahlen. Und auch da hat das mit Sicherheit Auswirkungen langfristig, muss man natürlich sehen, es sind noch viele Monate bis zur Landtagswahl. Da passiert eben auch noch viel. Da wird der Wahlkampf hier auf den Straßen mit Sicherheit geführt. Da wird Björn Höcke unterwegs sein, da wird Mario Vogt unterwegs sein. Da wird natürlich auch die anderen Parteien werden dann die Werbetrommel und die Wahlkampftrommel kräftig rühren. Also das dauert noch ein bisschen, aber ich kann mir vorstellen, dass all das, was wir gesehen haben und bei solchen Fernsehduellen machen wir uns nichts vor, da kommt es eben nicht nur auf Inhalte an, sondern da kommt es auch auf die Frage an, wie souverän war jemand, wie kam jemand rüber, wie konnte man den einen oder anderen Tiefschlag auch parieren. Also solche Dinge werden mit Sicherheit auch dann jetzt analysiert von denjenigen, die es gesehen haben, ob sie AfD-Wähler sind oder CDU-Wähler, ob sie die Linksparteien bevorzugen oder nicht. Auch die werden sich das natürlich nochmal genau auch im Nachgang überlegen, wer ist der Mann, der Thüringen möglicherweise auch künftig anführen kann. Steffen, danke für deine Einordnungen an diesem Morgen aus Thüringen. Wir werden dieses TV-Duell natürlich analysieren, den ganzen Tag über hier bei Welt. Und das viel beachtete TV-Duell, das können Sie bei uns bei Welt TV noch einmal komplett sehen. Björn Höcke gegen Mario Vogt, heute um 10 Uhr und um 13 Uhr. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsminister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend, sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wird ja so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gebe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Deutschlands größter Stahlhersteller ThyssenKrupp plant tiefe Einschnitte. Rund ein Fünftel der Produktionskapazitäten sollen wegfallen. Wie viele Arbeitsplätze das betreffe, lasse sich aber noch nicht sagen, teilte der Konzern nach einer Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat mit. Ziel sei es, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Vom Jobabbau bei ThyssenKrupp wären vor allem Standorte in Nordrhein-Westfalen betroffen. Der Konzern hat rund 27.000 Mitarbeiter, die meisten davon am größten europäischen Stahlstandort in Duisburg. So, der Frühling hat ja, wie wir alle wissen, begonnen und damit auch die Zeit sich verstärkt, um seinen Körper zu kümmern. Die Sportbegeisterten schauen daher auch Interessierten nach Köln in diesen Tagen. Dort hat nämlich die weltweit größte Fitnessmesse wieder ihre Tore geöffnet. Auf der sogenannten FIBO werden die neuesten Trends vorgestellt. Und Greta Wagner hat sich mal umgeschaut, aber natürlich auch das ein oder andere Sportgerät ausprobiert. Einen Tag mal so richtig sportlich sein. Auf der weltweit größten Fitnessmesse auch für mich kein Problem. Hier wollen alle mit ihrer Fitness glänzen. Für solche Arme müssen diese Jungs schon fast nicht mehr anspannen. Jungs, was muss ich denn so tun, um so auszusehen wie ihr? Hart trainieren, Eisen bleiben, gut essen, viel Protein vor allen Dingen. So zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Gesagt, getan. Ich versuche es aber erstmal ein bisschen spielerischer. Ein Boxroboter soll mich als erstes ins Schwitzen bringen. Jetzt habe ich zwei Klumphände und damit geht's gleich los. Spielerisch werden hier die Basics des Boxens vermittelt. Gar nicht mal so einfach. Es ist das beste für einen Coach. Wenn man zum Beispiel in einer Gruppe trainiert, kann der Coach neben dem Roboter viel besser erklären und dich so von außen besser trainieren. Kostenpunkt für den automatisierten Boxpartner 34.000 Euro. Training wird auf der FIBO immer häufiger spielerisch umgesetzt. Auf der Rudermaschine à la Mario Kart oder ein Training, das nicht nur den Körper, sondern auch das Köpfchen trainiert. Das heißt aber nicht, dass man hier nicht ins Schwitzen kommt. Also das ist schon echt extrem anstrengend. Man muss sich darauf konzentrieren, diese leuchtenden Dinger anzufassen und dabei noch den ganzen Körper anstrengen. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Auf der FIBO wird an jeder Ecke trainiert, was das Zeug hält. 100.000 Besucher kommen dafür jedes Jahr nach Köln und können sich bei knapp 1.000 Ausstellern alles rund um Fitness anschauen. Für mich ist aber nach so viel Training Zeit für etwas Entspannung. Der neu entwickelte Massageroboter massiert jetzt schon mal den Muskelkater weg. Ja und wir werden Gretas Mucki-Fortschritte natürlich ganz genau beobachten. Wir bleiben im Sport. In der Fußball-Europa-League hat Leverkusen nämlich gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Das Team von Trainer Xabi Alonso besiegte West Ham United im Viertelfinal-Hinspiel mit 2 zu 0. Leverkusen blieb damit auch im 42. Pflichtspiel in dieser Saison ohne Niederlage. Der von Jürgen Klopp trainiert, der FC Liverpool dagegen. Der steht vor dem Aus in der Europa League, denn die Reds kassierten im heimischen Stadion gegen Atalanta Bergamo eine deutliche 0 zu 3-Klatsche. Viele Bayer-Fan hoffen, dass wir am Sonntag hier stehen und ein bisschen feiern können. Aber es gibt glaube ich nicht allzu viel zu feiern, weil es weitergeht. Wir haben nach Sonntag natürlich wieder Donnerstag ein Spiel in London. Dann gibt es weitere Bundesliga-Spiele, Pokal wieder hoffentlich, wenn wir weiterkommen in der Europa League. Und hoffentlich machen wir den ersten Schritt am Sonntag, dass es klar ist. Aber gefeiert wird am Schluss von der Saison auf jeden Fall. Und wir haben noch eine kuriose Geschichte aus unserer allseits beliebten Welttier-Rubrik. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein wildlebender Vogel in einem Baum singt nämlich wie die Polizeisirenen der Einsatzwagen einer nahegelegenen Polizeistation. Das Video hat die Polizei selbst in Thames Valley in Großbritannien auf X veröffentlicht und betont, dass es sich nicht um einen verspäteten April-Scherz handelt. Und offensichtlich hat der Vogel die abfahrenden Polizeiwagen mit ihren Signalen imitiert. Jetzt ist den ganzen Tag Alarm. Thanks, Willy, bei Oxford. Und aller Reaktionen auf das mit Spannung erwartete TV-Duell hier bei uns bei WeltTV zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem Korrenten von der AfD Björn Höcke. Es war ein heftiger verbaler Schlagabtausch der beiden Thüringer Landespolitiker. Das und vieles mehr gleich hier bei uns in die Welt am Morgen. Bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in WeltTV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir ja nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch mal zusammen. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Nein, nein, völkisch. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist ja bereits seit Tagen in Thüringen und er hat in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt das TV-Duell ja intensiv beobachtet. Guten Morgen, Steffen. Welche Reaktionen hast du denn in Thüringen während und nach dem Schlagabtausch Vogt-Höcke einfangen können? Also wir waren in Weimar unterwegs. Warum in Weimar? Weil dort die Junge Union, also die Jugendorganisation der CDU, eine Watchparty, eine sogenannte, veranstaltet hat. Guten Morgen an diesem Freitag, den 12. April in die Welt. Am Morgen, es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird. Aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikalpopulistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, Das Weltsozial am Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestags-Vizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nein, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen noch mal vorlesen? Also es nützt mehr nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltsatz, mit dem man seinen... Nein, es ist keine Allerweltsatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp, darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns da doch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist ja bereits seit Tagen in Thüringen und er hat in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt das TV-Duell ja intensiv beobachtet. Guten Morgen Steffen, welche Reaktionen hast du denn in Thüringen während und nach dem Schlagabtausch Vogt-Höcke einfangen können? Also wir waren in Weimar unterwegs. Warum in Weimar? Weil dort die Junge Union, also die Jugendorganisation der CDU, eine Watchparty, eine sogenannte, veranstaltet hat. 50 Leute mit dabei. Das hatte jetzt nicht Charakter eines Spiels der Fußball-Nationalmannschaft, aber doch auch immer wieder Applaus zwischendurch. Dann höhnisches Gelächter für den Konkurrenten und auch die AfD haben wir uns sagen lassen, zumindest hat seine solche Watchparty abgehalten. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Medien waren dort nicht erlaubt. Und natürlich, und auch das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, sehen beide Lager dann ihren eigenen Kandidaten vorn. Und wenn man dann auf die anderen Parteien schaut, dann hört man eher, keiner von beiden hat da eine gute Performance abgegeben. Also wir haben da auch Reaktionen gesammelt. Ich bin mir sicher, dass viele, viele Menschen das auch am Fernseher verfolgt haben. Auch die Parteien, die vorher gesagt haben, wir boykottieren das, wir schalten das gar nicht ein. Ich spreche da beispielsweise von der SPD, weil es eben doch ziemlich zur Sache ging. Und die Reaktionen, die dann am Abend kamen, die auch an diesem Morgen reinkommen, die sind natürlich dann auch durchaus stark und bemerkenswert. Hören wir mal rein. Meine Kollegin Leonie von Rando hat so ein bisschen das zusammengefasst, was wir bislang an Reaktionen haben. Watchparty bei der Jungen Union in Weimar. Mark gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest. Und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Mario Vogt heute Abend für die Demokratie in den Boxring gestiegen ist und Björn Höcke stehend K.O. geschlagen hat. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der diese ganzen Argumente der AfD inhaltlich auseinander nimmt. Und das ist erfrischend zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das öfter so wäre im Fernsehen. Ich selber als deutscher Migrationshintergrund vertraue den Aussagen von Herrn Höcke nicht. Und ich finde, Herr Vogt hat sich sehr souverän gezeigt. Er hat ehrlich geantwortet. Auch die AfD veranstaltet eine Watchparty, allerdings unter Ausschluss der Presse. In einem schriftlichen Statement für Welt schreibt die AfD Sonneberg, nach über 70 Minuten Schlagabtausch, Sieger nach Punkten, Björn Höcke. Vogt hangelt sich in allgemeinen Worthülsen, hat aber keinerlei Konzepte. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin sieht sich die CDU-Bundesspitze das Duell ganz genau an. Für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann steht fest, Mario Vogt hat heute gezeigt, dass er Ministerpräsident kann. Sein mutiger Kurs, die Rechtsextremen inhaltlich zu stellen, hat sich als Gold richtig erwiesen. Für die Linkspartei geht ein ganz anderer Mann als Gewinner vom Platz, nämlich Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Vogt und Höcke hätten beide bewiesen, dass sie nicht das Format eines Ministerpräsidenten besäßen, so Parteichef Martin Schirdewahn. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Ja, Steffen, dieses TV-Duell hat natürlich bundesweit hohe Aufmerksamkeit erlangt, ist genau beobachtet worden. Aber wie wird sich dieses TV-Duell, das hier bei uns bei Welt TV ausgestrahlt worden ist, nun auf den weiteren Wahlkampf in Thüringen auswirken? Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus eine Rolle spielt, beispielsweise hier auch in Erfurt. Die Stadtratswahl steht an Ende Mai, die Kommunalwahlen, die Europawahlen und auch da hat das mit Sicherheit Auswirkungen. Langfristig muss man natürlich sehen, es sind noch viele Monate bis zur Landtagswahl, da passiert eben auch noch viel. Da wird der Wahlkampf hier auf den Straßen mit Sicherheit geführt. Da wird Björn Höcke unterwegs sein, da wird Mario Vogt unterwegs sein. Da wird natürlich auch die anderen Parteien werden dann die Werbetrommel und die Wahlkampftrommel kräftig rühren. Also das dauert noch ein bisschen. Aber ich kann mir vorstellen, dass all das, was wir gesehen haben und bei solchen Fernsehduellen machen wir uns nichts vor, da kommt es eben nicht nur auf Inhalte an, sondern da kommt es auch auf die Frage an, wie souverän war jemand. Wie kam jemand rüber? Wie konnte man den einen oder anderen Tiefschlag auch parieren? Also solche Dinge werden mit Sicherheit auch dann jetzt analysiert von denjenigen, die es gesehen haben, ob sie AfD-Wähler sind oder CDU-Wähler, ob sie die Linksparteien bevorzugen oder nicht. Auch die werden sich das natürlich nochmal genau auch im Nachgang überlegen, wer ist der Mann der Thüringen möglicherweise denn auch künftig anführen kann. Steffen, danke für deine Einordnungen an diesem Morgen aus Thüringen. Wir werden dieses TV-Duell natürlich analysieren, den ganzen Tag über hier bei Welt. Und das viel beachtete TV-Duell, das können Sie bei uns bei Welt TV noch einmal komplett sehen. Björn Höcke gegen Mario Vogt, heute um 10 Uhr und um 13 Uhr. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsminister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend, sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wird ja so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gebe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Deutschlands größter Stahlhersteller ThyssenKrupp plant tiefe Einschnitte. Rund ein Fünftel der Produktionskapazitäten sollen wegfallen. Wie viele Arbeitsplätze das betreffe, lasse ich aber noch nicht sagen, teilte der Konzern nach einer Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat mit. Ziel sei es, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Vom Jobabbau bei ThyssenKrupp wären vor allem Standorte in Nordrhein-Westfalen betroffen. Der Konzern hat rund 27.000 Mitarbeiter, die meisten davon am größten europäischen Stahlstandort in Duisburg. So, der Frühling hat ja, wie wir alle wissen, begonnen und damit auch die Zeit sich verstärkt, um seinen Körper zu kümmern. Die Sportbegeisterten schauen daher auch interessiert nach Köln in diesen Tagen. Dort hat nämlich die weltweit größte Fitnessmesse wieder ihre Tore geöffnet. Auf der sogenannten FIBO werden die neuesten Trends vorgestellt. Und Greta Wagner hat sich mal umgeschaut, aber natürlich auch das ein oder andere Sportgerät ausprobiert. Einen Tag mal so richtig sportlich sein. Auf der weltweit größten Fitnessmesse auch für mich kein Problem. Hier wollen alle mit ihrer Fitness glänzen. Für solche Arme müssen diese Jungs schon fast nicht mehr anspannen. Ja Jungs, was muss ich denn so tun, um so auszusehen wie ihr? Ja, hart trainieren, am Eisen bleiben, gut essen, viel Protein vor allen Dingen. So zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Gesagt, getan. Ich versuche es aber erstmal ein bisschen spielerischer. Ein Boxroboter soll mich als erstes ins Schwitzen bringen. Jetzt habe ich zwei Klumphände und damit geht's gleich los. Spielerisch werden hier die Basics des Boxens vermittelt. Gar nicht mal so einfach. Es ist das Beste für einen Coach. Wenn man zum Beispiel in einer Gruppe trainiert, kann der Coach neben dem Roboter viel besser erklären und dich so von außen besser trainieren. Kostenpunkt für den automatisierten Boxpartner 34.000 Euro. Training wird auf der FIBO immer häufiger spielerisch umgesetzt. Auf der Rudermaschine à la Mario Kart. Oder ein Training, das nicht nur den Körper, sondern auch das Köpfchen trainiert. Das heißt aber nicht, dass man hier nicht ins Schwitzen kommt. Also das ist schon echt extrem anstrengend. Man muss sich darauf konzentrieren, diese leuchtenden Dinger anzufassen und dabei noch den ganzen Körper anstrengen. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Auf der FIBO wird an jeder Ecke trainiert, was das Zeug hält. 100.000 Besucher kommen dafür jedes Jahr nach Köln und können sich bei knapp 1.000 Ausstellern alles rund um Fitness anschauen. Für mich ist aber nach so viel Training Zeit für etwas Entspannung. Der neu entwickelte Massageroboter massiert jetzt schon mal den Muskelkater weg. Ja und wir werden Gretas Mucki-Fortschritte natürlich ganz genau beobachten. Wir bleiben im Sport. In der Fußball-Europa-League hat Leverkusen nämlich gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Das Team von Trainer Xabi Alonso besiegte West Ham United im Viertelfinal-Hinspiel mit 2 zu 0. Leverkusen blieb damit auch im 42. Pflichtspiel in dieser Saison ohne Niederlage. Der von Jürgen Klopp trainiert der FC Liverpool dagegen. Der steht vor dem Aus in der Europa League, denn die Reds kassierten im heimischen Stadion gegen Atalanta Bergamo eine deutliche 0 zu 3 Klatsche. Viele Bayer-Fan hoffen, dass wir am Sonntag hier stehen und ein bisschen feiern können. Aber es gibt glaube ich nicht allzu viel zu feiern, weil es weitergeht. Wir haben nach Sonntag natürlich wieder Donnerstag ein Spiel in London. Dann gibt es weitere Bundesligaspiele, Pokal wieder hoffentlich, wenn wir weiterkommen in der Europa League. Und hoffentlich machen wir den ersten Schritt am Sonntag, dass es klar ist. Aber gefeiert wird am Schluss von der Saison auf jeden Fall. Und wir haben noch eine kuriose Geschichte aus unserer allseits beliebten Welttier-Rubrik. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein bildgebender Vogel in einem Baum singt nämlich wie die Polizeisirenen der Einsatzwagen einer nahegelegenen Polizeistation. Das Video hat die Polizei selbst im Thames Valley in Großbritannien auf X veröffentlicht und betont, dass es sich nicht um einen verspäteten April-Scherz handelt. Offensichtlich hat der Vogel die abfahrenden Polizeiwagen mit ihren Signalen imitiert. Jetzt ist den ganzen Tag erlaubt. Thanks, Willy, bei Oxford. Und aller Reaktionen auf das mit Spannung erwartete TV-Duell hier bei uns bei WeltTV zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem Korrenten von der AfD Björn Höcke. Es war ein heftiger verbaler Schlagabtausch der beiden Thüringer Landespolitiker. Das und vieles mehr gleich hier bei uns in die Welt am Morgen. Bleiben Sie dran. Heute Vormittag bleibt es über dem Norden und der Mitte wolkig bis bedeckt, lokal fällt auch Regen. Etwa südlich des Mainz scheint dagegen öfter die Sonne nach nur lokalen Nebelfeldern. Im Süden bleibt es auch am Nachmittag sehr sonnig und freundlich. Im Norden überwiegen dagegen noch dichtere Wolken, die aber von Süden her auch größere Lücken bekommen. Dazu steigen die Werte in ganz Deutschland. Meist sind es zwischen 18 und 24 Grad. Lediglich ganz im Norden und an den Küsten bleibt es etwas kühler. Am Samstag scheint die Sonne beinahe 30 Grad am meisten im Süden. Danach wird es von Norden am Sonntag schon wieder wechselhafter und zum Start in die neue Woche setzt sich überall nasses, windiges und auch deutlich kühleres Wetter in Deutschland durch. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Morgen an diesem Freitag, den 12. April in die Welt. Am Morgen, es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird. Aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative, patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch an. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein Völkisch. Nein, nein, völkisch. Ich habe kein Problem mit dem Begriff Völkisch. Egal, was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist ja bereits seit Tagen in Thüringen und er hat in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt das TV-Duell ja intensiv beobachtet. Guten Morgen, Steffen. Welche Reaktionen hast du denn in Thüringen während und nach dem Schlagabtausch Vogt-Höcke einfangen können? Also wir waren in Weimar unterwegs. Warum in Weimar? Immer weil dort die Junge Union, also die Jugendorganisation der CDU, eine Watch-Party, eine sogenannte, veranstaltet hat. 50 Leute mit dabei. Das hatte jetzt nicht Charakter eines Spiels der Fußball-Nationalmannschaft, aber doch auch immer wieder Applaus zwischendurch. Dann höhnisches Gelächter für den Konkurrenten und auch die AfD haben wir uns sagen lassen. Zumindest hat es eine solche Watch-Party abgehalten. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Medien waren dort nicht erlaubt. Und natürlich, und auch das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, sehen beide Lager dann ihren eigenen Kandidaten vorn. Und wenn man dann auf die anderen Parteien schaut, dann hört man eher, keiner von beiden hat da eine gute Performance abgegeben. Also wir haben da auch Reaktionen gesammelt. Ich bin mir sicher, dass viele, viele Menschen das auch am Fernseher verfolgt haben. Auch die Parteien, die vorher gesagt haben, wir boykottieren das, wir schalten das gar nicht ein. Ich spreche da beispielsweise von der SPD, weil es eben doch ziemlich zur Sache ging. Und die Reaktionen, die dann am Abend kamen, die auch an diesem Morgen reinkommen, die sind natürlich dann auch durchaus stark und bemerkenswert. Hören wir mal rein. Meine Kollegin Leonie von Rando hat so ein bisschen das zusammengefasst, was wir bislang an Reaktionen haben. Watch-Party bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Mario Vogt heute Abend für die Demokratie in den Boxring gestiegen ist und Björn Höcke stehend K.O. geschlagen hat. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der diese ganzen Argumente der AfD inhaltlich auseinander nimmt. Und das ist erfrischend zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das öfter so wäre im Fernsehen. Ich selber als deutscher Migrationshintergrund vertraue den Aussagen von Herrn Höcke nicht. Und ich finde, Herr Vogt hat sich sehr souverän gezeigt. Er hat ehrlich geantwortet. Auch die AfD veranstaltet eine Watch-Party, allerdings unter Ausschluss der Presse. In einem schriftlichen Statement für Welt schreibt die AfD Sonneberg, nach über 70 Minuten Schlagabtausch Sieger nach Punkten Björn Höcke. Vogt hangelt sich in allgemeinen Worthülsen, hat aber keinerlei Konzepte. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin sieht sich die CDU-Bundesspitze das Duell ganz genau an. Für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann steht fest, Mario Vogt hat heute gezeigt, dass er Ministerpräsident kann. Sein mutiger Kurs, die Rechtsextremen inhaltlich zu stellen, hat sich als Gold richtig erwiesen. Für die Linkspartei geht ein ganz anderer Mann als Gewinner vom Platz, nämlich Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Vogt und Höcke hätten beide bewiesen, dass sie nicht das Format eines Ministerpräsidenten besäßen, so Parteichef Martin Schirdewahn. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Ja, Steffen, dieses TV-Duell hat natürlich bundesweit hohe Aufmerksamkeit erlangt, ist genau beobachtet worden. Aber wie wird sich dieses TV-Duell, das hier bei uns bei Welt TV ausgestrahlt worden ist, nun auf den weiteren Wahlkampf in Thüringen auswirken? Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus eine Rolle spielt, beispielsweise hier auch in Erfurt, Stadtratswahl steht an Ende Mai, die Kommunalwahlen, die Europawahlen und auch da hat das mit Sicherheit Auswirkungen. Langfristig muss man natürlich sehen, es sind noch viele Monate bis zur Landtagswahl, da passiert eben auch noch viel, da wird der Wahlkampf hier auf den Straßen mit Sicherheit geführt, da wird Björn Höcke unterwegs sein, da wird Mario Vogt unterwegs sein, da wird natürlich auch die anderen Parteien werden dann die Werbetrommel und die Wahlkampftrommel kräftig rühren. Also das dauert noch ein bisschen, aber ich kann mir vorstellen, dass all das, was wir gesehen haben und bei solchen Fernsehduellen machen wir uns nichts vor, da kommt es eben nicht nur auf Inhalte an, sondern da kommt es auch auf die Frage an, wie souverän war jemand, wie kam jemand rüber, wie konnte man den einen oder anderen Tiefschlag auch parieren. Also solche Dinge werden mit Sicherheit auch dann jetzt analysiert von denjenigen, die es gesehen haben, ob sie AfD-Wähler sind oder CDU-Wähler, ob sie die Linksparteien bevorzugen oder nicht. Auch die werden sich das natürlich nochmal genau auch im Nachgang überlegen, wer ist der Mann, der Thüringen möglicherweise denn auch künftig anführen kann. Steffen, danke für deine Einordnungen an diesem Morgen aus Thüringen. Wir werden dieses TV-Duell natürlich analysieren, den ganzen Tag über hier bei Welt. Und das viel beachtete TV-Duell, das können Sie bei uns bei Welt TV noch einmal komplett sehen. Björn Höcke gegen Mario Vogt, heute um 10 Uhr und um 13 Uhr. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsminister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend, sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liederaums. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wäre so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gebe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Deutschlands größter Stahlhersteller ThyssenKrupp plant tiefe Einschnitte. Rund ein Fünftel der Produktionskapazitäten sollen wegfallen. Wie viele Arbeitsplätze das betreffe, lasse ich aber noch nicht sagen, teilte der Konzern nach einer Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat mit. Ziel sei es, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Vom Jobabbau bei ThyssenKrupp wären vor allem Standorte in Nordrhein-Westfalen betroffen. Der Konzern hat rund 27.000 Mitarbeiter, die meisten davon am größten europäischen Stahlstandort in Duisburg. So, der Frühling hat ja, wie wir alle wissen, begonnen und damit auch die Zeit sich verstärkt, um seinen Körper zu kümmern. Die Sportbegeisterten schauen daher auch interessiert nach Köln in diesen Tagen. Dort hat nämlich die weltweit größte Fitnessmesse wieder ihre Tore geöffnet. Auf der sogenannten FIBO werden die neuesten Trends vorgestellt. Und Greta Wagner hat sich mal umgeschaut, aber natürlich auch das ein oder andere Sportgerät ausprobiert. Einen Tag mal so richtig sportlich sein. Auf der weltweit größten Fitnessmesse auch für mich kein Problem. Hier wollen alle mit ihrer Fitness glänzen. Für solche Arme müssen diese Jungs schon fast nicht mehr anspannen. Ja Jungs, was muss ich denn so tun, um so auszusehen wie ihr? Hart trainieren, Eisen bleiben, gut essen, viel Protein vor allen Dingen. So zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Gesagt, getan. Ich versuche es aber erstmal ein bisschen spielerischer. Ein Boxroboter soll mich als erstes ins Schwitzen bringen. Jetzt habe ich zwei Klumphände und damit geht's gleich los. Spielerisch werden hier die Basics des Boxens vermittelt. Gar nicht mal so einfach. Es ist das beste für einen Coach. Wenn man zum Beispiel in einer Gruppe trainiert, kann der Coach neben dem Roboter viel besser erklären und dich so von außen besser trainieren. Kostenpunkt für den automatisierten Boxpartner 34.000 Euro. Training wird auf der FIBO immer häufiger spielerisch umgesetzt. Auf der Rudermaschine à la Mario Kart. Oder ein Training, das nicht nur den Körper, sondern auch das Köpfchen trainiert. Das heißt aber nicht, dass man hier nicht ins Schwitzen kommt. Also das ist schon echt extrem anstrengend. Man muss sich darauf konzentrieren, diese leuchtenden Dinger anzufassen und dabei noch den ganzen Körper anstrengen. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Auf der FIBO wird an jeder Ecke trainiert, was das Zeug hält. 100.000 Besucher kommen dafür jedes Jahr nach Köln und können sich bei knapp 1.000 Ausstellern alles rund um Fitness anschauen. Für mich ist aber nach so viel Training Zeit für etwas Entspannung. Der neu entwickelte Massageroboter massiert jetzt schon mal den Muskelkater weg. Ja, und wir werden Gretas Mucki-Fortschritte natürlich ganz genau beobachten. Wir bleiben im Sport. In der Fußball-Europa-League hat Leverkusen nämlich gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Das Team von Trainer Xabi Alonso besiegte West Ham United im Viertelfinal-Hinspiel mit 2 zu 0. Leverkusen blieb damit auch im 42. Pflichtspiel in dieser Saison ohne Niederlage. Der von Jürgen Klopp trainiert der FC Liverpool dagegen. Der steht vor dem Aus in der Europa League, denn die Reds kassierten im heimischen Stadion gegen Atalanta-Bergamo eine deutliche 0 zu 3-Klatsche. Viele Bayer-Fan hoffen, dass wir am Sonntag hier stehen und ein bisschen feiern können. Aber es gibt, glaube ich, nicht allzu viel zu feiern, weil es weitergeht. Wir haben nach Sonntag natürlich wieder Donnerstag ein Spiel in London. Dann gibt es weitere Bundesliga-Spiele, Pokal wieder hoffentlich, wenn wir weiterkommen in der Europa League. Und hoffentlich machen wir den ersten Schritt am Sonntag, dass es klar ist. Aber gefeiert wird am Schluss von der Saison auf jeden Fall. Und wir haben noch eine kuriose Geschichte aus unserer allseits beliebten Welttier-Rubrik. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein wild lebender Vogel in einem Baum singt nämlich wie die Polizeisirenen der Einsatzwagen einer nahegelegenen Polizeistation. Das Video hat die Polizei selbst im Thames Valley in Großbritannien auf X veröffentlicht und betont, dass es sich nicht um einen verspäteten April-Scherz handelt. Offensichtlich hat der Vogel die abfahrenden Polizeiwagen mit ihren Signalen imitiert. Jetzt ist den ganzen Tag erlaubt. Thanks, Willi, bei Oxford. Und aller Reaktionen auf das mit Spannung erwartete TV-Duell hier bei uns bei Welt TV zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem Korrenten von der AfD Björn Höcke. Es war ein heftiger verbaler Schlagabtausch der beiden Thüringer Landespolitiker. Das und vieles mehr gleich hier bei uns in die Welt am Morgen. Bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches mit Verlauben bin. Nein, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal. Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich. Er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein Wort hat. Nein, es ist kein Allerweltssatz. Es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist ja bereits seit Tagen in Thüringen und er hat in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt das TV-Duell ja intensiv beobachtet. Guten Morgen, Steffen. Welche Reaktionen hast du denn in Thüringen während und nach dem Schlagabtausch Vogt-Höcke einfangen können? Also wir waren in Weimar unterwegs. Warum in Weimar? Weil dort die Junge Union, also die Jugendorganisation der CDU, eine Watchparty, eine sogenannte, veranstaltet hat. 50 Leute mit dabei. Das hatte jetzt nicht Charakter eines Spiels der Fußball-Nationalmannschaft, aber doch auch immer wieder Applaus zwischendurch, ein höhnisches Gelächter für den Konkurrenten. Und auch die AfD haben wir uns sagen lassen, zumindest hat eine solche Watchparty abgehalten. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Medien waren dort nicht erlaubt. Und natürlich, und auch das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, sehen beide Lager dann... Das ist ein bisschen in der Natur. Die Welt am Morgen mit Marie Droste und Carsten Hädler. Europa, Wirtschaft, Migration. In unserem Welt-TV-Duell lieferte sich der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt einen heftigen Schlagabtausch mit dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Statt geplant 45 Minuten dauerte das Streitgespräch über 70. Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen darf auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Die Mannschaft von Xabi Alonso siebte gegen den englischen Premier-Club West Ham United mit 2-0 und verschaffte sich damit ein gutes Polster für das Viertelfinal-Rückspiel kommende Woche. Verkehrsminister Volker Wissing sorgt für neuen Ampelstreit. Der FDP-Politiker bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde, so der Liberalen. Und damit ist es 7 Uhr. Guten Morgen hier an diesem Freitag, den 12. April. Einen schönen guten Morgen. Ja, Marie, das war schon ein aufregender Abend gestern hier bei uns bei Welt TV. Denn das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke, das hatte es in sich. Statt der geplanten 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns bei Welt 70 Minuten einen zum Teil heftigen Schlagabtausch persönlicher Attacken inklusive. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Der Freistaat Thüringen, der wählt ja am 1. September einen neuen Landtag. In den aktuellen Umfragen liegt die AfD, die dort ja vom Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent deutlich auf dem 1. Platz. Die Regierungsbildung, die dürfte also außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Ne, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich die nochmal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großes Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Schauen wir also live nach Thüringen, auch an diesem Morgen. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist ja die ganze Woche schon im Freistaat unterwegs gewesen. Steffen, einen schönen guten Morgen. Das Duell gestern hast du ja in Weimar mitverfolgt. Heute früh stehst du in Erfurt. Welche Reaktionen hast du denn inzwischen so einsammeln können zu dem Schlagabtausch vor Töcke? Also interessanterweise ist es so, dass hier Erfurter an diesem Morgen zu uns kommen und auch darüber berichten, dass sie das Duell gesehen haben. Ein junger Mann, der kam und sagt, er fand, dass Björn Höcke da einen sehr, sehr guten Job gemacht habe, dass der souverän gewirkt hat. Dann habe ich mit einem anderen jungen Mann gesprochen, gerade mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. Und der sagte, dass eben Mario Vogt sich da durchgesetzt habe und staatsmännisch gewirkt habe, dass Björn Höcke in Schlingern geraten sei. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, je nachdem, welche Partei unterstützt wird, da wird auch der Sieger gesehen. Das waren auch die Reaktionen übrigens gestern Abend, die wir bekommen haben bei einer Watchparty in Weimar. Und deswegen glaube ich, dass jetzt natürlich analysiert wird in den Parteizentralen, aber auch bei den Menschen, bei den Wählern natürlich, wer war denn da wirklich der Sieger? Wer ist einer, der wirklich zum Ministerpräsidenten das Zeug hat? Das sind die Fragen, das sind die Gesprächsthemen mit Sicherheit heute Morgen. Hier blicken wir auf die Reaktionen, die wir soweit bekommen haben. Meine Kollegin Leonie von Rando hat die ersten Reaktionen. Watchparty bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Mario Vogt heute Abend für die Demokratie in den Boxring gestiegen ist und Björn Höcke stehend K.O. geschlagen hat. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der diese ganzen Argumente der AfD inhaltlich auseinander nimmt. Und das ist erfrischend zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das öfter so wäre im Fernsehen. Ich selber als deutscher Migrationshintergrund vertraue den Aussagen von Herrn Höcke nicht. Und ich finde, Herr Vogt hat sich sehr souverän gezeigt. Er hat ehrlich geantwortet. Auch die AfD veranstaltet eine Watchparty, allerdings unter Ausschluss der Presse. In einem schriftlichen Statement für Welt schreibt die AfD Sonneberg, nach über 70 Minuten Schlagabtausch Sieger nach Punkten Björn Höcke. Vogt hangelt sich in allgemeinen Worthülsen, hat aber keinerlei Konzepte. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin sieht sich die CDU-Bundesspitze das Duell ganz genau an. Für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann steht fest, Mario Vogt hat heute Abend gezeigt, dass er Ministerpräsident kann. Sein mutiger Kurs, die Rechtsextremen inhaltlich zu stellen, hat sich als Gold richtig erwiesen. Für die Linkspartei geht ein ganz anderer Mann als Gewinner vom Platz, nämlich Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Vogt und Höcke hätten beide bewiesen, dass sie nicht das Format eines Ministerpräsidenten besäßen, so Parteichef Martin Schirdewan. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Herr Steffen, du hast es uns ja eben bereits erzählt. Dieses TV-Duell hat wirklich die politischen Gemüter der Wählerinnen und Wähler bewegt. Aber was heißt das jetzt für die kommenden Wochen, für die kommenden Monaten? Wie wird sich das Duell auf den Wahlkampf auswirken? Also interessant wird sein zu sehen, ob denn tatsächlich die Wähler aus dem einen oder dem anderen Lager sagen, na, ich überlege mir nochmal, was ich denn tatsächlich wählen werde im September, wo ich mein Kreuz mache. Es ist ja so, dass hier auch Ende Mai bereits Wahlen sind. Die Europawahlen natürlich zum einen, dann aber auch die Kommunalwahlen. Hier in den Erfurt die Stadtratswahlen. Man sieht das im Hintergrund, die Plakate, die Wahlplakate, die hier sind. Da könnten natürlich auch wieder andere Themen ausschlaggebend sein und eben nicht Björn Höcke oder Mario Vogt den Ton angeben, sondern tatsächlich diejenigen, die hier für den Oberbürgermeisterposten kandidieren. Und bis zu den Landtagswahlen im September, da ist es noch ein weiter Weg. Viel wird da mit Sicherheit auch Tatsache hier auf der Straße entschieden, wenn Björn Höcke unterwegs sein wird, wenn Mario Vogt unterwegs sein wird, wenn sie das Gespräch mit den Bürgern suchen müssen. Also dieser Auftakt, diese TV-Debatte, das ist der erste Schritt auf einem, glaube ich, relativ langen Weg. Und da ist eben auch noch Bewegung drin, wobei, und das muss man auch noch einmal deutlich sagen, viele Wähler, glaube ich, schon ihre Entscheidung getroffen haben und dementsprechend, um das auch nochmal klar zu sagen, dann auch den Sieger dieses TV-Duells auf der einen oder auf der anderen Seite ausmachen. Steffen, danke für diese Einordnungen nach dem großen TV-Duell hier bei Welt zwischen Björn Höcke und Mario Vogt. Ja, mal in so einer politischen Auseinandersetzung, der Konfrontation, da kommt es ja auf alles an, so natürlich auch auf die Körpersprache. Wie erwartet, da gab sich vor allem Björn Höcke zu Beginn sehr aggressiv und kämpferisch. Im Verlauf des Duells aber, als es zum Beispiel um das Thema Migration und die Debatte um die türkischstämmige Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoz, die in Hamburg geboren wurde, ging, geriet der 52-Jährige sichtbar ins Schwimmen und Vogt versuchte den gesamten Verlauf über ein ruhiges, aber bestimmtes Auftreten zu zeigen. Mit erhobener Hand verteidigt sich Höcke, steht unter Beschuss wegen eines Zitates aus seinem Buch. Gut eine halbe Stunde läuft das Duell da schon. Dabei gab sich Höcke zu Beginn eher zurückhaltend, die Körpersprache verschlossen. Mein Blickwinkel als Psychologe ist ja vor allem auf die Wirkung und generell die Kommunikation. Anfangs war er tatsächlich überraschend zurückhaltend. Er hat eher mit einer verschlossenen Gestik zugehört. Er war nicht so wirklich im Blickkontakt bei Herrn Vogt. Und wenn er es dann war, dann haben wir durchaus so auch eine Zornesfalte gesehen. Also da ist er dann auch emotionaler geworden, wirkte anfangs auch etwas, sage ich mal, oberleerehaft und etwas abwertend. Später dann ist er aber in die Offensive gegangen. Er nimmt plötzlich viel mehr Raum ein. Er geht viel mehr nach vorne. Er geht in den Intimbereich, in die Intimzone der anderen Person und fährt dann seine rhetorische Offensive auf. Also insgesamt wirkte er mir heute wie ein emotionaler Lehrer, der eine Standpauke hält. Offenhin gegen CDUler Mario Vogt, der zeigte sich seinem Kontrahenten eher zugewandt. Ja, interessanterweise war er von der inhaltlichen Kommunikation anfangs eher zurückhaltend, aber von der Körpersprache durchaus dynamisch. Also wir sehen, dass er mit wiederholenden, mit sehr pointierten Gesten das unterstreicht, was er sagt. Er macht teilweise dieses Erstens, Zweitens, Drittens, er macht diese Okay-Geste. Also da ist er durchaus in einer gewissen Dynamik schon von Anfang an. Gleichzeitig, später, geht er dann mehr in die Offensive. Auch eine Sache, die natürlich rhetorisch herausfordernd ist, gerade gegen Herrn Höcke. Und da schafft er es mit dieser wirklich sehr pointierten Spitze, ja, gegen ihn, gegen Herrn Höcke zu zeigen. Das kann teilweise auch sehr aggressiv wirken. Also wir mögen es kommunikativ nicht so, wenn jemand so mit uns umgeht und so mit dem Finger auf uns zeigt. Aber insgesamt in dem Schlagabtausch ist er dann durchaus dialogischer. Also während Höcke sich teilweise weggedreht hat und keinen Blickkontakt mit Herrn Vogt gehalten hat, war Vogt im Blickkontakt und hat da dann auch zu ihm gestikuliert. Also insgesamt eher wie ein nahbarer Kollege, gerade im späteren Verlauf, als er noch mehr aufgetaut ist. Bis zum Urnengang am 1. September ist es noch fast ein halbes Jahr hin. Wie das Duell bei den Wählern angekommen ist, das dürfte sich bei den nächsten Umfragen zeigen. Und dieses viel beachtete und viel diskutierte TV-Duell können Sie bei uns in Welt.TV noch einmal komplett sehen. Björn Höcke vs. Mario Vogt heute um 10 Uhr und um 13 Uhr in Welt.TV. Und nach nur einem Spot schauen wir auf ein ganz anderes politisches Streitthema. Aber auch mit ganzen Mengen Streitpotenzial. Definitiv, da ist Musik drin, wie man so schön sagt. Es geht um Fahrverbote an den Wochenenden. Die Drohnen, das sagt zumindest Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Gekontert wird direkt, was es mit diesem Streit auf sich hat, gleich hier bei uns. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt.TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit dann am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem... Die Welt am Morgen mit Marie Droste und Carsten Hädler. Und da sind wir schon wieder. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, Verkehrsminister Volker Wissing warnt nun vor bundesweiten Fahrverboten an den Wochenenden. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bis zum Sommer beschlossen werde. Darin will man die Einhaltung der Klimaziele künftig nicht mehr an einzelne Sektoren knüpfen und die Bereiche wie Verkehr oder Gebäude bei Verfehlungen zu Sofortmaßnahmen verpflichten. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der anderen Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß im Verkehr nur mit Fahrverboten noch zu erreichen. Die Grünen kritisierten umgehend seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Damit wollen wir in den Bundestag schauen zu Achim Unser. Guten Morgen, Achim. Also es gibt jetzt wieder einen Ampelstreit. Wie müssen wir denn die Warnungen von FDP-Verkehrsminister Wissing an SPD und Grünen einordnen? Ja, also erinnern wir uns mal oder ich erinnere mich zumindest noch an 1973, als wir damals Ölpreisschock hatten. Und da gab es dann vier Sonntage, an denen nicht gefahren werden durfte. Und jetzt hat Volker Wissing davon gesprochen, dass es ein unbefristetes Sonntagsfahrverbot geben könnte. Also er greift da ganz weit hoch ins Regal und formuliert da eine Drohung, falls man eben sich nicht einigen kann in der Ampel. Und jetzt zum Hintergrund des Ganzen. Deutschland hat ja seine Klimaziele, die sind auch vom Bundesverfassungsgericht so bestätigt. Und um diese Klimaziele erreichen zu können, gibt es eben das Klimazielschutzgesetz. Und über das wird jetzt gerade gesprochen, verhandelt. Seit gestern Abend sitzen da die stellvertretenden Fraktionschefs der Ampel zusammen, um da eine Einigung zu erzielen. Weil die FDP, die hat gesagt, sie will da eine Reform davon haben. Sie möchte, dass dann eben nicht mehr jedes einzelne Ministerium, Sektoren nennt man die da, jeder einzelne Sektor für sich betrachtet wird, sondern sektorenübergreifend soll da sozusagen nur die Summe gesehen werden. Und diese Summe muss eben stimmen, dann ist man auf dem richtigen Pfad, um die Klimaziele zu erreichen. Und bislang ist es eben so, dass jedes Ministerium für sich betrachtet wird. Und da ist es nun mal so, dass eben das Verkehrsministerium seit zwei Jahren eben seine Ziele nicht erreicht. Das Umweltbundesamt, das berechnet das Ganze immer und das wird am Montag seinen Bericht vorlegen, wird das dann sagen. Und dann hätte eben Volker Wissing eigentlich nur noch zwei Monate oder drei Monate Zeit, um dann eben schnelle Lösungen zu präsentieren. Und er hat jetzt eben gesagt, eine schnelle Lösung wäre eben ein Fahrverbot am Sonntag, dann könnte man eben CO2 reduzieren. Aber wenn man das mal vergleicht mit dem Thema Bauen, das hatten wir gestern ja, dann wüsste Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin, wenn sie ihre Ziele nicht erreichte zwei Jahre lang sagen, dann ja gut, dann gibt es einen Baustopp in Deutschland. Unvorstellbar bei dieser Wohnungsmangelsituation. Und deswegen glaube ich, ist das einfach nur eine gewisserweise populistische Drohung, auch von Volker Wissing. Er will einfach Druck da ausüben auf die anderen in der Ampel, damit sie sich da einigen. Und ich glaube, das wird nicht so funktionieren, weil die Grünen sagen eben, okay, wir machen diese sektorenübergreifende Nummer. Trotzdem wollen wir natürlich auch, dass der jeweilige Minister oder die Ministerin auch verantwortlich bleibt für ihre Ziele. Ja, da ist wieder eine ganze Menge Druck auf dem Ampelkessel. Achim, du wirst das Ganze für uns beobachten. Danke für den Moment in dem Bundestag. Und auch an diesem Thema hier wird gearbeitet. Nun sagt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann, dass er Betroffenen verspricht, massive Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages werde, Zitat, das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen spürbar erleichtern und verbessern. Das sagt er dem Redaktionsnetwerk Deutschland. Mit dem neuen Gesetz behandelt der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als mündige Menschen. Der Bundestag stimmt heute Mittag über dieses Selbstbestimmungsgesetz ab. Ja, wie ist das zu beurteilen, sein Geschlecht also selbst zu bestimmen? Ist das Voka Unsinn oder einfach nur bürgerliche Freiheit? Was halten Sie denn davon? Wir haben uns schon mal ein bisschen umgehört. Hier kommt Ihre Stimme. Also sollte jeder selber entscheiden können, auf jeden Fall. Es sollte ja auch niemand irgendwie darauf einreden können, wer was, wer ist. Weil wir fühlen uns doch alle im Körper auch irgendwo wohl oder auch nicht. Finde ich einen absolut gerechtfertigten Weg. Finde ich auch interessant, dass es bis 2024 dauert, bis das jetzt mal so verabschiedet wird. Weil das für mich was absolut Zeitgemäßes ist und was, was überhaupt nicht zur Diskussion steht. Ich finde das richtig. Ich finde das auch zeitgemäß. Wir wissen ja, dass es schon immer eine Diskrepanz gab bei manchen Menschen zwischen dem geborenen Geschlecht und der Identität. Wenn sich ein Mensch im falschen Körper fühlt, dann ist es keine Lebensqualität. Und damit ist es eigentlich schon entschieden. Sollten tun, lassen, was sie wollen. Ich weiß nicht, ich würde mich darüber nicht groß aufregen. Ich habe mit solchen Leuten natürlich nichts zu tun. Ich bin äther, ja. Ich denke, dass es da ein gewisses Alter geben muss, vielleicht im jugendlichen Alter, wo man dann sowas erlauben dürfte. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass jeder selbst entscheiden sollte. Er sollte seine Freiheit dahingehend so erleben und ausleben können, dass man nicht durch rechtliche oder staatliche Grenzen eingeschränkt wird. Meine Meinung ist, dass man es nicht machen sollte, weil wir wurden ja so erschaffen. Manche sind Frauen, manche sind Männer. Es sollte eigentlich auch so bleiben. Ich denke, wenn es Menschen gibt, die sich nicht mit Mann oder Frau identifizieren können, dann sollten die sich so identifizieren, wie sie es halt können. Von daher finde ich es gut, dass die Freiheit dafür jetzt geschaffen wird. Und damit kommen wir zu unserer Frage des Tages an diesem Freitagmorgen. Wie bewerten Sie denn den Gesetzentwurf der Ampelkoalition, nachdem Menschen künftig ihren Geschlechtseintrag per Erklärung gegenüber dem Standesamt ändern können? Bitte zücken Sie Ihr Handy, scannen Sie den QR-Code, beteiligen Sie sich an dieser Umfrage. Und wie üblich, ab 18 Uhr in die Welt am Abend, dann die Auflösung. Nun zu einer kuriosen Geschichte aus dem Tierreich. Wir hören mal kurz rein. Was Sie da hören, ist ein wildlebender Vogel in einem Baum, der singt wie die Polizeisirenen der Einsatzwagen einer nahegelegenen Polizeistation. Dieses Video, das hat jetzt die Polizei von Thames Valley in Großbritannien auf X veröffentlicht und betont, dass es sich nicht um einen verspäteten April-Scherz dabei handelt. Offensichtlich hat der Vogel also die vorbeifahrenden Polizeiwagen mit ihren Signalen imitiert. Jetzt ist also quasi den ganzen Tag Alarm in dieser Stadt. Großartige Nachricht, oder? Ja, also Tiere sind immer wieder erstaunlich. Dann nicht nur Tiere. Du auch, oder? Nein, es gibt ja auch Menschen, die sich solchen Schabernack überleben. Na gut, anderes Thema, unsere gute Nachricht des Tages. Die Deutschen, die verzichten nämlich immer häufiger auf Fleisch, Alkohol und Süßigkeiten. Süßigkeiten, vor allem während der vergangenen Fastenzeit, wurden fast 10% weniger Alkohol, 3,6% weniger Fleisch und 5,6% weniger Süßwaren und Knabbereien verkauft im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres. Ja, das zeigen nun Daten der Supermarktkassen, die das Statistische Bundesamt ausgewertet hat. Anfang des Jahres, wo traditionell die guten Vorsätze umgesetzt werden, fiel der Verzicht sogar noch mal größer aus. Offenbar scheinen sich die Bundesbürger zumindest zu Beginn des Jahres 2024 bewusster zu ernähren und auf ungesunde Genüsse zu verzichten. Die Bikini-Figur ist ein bisschen das Stichwort jetzt, wenn wir zum Wetter kommen. Oh ja, guten Morgen. Guten Morgen, am Oberrein 29 Grad. Nicht heute, aber zum Wochenende hin. Das sind fast 600 Kilometer von Berlin entfernt. Jetzt kommst du mal wieder mit dem Aber. Ja, Rainer, ich glaube schon. Es wird wahrscheinlich einen Grund geben, warum du das so genau weißt. Nein, ist mir gerade eingefallen. Ich bin ja in Deutschland, weißt du, so Entfernungen. Da weiß ich, dass Deutschland wieder zweigeteilt ist. In den einen Teilen regnet es und in den anderen Teilen scheint die Sonne. Stimmt. Lassen wir mal Ihre Eltern machen. Stimmt, ganz genau. Ich bin beeindruckt, Carsten. Ja, aber heute erwarten wir nochmals für den April ganz typische Werte. In den nächsten Tagen, wie gesagt, da drehen die Temperaturen im Süden ordentlich auf. Guten Morgen. Ja, heute liegen wir wieder mit unserem Süden im Einflussbereich von hohem Luftdruck. Und der reicht von Spanien bis zum Schwarzen Meer. In unserem Norden haben wir es dagegen ja wieder mit vielen Wolken zu tun, die nämlich von dem Skandinavientief sozusagen zu uns geführt wurden. Die ziehen dann gleich auch schon vormittags erneut von den Küsten in die norddeutsche Tiefebene. In der Mitte tun sich einige Wolken Lücken auf. Ja, und im Süden sind die Wolken auch heute wieder deutlich in der Minderzahl. In Niedersachsen wird es dann am späten Nachmittag und Abend aber auch freundlicher. An der Ostsee müssen Sie zwischenzeitlich dann auch mal mit etwas Regen rechnen. Also viel wird es nicht und dann auch nur örtlich sehr begrenzt. Abseits davon kommen wir auch trocken durch den Tag. Ja, und mit maximal 24 Grad wird es am Oberrhein auch wieder am wärmsten. Aber auch sonst, ja, steht verbreitet eine 2 vorne dran. Nur auf den nordfriesischen Inseln bleibt es durch das kalte Nordsee Wasser frischer. Und die 29 Grad, wie ja gerade schon angesprochen, morgen erwarten wir dann auch nur am Oberrhein. Aber auch sonst, ja, bleibt es angenehm mild beziehungsweise warm und auch oft freundlich. Am Sonntag schauert es, wenn überhaupt, wirklich nur sehr kurz und regional begrenzt am Vormittag. Der Nachmittag gestaltet sich dann auch wieder sehr nett. Heißt also, gucken wir mal nicht auf die neue Woche. Ansonsten, es gibt nichts auszusetzen, das Timingstück zum Wochenende hin. Bei den vielen Flimmenden Regen schwer nicht auf die neue Woche, dazu gucken wir ja. Ja, vor allen Dingen in Berlin, in unserer Region, Berlin-Brandenburg. Ja, aber das Wochenende steht doch vor der Tour und es wird sehr schön. Man muss sich auf das Schöne konzentrieren. Der Oberrhein. Nein, auch bei uns. Gerne. Wir widmen uns gleich nochmal der Analyse des großen TV-Duells Björn Höcke gegen Mario Vogt. Zumindest in der CDU scheint man sehr zufrieden gewesen zu sein. Generalsekretär Carsten Linnemann, der sprach schon davon. Vogt könne also Ministerpräsident. Aber wir gehen da gleich nochmal in die feinen Analyse rein. Ja, und wir haben Thorsten Frey, den parlamentarischen Geschäftsführer der Union-Bundestagsfraktion, hier im Studio zu Gast. Und wir werden natürlich ausführlich über das TV-Duell von gestern sprechen. Also bleibt es dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird. Und aktuell mit rund 30 Prozent noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir ja nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die in S doch bitte... Kurz vor halb acht ist es an diesem Freitag einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Rund fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen haben vor allem bundespolitische Themen das Fernsehduell der Spitzenkandidaten Björn Höcke von der AfD und Mario Vogt von der CDU hier gestern bei uns bestimmt. So standen die Zukunft Europas, die Migration und die Erinnerungskultur im Mittelpunkt. Der Rechtsextremist Höcke und der thüringische Landes- und Fraktionschef der CDU Vogt lieferten sich bei uns in Welt TV rund 70 Minuten lang zum Teil heftige Wortgefechte. Das Duell der beiden Politiker war auch von gegenseitigen persönlichen Vorwürfen geprägt. Die Thüringer Landespolitik wurde in der ursprünglich auf 45 Minuten angesetzten Sendung nur am Rande gestreift. Gehen wir rein in die Fallenanalyse bei uns im Studio nun Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Schönen guten Morgen, Herr Frey. Guten Morgen, Frau Droste, Herr Hedler. Also alles, was wir bisher von der CDU gehört haben, war ein sehr positives Fazit über die Performance von Mario Vogt. Wie fällt Ihr Urteil aus? Ja, das würde ich bestätigen. Ich glaube, es war eine sehr gute Sendung. Sie war sehr gut moderiert, sehr gut vorbereitet. Und ich glaube, man hat sehen können, dass man die AfD und auch jemanden wie Höcke in der Sache stellen kann. Denn er war dort ganz besonders schwach, wo es konkret geworden ist. Wenn man also nicht nur schwadroniert hat, sondern gefragt hat, dort, wo ihr Verantwortung tragt, was passiert denn da? Beispielsweise in Sonneberg. Und deswegen fand ich das eine gute Möglichkeit, die AfD und auch Höcke zu entlarven, deutlich zu machen, wo die Defizite liegen. Und dass da vieles von dem, was gesagt ist, einfach nur so dahergeredet ist. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das durchaus ein Weg sein kann, die AfD zu entzaubern und deutlich zu machen, diese Partei ist nicht gut für Thüringen. Das ist ja genau der Punkt, den die Linken ja auch kritisiert haben. Höcke würde eine Bühne geboten. Aber das ist es doch genau. Man muss sich doch damit auseinandersetzen und man muss ihn stellen. Und gestern ist ja zum Teil diese Fassade auch eingerissen worden, die er aufgebaut hat. Absolut. Und vor allen Dingen, diese Bühne gibt es ja. Da muss man sich ja nur mal die Social-Media-Kanäle der AfD und von Höcke anschauen. Und dann sieht man, was er für Zugänge hat. Und schauen Sie sich die Situation in Thüringen an. Die drei Regierungsparteien, Linke, SPD, Grüne, kommen zusammen auf weniger Zustimmung in der Bevölkerung als die AfD alleine. Das heißt, wir haben ein riesiges, objektives Problem. Und dem muss man sich stellen. So wie man es in der Vergangenheit gemacht hat, hat es ganz offensichtlich nicht funktioniert. Und deswegen, ich glaube, das war ein Risiko, ja. Aber dieses Risiko hat sich gelohnt, weil man Höcke auch entlarven konnte. Und deswegen meine ich, das war eine richtige Entscheidung, dieses Duell zu machen. Und das ist am Ende auch gelungen. Eine dieser Stellen war eine, da ging es rund um das Thema Remigration, wo Björn Höcke plötzlich ja ziemlich große Erinnerungslücken aufgewiesen hat. Und vor allem der Streit um Bundestagsvizepräsidenten Aydan Oesos. Wir hören zusammen nochmal rein. Also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen? Also ich habe, das Buch ist mittlerweile jetzt schon sechs Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes, also Sie haben, jetzt sind Sie ja als Zitat, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Nur Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen nochmal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. Ich müsste dann im Originaltext dann nachlesen. Nochmal, die Position der AfD ist doch ganz klar. Es geht doch, es geht doch... Doch, es geht mir jetzt wirklich genau um diese Frage, ob Sie immer noch finden, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat. Das ist eine legitime Frage, auf die ich jetzt gerne eine Antwort hätte. Nochmal, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr parat. Ich lese es Ihnen nochmal vorlesen. Es ist 1 zu 1 korrekt, seit 108. Sie sprechen wörtlich davon, dass die deutschlandgeborene Politikerin Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat. Ja, welches Zitat... Das ist ein wörtliches Zitat, Sie können sich sicher sein, dass wir das... In welchem Kontext dieses Zitat steht, ist jetzt nicht klar. Okay, dann halte ich fest, Sie verweigern eine Antwort auf meine Frage. Nein, ich habe nur gesagt, in welchem Kontext dieses Zitat steht, ist für mich jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Das ist die Antwort, die Frau... Wie heißt sie nochmal? Frau Oesogus. Oesogus, ja. Bundestagsvizepräsidentin. Ja, man kann ja nicht alle Politiker kennen in dieser Republik. An Stellen wie diesen, haben Sie da einen anderen Björn Höcke gesehen, als man den sonst kennt? Also ich fand es eine der Stellen, wo auch sehr deutlich wurde, wie unglaubwürdig er ist. Also zum einen, dass er sich von inhaltlichen Positionen verabschiedet, dass er unter Remigration jetzt exakt das Gegenteil versteht, als er das noch vor wenigen Tagen getan hat. Und dann war das natürlich auch unglaubwürdig, sich an Passagen seines eigenen Buches nicht mehr zu erinnern. So zu tun, als wüsste er nicht mehr, worum es bei der Äußerung von Frau Oesogus gegangen ist und anderes mehr. Also das ist total unglaubwürdig gewesen. Ich finde, das war eine der markanten Stellen. Solche gab es aber noch mehrere im Laufe des Duells. Und da ist ja deutlich geworden, da ist einer, der schwätzt, der versucht, den Menschen etwas vorzumachen. Und deswegen, ich glaube, das war die wichtigste Leistung dieses Duells, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen. Und man hat es ja auch gesehen, überall dort, wo er dann in die Enge gedrängt wurde, das war so eine Stelle. Es gab auch inhaltliche Stellen, wo man das erleben konnte. Da ist er dann schnell dünnhäutig auch geworden. Und da hat man gesehen, dass eben vieles von dem, was er da versucht hat darzustellen, gerade zu Beginn des Duells, eben einfach nur Fassade war. Aber wie können Sie jetzt als politischer Gegner und auch die anderen Parteien genau diese Situation nutzen? Das muss ja jetzt umgesetzt werden, denn es zeigt ja ganz eindeutig, dass die Fremdenfeindlichkeit in der AfD weiterhin vorhanden ist. Und Höcke ist ein Rechtsextremist. Der Verfassungsschutz stuft Ihnen so ein und auch seinen Landesflügel in Thüringen. Also was können die demokratischen Parteien da jetzt rausziehen? Ja, ich glaube, das Allerbeste, was man tun kann, ist praktische, gute, überzeugende Politik. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man in der Opposition ist, aber genau darum geht es. Menschen wählen keine Extremisten, wenn sie das Gefühl haben, dass die Dinge gut laufen in ihrem Land. Dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass die Politiker verstehen, worum es geht im Land, welche Probleme da bestehen. Und deswegen glaube ich, es ist der richtige Weg. Wir haben gesehen, die AfD einfach nur zu negieren, zur Seite zu schieben, das hat nicht funktioniert. Wir müssen sie stellen und das war gestern Abend ein gutes Beispiel dafür, dass das auch gelingt. Das Stellen haben wir auch an einer anderen Stelle gesehen, Sie haben schon einige andere auch erwähnt. SA-Parole hat Björn Höcke ausgesprochen, zweimal sogar, meint jetzt er als Geschichtslehrer, kann, wusste das überhaupt nicht. Auch die Stelle hören wir uns einmal kurz an. Wir haben ja vorhin den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern Deutschland Verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber, Harris, do it again. Und die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war glaube ich 2021 in Sachsen-Anhalt bei den Parteifreunden. Und das Wahlkampfmotto lautete, alles für unsere Heimat. In einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump frei interpretierend und ins Deutsche übertragend durchdekliniert. Alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto. Alles für Sachsen-Anhalt, alles für DÖ. Und ich sage jetzt alles für DÖ, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. Soweit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. Soweit sind wir nicht gekommen. Aber das ist eigentlich das Recht. Wollen Sie damit sagen, Herr Röcke, aber da muss ich einmal nachhaken. Jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Ja, aber Sie wussten nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Die Rechtsstaat, also nur wenn es einem auch persönlich in den Kram passt, ist das glaubwürdig in Ihren Augen? Nein, eine weitere Stelle, die diese Glaubwürdigkeitslücke sehr, sehr deutlich macht. Und man sieht vor allen Dingen, da geht es ja nicht nur um eine gespielte Unkenntnis. Da geht es auch nicht nur um Provokation, sondern im Grunde genommen ist es der Stilbruch schlechthin. Und es ist im Grunde genommen eine Form der Relativierung und der Geschichtsvergessenheit, die inakzeptabel ist. Und so etwas brauchen wir in der Politik nicht. Das ist einfach schon die falsche Grundlage, auch um jede Form von Politik zu machen. Deswegen gilt unsere klare Haltung ja nicht nur auf der Ebene der Bundes- und der Landes-, sondern auch der Kommunalpolitik. Weil wer ein solches Gedankengut hat, der kann an keiner Stelle Politik in unserem Land machen. Vielleicht noch zu der Brandmauer der CDU, die sie ja gegen die AfD aufgezogen hat. Und Mario Vogt hat es ja gestern immer wieder betont. Höcke hat förmlich gebettelt, dass er von ihm eine Zusage bekommt, eine Koalition. Oder dass man dann eine AfD-Regierung dulden könnte, dass man zusammenarbeitet. Vogt hat dem eine ganz klare Absage erteilt. Ist das auch deutlich geworden? Ist das der Weg, den die CDU weitergehen wird? Ja, da gibt es überhaupt kein Vertun. Wir haben eine ganz klare Beschlusslage. Das gilt sowohl für die Bundespartei wie auch für die Bundestagsfraktion. Für uns gibt es keine Form irgendeiner Zusammenarbeit auf keiner politischen Ebene. Und daran haben wir auch keinen Zweifel gelassen. Und das halte ich auch für zwingend notwendig. Es gibt keine gemeinsame Basis. Es gibt keinen Anknüpfungspunkt. Nichts. Und das muss man, glaube ich, auch sehr deutlich machen. Deswegen, wer die AfD unterstützt, der kann damit keine praktische Politik unterstützen. Das muss, glaube ich, das klare Signal sein. Und wir machen Angebote, die sich auf ganz konkrete Verbesserungen in unserem Land beziehen. Die sich darauf beziehen, dass Politik Rahmenbedingungen setzt. Dass Menschen bei uns im Land gut leben können. Und dafür streiten wir. Und ich finde, das ist in diesem Duell sehr deutlich geworden. Auf der einen Seite der Ideologe. Auf der anderen Seite der, der für seine Heimat schaffen und arbeiten will. Und der praktische Politik macht. Und das auch als Maßstab guter Politik ansieht. Große Zufriedenheit, die wir da spüren bei Ihnen, Herr Frey. Also für Sie ein gelungenes Duell gewesen von Mario Vogt gegen Björn Höcke. Absolut. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Und natürlich gibt es bereits weitere Reaktionen. Leni von Rando hat sie für uns zusammengefasst. Watchparty bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest. Und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Mario Vogt heute Abend für die Demokratie in den Boxring gestiegen ist und Björn Höcke stehend K.O. geschlagen hat. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der diese ganzen Argumente der AfD inhaltlich auseinander nimmt. Und das ist erfrischend zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das öfter so wäre im Fernsehen. Ich selber als deutscher Migrationshintergrund vertraue den Aussagen von Herrn Höcke nicht. Und ich finde, Herr Vogt hat sich sehr souverän gezeigt. Er hat ehrlich geantwortet. Auch die AfD veranstaltet eine Watchparty, allerdings unter Ausschluss der Presse. In einem schriftlichen Statement für Welt schreibt die AfD Sonneberg nach über 70 Minuten Schlagabtausch Sieger nach Punkten Björn Höcke. Vogt hangelt sich in allgemeinen Worthülsen, hat aber keinerlei Konzepte. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin sieht sich die CDU-Bundesspitze das Duell ganz genau an. Für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann steht fest, Mario Vogt hat heute Abend gezeigt, dass er Ministerpräsident kann. Sein mutiger Kurs, die Rechtsextremen inhaltlich zu stellen, hat sich als Gold richtig erwiesen. Stellen müssen sich die Diskutanten hinterher der Analyse des Duells. Der stellvertretende Welt-Chefredakteur Robin Alexander kann über einige Aussagen von Björn Höcke nur den Kopf schütteln. Am Anfang ging es ja um die EU. Da sagt der Höcke, Großbritannien läuft nach dem Brexit eigentlich ganz gut. Stimmt einfach nicht. Natürlich nicht. Oder am Ende des Gesprächs, Putin will Frieden. Wie bitte? Dann sehen wir doch die Fernsehbilder, was da passiert. Es fällt mir schwer, in diese Stilkritik zu gehen. Was soll man denn dazu sagen? Putin will Frieden. So kann man es durchgehen. Höcke oder Vogt? Für die Linkspartei geht ein ganz anderer Mann als Gewinner vom Platz, nämlich Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Vogt und Höcke hätten beide bewiesen, dass sie nicht das Format eines Ministerpräsidenten besäßen, so Parteichef Martin Schirde waren. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Und was wäre die Analyse eines solchen Duells ohne den Blick in die sozialen Netzwerke? Und genau den hat Paul Klintzing für uns an diesem Morgen schon mal gewagt. Paul, wie fällt denn da das Fazit aus? Ja, vor allem der Blick auf Twitter, also jetzt X, da sieht man schon, dass das regelrecht explodiert ist. Wie genau die Kommentare da aussehen, das sehen wir uns jetzt im näheren Detail an. So, ich hatte schon erwähnt, X alleine unter dem Post TV-Duell und Vogt kamen über 50.000 Posts zusammen und ich habe das Ganze auch gestern Abend parallel zum Duell verfolgt. Und da ist mir doch aufgefallen, da gab es viele positive Stimmen für Herrn Vogt, aber auch viele positive Stimmen für Herrn Höcke. Das Ganze hat sich dann aber doch sehr schnell gewandelt. Denn wenn wir jetzt auf Twitter blicken, dann sieht man vor allem sehr positive Höcke-Posts. Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass die AfD eben sehr erfolgreich auf sozialen Netzwerken unterwegs ist. Wenn man auf Höcke zum Beispiel blickt, der hat über 100.000 Follower auf Twitter, Herr Vogt nur 8.000. Deshalb haben wir auch ein paar AfD-freundliche X-Posts hier rausgesucht und man muss das Ganze dann doch sehr differenziert ansehen. Denn das zeigt wahrscheinlich auch nicht die breite Bevölkerung. Wir blicken aber auch auf die großen Tageszeitungen in Deutschland, denn die haben das natürlich auch ganz gespannt angesehen, inwiefern sich dieses Duell entwickelt hat. Unter anderem die Süddeutsche Zeitung hat als Headline geschrieben, Mettbrötchen und NS-Parolen. Dann haben wir einen weiteren, hier in dem Fall Bild, über drei Seiten wird das TV-Duell auseinandergenommen, kann man schon fast sagen, mit Hintergrundgesprächen. Und Analysen, dann einmal der Blick auf die Frankfurter Allgemeine. Hier wird vor allem Vogt dann doch positiv dargestellt. Vogts Experiment gelingt. Und hier einmal der Blick auf den Spiegel. Die haben das Ganze dann mit einem doch humorischen Titel gewählt. Mettbrötchen Schlacht um Thüringen. Da gab es ja die Situation zwischen Höcke und Vogt, inwiefern man jetzt Mettbrötchen oder Mett sagt in Thüringen. Und dann zum Schluss auch noch ein positives Beispiel, vielleicht auch für unsere Moderatoren. In dem Fall Jan Philipp Burkhardt wurde vom Handelsballat gelobt. Ich zitiere einmal, der Leberhaken erwischte Björn Höcke in Minute 33. Nicht Mario Vogt setzte den Hieb. Es war der Moderator Jan Philipp Burkhardt des Senders Welt TV. Im Boxing der Demokratie sprach er das Thema Remigration an und zitierte aus einem Buch des AfD-Politikers. Wir hatten es ja auch gerade mit Herrn Frey auch nochmal besprochen, um was es da geht. Unter anderem ja um die Vizepräsidentin des Bundestages. Also sehr, sehr viele Reaktionen im Netz. Man muss das Ganze aber tatsächlich noch abwarten, weil die ranghohen Politiker haben sich dazu jetzt noch nicht geäußert. Vielleicht warten die noch ein bisschen ab und reagieren dann im Laufe des Tages. Das wird ganz sicher kommen und du wirst das für uns natürlich ganz genau im Blick behalten. Paul, danke schön. Paul, danke. Und dieses viel beachtete TV-Royal von gestern Abend können Sie bei uns heute einmal noch in Welt TV komplett sehen und sich selbst einen Eindruck darüber machen. Björn Höcke gegen Mario Vogt um 10 Uhr und um 13 Uhr wird dieses TV-Duell noch einmal bei uns ausgestrahlt. Ja, und gleich schauen wir auf einen sportlichen Wettkampf von gestern Abend weiterhin. Hochform war da zu sehen von Bayer Leverkusen. 2 zu 0 gegen West Ham haben sie da im Europapokal für sich entschieden. Und einen neuen Rekord aufgestellt. 42 Pflichtspiele ohne Niederlage im Moment. Also läuft für Vizekusen. Aber das werden wir wahrscheinlich auch vergessen. Das wird sich ändern. Ja, genau. Das wird sich dieses Jahr auf jeden Fall ändern. Bis gleich. Bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert... Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nein, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann Sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Ich würde dann gerne nochmal vorlesen. Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein Wort... Nein, das ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp, darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen das an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großes Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist ja bereits seit Tagen in Thüringen und er hat in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt das TV-Duell ja intensiv beobachtet. Guten Morgen Steffen, welche Reaktionen hast du denn in Thüringen während und nach dem Schlagabtausch Vogt-Höcke einfangen können? Also wir waren in Weimar unterwegs. Warum in Weimar? Weil dort die Junge Union, also die Jugendorganisation der CDU, eine Watchparty, eine sogenannte, veranstaltet hat. 50 Leute mit dabei. Das hatte jetzt nicht Charakter eines Spiels der Fußball-Nationalmannschaft, aber doch auch immer wieder Applaus zwischendurch. Dann höhnisches Gelächter für den Konkurrenten. Und auch die AfD haben wir uns sagen lassen, zumindest hat es eine solche Watchparty abgehalten. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Medien waren dort nicht erlaubt. Und natürlich, und auch das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, sehen beide Lager dann ihren eigenen Kandidaten vorn. Und wenn man dann auf die anderen Parteien schaut, dann hört man eher keiner von beiden. Willkommen zurück. Guten Morgen. Ja, Bayer Leverkusen ist momentan wirklich in Topform, deswegen nix mehr mit Vizekusen. Und das bekam dann auch West Ham United am Abend zu spüren. Das Europa-League-Viertelfinale gewann die Werkself nämlich mit 2 zu 0. Und das ist eine wirklich gute Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche auf der Insel. Das Team von Xabi Alonso kann also tatsächlich in dieser Saison drei Titel gewinnen und damit das Triple holen. Wieder ein Sieg der Überflieger aus Leverkusen. Die verrückte Serie geht weiter auch in der Europa-League. Überlegen schlägt Bayer Leverkusen West Ham mit 2 zu 0 im Viertelfinal Hinspiel. Teil 1 ist also erstmal geschafft. Wieder eine seriöse Leistung mit Konzentration, mit Geduld, mit gutem Fußball. Teil 2 folgt am Sonntag an der Bundesligaspitze. Da hat die Werkself die Chance auf die Meisterparty. Ich hoffe, es ist super. Es ist klar, wenn wir gewinnen, wir sind Meister. Und wir müssen Vollgas geben. 42 Pflichtspiele, schon sind sie ungeschlagen, die Rheinländer. Noch zwei weitere, dann ist der Rekord von Juventus Turin geknackt. Doch was macht die Mannschaft besonders? Der Teamgeist, die Spielweise, die Zähigkeit. Journalisten und Blogger weltweit schreiben Lobeshymnen auf Leverkusen. Es gibt keine Egoisten, sondern wir kämpfen die Mannschaft. Wir ackern, wir fighten, wir spielen, wir laufen, wir diskutieren auf dem Platz. Und das macht eine Top-Mannschaft aus. Wir wollen natürlich den Fans, die natürlich auch sehr, sehr lange dabei sind, was geben. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für den Verein, für die Fans, für den Spieler, wenn wir hier Geschichte schreiben können. Geschichte mit der ersten deutschen Meisterschaft. Am besten erst am Sonntag, am eigenen Spieltag, sagt der Leverkusener Offensivspieler Jonas Hofmann. Gerade wenn man zum ersten Mal deutscher Meister werden kann, willst du das nicht irgendwie zu Hause auf der Couch mit einem Glas Wasser am Tag, bevor du selber spielst, so Hofmann. Es wäre der erste Meister seit zwölf Jahren, der nicht Bayern München heißt. Viele Kinder werden staunen, dass das möglich sein kann. Maira, das Wetter zum Wochenende, wir haben mal wieder eine Rüge bekommen, wir sind zu lang geworden, deshalb eine ganz schnelle Übergabe. Deine Bühne. Ja, das Wochenende wird schön, um deine Überleitung aufzugreifen. Also am Wochenende wird es vor allem im Süden wieder richtig warm und auch heute schon schaffen es die Höchstwerte ja oftmals in den zweistelligen Bereich. Berlin bekommt heute 20 Grad, München 22, Rom 28 ist damit heutiger Temperaturspitzenreiter. Morgen sind aber auch bei uns am Oberrhein bis zu 29 Grad möglich. Wegen des frischen Nordseewassers bleibt es an der Nordsee dann auch kühler. Also heute mit wieder zwölf Grad maximal auf Syltia und von dort aus breiten sich heute dann auch wieder erneut dichte Wolken aus. An der Ostseeküste ziehen gelegentlich mal kurze Schauer durch vom Emsland und Nordrhein-Westfalen bis nach Berlin, Brandenburg und Sachsen. Kann sich selten mal die Sonne zeigen ja und Leipzig und Köln schaffen dabei 21 Grad. Im Süden sieht es dagegen ja deutlich netter aus. Vor allem in Baden-Württemberg können Sie sich auf einen richtig tollen, schönen, sonnigen Frühlingstag freuen mit bis zu 24 Grad heute schon. Und wie gesagt, die 29 Grad morgen erwarten wir dann am Oberrhein. Aber auch sonst wird es angenehm mild, warm kann man schon sagen, oftmals freundlich. Am Sonntag schauert es, wenn überhaupt, dann wirklich nur kurz und regional begrenzt am Vormittag. Der Nachmittag gestaltet sich dann auch wieder sehr freundlich. Erst in der neuen Woche wird es dann wieder unbeständiger und vor allem auch kühler. Aber das Wochenende wird sehr, sehr schön. Können wir uns drauf freuen. Das freut uns. Wir kriegen jetzt ein Fleißbienchen von unserer Regie, von Rainer, von André, von Marco. Mach das kurz, Rainer. Ich heiße, Rainer, wir haben Zeit reingeholt. Gerne. Das große TV-Duell Mario Vogt gegen Björn Höcke gestern Abend hier bei uns mit Spannung erwartet. Und natürlich sind die Reaktionen auch interessant. Und da gehen wir gleich nochmal in die Analyse auch rein, haben Hubert Einmacher bei uns im Studio. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikalpopulistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert, Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches mit Verlauben bin. Nein, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal. Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich. Er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein Wort hat. Nein, es ist kein Allerweltssatz. Es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch weiter. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer. Die Welt am Morgen mit Marie Droste und Carsten Hädler. Europa, Wirtschaft, Migration. In unserem Welt-TV-Duell lieferte sich der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt einen heftigen Schlagabtausch mit dem AfD. Rechtsaußen Björn Höcke. Statt geplant 45 Minuten dauerte das Streitgespräch 70 Minuten. Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen darf auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte gegen den englischen Premier League Club West Ham United mit 2 zu 0 und verschaffte sich damit ein ziemlich gutes Polster für das Viertelfinal-Rückspiel kommende Woche. Verkehrsminister Volker Wissing sorgt für neuen Ampelstreit. Der FDP-Politiker bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könnte es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. So der Liberale. Punkt 8 Uhr ist es an diesem Freitag. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Kassner, es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt ursprünglich geplanten 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in WeltTV 70 Minuten. Einen teils heftigen Schlagabtausch. Persönlich Attacken inklusive. Ja, Marie, es ging ja vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Der Freistaat wählt ja am 1. September einen neuen Landtag. Und in den Umfragen liegt die AfD dort, die von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte also in Thüringen außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Dieses TV-Duell bewegt Deutschland. Bei uns ist Hubert Alwanger zu Gast. Der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern und Wirtschaftsminister des Freistaates von der Partei Die Freien Wähler. Guten Morgen, Herr Alwanger. Ich grüße Sie. Dieses TV-Duell, was ziehen Sie daraus für ein Fazit? Also war es richtig, Höcke eine Bühne zu geben, aber auch ihn zu entlarven? Ja, es wurde ja im Vorfeld viel darüber diskutiert und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Analyse, ich habe es inhaltlich nicht gesehen, aber man kriegt ja jetzt die Ausschnitte mit. Aber ich muss einfach sagen, so dumm kann sich ein AfDler im Duell gar nicht stellen, dass er dort so enttarnt würde, dass man all das gut macht, was vorher mit der wauken grünen Politik angerichtet worden ist. Also der Grund, warum die AfD gewählt wird, ist eine wauke grüne Politik, die die Leute in den Frust treibt. Dann wählen die aus Frust die AfD, egal wie der sich im Duell schlägt. Natürlich, wenn er im Duell unterliegt, ist schlecht für sein Wahlergebnis, aber so schlecht kann er gar nicht sein, dass er das aufwiegen würde, was vorher durch die falsche Politik kommt. Also meine Schlussfolgerung ist, Duelle muss man machen, aber damit wird man die AfD nicht stoppen, sondern stoppen wird man sie nur durch eine bessere Politik, die auf die Menschen hört und nicht Heizungsgesetz macht, Selbstbestimmungsgesetz und solche Dinge, die die Menschen in den Wahnsinn treiben. Ja, es ging um viele Themen gestern, auch in der inhaltlichen Auseinandersetzung. Wir wollen eine Szene auch nochmal angucken, da ging es um den Ukraine-Krieg und die Position zu Russland. Putin weiß auch, außerdem hat er den Druck der Chinesen aus dem Osten, er hat den Druck des Islam aus dem Süden. Russland ist auch ein bedrängtes Land und ich glaube, Russland will Frieden. Und ich glaube, dass Putin trotz dem, was man über ihn ausführt, ein rationaler Mann ist, der auch erkennt, wann es genug ist und wann Frieden geschlossen werden muss. Ich glaube, wenn man mit entsprechenden Persönlichkeiten dort aufschlagen würde und Friedensgespräche beginnen würde, dann könnte man was erreichen. Man sollte es zumindest versuchen. Wir müssen es versuchen. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, also auch der Ukraine-Krieg natürlich Thema. Sie wollen direkt reagieren? Natürlich, ich regiere ja mit. Oder direkt reagieren, meinen Sie? Ja, ja. Ja, ich sage ja ganz klar, dass wir mit der Russland-Politik ist das Kind in den Brunnen gefallen. Wenn man es vorher nicht geschafft hat, Russland so an den Westen anzubinden oder so zu zähmen, dass man sie in den Griff kriegt, genauso wie man mit den früheren osteuropäischen Staaten ja mittlerweile in einem freundschaftlichen Verhältnis ist, das hat man mit Russland nicht geschafft. Russland ist auch wohl kaum zu zähmen. Aber jetzt ist es schlichtweg sehr schwierig, aus dieser Nummer rauszukommen. Der Streit um die Taurus-Raketen und so weiter zeigt ja das, ob man die liefert oder nicht. Es wird nicht den Durchbruch bringen, dass dann morgen oder übermorgen Frieden ist. Und die Menschen wollen aber Frieden. Aber man weiß nicht, wie. Man will nicht zuschauen und kann nicht zuschauen, dass die Ukraine besetzt wird. Also egal, wie man es momentan macht, ist es falsch. Das ist leider das Problem. Wir müssen verhindern, dass die Ukraine besetzt wird. Und wir müssen irgendwann auch schauen, dass wir zu einem Frieden kommen. Und das ist die Quadratur des Kreises. Aber es zeigt doch ganz deutlich, diese Aussage, die Höcke da gemacht hat, dass er an der Seite Putins steht, dass er Putin-Versteher ist und dass er auch die Position der AfD ist. Ist das nicht wirklich bedenklich, dass die AfD sich auf die Seite des russischen Präsidenten stellt, der einen völkerrechtswidrigen Krieg führt? Ja, natürlich ist das bedenklich. Und man muss ja ganz klar sagen, der Westen muss verhindern, dass die Ukraine besiegt und besetzt wird. Aber wir müssen jetzt, das ist meine Meinung, China, USA, Europa müsste versuchen, irgendwo so viel Druck auszuüben, dass das Sterben dort beendet wird. Dass hier ein fairer Frieden kommt und nicht noch jahrelang Krieg geführt wird. Ein großes Thema war auch Migration. Ein großes Streitthema überall ja im Land. Und insofern auch da wichtig, nochmal nachzuhaken. Nun hatte aber Mario Vogt ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze auch zu verteidigen. Das Thema Migration, Björn Höcke verwies da immer wieder auch auf das Vermächtnis von Angela Merkel in der Flüchtlingskrise 2015-16. Lassen Sie uns da auch nochmal kurz eintun. Irni. Ich habe bei mir im Wahlkreis Kindergärten, da können Deutsche keine Plätze erhalten, weil sie für Ausländer reserviert sind. Das ist der falsche Weg. Und deswegen müssen wir bei dem Thema illegale Migration eine ganz klare Strategie fahren. Null illegale Migration in Deutschland. Das setzt voraus. Harte rechtsstaatliche Unterstützung für unsere Polizei, für unsere Justizbehörden. Zweitens konsequentes Rückführen und Abschieben. Und das dritte absolute Begrenzung durch Außengrenzenschutz bei der illegalen Migration. Und jetzt sage ich Ihnen eins. Wir haben ein klares Prinzip als CDU in Thüringen. Wer arbeitet, wer sich an Recht und Gesetz hält, wer zu Recht hier ist und wer sich an unsere Leitkultur hält, der bleibt. Derjenige, der Recht verletzt, der geht. Kleine Äußerungen von Mario Vogt in dieser Frage. Inwiefern glauben Sie denn, wird das Thema Migration wirklich auch die nächsten Landtagswahlen entscheiden? Ja, sie wird die nächste Landtagswahl und sie wird die nächste Bundestagswahl entscheiden. Und es ist jetzt nur den Regierenden dringend anzuraten, hier endlich zu reagieren und zu sehen, wie die Bevölkerung dazu tickt. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung will diese unkontrollierte Zuwanderung nicht mehr. Diese Zuwanderungspolitik treibt der AfD, die Wähler in die Küche. Also insofern muss man hier stoppen, nicht nur um die AfD zu stoppen, sondern auch um das Land nicht weiter zu beschädigen. Und wir sehen einfach, dass diese Kosten, die auch der Punkt, dass man jeden Ukrainer sofort das Bürgergeld gibt und auf der anderen Seite auch sehr viele Menschen ins Land holt, die nicht qualifiziert sind. Das kostet die Milliarden, die wir bräuchten, um in der Wirtschaft zu investieren, um die Strompreise zu senken, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Also das wird immer schwieriger, wenn wir das ignorieren. Und die, die regieren, müssen hier auch endlich liefern und nicht nur ankündigen. Und insofern macht man es der AfD wieder leicht, wenn man sagt, wie der CDU, man würde ja. Und in vielen Ländern regiert eben die CDU mit, häufig leider mit den Grünen, kann dann nicht, so wie sie wollte. Also wir müssen dieses Thema lösen im Sinne der deutschen Bevölkerung. Herr Alvanger, das ist ja sehr interessant, dass Sie auf die Regierung eingehen, dass sie endlich handeln muss. Der Bundeskanzler sagt, der Koalitionsvertrag ist im Prinzip abgearbeitet worden. Aber jetzt haben wir schon wieder ein neues Streitthema. Jetzt sagt der FDP-Verkehrsminister, es muss Fahrverbote an Wochenenden geben. Also ich meine, was zeigt das über den Zustand der Ampel und vor allen Dingen auch über das politische Gefüge in Deutschland? Ja, ein Wahnsinn treibt den anderen. Ich wiederhole, Heizungsgesetz, Selbstbestimmungsgesetz, jetzt Debatten über Fahrverbote. Die Menschen wissen nicht mehr, was morgen auf sie zukommt. Das verunsichert und das führt zur Wahl von radikalen Parteien. Also die Mitte muss wieder funktionieren und muss mit den Kasperletheaters aufhören. Aber Sie meinen, wenn ich da nochmal nachhaken darf, das heißt, das inhaltliche Stellenirgendwungen bringt gar nichts? Das Stellen bringt natürlich was, aber man muss auch liefern. Also nur jemand zu sagen, du bist rechtsradikal, das bringt nicht die Lösung, weil die Bevölkerung sagt, wenn ich nicht mehr Auto fahren darf und das Fleisch immer teurer wird. Jetzt diskutiert man die Mehrwertsteuererhöhung auf Fleisch und lauter solchen Käse und löst nicht die wahren Probleme dieses Landes. Und das muss man lösen. Sonst sind alle TV-Duelle zwar schön zum Zuschauen, aber man wird die AfD damit nicht stoppen. Man wird die AfD nur stoppen, wenn man auch die grüne, linke Politik stoppt und wieder Politik für die Mehrheit der Bevölkerung macht. Aber heißt das auch, dass Sie den Vorschlag der FDP unterstützen würden, dass Arbeit sich wieder lohnen muss, dass die Bürgergeldzuschüsse zurückgefahren werden und dass Überstunden besser bezahlt werden muss, dass es Zuschläge geben muss, steuerfrei, dass das der richtige Weg ist, dass die FDP in einer Koalition ist, wo sie gar nicht hingehört? Genau, deswegen müsste die FDP raus aus dieser Koalition lieber heute als morgen. Und wir brauchen wieder eine bürgerliche Koalition in Deutschland der Mitte. CDU, FDP, gerne Freie Wähler, wie wir in Bayern mitregieren. Wir brauchen keine Grünen und haben damit auch eine schwache AfD. Das heißt, bundesweite Freie Wähler werden kommen? Genau, also wir haben letztes Mal kandidiert mit 2,4 Prozent. Wenn wir uns nochmal verdoppeln und so viel obendrauf, dann sind wir im nächsten Bundestag. Und dann haben wir die Chance auf eine bürgerliche Koalition in Deutschland ohne Grüne. Das muss das Ziel sein. Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, stellvertretender Bayerischer Ministerpräsident und Wirtschaftsminister des Freistaats. Wir danken Ihnen für dieses ausführliche Gespräch. Und auch Ihre Meinung zu dem TV-Duell Höcke vs. Vogt. Danke, dass Sie übern. Und natürlich gibt es diverse Reaktionen jetzt im Anschluss an dieses Duell. Weitere hat Leonie von Rando schon mal für Sie zusammengefasst. Watchparty bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest. Und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Mario Vogt heute Abend für die Demokratie in den Boxring gestiegen ist und Björn Höcke stehend K.O. geschlagen hat. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der diese ganzen Argumente der AfD inhaltlich auseinandernimmt. Und das ist erfrischend zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das öfter so wäre im Fernsehen. Ich selber als deutscher Migrationshintergrund vertraue den Aussagen von Herrn Höcke nicht. Und ich finde, Herr Vogt hat sich sehr souverän gezeigt. Er hat ehrlich geantwortet. Auch die AfD veranstaltet eine Watchparty, allerdings unter Ausschluss der Presse. In einem schriftlichen Statement für Welt schreibt die AfD Sonneberg, nach über 70 Minuten Schlagabtausch Sieger nach Punkten Björn Höcke. Vogt hangelt sich in allgemeinen Worthülsen, hat aber keinerlei Konzepte. Die Unionsspitze in Berlin sieht das anders. Für Parteifreund Vogt im Wortgefecht mit AfD-Rechtsaußen Höcke gibt's jede Menge Lob. Ich glaube, das war die wichtigste Leistung dieses Duells, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen. Die AfD einfach nur zu negieren, zur Seite zu schieben, das hat nicht funktioniert. Wir müssen sie stellen. Und das war gestern Abend ein gutes Beispiel dafür, dass das auch gelingt. Stellen müssen sich die Diskutanten hinterher der Analyse des Duells. Der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander kann über einige Aussagen von Björn Höcke nur den Kopf schütteln. Am Anfang ging es ja um die EU. Da sagt der Höcke, Großbritannien läuft nach dem Brexit eigentlich ganz gut. Stimmt einfach nicht. Natürlich nicht. Oder am Ende des Gesprächs, Putin will Frieden. Wie bitte? Sehen wir doch die Fernsehbilder, was da passiert. Es fällt mir schwer, in diese Stilkritik zu gehen. Was soll man denn dazu sagen? Putin will Frieden. So kann man es durchgehen. Höcke oder Vogt? Für die Linkspartei geht ein ganz anderer Mann als Gewinner vom Platz, nämlich Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Vogt und Höcke hätten beide bewiesen, dass sie nicht das Format eines Ministerpräsidenten besäßen, so Parteichef Martin Schirdewahn. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Damit in den Deutschen Bundestag zu Achim Unser. Achim, einen schönen guten Morgen. Nun ist ja die große Frage, die da drüber steckt, welche Lehren kann man daraus mitnehmen? Es wurde ja im Vorfeld viel darüber gestritten. Kann, muss, wann soll man Björn Höcke eine Bühne bieten? Was würdest du sagen, kann man und wie kann man die AfD entzaubern? Na ja, wenn man so ein bisschen auf die Reaktionen in den Social Media Kanälen schaut, dann erkennt man schon, also die glühenden Anhänger von Björn Höcke oder auf der anderen Seite natürlich auch die Anhänger von Mario Vogt, die haben schon eigentlich auch im Vorfeld gewusst, wer das Ganze gewonnen hat. Nämlich auf AfD-Seite war es Björn Höcke, auf der CDU-Seite Mario Vogt. Aber die interessieren eigentlich auch nicht in dem Zusammenhang. Es sind natürlich all jene im Land, die Wähler, die, sage ich mal, noch nicht so richtig wissen, was sie eigentlich tun sollen. Und die haben natürlich durch so eine direkte Gegenüberstellung oder Auseinandersetzung die Chance, sich das dann doch einmal anzuhören. Und dann eben auch noch mit den kritischen Nachfragen des Moderatoren-Duos dann noch einmal auch die Möglichkeit, aha, was ist denn, wie reagiert er darauf? Wie gibt er sich, wenn er tatsächlich mit Aussagen konfrontiert wird, mit den eigenen Aussagen auch? Das hat man ja nicht, wenn jemand irgendwo eine Wahlkampfveranstaltung hat. Und da sitzen dann auch meistens nur glühende Anhänger, die dann eben auch immer applaudieren. Insofern ist das schon wichtig tatsächlich, dass man sich mit der AfD auseinandersetzt. Wir haben es ja auch im Beitrag gerade gehört. Das wird ja auch jetzt von vielen Politikern der CDU so bestätigt. Also Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer, hat auch noch einmal gesagt, es war ein Risiko, aber es hat sich gelohnt. Weil es ist tatsächlich aufgegangen, das Konzept von Mario Vogt, dass man im direkten Schlagabtausch mit Björn Höcke dann doch tatsächlich mal nachweisen kann, dass da viele heiße Luft auch ist bei den Aussagen von Björn Höcke. Und ich denke, die anderen Parteien, die werden sich das dann auch genau angeschaut haben. In Thüringen war es ja die SPD, die so gesagt hat, man soll das nicht anschauen. Also die Empfehlung gegeben hat, was anderes zu sehen. Denn Grüne und FDP haben sich heute auch nicht dazu verhalten, haben noch keine Reaktion gezeigt. Die werden jetzt auch mal gucken und denken, naja, vielleicht lohnt es sich doch tatsächlich auf einen neutralen Ort, wie es ein TV-Studio dann auch ist, sich mit den AfD-Kandidaten auseinanderzusetzen. Naja, ich sag mal so, die Augen zumachen hat ja selten in irgendwelchen Fragen geholfen. Achim, vielen Dank für deine Einschätzung. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Das war ja eine hitzige Debatte. Wir haben natürlich ganz genau zugehört, aber wir haben natürlich auch auf die Körpersprache geachtet. Und das war schon interessant zu sehen. Also ich fand, Höcke war am Anfang, stand ja so selbstsicher da und alles. Und dann, als die Luft für ihn immer weniger wurde, da ist er richtig nervös geworden, oder? Ja, man hat die Unruhe förmlich gesehen, immer wieder auch dieses Reuspern gehört. Und dagegen muss man sagen, Mario Vogt hat im Laufe der Debatte wirklich auch an Stärke gewonnen. Wahnsinnig ruhig. Wir haben einen Körpersprachenexperten noch mal eben genau auf diese körperlichen Details schauen lassen. Mit erhobener Hand verteidigt sich Höcke, steht unter Beschuss wegen eines Zitates aus seinem Buch. Gut eine halbe Stunde läuft das Duell da schon. Dabei gab sich Höcke zu Beginn eher zurückhaltend, die Körpersprache verschlossen. Mein Blickwinkel als Psychologe ist ja vor allem auf die Wirkung und generell die Kommunikation. Anfangs war er tatsächlich überraschend zurückhaltend. Er hat eher mit einer verschlossenen Gestik zugehört. Er war nicht so wirklich im Blickkontakt bei Herrn Vogt. Und wenn er es dann war, dann haben wir durchaus so auch eine Zornesfalte gesehen. Also da ist er dann auch emotionaler geworden. Wirkte anfangs auch etwas, sage ich mal, oberlehrerhaft und etwas abwertend. Später dann ist er aber in die Offensive gegangen. Er nimmt plötzlich viel mehr Raum ein. Er geht viel mehr nach vorne. Er geht in den Intimbereich, in die Intimzone der anderen Person und fährt dann seine rhetorische Offensive auf. Also insgesamt wirkte er mir heute wie ein emotionaler Lehrer, der eine Standpauke hält. Offenhin gegen CDUler Mario Vogt. Der zeigte sich seinem Kontrahenten. Er hat zugewandt. Ja, interessanterweise war er von der inhaltlichen Kommunikation, anfangs eher zurückhaltend, aber von der Körpersprache durchaus dynamisch. Also wir sehen, dass er mit wiederholenden, mit sehr pointierten Gesten das unterstreicht, was er sagt. Er macht teilweise dieses Erstens, Zweitens, Drittens, er macht diese Okay-Geste. Also da ist er durchaus in einer gewissen Dynamik schon von Anfang an. Gleichzeitig, später, geht er dann mehr in die Offensive. Auch eine Sache, die natürlich rhetorisch herausfordernd ist, gerade gegen Herrn Höcke. Und da schafft er es mit dieser wirklich sehr pointierten Spitze, ja, gegen ihn, gegen Herrn Höcke zu zeigen. Das kann teilweise auch sehr aggressiv wirken. Also wir mögen es kommunikativ nicht so, wenn jemand so mit uns umgeht und so mit dem Finger auf uns zeigt. Aber insgesamt, in dem Schlagabtausch, ist er dann durchaus dialogischer. Also während Höcke sich teilweise weggedreht hat und keinen Blickkontakt mit Herrn Vogt gehalten hat, war Vogt im Blickkontakt und hat da dann auch zu ihm gestikuliert. Also insgesamt eher wie ein nahbarer Kollege, gerade im späteren Verlauf, als er noch mehr aufgetaut ist. Bis zum Urnengang am 1. September ist es noch fast ein halbes Jahr hin. Wie das Duell bei den Wählern angekommen ist, das dürfte sich bei den nächsten Umfragen zeigen. Falls Sie sich jetzt gerade schon ärgern, dass Sie es verpasst haben gestern Abend. Sie haben also nochmal die Chance, heute dieses TV-Duell in Gänze zu sehen. Björn Höcke gegen Mario Vogt um 10 Uhr und um 13 Uhr dann nochmal in ganzer Länge hier bei uns. Es ist natürlich das Hauptthema, das TV-Duell, Marie. Aber wir haben natürlich noch andere Nachrichten für Sie. Denn die Welt dreht sich ja weiter und innenpolitisch und außenpolitisch ist auch eine ganze Menge los. So hat Verkehrsminister Volker Wissing nämlich nun vor bundesweiten Fahrverboten an den Wochenenden gewarnt. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bis zum Sommer beschlossen werde. Darin will man die Einhaltung der Klimaziele künftig mehr an einzelne Sektoren knüpfen und die Bereiche wie Verkehr oder Gebäude bei Verfehlungen zu Sofortmaßnahmen zu verpflichten. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der anderen Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß im Verkehr nur noch mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen kritisierten umgehend diese Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Und der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann verspricht Betroffenen massive Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz der Ampel. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages werde nämlich das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen spürbar erleichtern und verbessern, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit dem neuen Gesetz behandle der Staat transgeschlechtliche Menschen endgültig als mündige Menschen. Der Bundestag stimmt heute Mittag dann über das Selbstbestimmungsgesetz ab. Seien es schlecht, also selbstbestimmen, ist das nun also Voka-Unsinn oder tatsächlich eine bürgerliche Freiheit? Dazu wollen wir Ihre Stimme hören. Also sollte jeder selber entscheiden können auf jeden Fall. Sollte ja auch niemand irgendwie darauf einreden können, wer was, wer ist, weil wir fühlen uns doch alle im Körper auch irgendwo wohl oder auch nicht. Finde ich einen absolut gerechtfertigten Weg. Finde ich auch interessant, dass es bis 2024 dauert, bis das jetzt mal so verabschiedet wird, weil das für mich was absolut Zeitgemäßes ist und was, was überhaupt nicht zur Diskussion steht. Ich finde das richtig. Ich finde das auch zeitgemäß. Und wir wissen ja, dass es schon immer eine Diskrepanz gab bei manchen Menschen zwischen dem geborenen Geschlecht und der Identität. Wenn sich ein Mensch im falschen Körper fühlt, dann ist das keine Lebensqualität. Und damit ist es eigentlich schon entschieden. Sollten tun, lassen, was sie wollen. Ich weiß nicht, ich würde mich darüber nicht groß aufregen. Ich habe mit solchen Leuten natürlich nichts zu tun. Ich bin ein Ätherer. Ich denke, dass es da ein gewisses Alter geben muss, vielleicht im jugendlichen Alter, wo man dann sowas erlauben dürfte. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass jeder selbst entscheiden sollte. Er sollte seine Freiheit dahingehend so erleben und ausleben können, dass man nicht durch rechtliche oder staatliche Grenzen eingeschränkt wird. Meine Meinung ist, dass man es nicht machen sollte, weil wir wurden ja so erschaffen. Manche sind Frauen, manche sind Männer. Es sollte eigentlich auch so bleiben. Ich denke, wenn es Menschen gibt, die sich nicht mit Mann oder Frau identifizieren können, dann sollten die sich so identifizieren, wie sie es halt können. Von daher finde ich es gut, dass die Freiheit dafür jetzt geschaffen wird. Es war schon mal ein kleines Stimmungsbild. Aber nun wollen wir auch von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ganz konkret wissen in unserer Frage des Tages. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf der Ampelkoalition, nachdem Menschen künftig ihren Geschlechtseintrag per Erklärung gegenüber dem Standesamt ändern können? Über den QR-Code kommen Sie direkt zur Umfrage. Und das Ergebnis dann heute Abend in der Welt am Abend ab 18 Uhr. Wir haben natürlich auch die gute Nachricht des Tages zum Beginn des Einläutens ins Wochenende an diesem Freitag. Denn die Deutschen verzichten immer häufiger auf Fleisch, Alkohol und Süßigkeiten. Vor allem während der vergangenen Fastenzeit wurden fast 10 Prozent weniger Alkohol, 3,6 Prozent weniger Fleisch und 5,6 Prozent weniger Süßwaren. Und Knämmereien verkauft als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Ja, da hat man sich die Daten von Supermarktkassen mal angeguckt. Das hat das Statistische Bundesamt ausgewertet. Anfang des Jahres, wo ja traditionell die guten Vorsätze noch umgesetzt werden, fiel der Verzicht sogar noch mal größer aus. Offenbar scheinen sich die Bundesbürger zumindest zu Beginn des Jahres bewusster zu ernähren und auf ungesunde Genüsse zu verzichten. Harten Schnitt, ne? Nehmen wir jetzt gar nicht mehr drüber. Willkommen zum Sport. Das ist nämlich auch gut für die Figur. Bundesliga-Spitzenrat der Bayer Leverkusen darf auch in der Europa League weiter. Von einem Titel, dem Titel, träumen gegen West Ham United aus der Premier League, gewannen die Leverkusener mit 2 zu 0. Damit hat die Mannschaft ein ziemlich gutes Polster für das Viertelfinal-Rückspiel in London in einer Woche. Zugleich blieben die Leverkusener auch im 42. Saisonspiel ohne Niederlage. Viele Bayer-Fan hoffen, dass wir am Sonntag hier stehen und ein bisschen feiern können. Aber es gibt, glaube ich, nicht allzu viel zu feiern, weil es weitergeht. Wir haben nach Sonntag natürlich wieder Donnerstag ein Spiel in London. Dann gibt es weitere Bundesliga-Spiele. Pokal wieder hoffentlich, wenn wir weiterkommen in der Europa League. Und hoffentlich machen wir den ersten Schritt am Sonntag, dass es klar ist. Aber gefeiert wird am Schluss von der Saison auf jeden Fall. Leverkusen freut sich, aber Jürgen Klopp hat mit seinen Reds, also mit dem FC Liverpool, eine richtige Klatsche gekriegt. Zu Hause haben sie mit 0 zu 3 gegen Atalanta Bergamo verloren. Der AC Mailand unterliegt ebenfalls zu Hause mit 0 zu 1 gegen den AS Rom. Und Benefica Lissabon schlägt Marseille mit 2 zu 1. Ja, das Wochenende steht vor der Tür, Marira. Und das Wetter sieht sehr gut aus. Was? Ja. Es wird doch jetzt die ganze Zeit wieder Regen auf deiner Karte. Es ist doch erst nächste Woche. Genau, es ist am Montag. Das Wochenende wird sehr, sehr schön. Und am Sonntagvormittag könnte es regional kurz mal schauen. Kommen wir gleich dazu. Und heute erwarten wir nochmals für den April ganz typische Werte. In den nächsten Tagen drehen die Temperaturen im Süden vor allem aber wirklich ordentlich auf. Ja, heute unterliegt unser Süden nochmal dem Einflussbereich des hohen Luftdrucks, welcher von Spanien bis zum Schwarzen Meer reicht. In unserem Norden haben wir es dagegen heute erneut wieder mit vielen dichten Wolken zu tun, die uns nämlich von dem Tief über Skandinavien her erreichen. Und diese Wolken, die ziehen halt eben heute von den Küsten in die norddeutsche Tiefebene. In der Mitte tun sich einige Wolken Lücken auf. Ja, und im Süden sind die Wolken deutlich in der Minderzahl. In Niedersachsen wird es dann erst gegen Abend oder ab dem Nachmittag dann etwas freundlicher. An der Ostsee müssen Sie zwischenzeitlich auch mal mit etwas Regen rechnen. Viel wird es nicht. Und abseits davon kommen wir komplett trocken durch den Tag. Mit maximal 24 Grad wird es am Oberrhein auch wieder am wärmsten. Doch auch sonst steht verbreitet oftmals eine, zwei vorne dran. Nur auf den nordfriesischen Inseln bleibt es durch das kalte Nordsee Wasser frischer. Und morgen am Oberrhein 29 Grad. Allerdings wirklich nur dort. Doch auch sonst wird es warm, angenehm, mild auf jeden Fall. Oftmals auch freundlich. Am Sonntag schauert es, wenn überhaupt, wie gesagt, wirklich nur kurz und regional begrenzt. Der Nachmittag gestaltet sich dann auch wieder schon deutlich freundlicher. Ja, und auf die neue Woche gucken wir erst mal gar nicht. Das waren die Wetteraussichten. Präsentiert von Mometa Hexal Reuschnupfen Spray. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogen. Müssen wir mit Marira nachher nochmal thematisieren. Als Gericht gehen. Kommen wir zu einer ziemlich kuriosen Geschichte aus unserer allseits sehr beliebten Welttier-Rublik. Hören Sie mal. Ja, wenn das nicht ein wildlebender Vogel ist, der da offenbar die Polizeisirenen der Einsatzwagen von einer nahegelegenen Polizeistation irritiert. Ja, so faszinierend, dass wir wunderbar nochmal zuhören wollten und damit Sie das auch genießen können. Ja, und das Video ist tatsächlich von der Polizei selbst veröffentlicht worden, von James Valley in Großbritannien. Also der Vogel, glaube ich, der hat seinen Spaß da und vor allem auch die Anwohner. Vor allem wie lernfähig. Ist schon auch sehr erstaunlich. Wir schauen gleich nochmal auf das TV-Duell Björn Höcke gegen Mario Vogt. Es ging ja um Europa, Wirtschaft und auch Migration. Die beiden haben sich da teilweise wirklich einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Die Einzelheiten, die Analyse gleich dazu hier bei uns in Die Welt am Morgen. Bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man seinen Wort... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Nein, nein, wirklich. Ich habe kein Problem mit dem Begriff Volk. Egal, was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist ja bereits seit Tagen in Thüringen und er hat in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt das TV-Duell ja intensiv beobachtet. Guten Morgen Steffen, welche Reaktionen hast du denn in Thüringen während und nach dem Schlagabtausch Vogt-Höcke einfangen können? Die Welt am Morgen mit Marie Droste und Carsten Hädler. Und da sind wir wieder um kurz nach halb neun. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Und statt der geplanten 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns bei Welt TV 70 Minuten, einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und einige persönliche Attacken, die waren inklusive. Ja, es ging um viele Themen. Europa, Wirtschaft, Migration. Der Freistaat Thüringen, der wählt ja am 1. September dann einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort ja von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent ganz deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung, die dürfte schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen. Das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative, patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch an. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Wir schauen an diesem Morgen live nach Thüringen in die Landeshauptstadt Erfurt zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Steffen, ja, einiges an Reaktionen, was ja an diesem Morgen auch eintudelt. Wie ist dein Eindruck? Wie fällt das Fazit aus? Naja, wir sind jetzt inzwischen am Landtag hier und auch da wird das natürlich diskutiert. Als wieder gestern diskutiert wurde, gesprochen wurde, wer der Gewinner ist. Und ich freue mich, dass jetzt Christian Schaft bei mir habe. Er ist der Landesvorsitzende der Linkspartei hier in Thüringen. Guten Morgen. Sie haben das Duell natürlich auch verfolgt. Am Radio haben Sie mir gerade gesagt. Haben Sie gestern einen Gewinner oder einen Verlierer ausmachen können? Ja, guten Morgen. Ich würde erst mal sagen, verloren hat das Land Thüringen gestern in dieser Diskussion. Denn das, was wir da gestern erlebt haben, war ein TV- oder Medienspektakel von zwei Oppositionspolitikern, die, wenn überhaupt, eins bewiesen haben, nämlich, dass sie beide nicht das Format haben, Ministerpräsident für Thüringen zu werden. Weil um die konkreten Ideen für das Land ging es gestern Abend nicht. Werfen wir einen Blick auf Björn Höcke. Da war die Befürchtung, der kann das quasi als Plattform benutzen, um auch plumpe Parolen unter seine Anhänger zu bringen. Welchen Eindruck hatten Sie da? War da ein sattelfester Björn Höcke zu sehen und zu hören oder einer, der ins Schwimmen geraten ist? Er hatte gestern genau diese Bühne und hat sie auch genutzt. Er hat dieselben Parolen, die wir kennen, aus Landtagsdebatten oder aber eben auch von den Demonstrationen der AfD und auch entsprechenden Landesparteitagen gesehen. Er hatte dort den Raum, das zu verkünden, selbst wenn er zum Schluss vielleicht ein bisschen ins Schwimmen gekommen ist, war das natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die seine Anhänger sind. Und insofern wurde da auch aus meiner Sicht, weil Herr Vogt das ja immer ins Spiel gebracht hat, nichts entzaubert. Das, was wir da gestern gehört haben, haben Journalistinnen und Journalisten oder auch verschiedene andere Vertreterinnen der Zivilgesellschaft in den letzten Monaten und Jahren schon immer wieder auch dargestellt, kritisiert, auseinandergenommen. Insofern gab es da keinen Mehrwert gestern Abend für mich. Einer, der gefehlt hat möglicherweise aus Ihrer Sicht, ist der Ministerpräsident Bodo Ramöle. Und inwiefern wäre es hilfreich gewesen, wenn er auch in dieser Runde gewesen wäre? Oder würden Sie sagen, als Vertreter der Linkspartei, es war gut gar nicht, dort mit dabei zu sein? Ich habe es vorhin gesagt, am Ende haben sich zwei darum gestritten, wer am Rampenlicht steht. Und insofern ist, wenn man sagen will, wer der Gewinner des gestrigen Abends ist, aus meiner Sicht Bodo Ramelow. Denn er ist derjenige, der die konkreten Ideen für das Land in Thüringen hat. Und der auch gestern an diesem Tag, aber wie auch schon im Rest der Woche, während die beiden, während Höcke und Vogt sich bei Twitter darum gestritten haben, wer jetzt im Vorfeld das Interview der Bessere sein wird, war der Ministerpräsident unterwegs, hat mit den Menschen bei Bürgerinnen-Dialogen gesprochen. Und das ist es, worauf es ankommt, wenn es darum geht, Thüringen zu gestalten. Wir haben uns gerade mal die Zahlen angeschaut. Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen haben das TV-Duell gestern verfolgt. Inwiefern hat dieses TV-Duell möglicherweise auch Auswirkungen auf den Wahlkampf, der ja erst jetzt, sag ich mal, in die heiße Phase nach und nach geht hier in Thüringen? Ich glaube, das ist ein Stück weit Kaffeesatzleserei. Das Einzige, was man festhalten kann, ist, die Anhänger von Herrn Höcke werden sich bestätigt fühlen, die Anhänger von Herrn Vogt werden sich bestätigt fühlen, werden sich jeweilig als die Sieger feiern. Und ansonsten bin ich eher dafür zu sagen, wir müssen zurück zur Sachpolitik. Statt einem Medienspektakel kommt es darauf an, konkret hier im Landtag um demokratische Mehrheiten dann auch zu werben. Und insofern nehme ich auch Herrn Vogt nicht das ab, was er gestern noch zum Schluss gesagt hat. Wer sagt, er will nicht mit der AfD zusammenarbeiten, der wirbt auch im Landtag nicht um Mehrheiten für eigene Anträge und Gesetze mit der AfD. Aber genau das ist es, was wir tagtäglich erleben. Was sind denn die Themen, die die Thüringer aus Ihrer Sicht wirklich bewegen, was jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten wichtig wird? In unseren Gesprächen jetzt in der Woche hatten wir den Eindruck, das sind teilweise auch bei AfD-Anhängern diffuse Themen. Da geht es um Europa, da geht es um Deutschland, um Patriotismus. Was sind die Themen, die aus Ihrer Sicht wichtig werden? Ich war gestern Abend bei einem Bürgeringespräch in einem kleinen Ort am Rennsteig und da ging es ganz viel um das Thema Rentenpolitik. Aber vor dem Hintergrund, dass die Menschen natürlich darum Sorge haben, ist die Zukunft noch bezahlbar und deswegen sind das auch die Themen, die wir setzen. Wir hatten vor wenigen Wochen unseren Programmparteitag, haben unser Programm für die Thüringer Landtagswahl beschlossen. Und da geht es für uns ganz klar darum, Bildung beitragsfrei vom Kindergarten bis zum Meister oder Master, Wohnen und Energie bezahlbar und Gesundheit und Mobilität erreichbar. Und das ist das, womit wir rausgehen und die Menschen erreichen wollen und konkret über Sachpolitik sprechen, statt sich bei Twitter darüber zu streiten, wer jetzt der bessere Oppositionspolitiker ist. Christian Schaft, eine Frage vielleicht noch. Ich habe den Eindruck gewonnen, auch heute im Gespräch mit Menschen, Erfurt, diejenigen, die die AfD unterstützen, sagen Björn Höcker hat das TV-Duell gewonnen, die CDU unterstützen, sagen es war Mario Vogts. Die Zahlen, die Umfragewerte, die wir kennen, sind die schon in Zement gegossen oder glauben Sie, da ist noch Bewegung drin in den nächsten Wochen und Monaten? Da ist noch ganz viel Bewegung drin. Ich habe es aufgegeben in Thüringen, langfristige Prognosen abzugeben. Das sind Umfrageergebnisse, das sind Momentaufnahmen, aber keine Wahlergebnisse. Und insofern kämpfen wir ganz klar weiter darum, als Linke stärkste politische Kraft hier in diesem Land zu werden. Dieses Ziel haben wir auf dem Landesparteitag aufgegeben und dafür streiten wir. Das wird schwer genug, wenn man zumindest den momentanen Umfragen Glauben schenken darf. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Einschätzung. Und ich glaube, so wie wir das gerade diskutiert haben, werden das viele machen in den Parteizentralen, hier im Landtag, aber natürlich auch auf den Straßen in Erfurt und anderswo in Thüringen. Am 1. September findet die Landtagswahl in Thüringen statt, zeitgleich mit Sachsen. Steffen, danke für dieses Interview mit der Linken. Und wir haben gesehen, sie bleibt bei Ihrer Kritik an diesem TV-Duell. Aber natürlich haben wir auch auf weitere Reaktionen intensiv nochmal den Blick geworfen, denn es ist ja ein heiß diskutiertes politisches Duell gewesen. Leonie von Rando nochmal mit einzelnen Stimmen dazu. Watchparty bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Mario Vogt heute Abend für die Demokratie in den Boxring gestiegen ist und Björn Höcke stehend K.O. geschlagen hat. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der diese ganzen Argumente der AfD inhaltlich auseinander nimmt. Und das ist erfrischend zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das öfter so wäre im Fernsehen. Ich selber als deutscher Migrationshintergrund vertraue den Aussagen von Herrn Höcke nicht. Und ich finde, Herr Vogt hat sich da souverän gezeigt. Er hat ehrlich geantwortet. Auch die AfD veranstaltet eine Watchparty, allerdings unter Ausschluss der Presse. In einem schriftlichen Statement für Welt schreibt die AfD Sonneberg, nach über 70 Minuten Schlagabtausch Sieger nach Punkten Björn Höcke. Vogt hangelt sich in allgemeinen Worthülsen, hat aber keinerlei Konzepte. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin sieht sich die CDU-Bundesspitze das Duell ganz genau an. Für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann steht fest, Mario Vogt hat heute Abend gezeigt, dass er Ministerpräsident kann. Sein mutiger Kurs, die Rechtsextremen inhaltlich zu stellen, hat sich als Gold richtig erwiesen. Stellen müssen sich die Diskutanten hinterher der Analyse des Duells. Der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander kann über einige Aussagen von Björn Höcke nur den Kopf schütteln. Am Anfang ging es ja um die EU. Da sagt der Höcke, die Großbritannien läuft, sagt den Brexit eigentlich ganz gut. Stimmt einfach nicht. Natürlich nicht. Oder am Ende des Gesprächs, Putin will Frieden. Wie bitte? Sehen wir doch die Fernsehbilder, was da passiert. Es fällt mir schwer, in diese Stilkritik zu gehen. Was soll man denn dazu sagen, Putin will Frieden? So kann man es durchgehen. Höcke oder Vogt? Für die Linkspartei geht ein ganz anderer Mann als Gewinner vom Platz, nämlich Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Vogt und Höcke hätten beide bewiesen, dass sie nicht das Format eines Ministerpräsidenten besäßen, so Parteichef Martin Schirde waren. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Und Stefan hat es ja bereits eben gesagt, Millionen haben dieses TV-Duell gestern gesehen. 2,6 Millionen und das viel beachtete TV-Duell können Sie daher noch einmal bei uns in Welt TV heute sehen. Um 10 Uhr und um 13 Uhr strahlen wir also den Schlagabtausch zwischen Björn Höcke und Mario Vogt noch einmal aus. Aber natürlich passieren auch andere Sachen hier in der Hauptstadt Berlin im politischen Betrieb. So hat jetzt etwa Verkehrsminister Volker Wissing bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Spiel gebracht. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde, so Wissing. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen kritisierten umgehend seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Negativ Nachrichten kommen aus der deutschen Wirtschaft. Deutschlands größter Stahlhersteller ThyssenKrupp plant tiefe Einschnitte. Rund ein Fünftel der Produktionskapazität soll dabei wegfallen. Wie viele Arbeitsplätze am Ende betroffen sein werden, das lasse sich momentan noch nicht beziffern. Das teilte der Konzern nach einer Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat mit. Ziel sei es, betriebsbedingte Kündigungen aber zu vermeiden. Vom Jobabbau bei ThyssenKrupp wären vor allem die Standorte in Nordrhein-Westfalen betroffen. Der Konzern hat rund 27.000 Mitarbeiter und die meisten davon am größten europäischen Stahlstandort in Duisburg. Gleich werden wir ein bisschen aktiver, denn... Nicht wir. Wir lassen Sport, sozusagen. Frühling ist schon, Sommer ist in Sichtweite. Insofern, manch einer denkt vielleicht jetzt noch mal ein bisschen am eigenen Body auch arbeiten. Wir haben Greta Wagner mal auf die Fitnessmesse FIBO geschickt und die hat ein paar Neuheiten schon mal für Sie ausprobiert. Ja, die musste, sie musste. Tief. Keine Chance. Das sehen Sie gleich. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp, darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen das an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. 10 vor 9, guten Morgen. Da sind wir wieder, guten Morgen. Ja, es wird wärmer und so mancher denkt dann schon, ein bisschen am eigenen Körper nochmal arbeiten. Aber selbst wenn Sie jetzt kein Fitness-Guru sind und nicht ständig zum Gym rennen, haben wir trotzdem ein gutes Stück jetzt für Sie. Na ja, es geht um die weltgrößte Sportmesse, die FIBO in Köln. Und wir haben uns mal gedacht, dass wir Greta Wagner mal da hinschicken, damit Greta auch richtig schön in Shape kommt. Und vor allen Dingen, sie hat sich ja vorgenommen, an ihren Muckis zu arbeiten. Aber schauen Sie mal selbst. Einen Tag mal so richtig sportlich sein. Auf der weltweit größten Fitnessmesse auch für mich kein Problem. Hier wollen alle mit ihrer Fitness glänzen. Für solche Arme müssen diese Jungs schon fast nicht mehr anspannen. Ja Jungs, was muss ich denn so tun, um so auszusehen wie ihr? Hart trainieren, Eisenbleiben, gut essen, viel Protein vor allen Dingen. So zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Gesagt, getan. Ich versuche es aber erstmal ein bisschen spielerischer. Ein Boxroboter soll mich als erstes ins Schwitzen bringen. Jetzt habe ich zwei Klumphände und damit geht es gleich los. Spielerisch werden hier die Basics des Boxens vermittelt. Gar nicht mal so einfach. Es ist das beste für einen Coach. Wenn man zum Beispiel in einer Gruppe trainiert, kann der Coach neben dem Roboter viel besser erklären und dich so von außen besser trainieren. Kostenpunkt für den automatisierten Boxpartner 34.000 Euro. Training wird auf der FIBO immer häufiger spielerisch umgesetzt. Auf der Rudermaschine à la Mario Kart. Oder ein Training, das nicht nur den Körper, sondern auch das Köpfchen trainiert. Das heißt aber nicht, dass man hier nicht ins Schwitzen kommt. Also das ist schon echt extrem anstrengend. Man muss sich darauf konzentrieren, diese leuchtenden Dinger anzufassen und dabei noch den ganzen Körper anstrengen. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Auf der FIBO wird an jeder Ecke trainiert, was das Zeug hält. 100.000 Besucher kommen dafür jedes Jahr nach Köln und können sich bei knapp 1.000 Ausstellern alles rund um Fitness anschauen. Für mich ist aber nach so viel Training Zeit für etwas Entspannung. Der neu entwickelte Massageroboter massiert jetzt schon mal den Muskelkater weg. Muskelkater, da hast du doch auch was. Habe ich auch gerade ein bisschen, ja. Aber wir sollten vielleicht so eine Rubrik starten, weißt du. Marie und Greta beim Mucki-Aufbau. Nee, das würde keiner sehen. Ich meine, diese Muskelmänner haben auch nur gelacht, ne. Nein, aber dann könnten wir euch ein bisschen tritzen, damit ihr ein bisschen trainiert, weißt du. Und dann irgendwann... Lass uns lieber, Carsten, auf die gucken, die es wirklich können. Nämlich Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen etwa. Darf nämlich auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Gegen den englischen Verein West Ham United gewann Leverkusen mit 2 zu 0. Und damit hat die Mannschaft nun ein gutes Polster für das Viertelfinal-Rückspiel in London in einer Woche. Und zugleich blieben die Leverkusener auch im 42. Saisonspiel ohne Niederlage. Diese Saison, ja, da könnte Vizekusen endlich Titelkusen draus machen. Viele Bayer-Fan hoffen, dass wir am Sonntag hier stehen und ein bisschen feiern können. Aber es gibt, glaube ich, nicht allzu viel zu feiern, weil es weitergeht. Wir haben nach Sonntag natürlich wieder Donnerstag ein Spiel in London. Dann gibt es weitere Bundesliga-Spiele. Pokal wieder hoffentlich, wenn wir weiterkommen in der Europa League. Und hoffentlich machen wir den ersten Schritt am Sonntag, dass es klar ist. Aber gefeiert wird am Schluss von der Saison auf jeden Fall. Leverkusen kann sich freuen. Liverpool dagegen hat so eine richtige Klatsche bekommen. Das Team von Jürgen Klopp in seinen letzten Spielen zu Hause deutlich verloren gegen Atalanta Bergamo mit 0 zu 3. Der AC Mailand unterliegt ebenfalls zu Hause mit 0 zu 1 gegen den AS Rom. Und Benefica Lissabon schlägt Marseille mit 2 zu 1. Die Aufarbeitung des TV-Duells gestern Abend hier bei uns in Welt zwischen dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke und dem CDU-Landesvorsitzenden Thüringens Mario Vogt schlägt natürlich weiter hohe Wellen. Wir haben die ganzen Reaktionen zusammengefasst. Unsere Reporter sind im Bundestag, sind in der Landeshauptstadt Erfurt und werden das Ganze einordnen. Ein wichtiges Thema, das wir heute damit noch weiter bearbeiten werden. Die volle Analyse, auch was die Körpersprache angeht und den Inhalt natürlich selbstverständlich. All das gleiche bei uns. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp, darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen das an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch an. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist ja bereits seit Tagen in Thüringen und er hat in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt das TV-Duell ja intensiv beobachtet. Guten Morgen, Steffen. Welche Reaktionen hast du denn in Thüringen während und nach dem Schlagabtausch Vogt-Höcke einfangen können? Also wir waren in Weiden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Europa, Wirtschaft, Migration. In unserem Welt-TV-Duell lieferte sich der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt einen heftigen Schlagabtausch mit dem AfD. Rechtsaußen Björn Höcke, statt geplant 45 Minuten, dauerte das Streitgespräch 70 Minuten. Verkehrsminister Volker Wissing sorgt für einen neuen Ampelstreit. Der FDP-Politiker bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde, so der Liberale. Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen darf sich auch in der Europa League weiter mit dem Titel beschäftigen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siebte gegen den englischen Premier League-Club West Ham United mit 2-0 und verschaffte sich damit ein gutes Polster für das Viertelfinal-Rückspiel kommende Woche auf der Insel. Und damit ist es 9 Uhr. Guten Morgen hier bei uns im Welt-Newsroom. Ja, weitere Reaktionen vor allem von politischen Rivalen ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Das TV-Duell gestern hier bei uns bei Welt zwischen Mario Vogt und dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke bestimmt weiter das politische Geschehen. Und heute natürlich auch die Diskussion. Die beiden schenken sich nichts. 45 Minuten sollte eigentlich diskutiert werden, aber aufgrund der Aktualität wurde das Gespräch verlängert auf 70 Minuten. Und teilweise kam es auch zu persönlichen Angriffen. Ein Duell, was sicherlich noch sehr beachtet wird. Watch-Party bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest. Und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Mario Vogt heute Abend für die Demokratie in den Boxring gestiegen ist und Björn Höcke stehend K.O. geschlagen hat. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der diese ganzen Argumente der AfD inhaltlich auseinandernimmt. Und das ist erfrischend zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das öfter so wäre im Fernsehen. Ich selber als deutscher Migrationshintergrund vertraue den Aussagen von Herrn Höcke nicht. Und ich finde, Herr Vogt hat sich sehr souverän gezeigt. Er hat ehrlich geantwortet. Auch die AfD veranstaltet eine Watch-Party, allerdings unter Ausschluss der Presse. In einem schriftlichen Statement für Welt schreibt die AfD Sonneberg, nach über 70 Minuten Schlagabtausch, Sieger nach Punkten, Björn Höcke. Vogt hangelt sich in allgemeinen Worthülsen, hat aber keinerlei Konzepte. Die Unionsspitze in Berlin sieht das anders. Für Parteifreund Vogt im Wortgefecht mit AfD-Rechtsaußen Höcke gibt's jede Menge Lob. Ich glaube, das war die wichtigste Leistung dieses Duells, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen. Die AfD einfach nur zu negieren, zur Seite zu schieben, das hat nicht funktioniert. Wir müssen sie stellen und das war gestern Abend ein gutes Beispiel dafür, dass das auch gelingt. Stellen müssen sich die Diskutanten hinterher der Analyse des Duells. Der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander kann über einige Aussagen von Björn Höcke nur den Kopf schütteln. Am Anfang ging es ja um die EU. Da sagt der Höcke, Großbritannien läuft, sagt den Brexit eigentlich ganz gut. Stimmt einfach nicht. Natürlich nicht. So, oder am Ende des Gesprächs, Putin will Frieden. Wie bitte? Sehen wir doch die Fernsehbilder, was da passiert. Also, es fällt mir schwer, in diese Stilkritik zu gehen. Also, was soll man denn dazu sagen, Putin will Frieden? So kann man es durchgehen. Höcke oder Vogt? Für die Linkspartei geht ein ganz anderer Mann als Gewinner vom Platz, nämlich Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Vogt und Höcke hätten beide bewiesen, dass sie nicht das Format eines Ministerpräsidenten besäßen, so Parteichef Martin Schirdewahn. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Ein TV-Duell, was für große Aufregung gesorgt und gesorgt hat und Aufmerksamkeit. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist bereits seit Tagen für uns in Thüringen. Gestern Abend war er bei einer Watchparty in Weimar, hat das Ganze live verfolgt. Heute Morgen bereits mit Thüringern gesprochen, aber auch mit Politikern im Landtag. Steffen, wie würdest du das einschätzen? Also dieses TV-Duell, wird es tatsächlich Bewegung in den Wahlkampf bringen? Und vor allen Dingen hat man jetzt auch ein Mittel, um Höcke tatsächlich zu entlarven, ihn regelrecht zu fortzuführen, um seinen Mythos in dem Sinne auch wieder zu brechen? Also es ist für mich schwer zu beantworten, aber natürlich ist das Thema heute auch hier im Landtag und ja, auch bei den Menschen auf den Straßen, wie man vielleicht sehen kann. Wir hatten heute hier auch die Möglichkeit... Lass das jetzt mal sein hier, Alter. Ja. Alter, halt dich mal zurück jetzt hier. So, also wir sehen die Emotionen, die kochen hoch. Was ich aber sagen kann, ist, dass das natürlich bei den Parteien auch diskutiert wird. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal kurz hier zurückgehen. Ja, Steffen, wir werden jetzt unterbrechen. Es geht jetzt... Wir müssen jetzt abbrechen. Sie sehen also, es ist eine aufgehitzte Situation in Thüringen. Offenbar Anhänger von Björn Höcke, dem Rechtsextremisten von der AfD, versuchen unsere Live-Schalte zu unterbrechen vor dem Landtag in Erfurt. Wenn sich die Situation beruhigt hat, dann werden wir noch einmal zu Steffen nach Erfurt schauen. Aber Sie sehen, es ist eine schwierige Situation und wie die AfD ja auch mit der Pressefreiheit umgeht, das ist ja auch ein bekanntes Thema. So wurde zum Beispiel gestern keine Medienvertreter zugelassen, bei der Watchparty der AfD mit dabei zu sein und das Ganze zu filmen. Ja, reden wir über dieses Duell. Bei mir im Studio ist nun Alexander Kistler. Er ist von der Neuen Züricher Zeitung. Guten Tag, Herr Kistler. Schön, dass Sie zu mir gekommen sind. Sie haben es natürlich auch gestern geschaut. Und was ist Ihr Eindruck? Was ist Ihr Fazit? Was können wir mitnehmen tatsächlich? Und wir haben es ja eben gesehen, die AfD-Anhänger, ja, Pressefreiheit schreiben Sie nicht gerade groß, machen unseren Chefreporter regelrecht an. Also was zeigt das über diese Partei? Ja, die Frage ist zunächst mal, was ist Demokratie? Demokratie ist der öffentliche Austrag von Streit, ist das Werben um die Gunst der Wähler, mit der Kraft von Konzepten und den Waffen der Argumente. Zu beiden hatten beide Kontrahenten gestern ausreichend Gelegenheit, 70 Minuten. Insofern war das gestern ein demokratisches Lehrstück, wie man es sich eigentlich nur wünschen kann. Dass nun jede Partei versucht, ihren Vertreter als Sieger heraus zu präparieren, ist natürlich normales politisches Geschäft. Jetzt gibt es ja die Diskussion vor allem von SPD, Grünen und Linken, dass man Höcke eine Bühne geboten hätte. Aber diese Bühne braucht man doch, um tatsächlich die AfD zu entlarven, um Höcke zu entlarven. Ich verstehe dieses Gerede mit der Bühne nicht, muss ich sagen, weil die Bühne ist die Wirklichkeit. Herr Höcke stand ja nicht da, weil er Herr Höcke ist und irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat, sondern weil er für eine Partei steht, die in Thüringen weit, weit vorne ist, in den Umfragen über 30 Prozent, die im gesamten Osten annähernd 30 Prozent hat. Also die Bühne der AfD ist die Wirklichkeit und man muss jeden Politiker mit seinen Aussagen konfrontieren, gewissermaßen einen Praxistest machen. Insofern geht das nur, indem man sie konfrontiert, herausfordert und auch ins Gespräch bittet, heraus aus der Blase, hinein ins Forum. Sie sprechen gerade eine Aussage von Höcke an, die wollen wir uns gemeinsam mal anhören. Es geht nämlich um die SA-Aussage, die er gemacht hat. Da ist er auch angeklagt, wegen Volksverhetzung. Also diesen O-Ton wollen wir uns gemeinsam anhören mit Herrn Kistler und dann von ihm einordnen lassen. Sie haben ja vorhin den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern Deutschland Verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber, Harris, do it again. Und die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war glaube ich 2021 in Sachsen-Anhalt, bei den Parteifreunden, und das Wahlkampfmotto lautete alles für unsere Heimat. In einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump frei interpretierend und ins Deutsche übertragen, durchdekliniert, alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto, alles für Sachsen-Anhalt, alles für DÖ. Und ich sage jetzt alles für DÖ, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. So weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. So stark ist der Abenteuer in Deutschland eingeschränkt. Wollen Sie damit sagen? Jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Ja, aber Sie wussten nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Aber Herr Kessler, wie glaubwürdig ist das tatsächlich? Höcke ist Geschichtslehrer. Der kennt sich aus und der hat ja immer wieder diese Terminologie aus der NS-Zeit genommen. Also versucht er da, sich tatsächlich in der Opferrolle zu stilisieren? Das ist natürlich schwer von außen zu beantworten. Er changiert ja bewusst mit Versatzstücken, die auf den Nationalismus zurückweisen. Das kann bei ihm bewusst sein, das kann ihm rausgerutscht sein. Er ist Geschichtslehrer. Insofern hat er zunächst einmal die Vermutung, die Kompetenzvermutung, würde ich ihm entgegenbringen, diese Parole zu kennen. Ich kann es von hier aus nicht entscheiden. Es kann wirklich sein, dass er die reine Opferrolle macht, dass er also den einen sagt, ich traue mich, diese kontaminierte Parole zu benutzen. Und für uns sagt er, er habe es nicht gewusst. Spannend fand ich, dass er vorher gesagt hat, das habe ich noch nicht gehört, die Schoasse ein Zivilisationsbruch gewesen. Also da hat er doch ein wenig auch Kreide gefressen. Es war ja auch sehr interessant beim Thema Migration. Also da ist Höcke ja auch ins Schwimmen gekommen, ging ja auch um die Bundestagsvizepräsidentin Osus von der SPD, die ja türkischer Abstammung ist, aber in Hamburg geboren ist. Und wir wollen uns mal gemeinsam einen O-Ton von Höcke anhören, weil er da nämlich gesagt hat, auf einmal, er ist kein Islamfeind. Hören wir mal kurz rein. Wir dürfen nicht mehr Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland grundsätzlich, es mag Einzelfälle geben, aber grundsätzlich aufnehmen. Ich halte das für eine große Gefahr, auch für den Bestand unseres demokratischen Rechtsstaates. Dann verstehen Sie mich bitte nicht weit. Sie stellen Millionen Muslime unter Generalverdacht, Herr Höcke. Das wusste ich, dass das kommt. Ja, klar. Ja, nee, noch mal. Ich kenne, ich bin kein Feind des Islams. Ich bin überhaupt gar kein, keiner Manns Feind. Der Islam ist eine alte Religion. Der Islam hat einen Kulturraum, wo er sich auch entfalten kann. Und da möchte ich ihm auch nicht reinreden. Aber dieser Kulturraum kann nicht Europa sein. Und ich kenne kein Land in der Welt mit einer islamischen Mehrheitsgesellschaft, wo es demokratische Rechtsstaatlichkeit nach europäischem Standard gibt. Deswegen möchte ich nicht mehr islamische Zuwanderung haben. Und das stellt auch nicht in Abrede, dass es prima Menschen islamischen Glaubens gibt, die voll integriert sind, die voll auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber die Masse, und einfach die Gefährlichkeit dieser unkontrollierten Anwanderung, der müssen wir entschieden begegnen. Sonst kippt dieses Land und kippt auch unser demokratischer Rettstaat. Bewerten Sie diese Aussage? Denn kein Feind des Islams, aber er will keine islamische Zuwanderung. Also es passt doch auch wieder nicht zusammen. Zunächst mal ist es ja auch nicht gedeckt vom AfD-Parteiprogramm, dass es jetzt einen Zuzugsstopp geben soll für Menschen aus dem islamischen Kulturkreis, sagte er. Und im islamischen Kulturkreis leben ja zum Beispiel auch Christen oder Nichtgläubige. Das ist eine sehr schwammige Formulierung. Erinnert ein wenig an die Pläne von Donald Trump, der die auch mal hatte. Also keine Zuwanderung aus dem islamischen Raum. Wir sehen hier, dass ein Riss geht durch die AfD. Wir haben einen Teil der AfD, der die offensiv auch für Muslime wirbt und sagt, wir sind die Garanten eines sicheren Staates, steigen dich hier an. Und wir haben einen anderen eher kulturalistisch argumentierenden Part in der AfD, als dessen Exponent sich jetzt hier Herr Höcke geriert, die sagt, wir haben kulturfremde und kulturnahe Mächte. Und in dieser Diktionsweise, diesem Muster der sogenannten kulturfremden Mächte, haben eben sowohl die Amerikaner als auch Menschen aus dem islamischen Kulturkreis hier in Deutschland nichts zu suchen, weil es eben nicht die autochtone, die ansässige Kultur sei. Aber mit dieser Formulierung will er damit auch ein Zeichen für seine Anhänger setzen, ja, dass man einen bestimmten Weg gehen kann, aber im Grundsatz, dass man dabei bleibt, keine Zuwanderung mehr, Zuwanderung verschärfen. Wir haben ja jetzt die EU-Assyl-Reform durchgesetzt. Er will auf jeden Fall die Zuwanderung sehr stark verschärfen, ja minimieren. Interessanterweise kam dazu allerdings die schärfste Aussage fand ich von Herrn Vogt, der gesagt hatte, wir wollen eine illegale Migration von null. Und auch Herr Vogt sagte, er wolle eine Abschiebeoffensive haben, also gewissermaßen auch eine rechtsstaatliche Remigrationsoffensive durch die Christdemokraten. Da gab es wenig Unterschiede. Unterschiede gab es in dieser nationalistischen, kulturalistischen Unterfütterung des Migrationsparadigmas. Aber dennoch hat Vogt ja klar gemacht, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Er hat die Brandmauer noch einmal betobt. Und diesen O-Ton wollen wir uns auch noch mal anhören, was Vogt da gesagt hat, dass die AfD auf keinen Fall in irgendeiner Form für ihn zur Zusammenarbeit in Frage bekommt. Wir haben momentan in Thüringen jede Woche eine Parteigründung. Jede Woche. Und ich kann Ihnen noch nicht sagen, welche davon am Ende im Thüringer Landtag sitzen. Aber was ich Ihnen sicher sagen kann, ist, mit diesen völkischen Bildern, mit diesen völkischen Ideen von Herrn Höcke, werde ich nicht zusammenarbeiten. Und das Zweite, es darf auch kein Weiter-so geben, zehn Jahre Rot-Rot-Grün nach Thüringen zurückfallen lassen und deswegen muss die linke Regierung abgewählt werden. Und dafür setze ich mich ein. Und ich sage Ihnen eins, wir ändern heute Abend das Bild der Wählerinnen und Wähler. Und die CDU hat den Anspruch, stärkste Kraft zu werden. Dafür will ich alles tun. Er will stärkste Kraft werden. Also wenn wir uns die Umfragen angucken, die AfD knapp über 30 Prozent, ganz klar an Nummer eins. Die CDU zwar an zwei, aber weit abgeschlagen mit knapp über 20. Dann haben wir die Linkspartei bei 17 Prozent und das Bündniszahler Wahlknecht sogar bei 14 Prozent. Die Ampelparteien spielen eigentlich überhaupt keine Rolle. Also was müssen wir denn da erwarten bei dieser Wahl? Diese Regierungsbildung 2019 oder besser gesagt 2020 nach der Wahl, die war ja dann auch eine Vollkatastrophe, was wir da gesehen haben mit der FDP als Ministerpräsidenten. Also wo strebt Thüringen hin? Es ist die Möglichkeit, dass uns die nächste Vollkatastrophe droht, nämlich ein sehr langes, sehr quälendes Posten- und Koalitionsgeschacher nach der nächsten Wahl. Herr Vogt ist jetzt Wahlkämpfer noch. Er versucht sich an der Quadratur des Kreises. Er will sowohl die linke Regierung ablösen als auch nicht mit der AfD zusammengehen. Beides hat vernünftige Gründe. Beides entspricht der Programmatik seiner eigenen Partei. Allerdings führt beides auch dazu, dass er um keinen Schritt näher kommt in die Erfurter Staatskanzlei. Sie haben es zu Recht gesagt, ungefähr 20 Prozent. Selbst wenn ich Grüne und SPD dazu rechne, komme ich zu dritt auf 30, vielleicht 35 Prozent. Also auch da weit entfernt von einer Regierungsfähigkeit. Und wie will er einen Regierungswechsel den Wählern plausibel machen, wenn er danach wieder mit den Grünen und der SPD ins Koalitionsbett steigt? Also Herr Vogt geht einen sehr, sehr schweren Weg. Er hat heute gestern klar gesagt, nicht mit den Linken, nicht mit der AfD, die CDU so stark machen, wie es ist. Das ist aus seiner Sicht verständlich, vernünftig und nachvollziehbar. Allerdings nach der Wahl ist nicht vor der Wahl. Man wird schauen, was dann die Gespräche ergeben. Herr Kisser, vielleicht ganz kurz noch. Wer war denn jetzt gestern Abend der Gewinner? Einer von den beiden? Oder vielleicht dann doch der amtierende Linke, Ministerpräsident Ramelow? Ich würde sagen, der Gewinner war auf jeden Fall Demokratie, weil beide für ihre Position werben konnten. Beide hatten Schwachstellen, beispielsweise Ökonomie, Wirtschaft, haben beide relativ schwach ausgesehen. Europapolitik hat auch keiner richtig gewinnen können. Die Demokratie hat gewonnen. Herr Ramelow kann sich etwas gelassen zurücklehnen, aber er hat ja keine Koalitionspartner. Es würde die CDU in Thüringen sowohl zerreißen, wenn sie mit der AfD als auch mit der Linkspartei koalierte. Es ist vielleicht nur denkbar, dass wir ganz neues Personal haben werden nach der nächsten Wahl und dann neue Personen über eine neue Programmatik verhandeln werden. Momentan ist alles möglich. Alexander Kistler von der Neuen Zürcher Zeitung, vielen Dank für Ihre Expertise und auch die Einordnung des TV-Duells. Sehr gerne. Ja, und das vielbeachtete TV-Duell ist von Millionen Menschen in Deutschland an den Fernsehschirmen verfolgt worden. Und wenn Sie es nicht gesehen haben, wir bieten Ihnen die Möglichkeit, es noch einmal komplett anzuschauen. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Heute um 10 Uhr, also in gut einer Dreiviertelstunde zum ersten Mal und dann noch einmal um 13 Uhr hier bei uns bei Welt TV. Und wir sind gleich wieder zurück hier im Welt Newsroom und dann schauen wir natürlich auch auf andere Entwicklungen heute an diesem Freitagmorgen. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert... Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches Ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich. Er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man seinen Wort... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist ein Allerweltssatz. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man seinen Wort erledigt hat. Das hat die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft soeben mitgeteilt. Wenn wir weitere Informationen haben, werden wir sie natürlich ausführlich in unseren Sendungen über diese Festnahmen informieren. Wir schauen uns politische Berlin. Verkehrsminister Volker Wissing warnt vor bundesweiten Fahrverboten an den Wochenenden. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bis zum Sommer beschlossen werde. Daran will man ja die Einhaltung der Klimaziele künftig nicht mehr an einzelne Sektoren knüpfen und die Bereiche wie Verkehr oder Gebäude bei Verfehlungen zu Sofortmaßnahmen verpflichten. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß im Verkehr nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen kritisierten umgehend seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Der Queerbeauftragte der Landesregierung Sven Lehmann verspricht Betroffenen massive Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Das vereinfachte Änderung der Geschlechtseintrags werde das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen spürbar erleichtern und auch verbessern. Das sagt ja er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit dem neuen Gesetz behandelt der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als mündige Menschen. Der Bundestag stimmt heute Mittag über dieses Selbstbestimmungsgesetz ab. Und sein Geschlecht also nun selbst zu bestimmen? Ist das tatsächlich Voker Unsinn oder ist das tatsächlich eine bürgerliche Freiheit? Wie sehen Sie das? Hier ist Ihre Stimme. Also sollte jeder selber entscheiden können, auf jeden Fall. Sollte ja auch niemand irgendwie darauf einreden können, wer was, wer ist. Weil wir fühlen uns doch alle im Körper auch irgendwo wohl oder auch nicht. Finde ich einen absolut gerechtfertigten Weg. Finde ich auch interessant, dass es bis 2024 dauert, bis das jetzt mal so verabschiedet wird. Weil das für mich was absolut Zeitgemäßes ist und was, was überhaupt nicht zur Diskussion steht. Ich finde das richtig. Ich finde das auch zeitgemäß. Wir wissen ja, dass es schon immer eine Diskrepanz gab bei manchen Menschen zwischen dem geborenen Geschlecht und der Identität. Wenn sich ein Mensch im falschen Körper fühlt, dann ist das keine Lebensqualität. Und damit ist es eigentlich schon entschieden. Sollten tun lassen, was sie wollen. Ich weiß nicht, ich würde mich darüber nicht groß aufregen. Ich habe mit solchen Leuten natürlich nichts zu tun. Ich bin ein Äther. Ich denke, dass es da ein gewisses Alter geben muss, vielleicht im jugendlichen Alter, wo man dann sowas erlauben dürfte. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass jeder selbst entscheiden sollte. Er sollte seine Freiheit dahingehend so erleben und ausleben können, dass man nicht durch rechtliche oder staatliche Grenzen eingeschränkt wird. Meine Meinung ist, dass man es nicht machen sollte. Weil wir wurden ja so erschaffen. Manche sind Frauen, manche sind Männer. Es sollte eigentlich auch so bleiben. Ich denke, wenn es Menschen gibt, die sich nicht mit Mann oder Frau identifizieren können, dann sollten die sich so identifizieren, wie sie es halt können. Von daher finde ich es gut, dass die Freiheit dafür jetzt geschaffen wird. Und damit sind wir beim Fußball. Bayer Leverkusen in dieser Saison läuft alles für das Team von Xabi Alonso. Jetzt auch in der Europa League. Gutes Polster für das Rückspiel kommende Woche im Viertelfinale. Also der Traum auch von einem Titel in der Europa League bleibt bestehen. Wieder ein Sieg der Überflieger aus Leverkusen. Die verrückte Serie geht weiter auch in der Europa League. Überlegen schlägt Bayer Leverkusen West Ham mit 2 zu 0 im Viertelfinal Hinspiel. Teil 1 ist also erstmal geschafft. Wieder eine seriöse Leistung mit Konzentration, mit Geduld, mit gutem Fußball. Teil 2 folgt am Sonntag an der Bundesligaspitze. Da hat die Werkself die Chance auf die Meisterparty. Die Vorfreude ist super. Es ist klar, wenn wir gewinnen, wir sind Meister. Und wir müssen Vollgas geben. 42 Pflichtspiele, schon sind sie ungeschlagen, die Rheinländer. Noch zwei weitere, dann ist der Rekord von Juventus-Turin geknackt. Doch was macht die Mannschaft besonders? Der Teamgeist, die Spielweise, die Zähigkeit. Journalisten und Blogger weltweit schreiben Lobeshymnen auf Leverkusen. Es gibt keine Egoisten, sondern wir kämpfen die Mannschaft. Wir ackern, wir fighten, wir spielen, wir laufen, wir diskutieren auf dem Platz, neben dem Platz. Und das macht eine Top-Mannschaft aus. Wir wollen natürlich den Fans, die natürlich auch sehr, sehr lange dabei sind, was geben. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für den Verein, für die Fans, für den Spieler, wenn wir hier Geschichte schreiben können. Geschichte mit der ersten deutschen Meisterschaft. Am besten erst am Sonntag, am eigenen Spieltag, sagt der Leverkusener Offensivspieler Jonas Hofmann. Gerade wenn man zum ersten Mal deutscher Meister werden kann, willst du das nicht irgendwie zu Hause auf der Couch mit einem Glas Wasser am Tag, bevor du selber spielst, so Hofmann. Es wäre der erste Meister seit zwölf Jahren, der nicht Bayern München heißt. Viele Kinder werden staunen, dass das möglich sein kann. Na ja, aus Vizekusen muss ja irgendwann auch mal Meisterkusen werden. Maira, du strahlst. Was heißt das fürs Wetter? Genau. Und du hoffentlich auch, denn das Wetter wird sehr schön. Ich bin hier. Ich muss auch arbeiten, aber... Ich bin hier. Aber ist das jetzt... Aber selbst Arbeiten macht mehr Spaß bei schönem Wetter. Schönes Strahlen fürs Wochenende oder regnet es dann doch? Es schauert eventuell mal kurz am Sonntagvormittag. Aber meist wird es wirklich sehr, sehr schön. Insbesondere der Samstag. Ja, also ja, vor allem in unserem Süden wird es da nämlich richtig warm. Aber auch schon heute geht es mit den Höchstwerten oftmals in den zweistelligen Bereich. Berlin bekommt beispielsweise 20 Grad, München 22, Rom 28 Grad und ja, damit heutiger Temperatur-Spitzenreiter. Morgen sind bei uns dann am Oberrhein bis zu 29 Grad möglich. Wegen des frischen Nordseewassers bleibt es an der Nordsee heute kühler. 12 Grad halt eben wieder auch, sieht man jetzt hier nicht auf der Karte, aber 13 immerhin im Emsland. Ja, und von dort breiten sich dann auch im Laufe des Tages Wolken aus. An der Ostseeküste zieht auch gelegentlich mal etwas Regen durch. Vom Emsland und Nordrhein-Westfalen bis nach Berlin-Brandenburg und auch Sachsen kann sich selten mal die Sonne zeigen. Leipzig und Köln schaffen wir dabei bis zu 21 Grad. Im Süden sieht es dagegen deutlich netter aus. Vor allem in Baden-Württemberg können Sie sich auf einen richtig schönen, sonnigen, warmen Frühlingstag freuen. Da sehen wir auch die Karte, also hier sehr, sehr viele Sonnensymbole. Ja, und morgen dann, wie gesagt, am Oberrhein bis zu 29 Grad. Aber auch sonst, wenn es halt eben, ja, wenn wir hinter dieser Zahl zurückbleiben, wird es oftmals aber mild beziehungsweise warm und auch freundlicher. Und am Sonntag schauert es, wie gesagt, wenn überhaupt, dann nur kurz, jetzt sieht man hier die Tage nicht. Also der Samstag ist dann hier so die zweite Symbolkarte, der Sonntag, der Samstag noch schöner. Ja, und in der neuen Woche, da wird es dann halt eben wieder ein bisschen wechselhafter, typisch Aprilwetter eben. Aber hier, der Samstag, der morgige Tag, da können wir uns richtig drauf freuen. Ja, aber guck dir den Sonntag an, Berlin-Brandenburg. Es schauert mal kurz etwas und zwei Uhr am Vormittag. Mayra, wir sehen uns am Montag wieder. Du, und dann lass uns darüber sprechen, sehr gerne. Wir sehen uns am Montag wieder, das verspreche ich dir. Also zwei Tage hast du jetzt Ruhe vor mir, aber am Montag werden wir das Wochenendwetter ausführlich besprechen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Danke dir. Und wir sind gleich wieder zurück und dann geht die Analyse des TV-Duells zwischen Björn Höcke und Mario Vogt hier bei uns gestern Abend weiter. Ich spreche mit dem FDP-Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich in Thüringen, wie er das Ganze gesehen hat. Kemmerich spielt hier eine unruhentliche Rolle im Jahre 2020, als er sich von Höcke zum Ministerpräsidenten in Thüringen hat wählen lassen. Und dabei ist ja dann damals eine politische schwere Krise über Deutschland gezogen. Das Gespräch gleich hier bei uns. Bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, das ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp! Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative, patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Es ist 9.30 Uhr ab 10. Guten Morgen hier bei uns im Welt-Newsroom. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt geplanten 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt-TV 70 Minuten einen zum Teil heftigen Schlagabtausch, einige persönliche Attacken inklusive. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Der Freistaat wählt am 1. September ja einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte damit außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozial am Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen noch mal vorlesen? Es nützt mehr nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich. Er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Zugeschaltet ist mir nun Thomas Kemmerich, der Landesvorsitzende der FDP in Thüringen. Guten Morgen, Herr Kemmerich. Ja, schönen guten Morgen nach Berlin aus Erfurt. Wie ist Ihr Fazit nach diesem TV-Duell? Also wie wird es tatsächlich den Wahlkampf in Thüringen verändern? Ja, also erstmal muss man feststellen, dass das sogenannte Duell ein richtiges Format war. Es ist wichtig, das zu tun. Und es zeigt sich, dass wenn der Vertreter der AfD außerhalb seiner Blase, seiner Bubble auftritt und seine geübten Sprechblasen verlässt, der sehr unsicher, sehr wenig konkret wird. Er verdreht die Fakten oder leugnet sie. Wir haben das erlebt bei seinem Buch. Die Einschätzung des Brexit ist sicherlich falsch. Seine Einstellung zu Putin oder seine Einwürfe über Putin halte ich für sehr, sehr bedenklich. Also kurzum, man muss überhaupt keine Angst haben, sich mit ihm politisch zu messen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns politisch mit ihm messen. Und wenn Sie nach Thüringen fragen, was mir fehlte, ist tatsächlich die Erkenntnis für den Thüringer Wähler und Wählerinnen. Ja, was bewegen denn beide für Thüringen? Spielt damit die Koalitionsfrage eine kurze Rolle. Aber was wir konkret gegen Schulausfall, was wir konkret für die Dynamisierung der Wirtschaft, aus dem Punkt der Digitalisierung, was wir für die älter werdende Bevölkerung in Thüringen tun wollen, das blieb außen vor. Und insofern ist der Thüringer Wähler nicht schlauer geworden. Aber Herr Kemmerich, können Sie tatsächlich profitieren davon? Gucken wir auf die Umfragen. Die FDP spielt im Moment überhaupt keine Rolle im Freistaat. Zwei Prozent in den Umfragen. Die Grünen gerade mal bei fünf Prozent und die SPD gerade mal bei 7,5 Prozent. Also alle drei Ampelparteien, die spielen doch überhaupt keine Rolle. Und klar, es sind noch Zeiten bis knapp fünf Monate bis zum 1. September. Aber das ist doch Linke, Bündnisarer Wagenknecht, CDU und AfD, die geben doch das politische Klima vor. Ich glaube nicht an die Umfragen. Ich glaube an die Thüringer Wähler. Und die werden nach der Europawahl ihren Blick auf Thüringen richten und dann entscheiden, wer kann für Thüringen tatsächlich Gutes und Besseres bewegen. Die entscheidende Frage wird sich stellen. Vorhin sitzt Thomas Kemmerich, ein sehr bekannter Politiker mit 21 Prozent, der zweitbeliebteste Politiker für Thüringen. Und ich glaube, die Leute werden mir viel zutrauen. Und das Problem ist doch, dass teilweise Fehleinschätzungen sind. Ich gehe auf ihre Anmoderation. Unrühmliche Rolle sollte ich gespielt haben im Jahre 2020. Das Einzige, was ich getan habe, ich habe kandidiert. Und dann haben mich auch die AfD gewählt. Die Ereignisse des Jahres 2020 werden sich so nicht wiederholen. Aber wir müssen es auch richtig einschätzen. Und das tun die Thüringer Bürger und Bürgerinnen. Und die werden tatsächlich sich etwas wählen, was die Zukunft Thüringen im Auge hat und nicht aus der Berliner Blase beobachtet wird. Beziehungsweise sind die Umfragen jetzt sehr auf den Blick nach Berlin geprägt. Wie gesagt, Thüringen wird anders wählen, als die Umfragen bis heute erahnen oder wissen lassen. Ja, Sie haben die Ereignisse am 5. Februar 2020 noch einmal angesprochen. Björn Höcke hat Sie tatsächlich in das Amt des Ministerpräsidenten gehievt. Sie haben die Wahl auch angenommen. Es gab einen bundespolitischen Aufschrei. Es gab eine bundespolitische Krise. Glauben Sie, dass die Thüringer immer noch daran zurückdenken, dass Ihnen das auch jetzt im Wahlkampf noch schaden wird? Nein, überhaupt nicht. Die Thüringer schauen nach vorne, wie die FDP Thüringen auch und Thomas Kremrich. Wir müssen die Probleme der Zukunft anpacken. Uns hilft nichts, wer in den letzten Jahren mehr die und Verantwortung oder Fehler gemacht hat. Wir müssen jetzt stehen wir vor großen Herausforderungen. Ich habe sie genannt, gerade in puncto Bildung, Digitalisierung, die Wirtschaft schwächt. Und da suchen die Thüringer einfach nach guten politischen Lösungen, nach vertrauenswürdigen, politisch agierenden. Und einer sitzt vor Ihnen und das ist das, worüber die Thüringer am 1. September entscheiden werden. Und insofern sehen Sie mich sehr optimistisch und es ist eben ganz wichtig. Und die FDP Thüringen, Thomas Kremrich ist der Fels in der Brandung, der Fels in der Mitte. Damit das, wo auch Mario Vogt gestern keine Antwort hatte, nämlich mit wem will er am Ende koalieren, damit das eben nicht Links oder Extreme sind oder Grüne, sondern dass das eine Koalition in der Mitte ist, die gut ist für Thüringen und Thomas Kremrich ist der Garant dafür. Herr Kremrich, verstehe ich Sie richtig. Also sehen Sie sich tatsächlich als Gewinner dieses TV-Duells gestern zwischen Höcke und Vogt? Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Es geht darum, was ich für Thüringen als Angebot unterbreiten möchte, den Thüringer Wähler und Wählerinnen. Das TV-Duell ging doch um vieles, um Weltpolitik, um Europapolitik, aber nicht um Thüringen. Und das ist das, was mit Recht die Wähler einfordern, dass sie konkret wissen, was erwartet sie nach dem 1. September und was können sie durch ihre Wahl beeinflussen und für sich ihre Zukunft besser gestalten. Am 1. September die Landtagswahl in Thüringen. Bis dahin ist noch viel Zeit. Wir werden das ganz genau beobachten. Herr Kremrich, ich danke Ihnen für das Gespräch nach Erfurt. Vielen Dank nach Berlin. Ja, bei mir im Studio ist nun Paul Klinzing. Paul, du hast natürlich auch die Reaktion angeguckt und du hast es ja eben gemerkt. Also da ist schon ganz schön Dampf im Landtagswahlkampfkessel in Thüringen. Wie würdest du das einordnen? Die Reaktion, in welche Richtung gehen sie vor allen Dingen? Wer war der große Gewinner? Ja, vor allem das Netz reagiert jetzt ja mittlerweile auch parallel zu dem TV-Duell. Und da gibt es doch eine sehr genaue Richtung, vor allem auf Twitter. Und genau das sehen wir uns jetzt genauer an. Unter dem Hashtag Vogt und TV-Duell gab es rund 50.000 Posts und genau die sehen wir uns jetzt auch einmal an. Ich habe mir das gestern Abend auch parallel zum TV-Duell nochmal angesehen. Und zu diesem Zeitpunkt gab es die Situation, dass es positive Stimmen für Höcke, aber gleichzeitig auch für Vogt gab. Das Ganze hat sich aber innerhalb von wenigen Stunden dann geändert. Wenn wir heute früh auf Twitter blicken, dann sehen wir überwiegend eigentlich nur AfD-treue Posts. Wir haben da mal ein paar rausgesucht, was auffällig ist. Wenn es ein AfD-treuer Post ist, dann meistens unter einem Synonym, also nicht unter echten Namen. Und man muss dazu sagen, dass die AfD ja in sozialen Netzwerken doch sehr stark ist. Wir wissen das ja, Beispiel Höcke, der hat auf Twitter über 100.000 Follower, Herr Vogt nur etwa 9.000. Also die Post, die man hier sieht, da muss man ein bisschen differenziert darauf blicken. Das macht wahrscheinlich auch nicht die breite Bevölkerung aus. Wir blicken aber auch auf die großen Tageszeitungen in Deutschland, denn die haben das Duell natürlich auch mit angesehen. Und wir haben hier zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, Mettbrötchen und NS-Parolen. Schreiben Sie auf den Titelblatt Mettbrötchen, da komme ich gleich noch darauf zu. Hier haben wir die Bild, gleich drei Posts, die Sie hier haben. Und vor allem wird hier Herr Vogt gelobt, weil er Herrn Höcke doch in die Enge getrieben hat. Gleiches auch von der Frankfurter Allgemeinen. Sie meinen, dass Vogt's Experiment gelungen ist. Und dann blicken wir noch auf das Nächste. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Mettbrötchenschlacht um Thüringen. So schreibt es der Spiegel. Und da gab es eine spezielle Situation im Duell gestern. Und das sehen wir uns jetzt nochmal genauer an. Also hier hat man dann doch nochmal versucht, ein regionales Thema zu suchen. Vor allem Herr Vogt wollte da Herrn Höcke in die Enge treiben. Und das hat dann auch die CDU Thüringen so gesehen. Sie schreibt dann auf Twitter gleich, na, wer kennt seine Heimat besser? Das heißt hier bei uns Gehacktes. Ja, haben wir das Thema auch noch geklärt. Und soweit also die Reaktionen aus dem Internet, aber auch die Tageszeitungen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, die ranghohen Politiker, die haben sich jetzt noch nicht dazu geäußert. Aber das wird bestimmt im Laufe des Tages dann auch noch geschieht. Ja, das Internet hat natürlich geglüht, aber auch Millionen Zuschauer haben dieses Duell live bei uns hier bei Welt verfolgt. Paul, danke für diesen Überblick. Und zugeschaltet ist mir nun Benedikt Held, Kommunikationsexperte. Guten Morgen, Herr Held. Guten Morgen, danke für die Einladung. Wie ist denn Ihr Fazit? Können wir tatsächlich von Gewinnern und Verlierern sprechen? Also auf der psychologischen Ebene lässt sich da nicht so ein ganz klares Bild zeichnen. Beide hatten schwache Momente, beide hatten starke Momente. Neben solchen unterhaltsamen Momenten wie dem Mettbrötchen oder dem Gehackten war es vor allem so, dass Höcke auf der einen Seite anfangs eher distanziert wirkte, gerade wo er diese Geste so gemacht hat. Das sollte wahrscheinlich so sehr interessiert auch wirken, hat aber eher so eine Distanz auch zu der anderen Person aufgebaut. Generell hat er beim Zuhören auch wenig Vogt angeschaut. Wenn er dann aber zu seinen emotionalen Statements kam, dann ist er auch lebhafter geworden, ist er energetischer geworden. Und da sehen wir auch eine der großen Stärken, rhetorisch, psychologisch von Höcke. Wenn er in die Offensive geht, dann ist er in seinem Element. Und da merken wir auch, dass er dann wirklich körpersprachlich näher an Vogt rangeht, in seinen Distanzbereich reingeht und damit durchaus so eine Offensive hier haben kann. Und da hat er auch später, da haben wir genau nochmal auf der körpersprachlichen Ebene uns das angeschaut, die negativen Dinge immer zu Herrn Vogt geschoben. Während er beim Positiven immer bei sich selbst gestikuliert hat. Also erstmal vielleicht zu Höcke, er hatte starke und schwache Momente, war in den emotional aggressiven Momenten deutlich stärker, als wenn er so in dieser Defensive war und sich da so geschützt hat. Aber sehr interessant war ja, dass ja Mario Vogt sehr ruhig geblieben ist immer. Er hat sich auch nicht so viel bewegt wie Höcke, weil ich hatte so den Eindruck, dass Höcke im späteren Verlauf der Sendung, im späteren Verlauf des Gesprächs vor allem ein bisschen geschwommen ist, dann regelrecht nervös wurde. Aber Mario Vogt ist seiner Linie treu geblieben, hat ruhig und besonnen geantwortet. Ja, das war das Spannende. Bei Mario Vogt war anfangs schon gleich eine viel dynamischere Körpersprache. Er hat mit dem Okay-Zeichen, mit dem Erstens, Zweitens, Drittens, körpersprachlich, nonverbal das unterstrichen, was er gesagt hat. Und dann, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu, gerade zu späteren Zeitpunkten, wo er dann wieder auch argumentiert hat, kamen teilweise durchaus auch so ein paar Spitzen. Also da ist er offensiver geworden, hat auch mit dem blanken Finger auf Herrn Höcke gezeigt. Das kann etwas zu aggressiv wirken, also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Aber eine Sache, die aus meiner Sicht sehr gut war, auf einer rhetorischen Ebene, er hat sehr viele Metaphern verwendet. Die Metapher ist schon damals in der Rhetorik als die Königin der Stilmittel bezeichnet worden. Und auch Vogt hat gestern im Duell sehr viele konkrete Beispiele benutzt. Persönliche Geschichten, Anekdoten. Und das sind einfach Dinge, die wir auch im Rede von Precarisma Mentoring immer wieder lehren, weil in Situationen, wo wir überzeugen wollen, ist es eben enorm wichtig, durch die Rhetorik, aber auch über die Körpersprache, die Botschaften so zu kommunizieren, dass sie ankommen. Und das, finde ich, hat Herr Vogt durchaus sehr gut gemacht, gerade durch diese sehr klaren, sehr persönlichen Beispiele und war dann durchaus auch ruhig. Herr Held, konnten Sie denn erkennen in diesen 70 Minuten, dass beide sich intensiv auf dieses Duell vorbereitet haben und tatsächlich regelrechte Coachings tagelang oder vielleicht sogar wochenlang durchgeführt haben, um halt so aufzutreten, wie sie aufgetreten sind? Auf jeden Fall. Also der Beruf des Politikers ist der Beruf des Kommunikators. Und ich kenne keinen namhaften Politiker, keine namhafte Politikerin, die sich nicht offen oder zumindest hinter verschlossener Tür hat coachen lassen. Auch ich coache immer wieder politische Parteien und Politikerinnen und Politiker, aber auch Einzelpersonen, weil gerade in solchen Momenten, sei es jetzt im privaten Bereich, in Gehaltsverhandlungen, in Präsentationen oder wenn man auf jemanden zugehen will, ist es enorm wichtig, aber auch natürlich in politischen Situationen. Und da hat man gerade gesehen, dass Herr Höcke aus meiner Sicht diese Geste irgendwie so ein bisschen auch einstudiert hat, um so ein bisschen nachdenklich zu wirken, weil es wirkte nicht sonderlich natürlich oder auch angenehm oder normal für ihn. Vogt hat sich sicher auch extrem gut vorbereitet, gerade diese Beispiele, die auch so rüber zu bringen mit dieser rhetorischen Stärke. Das kann man nicht einfach aus dem Stehgreif immer zaubern. Also da hat er sich sicher gut vorbereitet, wobei auch Momente bei beiden waren, wo sie emotional aus dem Moment heraus einfach ihre Kompetenz, die sie sich sicher über Jahre kommunikativ angeeignet haben, einfach da abgerufen haben. Der Kommunikationsexperte Benjamin Heldt mit seiner Analyse des TV-Duells von Höcke und Vogt. Benedikt Heldt, Entschuldigung, habe ich Ihren Namen, Vornamen kurz verwechselt. Ich danke Ihnen aber für Ihre Einordnungen und das Gespräch. Schönes Wochenende. Sehr gerne. Schönes Wochenende. Ja, kann halt im Live-Fernsehen mal passieren. Da rutscht mal ein bisschen was durch, aber ich habe mich ja entschuldigt und mich vor allen Dingen auch korrigiert. Das vielbeachtete TV-Duell können Sie also noch einmal bei uns in Welt TV komplett sehen. Gleich in wenigen Minuten um 10 Uhr die erste nochmalige Ausstrahlung und dann um 13 Uhr erneut. Millionen von deutschen Fernsehzuschauen haben es bereits gesehen. Also das sollten Sie sich wirklich nicht entgehen lassen. Wir sind gleich wieder zurück hier im Welt Newsroom. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir ja nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein Wort... Nein, das ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen das an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Nein, nein, völkisch. Ich habe kein Problem mit dem Begriff völkisch. Egal, was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Wir sind zurück in Weltmüssen. Dietmar Deffner ist zu mir ins Studio gekommen. Morgen Dietmar. Ja, gestern hat der DAX wirklich einen mitgekriegt, aber heute konnte er sich wieder erholen. Also wie sieht es im Moment aus beim Leitindex am letzten Handelstag der Woche? Gestern waren es einmal mehr die Zinssorgen aus Amerika, die uns da einen Schlag in die Magengruppe gegeben haben und den DAX unter der Marke von 18.000 gedrückt haben. Aber diese Marke erobern wir heute Morgen wieder zurück gleich zum Handelsauftakt. Und wir sehen ein ordentliches Plus jetzt zum Ende dieser Woche von einem Prozent. Die Anleger scheinen also die Zinssorgen aus den USA langsam abzuschütteln. Jetzt setzt sich die Devise durch. Ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn in diesem Jahr nicht dreimal die Zinsen in den USA gesenkt werden. Hauptsache die Wirtschaft läuft rund. Und das ist ja der Grund dafür, dass die Zinsen wahrscheinlich weniger stark gesenkt werden in den USA. Und damit kann man sich jetzt auch wieder anfreunden. Und hierzulande geht man ja weiter von einer ersten Zinssenkung in Europa im Juni aus. Darauf deuten auch die Inflationsdaten aus Deutschland hin, die heute final bestätigt wurden. 2,2 Prozent nur die März-Inflation. Und da ist man ganz schnell Richtung 2 Prozent Ziel der EZB unterwegs. Ein Absturz des Tages haben wir auch zu vermelden, dass die Aktie von Vata einst Highflyer und Börsenstar beliebt bei Privatanlegern und seitdem wirklich mächtig abgestürzt. Schon und heute stürzt die Aktie weiter ab. Um 30 Prozent geht es nach unten unter die Marke von 10 Euro, weil man gestern Abend mitgeteilt hat, dass man mit der Sanierung nicht so richtig vorankommt. Und der Sanierungsplan, der vereinbart wurde, der führt offenbar nicht wie gedacht dazu, dass man bis 2026 auf den profitablen Wachstumskurs zurückkehren kann, so das Unternehmen. Und deswegen hier diese Abstrafung der Aktie. Und einen Gewinner haben wir auch noch im Portfolio, nämlich die Evotec-Aktie. Die ist der größte Gewinner im MDAX. Da hat die Deutsche Bank das Kursziel zwar gesenkt auf 19 Euro von 20 Euro, aber die Einstufung von Halten auf Kaufen angehoben. Und deswegen sieht man Plus von 6,6 Prozent bei der Aktie. Mehr zum Börsengeschehen dann wie immer ausführlich um 12.45 Uhr in der Börsermittag. Ja, aber wieder eine interessante Börsewoche und um 17.45 Uhr, Steffner und Schepitz, da werdet ihr das Ganze noch einmal Revue passieren lassen. Dietmar, danke dir für den Moment. So, wir haben noch eine kuriose Geschichte aus unserer allseits beliebten Welt-Tier-Rubrik. Ja, was Sie da hören, ein wildlebender Vogel in einem Bäumchen singt wie die Polizeisirien der Einsatzwagen einer nahegelegenen Polizeistation. Und dieses Video hat nun die Polizei von Thameson Valley in Großbritannien veröffentlicht und betont, dass es sich nicht um einen verspäteten April-Scherz handele. Offensichtlich hat der Vogel die abfahrenden Polizeiwagen mit ihren Signalen imitiert. Und jetzt, das wird es da halt den ganzen Tag in Polizeisirienform. So, mich werden Sie auch am Wochenende nicht los. Wir sehen uns morgen früh ab 7 Uhr in die Welt am Morgen wieder. War eine aufregende Woche, aber morgen geht es dann weiter. Ich übergebe jetzt die Welt-Newsroom an Marie Droste. Und bei Marie in den kommenden Sendungen können Sie noch einmal das viel beachtete TV-Duell sehen, das gestern bei uns von Millionen von Menschen gesehen worden ist. Komplett werden wir Ihnen noch einmal dieses Duell zeigen. Das bei Marie und natürlich vieles mehr noch. Aber ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Freitag. Kommen Sie gut zu sehen, guten Tag. Bleiben Sie gesund und bis morgen früh. Auf Wiedersehen. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird. Aktuell mit rund 30 Prozent noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir ja nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch an. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Nein, nein, völkisch. Ich habe kein Problem mit dem Begriff völkisch. Egal, was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und dann Vogt für die Diskussion. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsminister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Wahl. Beide wollen den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ablösen, der ja mit einer Minderheitsregierung regiert. Ich begrüße Björn Höcke, den Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Thüringer AfD. Ein Mann, den der Verfassungsschutz als Rechtsextremist einstuft und seinen Landesverband als erwiesen rechtsextremistisch. Die Einleitung musste ja sein, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass ich heute hier sein darf. Guten Abend, liebe Zuschauer. Trotzdem oder gerade deswegen möchte der Vorsitzende und Spitzenkandidat der Thüringer CDU, Mario Vogt, mit Björn Höcke diskutieren. Im Vorfeld dieses Duells hat Herr Vogt gesagt, ich glaube, man muss Höcke ins Licht ziehen, um die AfD inhaltlich zu stellen. Denn 30 Prozent Umfrageergebnisse für die AfD lassen sich nicht länger ignorieren. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Frau Ohm. Kurz zu den Regeln für dieses Duell. Wir sorgen dafür, dass die Kandidaten ausgewogen zu Wort kommen. Wir werden unter anderem über die Themen Europa, Migration und Erinnerungskultur diskutieren. Über diese Themenblöcke haben wir die Kandidaten am vergangenen Freitag informiert. Die Fragen kennen Herr Höcke und Herr Vogt selbstverständlich nicht. Im Hintergrund führen unsere Kollegen einen Faktencheck durch, der, falls nötig, morgen auf welt.de verfügbar sein wird. Der Anlass dafür, dass die beiden Herren sich hier heute Abend zu diesem Duell herausgefordert haben, ist ein Satz, den Björn Höcke am Rande des Europa-Parteitags in einem Interview gesagt hat. Daraufhin haben sich die beiden einen Schlagabtausch bei Welt sowie auf X geliefert und sich dann zu diesem Duell verabredet. Und ich zitiere diesen Satz von Herrn Höcke jetzt nochmal wörtlich. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Um an diesen Satz anzuknüpfen, geht die erste Frage an Sie beide. Ist die Europäische Union für Deutschlands Wirtschaft und Wohlstand verzichtbar? Herr Höcke, beginn Sie bitte. Auf jeden Fall. Die Europäische Union ist vor allen Dingen als Globalisierungsagentur einzuschätzen. Sie ist das Europa der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne. Das ist nicht das Europa, das die AfD will. Die AfD will einen neuen Bund europäischer Staaten mit einem robusten Grenzschutz, mit einem freien Markt, mit dem Schutz unserer Identität und mit einer strategischen Entwicklung hin zu einer militärischen Autonomie, die Europa als neuen Pol in einer entstehenden multipolaren Weltordnung stark macht. Herr Vogt, halten Sie die EU in der aktuellen Form für verzichtbar? Herr Höcke sagt, die EU muss sterben. Ich will, dass Europa und die EU lebt. Weil ich will das Beste für Deutschland. Die Europäische Union hat immer ein Versprechen gehabt. Das war Wohlstand, das war Frieden, das war Freiheit, das war Sicherheit. Und das hat die Europäische Union eingelöst, dieses Versprechen. Über 70 Jahre haben wir Stabilität in Deutschland und in Europa. Und das, was wir erleben, ist, die Europäische Union ist nicht perfekt. Wir erleben, dass viel Bürokratie ist, diese Gängelung, das nervt die Leute, mich auch. Verbrennerverbot, das sind Dinge, die ärgern in diesem Land. Die Europäische Union könnte in den großen Dingen viel mehr bewegen und sollte sich aus den kleinen Dingen raushalten. Aber es ist das Haus, was uns immer geschützt hat. Und dieses Haus, das hat ein stabiles Fundament. Da erleben wir unsere Freiheiten, da begegnen wir uns. Das ist die zweitgrößte Demokratie der Welt. Das ist im Kern vor allen Dingen auch der größte Binnenmarkt. Wir als Deutsche profitieren davon. Und diese Stabilität, die braucht es. Nur weil mal irgendwie eine Lampe kaputt ist oder eine Tür quietscht, reißt man doch nicht das ganze Haus ab. Und das ist das, was Herr Höcke möchte. Herr Höcke möchte, dass die Europäische Union stirbt. Und damit auch ein Wohlstand, den wir in Deutschland aufgebaut haben, weil die Europäische Union uns hilft. Das wäre eine Katastrophe für Deutschland. Das wäre der Abstieg von Deutschland. Herr Höcke, Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten... Dass die Europäische Union stirbt, in dem Sinne, damit das wahre Europa leben kann. Und Herr Vogt hat sich hier nicht sehr gut ausgedrückt. Denn Fakt ist doch, dass die CDU mit ihrer Agenda in EU-Europa auch für das Verbrenneraus gesorgt hat. Dieses Verbrenneraus deindustrialisiert Deutschland. Sie sagen Ja zur Agenda der Europäischen Union, die da heißt Fit for 55, die da heißt Klimaneutralität 2050, die da heißt Green Deal, die da heißt Decarbonisierung, die da heißt Luftbesteuerung, das heißt CO2-Bepreisung. Alles das macht Deutschland konkurrenzunfähig auf dem globalen Markt. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist Ihr Werk. Sie sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands mit der EU, die eben diese Politik durchzieht, die Deutschland schadet. Deswegen müssen wir raus aus dieser EU und brauchen einen lockeren Bund europäischer Staaten, um das zu koordinieren, was wirklich europäisch koordiniert werden muss und das zu leben, was die europäischen Nationen besser eigenständig alleine leben. Dann haben wir weniger Konflikte und haben genauso viel freien Markt und dafür steht die AfD. Herr Krik, ich muss mal nachfragen, Sie haben gerade gesagt, die Europäische Union ist für Deutschland ein Wohlstandsvernichter. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass Deutschland ohne Teil der EU zu sein 2,2 Millionen Arbeitsplätze verlieren würde. Haben Sie in Thüringen schon mal einen Unternehmer getroffen, wenn sie im Land unterwegs ist, der Ihnen sagt, Deutschland sollte raus aus der EU oder die EU sollte in der aktuellen Form abgeschafft werden? Ja, jeder Unternehmer, der wirklich nachdenkt, der ist mittlerweile der festen Überzeugung, dass die Bürokratie unerträglich geworden ist, dass die Gängelung unerträglich geworden ist, dass die weitere Zentralisierung Europas unerträglich geworden ist, dass vor allen Dingen die Energiepreise, die, wie ich gerade skizziert habe, durch die EU in immer größere Höhen getrieben werden, für ihn nicht mehr haltbar sind. Die IHK hat vor kurzem die Zahlen bekannt gegeben und die lauten, jedes dritte große deutsche Unternehmen möchte Deutschland verlassen, weil die Energiepreise nicht mehr zu schultern sind. Wohin gehen die Unternehmen? Sie gehen in die USA, wo die Energiepreise bis zu fünffach niedriger sind. Ist das kluge Politik? Das ist die EU-Politik. Das ist die Politik, hinter der die CDU steht. Und deswegen brauchen wir eine reduzierte EU beziehungsweise einen neuen Bund europäischer Staaten. Wie gesagt, wir haben nichts gegen einen gemeinsamen Markt, den wollen wir auch. Wir wollen einen Schutz der Außengrenzen. Aber ansonsten brauchen wir Selbstständigkeit. Wir brauchen keinen Superstaat. Wir brauchen keinen Zentralismus mit 50.000 Bürokraten. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Das können wir uns sparen. Also machen wir erst mal einen Faktencheck. Den machen wir auch. Das Verbrennerverbot hat die CDU verhindert. Steht in Ihrem Europawahlprogramm. Gucken Sie nach. Ach, das verhindert die CDU. Aber jetzt machen wir da erst mal. Wir gehen an die Zuschauer. Es gibt auch einen alternativen Faktencheck auf meinem X-Account. Wir bleiben einfach mal sachlich. Ja, natürlich. Sie müssen nicht nervös sein hier. Sonst geht im Kern um eine ganz simple Frage. Das, was Sie wollen, ist aus der Europäischen Union aussteigen. So, und das, was Sie wollen, sind leere Regale in Supermärkten in Deutschland. Sie wollen, dass... Das hat mir der Corona-Zeit ja zur Genüge. Ich lasse Sie ausreden. Es wäre in Ordnung, wenn Sie mich auch ausreden lassen würden. Und wenn wir uns angucken, leere Regale im Supermarkt, Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen im Wohlstandsvernichter. Sie legen quasi die Axt und brechen das Rückgrat der stärksten Exportnationen, die es innerhalb Europas gibt. Und das, was Sie hier wollen, das gibt es am Leben im Beispiel. Gucken Sie sich das doch an. Der Brexit, den wir gerade erlebt haben. Der Brexit führt dazu, dass in Großbritannien mittlerweile Leute ärmer dran sind, als bevor sie mit der Europäischen Union gemeinsam waren. Und das ist etwas, das können Sie nicht wegdiskutieren. Ich war diese Woche bei einem Thüringer Unternehmen. Die haben 70 Prozent Exportquote in den europäischen Markt. Als ich dort am Band in der Parkiermaschine mit der Mitarbeiterin geredet habe, die war stolz. Die hat ein Produkt gemacht, das war am nächsten Tag in Frankreich. Da war die stolz drauf. Die arbeitet 25 Jahre in dem Unternehmen. Und die sagt, es ist doch gut, dass wir unsere tollen Thüringer Produkte entwickeln können. Und das, was Sie wollen, ist nichts anderes. Sie wollen Zollschranken, Sie wollen den Euro abschaffen und damit Wechselkursinstabilitäten produzieren. Sie wollen im Prinzip etwas, was uns erfolgreich gemacht hat. Wir sind das erfolgreichste Land. Jedes zweite Produkt, was Deutschland exportiert, geht in die Europäische Union. Und das wollen Sie abschaffen. Und deswegen ist genau das Ziel, was Sie haben... Wir haben schon sehr lange Ausführungszeit hier. Ich sage Ihnen ganz simpel, diesen Abstieg für Deutschland, Und das, worum es im Kern aber bitte schön geht, ist doch was ganz Simples. Glauben Sie wirklich, dass sich Unternehmen in Thüringen niederlassen, wenn genau diese Versprechen, die Sie versuchen umzusetzen, Wirklichkeit werden? Das bedeutet doch nichts anderes. Herr Fock, Sie können jetzt ja keine Monologe halten. Also wir haben eine begrenzte Sendezeit von 45 Minuten. Sie scheinen sehr nervös zu sein, wenn es um die Argumente geht, Herr Höcke. Es geht nur darum, dass Sie jetzt ganz viele Sachen in den öffentlichen Augen gestellt haben, die nicht unkommentiert bleiben können. Es ist falsch, dass der Brexit Großbritannien geschadet hat. Gucken Sie auf die aktuellen Zahlen zum BIP. Deutschland steckt in der Rezession. Es ist so. Und die britische Wirtschaft, die ist zumindest stabil. Und die Perspektiven sind wesentlich besser für Großbritannien als für den Euro-Raum. Das sind die aktuellen Zahlen. Die Klimapolitik der EU, die die maßgebliche Agenda ist, hinter der Sie stehen, deren Folge die CO2-Bepreisung ist, deren Folge ist, dass die Energiepreise in der EU immer weiter durch die Decke gehen, hat dazu geführt, und der Kampf gegen den Verbrennermotor als Kampf gegen die deutsche Automobilindustrie, und das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, das werden Sie nicht in Abrede stellen, hat dazu geführt, dass wir gerade in der Thüringer Automobilzulieferindustrie massive Probleme haben, massive Probleme haben. Gerade letzten Monat ist das große Werk in Brottorode geschlossen worden. Andere Werke werden noch folgen. Wir haben schon 2020 in einer Kampagne als AfD in der Fraktion im Thüringer Landtag bei vielen Betrieben gestanden, haben mit den Mitarbeitern gesprochen und die haben genau das so analysiert. Die künstlich in die Höhe getriebenen Energiepreise brechen uns das wirtschaftliche Knick. Der hysterische Kampf gegen den Diesel, den Sie aufrangetrieben haben mit Ihrer Klimapolitik, bricht unserer Automobilindustrie in ganz Deutschland das Knick. Sie sind eine Wohlstandsvernichterpartei, Herr Vogt, bzw. Ihre Partei ist das. Und die EU spielte ein ganz schlechtes Spiel für Deutschland. Wir brauchen eine EU für den kleinen und Mittelstand. Wir brauchen eine EU für die Angestellten und Arbeiter, für die Familien. Aber wir brauchen keine EU der Großkonzerne. Diese EU schützt uns, diese EU ist eine Globalisierungsinstanz, die die Nation und den Wirtschaftstraum Europa in einer Art und Weise gleichschaltet, wie das der europäischen Tradition zuwiderläuft. Und das ist nicht Europa. Europa ist Vielgestaltigkeit, Europa ist Kleinteiligkeit. Europa ist alles andere als die EU. Wir brauchen dieses zentralistische Bürokratenmonster nicht. Herr Vogt, die AfD punktet in Thüringen mit dem Anti-EU-Kurs, ist derzeit in den Umfragen stärkste Kraft und dem Bund sogar auf Platz zwei. Wie erklären Sie sich, dass es Ihrer CDU offenbar nicht gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der EU ausreichend zu vermitteln? Die Thüringer sind pro-europäisch, die wollen eine starke europäische Euro. Ja, aber nicht pro EU. Und den Faktencheck, den sollten wir hier gleich live am Pult liefern. Es gibt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die haben genau analysiert, was ihr Plan bedeuten würde für Deutschland. Ich habe Sie aber was anderes gefragt gerade, Herr Vogt. Warum gelingt es der CDU nicht die Vorteile zu vermitteln? Ich will auf diesen Punkt hinweisen, weil es wichtig ist für die Wähler, weil die ändern heute Abend auch ihre Meinung in Thüringen über diese Frage. Das, was Herr Höcke möchte, bedeutet nichts anderes, dass die Thüringerinnen und Thüringer, die Arbeitnehmer, 1000 Euro weniger im Portemonnaie haben pro Jahr. Das ist die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wenn wir aus der EU aussteigen, wenn wir diese Chancen nicht nutzen, dann führt das am Ende dazu, dass die Thüringer ärmer sind. Aber warum ist es Ihrer CDU bisher nicht gelungen, diese Vorteile den Bürgern zu erklären? Deutschland war schon vor dem Ersten Weltkrieg die größte Industrienation Europas. Sie war zur Zeit der EWG, war Deutschland die größte Industrienation Europas. Und sie wird auch nach einer EU die größte Industrienation Europas. Herr Höcke, Sie haben Sie eines eingefordert, vielleicht Sie können es auch gegenüber Herrn Vogt auf die Frage zu antworten. Ich habe die Frage zum Dritten mal gestellt, hätte jetzt gerne eine Antwort. Klar, wir als CDU sind mittlerweile zweitstärkste Kraft und wir kämpfen darum, Erste zu werden. Und deswegen haben wir dieses Duell heute Abend. Und ich finde, wir müssen die Unterschiede deutlich machen, weil das, was Herr Höcke vertritt, das ist ein Risiko, das ist schädlich für Deutschland, das ist eine Katastrophe. Und genau aus diesem Grund diskutieren wir über die harten sachlichen Fakten. Es ist einfach, ihn in Faschisten zu nennen. Das muss ich nicht machen. Das hat ein Gericht schon gemacht. Sondern es geht um eine andere Frage. Es geht um die Sachauseinandersetzung, was seine Politik an Schaden für Deutschland produziert. Und das werden wir als CDU deutlich machen im Wahlkampf. Und ich spüre viel Zuspruch. Innerhalb der letzten zwei Monate hat Herr Höckes Partei sieben Prozentpunkte verloren. Wir haben zwei zugelegt. Wir sind in den neuesten Umfragen sechs Prozentpunkte hinter ihm. Und wir werden stärkste Kraft werden. Herr Vogt, Herr Höcke, wir würden ganz gerne mit dem Themenbereich Wirtschaft weitermachen. Eigentlich sind wir schon so ein bisschen drin durch das EU-Thema. Wir würden da noch ein bisschen genauer drauf schauen. Herr Höcke, im Sofortprogramm Ihrer Partei steht, und ich zitiere wörtlich, Bürger und Unternehmen sollen entlastet werden. Wie sollen sie entlastet werden? In dem die Strom- und die Energiesteuer auf ein Minimum gesenkt, so wie die Luftverkehr- und Grundsteuer, CO2-Abgabe und der Soli ersatzlos gestrichen werden. Dadurch würden aber dem deutschen Staat Einnahmen in Höhe von knapp 50 Milliarden Euro entgehen. Das sagt unter anderem das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Wie würden Sie eine solche Lücke im Haushalt denn stopfen? Von wo nehmen, wenn ich es hier entlaste? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir haben natürlich Einsparpotenzial ausgemacht. Denken Sie bitte an den großen Posten Entwicklungshilfe. Über die gesamten Einzelpläne des Bundeshaushalts haben wir da eine Summe von etwa 60 Milliarden Euro aufgeklärt. Die werden ausgegeben für Gender-Projekte in Afrika. Die werden ausgegeben für Wärmedämmung in Ulaanbaatar. Die werden ausgegeben für Entwicklungshilfe in China und für China und Indien. Unsere großen Konkurrenten auf dem Weltmarkt für Radwege in Peru. Da kann man massiv zusammenstreichen und da kann man massiv sparen. Da haben wir schon viele 10 Milliarden Euro gespart. Bei der Migrationspolitik, es war ja Ihr Haus, Ihr Blatt, die Welt, die auch mal vor kurzem Gott sei Dank die Zahlen transportiert hat. Die illegale Einwanderung, die leider ja auch von der CDU maßgeblich initiiert worden ist, hat uns oder kostet uns pro Jahr 50 Milliarden Euro. Jetzt nehmen Sie die Entwicklungshilfeposten und nehmen Sie die 50 Milliarden, dann sind Sie schon bei 60, also insgesamt bei 110. Aber wir wollen die Entwicklungshilfe nicht ganz zusammenstreichen. Aber wir sind auf jeden Fall bei 70, 80 Milliarden Euro im Jahr. Das Geld ist da. Es wird nur nicht im deutschen Interesse ausgegeben. Und das muss wieder das Primat der deutschen Politik sein. Das Geld, das vom deutschen Steuer hart erarbeitet wird, unterwirtschaftet wird, vier Zwecke für das eigene Land auszugeben. Weil jetzt gerade viele Zahlen hier durchs Studio fliegen. Nochmal der Hinweis ans Publikum. Wir checken diese Zahlen. Morgen auf welt.de gibt es den Faktencheck. Herr Vogt, aber auch an Sie die Frage. Sie fordern ebenso Steuersenkungen. Wie würden Sie die im Staatshaushalt gegenfinanzieren? Ja, das, was wir im Bundeshaushalt machen wollen, ist natürlich, uns auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Und ich sage es Ihnen relativ simpel. Die zwei Dinge, die ich momentan erlebe, wenn ich im Land unterwegs bin, in Thüringen, es regt die Leute wahnsinnig auf, dass wir die Ungerechtigkeit haben am Arbeitsmarkt. Eine Kassiererin, die arbeitet 39 Stunden, die strengt sich richtig an und die hat wirklich ein Gefühl, dass es ungerecht zugeht in diesem Land. Weil Menschen, die arbeiten könnten, nicht arbeiten. Stichwort Bürgergeld. Und genau aus diesem Grund würden wir auch hier klipp und klar sagen, es muss eine Konzentration gehen. Und der Maßstab, jeder, der arbeiten kann, der muss auch tatsächlich arbeiten. Und derjenige, der arbeitet, der muss mehr haben, als derjenige, der nicht arbeitet. Und es bedeutet unter anderem auch, das Bürgergeld für diejenigen einzuschränken, die auch aus anderen Staaten kommen, weil das ist eine Ungerechtigkeit, die die Leute nicht verstehen. Der zweite Punkt ist, wir wollen natürlich auch, dass wieder Fleiß sich lohnt. Leistung muss sich lohnen in diesem Land. Der Fleißige darf nicht der Dumme sein. Ich war kürzlich in einem Thüringer Unternehmen, Horsch, die stellen Landmaschinen her und dort sagt mir die Belegschaft, Herr Vogt, wir würden gerne mehr arbeiten, aber es bleibt in unserem Portemonnaie nichts hängen. Von jedem Euro, den Sie dazu verdienen, bleiben 41 Cent bei Ihnen. Der Rest geht an den Start. Und deswegen haben wir als CDU gesagt, okay, wir wollen die Überstunden steuerfrei stellen, weil wir wollen, dass die Menschen wieder mehr am Portemonnaie haben. Und darum geht es. Leistung muss sich in diesem Land wieder lohnen. Und das jetzt eben auch voraus, wenn wir das tun, dann haben wir mehr Steuereinnahmekraft. Und durch dieses Wachstum wird das genau aufgenommen, was wir auch tatsächlich wollen. Herr Kollege Vogt, ich muss direkt auf antworten. Es brennt jetzt einfach auf meiner Zunge in Anführungszeichen. Kollege Vogt, das war wieder dieser typische Konrad-Adenauer-Stiftungssound. Dieses Aneinanderrein von Worthülsen und von Phrasen. Sie, sehr geehrter Kollege Vogt, Ihre Partei, die CDU, ist mit Abstand die längste Regierungspartei im Bund und auch in Thüringen. Warum haben wir denn diese fast weltweit einzige Abgaben- und Steuerbelastung? Weil Sie in den letzten Jahrzehnten versagt haben. Und vor jeder Wahl versprechen Sie den Wählern das Blaue vom Himmel. Das glaubt Ihnen doch keiner mehr. Das nimmt Ihnen doch keiner mehr ab. Und ich glaube, die Art und Weise, wie Sie gerade hier vorgetragen haben, ist eine Ursache für die Politikverdrossenheit im Land. Die Leute wollen sich nicht länger an der Nase herumführen lassen. Sie wollen nochmal, dass das Geld, das hier erwirtschaftet wird, auch im Land bleibt. Vor allen Dingen die Rentner, die müssen wir denken. Wenn Millionen Rentner, die in schwierigen Verhältnissen sind, die in bitterster Armut stellenweise leben. Ich bin zu zig Bürgerdialogen unterwegs gewesen in den letzten Jahren in Thüringen, wo hunderte Bürger mich besuchen und die kommen danach und haben Tränen in den Augen. Sie weinen, diese Menschen weinen von mir und sagen, wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Das Geld reicht nicht mehr zum Leben. Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, 45 Jahre, manche sogar 50 Jahre, gehen mit 900, 950 Euro Netto-Rente nach Hause. Das geht nicht. Das muss sofort aufhören. Wie gesagt, das Geld ist da. An die Rente müssen wir ran. Die Rente muss reformiert werden, damit für unsere Leute das Geld zum Leben auch im Alter reicht. Aber wenn ihr schon den Anwurf macht, dann will ich es auch klipp und da sagen. Der Bürokratie-Index, können Ihre Faktenchecker sich mal angucken? Ich weiß, mit Faktenchecking haben Sie es ja nicht. Sie sind ja bei den... Doch, auf meinem X-Account werden gerade die Fakten gecheckt. Und wenn wir uns den Bürokratie-Index 2021 angucken, dann werden wir feststellen, dass der am niedrigsten war, weil die CDU Bürokratie abgebaut hat. Dass es noch mehr gilt, auf europäischer Ebene werden wir für jede neue Regelung zwei streichen, dass wir das in Deutschland tun. Das ist etwas, was wir als Union wollen. Aber im Kern geht es um was anderes. Im Kern geht es doch wieder darum, dass die fleißigen Leute in diesem Land tatsächlich auch was davon im Portemonnaie haben. Und dafür haben Sie nichts in der Tasche. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was Sie wollen mit Ihrem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Deutsche Produkte werden teuer im Ausland. Dadurch werden sie nicht mehr abgenommen. Und das führt dazu, dass wir Mittelständler, kleine Unternehmen und dann die Handwerker, die die unterstützen, alle hängen lassen. Das ist Ihre Politik. Und das führt zu Wirtschaftsvernichtung in diesem Land. Die EU ist der Hauptproduzent von Bürokratie. Die Lieferkettenrichtlinie ist im Bundestag von Ihrer Fraktion durchgewunken worden, sogar noch in verschärfter Form. Die Lieferkettenrichtlinie ist abgelenkt worden. Das Lieferkettengesetz. Ja, das ist eine andere Baustelle. Die Vorgabe kam doch auch aus Europa. Nein, stopp, ich muss dieses Beispiel davon ausführen. Das Lieferkettengesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine Gehacktesbrötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen. In Thüringen heißt das Gehacktes, wenn Sie sich in der Hand auskennen. Sie haben gerade gesagt, Gehacktesbrötchen. Nein, Sie haben nicht gesagt. Es ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir Gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt, nett, weil nicht jeder Gehacktes versteht. Das sollen Sie mir auch zugestehen. Wir müssen an dieser Stelle auch mal einen Haken schnitten kommen. Dieser Mexiker muss einen Antikorruptionsbeauftragten vorhalten, wenn er Gehacktesbrötchen an Opel liefern will. Das ist das Ergebnis der Politik. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Thema. Sie haben, glaube ich, beide Ihre Punkte in Sachen Wirtschaft gemacht. Sie haben es eingangs schon gesagt. Wir haben nicht leider unendlich Zeit und wir haben so viel noch zu besprechen. Lassen Sie uns mit dem Thema weitermachen. Gehackte Brötchen sind auch ein deutsches Thema oder gehack auf Brötchen. Aber ich glaube, Migration ist das große Thema. Ich kenne niemanden hier im Land, den es im Moment nicht bewegt. Und es ist natürlich auch in Ihren Wahlkämpfen, in Ihren Parteien ein Thema, was hochgehandelt wird, worauf man schaut und wo man natürlich auch nach Lösungen guckt. Das tun die Deutschen vor allen Dingen. Deshalb die Frage an Sie beide. Welche schnell, schnell umsetzbaren Maßnahmen, weil wenn wir in die Kommunen schauen, dann sehen wir, das muss auch schnell gehen. Hätten Sie denn parat, um bei der Migration wirklich an Stellschrauben zu dehnen, unter anderem auch bei der Illegalen? Herr Vogt, vielleicht zuerst. Ja, klar. Die Migration ist und die illegale Migration ist ein Riesenproblem. Das ist ein Zustand, den kann man nicht weiter akzeptieren. Ich habe bei mir im Wahlkreis Kindergärten, da können Deutsche keine Plätze erhalten, weil sie für Ausländer reserviert sind. Das ist der falsche Weg. Und deswegen müssen wir bei dem Thema illegale Migration eine ganz klare Strategie fahren. Null illegale Migration in Deutschland. Das setzt voraus, harte rechtsstaatliche Unterstützung für unsere Polizei, für unsere Justizbehörden. Zweitens, konsequentes Rückführen und Abschieben. Und das dritte, absolute Begrenzung durch Außengrenzenschutz bei der illegalen Migration. Und jetzt sage ich Ihnen eins, wir haben ein klares Prinzip als CDU in Thüringen. Wer arbeitet, wer sich an Recht und Gesetz hält, wer zu Recht hier ist und wer sich an unsere Leitkultur hält, der bleibt. Derjenige, der Recht verletzt, der geht. Und wir haben das konkret in Thüringen umgesetzt. Und ich will Ihnen zwei Beispiele dafür nennen. Das erste ist, eine Landrätin in Thüringen hat als erste in Deutschland die Bezahlkarte eingeführt. Weil sie gesagt hat, wir wollen nicht, dass deutsches Geld ins Ausland fließt, sondern wir wollen klarstellen, dass das Geld sachgerecht eingewendet wird. Und das zweite ist, ein Landrat der CDU in Thüringen hat durchgesetzt, dass die Arbeitsverpflichtung in Gemeinschaftsunterkünften stattfindet. Das heißt, für das Geld, für das man was bekommt, müssen auch Flüchtlinge arbeiten. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Und wissen Sie was? Die AfD hat einen einzigen Landrat in Deutschland, in Thüringen, in Sonneberg. Und die harte Haltung, die Herr Höcke immer versucht zu vertreten, würde ja bedeuten, dass die AfD dort beginnt. Aber was passiert? Keine Bezahlkarte, keine Arbeitsverpflichtung, nichts. Und das ist, die Backen aufblasen, Probleme beschreiben, aber kein einziges Thema lösen. Herr Höcke, nur zu. Herr Vogt, es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Grenzen geöffnet hat, beziehungsweise nicht geschlossen hat und die die Willkommenspolitik ausgerufen hat. Ab 2015 sind in den Folgejahren 10 Millionen Menschen zu uns gekommen, viele von denen illegal. Die Gesamtkosten dieser Zuwanderung belaufen sich laut Professor Raffelüchen auf 5,8 Billionen Euro. Billionen Euro, das ist die Nachhaltigkeitslücke. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Die Gewaltkriminalität explodiert durch die illegale Einwanderung. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Unsere Sozialsysteme stehen kurz vor dem Kollaps. Mittlerweile haben wir in NRW mehr als 50 Prozent Bürgergeldempfänger, die Zuwanderer sind. Sie haben das Land mit Ihrer Migrationspolitik an den Rande des Kollaps geführt. Und jetzt, nachdem Sie das Kind in den Brunnen geworfen haben, beginnen Sie das Wasser ab. Zu schöpfen und Symptompolitik zu machen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr. Ich glaube, das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Wer nach Deutschland kommt, kriegt diese üppigen Sozialleistungen nicht mehr. Wir müssen den Sozialstaatsmagneten stillstellen. Den müssen wir runterfahren. Und ich glaube, das ist das wirksamste Mittel, um die illegale Migration zu stoppen. Danach brauchen wir natürlich auch noch den Grenzschutz. Wir brauchen entsprechende Remigrationsanreize. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Das ist ein Programm, das dauert sicherlich auch Jahre. Der Schaden ist immens. Er ist über Jahre angerichtet worden. Wir werden viele Jahre brauchen, den Schaden wieder zu reduzieren. Aber da müssen wir ran. Nur die CDU, wie gesagt, wenn die sich jetzt hier als Gärtner anbietet, muss man sagen, sie ist der Bock, der das Ganze verbockt hat. Jetzt haben wir gerade vor allem über illegale Migration gesprochen. Ihr Bundesland ist geschrumpft seit der Wende von 2,5 auf 2,1 Millionen Einwohner. Eine halbe Million Menschen sind weniger dort. Um das zu kompensieren, brauchen Sie auch Fachkräfte aus dem Ausland, um den Fachkräftemangel zu bewältigen? Ja, klar brauchen wir die. Und ich will jetzt mal bei den Zahlen bleiben, damit wir hier keinen Sand ins Getriebe stellen. Das funktioniert auf seinem AfD-Parteitag mit den 10 Millionen. Aber jetzt machen wir mal einen Faktencheck. 3,8 Millionen haben Asylanträge gestellt, 2,1 Millionen Flüchtlinge haben. Er wirft diejenigen in einen Topf, die als Fachkräfte zu uns kommen. Unter anderem auch die 50.000 Europäer, die in Thüringen arbeiten, die wir tatsächlich brauchen. Und deswegen ist doch vollkommen klar, wir müssen klarer unterscheiden, wen brauchen wir als Fachkräfte, die sind uns herzlich willkommen. Und wer versucht, sich ein besseres Leben hier in Deutschland zu schaffen? Das ist nicht unanständig, wir sind ein tolles Land, aber hier darf sich nicht jeder frei aufhalten, sondern wir als Staat müssen wissen, wer da ist. Deswegen Stopp mit der illegalen Migration. Und das Zweite ist ganz klar Fachkräftegewinnung für diejenigen, die wir brauchen. Und tatsächlich ist das so. Herr Höcke, braucht Thüringen Fachkräfte aus dem Ausland, ja oder nein? Ich verstehe es nicht, Herr Vogt. 10 Millionen Zuwanderer in den letzten knapp 10 Jahren, dass wir überhaupt noch von Fachkräftemangel reden müssen. Das ist doch eigentlich schon der Beleg für das Totalversagen Ihrer Politik. Ganz klare Frage. Brauchen Sie auch Fachkräfte aus dem Ausland, ja oder nein? Wir brauchen vor allen Dingen die Nachqualifikation von jungen Leuten in Deutschland. Wir haben in der Alterskohorte 20 bis 34 Jahre, drei Millionen junge Leute ohne Berufsabschluss. Die müssen wir erst mal zu Fachkräften ausbilden, bevor wir nach Zuwanderung aus dem Ausland rufen. Weil diese Menschen sprechen ja schon unsere Sprache. Nehmen Sie das denn aus grundsätzlichen Gründen ab? Nein, nicht grundsätzlich. Aber wir brauchen ein Gesamtpaket. Das heißt, wir brauchen eine Familienoffensive. Wir müssen das Kinderkriegen in Deutschland wieder fördern, damit wir diese demografische Katastrophensituation verlassen. Dann brauchen wir eine Remigrationsinitiative und zwar für die Deutschen, für die anderthalb Millionen Deutschen, hochqualifizierte junge Leute, die wegen der hohen Abgaben und Steuerlast, weil ihre Kinder in den deutschen Schulen nichts mehr lernen und weil sie das Meinungsklima in Deutschland nicht mehr ertragen konnten, in den letzten 30 Jahren ausgewandert sind. Die müssen wir zurückholen. Und dann brauchen wir drittens auf jeden Fall natürlich auch die Überlegung, wie wir Thüringen attraktiv machen, damit die Fachkräfte, die bei uns dann ausgebildet werden, auch bei uns bleiben. Das große Problem Thürings ist, dass die Altparteien Thüringen zu einem Niedriglohnland gemacht haben. Die Menschen kommen, werden ausgebildet und ziehen dann weiter, weil das Lohngefüge woanders besser ist. Und da müssen wir rangehen. Wir müssen Thüringen attraktiv machen für die Menschen, vor allen Dingen für die Thüringer, die aus Thüringen weggegangen sind, die wir zurückhaben. Ich würde, darf ich ganz kurz einhaken, weil wir auch weiter wollen so ein bisschen. Aber darf ich bei dem Fachkräftethema noch einen Fakt einwerfen, weil der ganz entscheidend ist. Wir haben in Thüringen mittlerweile eine Situation am Arbeitsmarkt, wo wir händeringend Fachkräfte suchen. Tatsächlich ist es so, dass 10% der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen. Das ist etwas, wo wir einen konkreten Plan haben, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ausländische Fachkräfte helfen uns zum Beispiel im medizinischen Bereich gerade sehr. Jeder vierte Arzt an Kliniken in Thüringen kommt aus dem Ausland, hat einen ausländischen Pass. Irgendwann wird der Höcke vielleicht auch mal in einem Klinikum liegen. Und wenn er dann den Knopf drückt und wenn seine Politik Wirklichkeit wird, dann kommt dann irgendwann niemand, wenn er den Knopf drückt. Und das ist die Realität. Deswegen, Fachkräfte brauchen wir, aber es braucht eine Klarheit darüber, wie wir unterwegs sind. Und die Fachkräfteanwerbung gelingt nur, wenn wir eine Offenheit haben, eine Weltoffenheit, die Thüringen ausmacht. Wissen Sie, wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikalpopulistisch. Ich habe gar nichts gegen ausländische Ärzte, aber ich habe etwas gegen die Problemlage, dass wir in Deutschland eigentlich genug Mediziner ausbilden an deutschen Universitäten auf Steuerzahlerkosten und dass diese dann in Deutschland ausgebildeten Mediziner lieber in die Schweiz gehen, lieber nach England gehen, lieber nach Norwegen gehen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Deutschland für wirkliche Fachkräfte so unattraktiv geworden ist, auch für internationale Fachkräfte, dass die einen großen Bogen um Deutschland machen. Die wollen gar nicht nach Deutschland, weil die Steuer- und Abgabenlast so hoch ist, weil der Bürokratiewahnsinn hier über alle Grenzen aufgewuchert ist, weil dieses Land ein Land ist, in dem man nicht mehr richtig atmen kann, weil die Meinungsfreiheit eingegrenzt ist. Das ist die Situation. Ja, Sie brauchen jetzt hier keine Luftblasen zu produzieren. Sie sind ja zuständig beziehungsweise verantwortlich für den miserablen Zustand dieses Landes. Nehmen Sie mal raus und fragen Sie mal die Leute, ob der Zustand dieses Landes ein Guter ist. Das ist ein Begriff, den Herr Höcke vorhin schon mehrfach aufgeworfen hat, der in den vergangenen Wochen auch für bundesweite Diskussionen und teilweise auch für Proteste bundesweit gesorgt hat, nämlich Remigration. Die Frage geht an Sie beide. Was verbinden Sie konkret mit dem Begriff Remigration? Herr Vogt. Also ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Ich habe mir Herrn Höckes Rede am 12. Dezember 2023 in Gera angeguckt. Da spricht er davon, dass 20 bis 30 Prozent, auf die Deutschland verzichten kann. Damit meint er übrigens nicht nur Ausländer, nicht nur Asylsuchende, sondern nicht angepasste Deutsche. Das heißt, Deutsche, die einen Pass haben, die sollen Deutschland verlassen. Das ist Remigration für ihn. So und jetzt 25 Prozent. Ich übersetze es mal. Das ist so ungefähr ein Viertel unserer Bevölkerung. Das heißt doch nichts anderes. Wie soll es denn ablaufen? Wie weit wird denn dann im Stammbaum zurückgegangen? Wer passt denn dann nicht ins Bild? Heißt es dann eins, zwei, drei, raus? Das ist doch in gewisser Weise die Philosophie, die Herr Höcke hier vertritt. Und deswegen, das ist eine absolut menschenunwürdige Vorstellung. Ich will, dass Deutsche sich hier sicher fühlen und dass sie nicht unter der AfD zwangsausgewiesen werden können. Ich habe jetzt nicht von Deportation gesprochen. Herr Höcke, was bedeutet der Begriff Remigas und für Sie ganz komplett? Szentuell ist ja ein Redeabgleich und Ausdeutsch zwischen uns beiden. Herr Vogt, ich freue mich, dass Sie sich mal eine Rede angehört haben. Aber anscheinend haben Sie diese Passage nicht verstanden. Und ich will Ihnen das nochmal erklären. Bei den 20 bis 30 Prozent ging es um das, was auf Thüringen und Deutschland zukommt, nämlich der Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahrzehnten, den wir in dieser Größenordnung leider zu verzeichnen haben werden, wegen der nicht vorhandenen, wegen der desaströsen Familienpolitik der Altparteien inklusive der CDU. Deswegen sagen wir als AfD Thüringen auch, wir brauchen eine Familienoffensive. Das Kinderkriegen in Thüringen wird unter einer AfD-Regierung nicht mehr am Geld scheitern. Darauf bezogen sich die 20 bis 30 Prozent. Da haben wir ein großes Defizit, da haben wir ein großes Versagen der Altparteien und da müssen wir ran. Und wie gesagt, Remigration ist ein Alltagsbefund. Jeden Tag remigrieren, remigrare, lateinisch zurückwandern, migrieren Menschen zurück in ihre Heimat. Das ist ein normaler Vorgang. Aber mir geht es vor allen Dingen um die hochpartizierten... Die tun das aber meistens freiwillig, Herr Höcke. Ja, mir geht es aber vor allen Dingen um die deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland leben, weil sie aus Deutschland geflohen sind. Das ist eine ganz neue Definition, die haben wir von Ihnen bisher noch gar nicht gehört. Das ist eigentlich eine alte Definition von mir. 1,5 Millionen Menschen, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, sind in den letzten 30 Jahren ausgewandert, überdurchschnittlich gut qualifiziert. Die müssen wir zurückholen in unser Land, die müssen wir wieder für Deutschland begeistern. Also Sie nehmen Abstand von der Remigration derjenigen, die hier sind? Das müssen wir ganz besonders vorantreiben. Also ich hätte Ihnen mehr Mumm zugetraut, dass Sie zu Ihren Thesen stehen. Ich zitiere jetzt einfach mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben aus Ihrem Buch, damit Sie mir nicht vorwerfen, dass ich Sie falsch zitiere. Seite 257 aus Ihrem Buch. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach sind. Da geht es nicht um den demografischen Faktor. Da geht es um die Deutschen, die Ihnen nicht ins Bild passen. Das haben Sie auch nicht verstanden. Und jetzt sage ich Ihnen was ganz Simples. Es gibt viele Unterschiede, die christliche Demokraten von Ihnen als AfD-Mann unterscheiden. Aber das ist der Kernbestandteil. Der Kernbestandteil besteht darin, dass ich jeden Mensch wertschätze. Dass ich ihn nicht auf ein einziges Merkmal reduziere. Sei es seine Hautfarbe, sei es seine Religion. Sondern ich glaube daran, dass jeder etwas kann. Das ist die Würde des Menschen unantastbar. Aber hier im Grundgesetz steht das drin. Und das, was Sie wollen, ist diejenigen, die anders sind, die nicht in den Kram passen. Das ist Ihre völkische These. Die wollen Sie alle raushaben. Irgendwann sind es die Brillenträger. Und genau deswegen, Herr Höcke, dieser völkische Müll, der darf mein Heimatland Thüringen nicht führen. Und deswegen kämpfe ich. Lieber Herr Vogt, das ist ja schön, dass Sie mir einen Halbsatz aus meinem Buch zitieren. Den hätten Sie aber nicht aufschreiben müssen. Den hätten Sie eigentlich auch aus dem Kopf zitieren müssen. Diese Passage ist ja eingebettet in einen Kontext. Vielleicht lesen Sie sich zumindest die Seite nochmal durch, wenn Sie auch nicht das ganze Buch lesen. Das ich Ihnen aber wirklich zur Lektüre empfehle, weil das sicherlich auch einiges noch in den Hintergrundinformationen bietet. Diese Passage mit den Volksteilen, die wir verlieren, bezieht sich ja vor allen Dingen auf diejenigen, die laut schreiend durch Deutschland laufen, Plakate vor sich hertragen, wo draufsteht Deutschland, du mieses Stück Scheiße, Deutschland, Verrecke, Bomber Harris, do it again, oder die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Ich glaube, die haben wir schon. Es geht um Menschen mit Pass, mit deutschem Pass. Ich glaube, die haben wir schon. Es geht darum, was ich in diesem Buch, an dieser Passage, in dieser Passage ausgedrückt habe. Lesen Sie es nachher. Das kann man nochmal ganz deutlich so sagen. Das ist ein Buch, das natürlich einen gewissen philosophischen Tiefgang hat, das keinen aktuellen Themenbezug zur Remigration ist. Doch, 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 Herr Höcke hat es nicht aus. Dann ganz konkret nachher. Wir kommen jetzt mal vom Allgemeinen in speziell. Wir haben natürlich Ihr Buch auch in Auszügen gelesen. Auszügen gelesen. Da ist uns aufgefallen, dass Sie zum Beispiel in Bezug auf die in Hamburg geborene SPD-Politikerin Frau Oesus geschrieben haben, sie habe in Deutschland nichts verloren, weil sie jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen wolle. Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen? Also, ich habe, das Buch ist mittlerweile jetzt schon sechs Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes... Aber dann distanzieren Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Buch, oder? Als Zitaten, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Nur, Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nein, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesus in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesus in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann Sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich Sie noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. Ich müsste dann im Originaltext dann mal nachdenken. Ich kann Ihnen noch mal zeigen, meine Moderationskarte. Nochmal, die Position der AfD ist doch ganz klar. Nein. Doch, es geht mir jetzt wirklich genau um diese Frage, ob Sie immer noch finden, dass Frau Oesus in Deutschland nichts verloren hat. Das ist eine legitime Frage, auf die ich jetzt gerne eine Antwort hätte. Nochmal, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr parat. Ich lese es Ihnen noch mal vor. Es ist eins zu eins korrekt, seit 180. Durch davon, dass die in Deutschland geborene Politiker Frau Oesus in Deutschland nichts verloren hat. Welches Zitat... Das ist ein wörtliches Zitat, Sie können sich sicher sein, dass wir das... In welchem Kontext dieses Zitat steht, ist jetzt nicht klar. Okay, dann halte ich fest, Sie verweigern eine Antwort auf meine Frage. Nein, ich habe nur gesagt, in welchem Kontext dieses Zitat steht, ist für mich jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Das ist die Antwort, die Frau... Wie heißt sie noch mal? Frau Oesogus. Oesogus, ja. Bundestagsvizepräsidentin. Ja, man kann ja nicht alle Politiker kennen in dieser Republik, nicht wahr? Aber Sie haben geschrieben, sie lasse jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen. Ich glaube, das ist... Ich habe die Dame jetzt nicht mehr wirklich auf dem Schirm, aber ich glaube, sie hat sich einige Male sehr abfällig über deutsche Kultur geäußert. Kann das sein? War das vielleicht der Hintergrund? Das liegt in Ihrer Bewertung, wie Sie sich geäußert haben. Herr Höppe, vielleicht drehen wir es andersrum und fragen einfach ganz konkret mit den Re-Migrationsplänen, nicht die neue Variante, die Sie gerade auch genannt haben, nämlich Deutsche zurückkommen. Die ist durchaus spannend, können wir auch noch drüber sprechen, sondern die, für die die AfD bislang bekannt ist und die Sie ja durchaus auch in diesem Buch ein paar Mal erwähnt haben, nicht nur dort. Ganz konkret, jemand, der einen Migrationshintergrund hat, aber mittlerweile seit möglicherweise vielen Jahren einen deutschen Pass, deutsche Staatsangehörigkeit hat, zu Hause aber bosnische Musik und bosnisches Essen genießt. Darf der bleiben oder muss der gehen? Nein, der darf bleiben. Wir haben das auch niemals in Abrede gestellt. Es geht darum, dass die Illegalen im Lande, dass wir die versuchen, möglichst mit Anreizen Ja, natürlich, mit Sozialstaaten dazu zu bewegen, Deutschland wieder zu verlassen. Stehen Sie doch wenigstens zu dem, was Sie denken. Das ist doch absurd. Sie reden auf AfD-Parteitagen anders als wir. Stopp. Natürlich müssen wir auch Abschiebungen forcieren. Selbstverständlich. Sie verdrehen mir das Wort im Mund. Das haben wir niemals gesagt. Naja, das haben Sie indirekt gesagt, indem Sie und Ihre Parteikollegen von millionenfacher Remigration sprechen und nach unserem Kenntnisstand liegt die Gesamtzahl der Ausländer ohne jeden Aufenthaltstitel gerade bei 500.000. Also wie kommen Sie auf Millionen? Erklären Sie uns das. Also die millionenfache Remigration ist ein Faktum über die Jahre. Sie müssen ja das Ganze im Jahresverlauf sehen. Das heißt 5, 10, 20 Jahre. Aber wir haben ja jetzt schon eine Zuwanderung oder eine Abwanderung über mehrere hunderttausend Menschen im Jahr. Wenn Sie das ausfummieren, sind Sie ja schon bei millionenfacher Remigration. Nochmal, kontaminieren Sie doch das Wort der Remigration noch nicht so. Remigration ist ein wissenschaftlicher Begriff. Meines Wissens gibt es auch in einigen Städten sogenannte Remigrationsbeauftragte, die helfen den Menschen in ihre Heimat zurückzukehren und dort ein neues Leben aufzubauen. Wo ist das Problem? Und natürlich muss ein Staat, wenn er ein Rechtsstaat ist, auch die Möglichkeit haben, illegal Lebende abzuschieben. Ja, aber das ist ja unstrittig. Aber das ist doch unstrittig. Moment, die CDU macht es doch nicht. Gucken Sie doch bitte in Ihre Bundesländer. Da wird doch in minimalen Umfängen nur abgeschoben, Kollege Fug. Also ich bitte Sie, wir können das ja gerne mal überprüfen, wo Sie Ihren Ministerpräsidenten haben und wie stark dort abgeschoben wird. Also gucken Sie einfach nur zu Ihrem einzigen Landrat, den Sie haben. Der hat bisher noch nichts hingekriegt. Und das ist Ihre großen Wortschweilen und dieses Rumgeeiere, das finde ich bemerkenswert. Ich hätte wenigstens erwartet, dass Sie heute den Mumm haben, zu Ihren Thesen zu stehen. Aber dass Sie hier anders reden als auf Ihren Parteitagen, das zeigt mir doch nur eines. Dass Sie nicht zu der Konsequenz stehen, die Sie eigentlich wollen. Sie wollen Leute, die nicht in Ihren Kram passen, die einen deutschen Pass haben. Und ich habe mir Ihre Passage en detail angehört, 12. Dezember 2023. Da geht es um das Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und Sie sagen, ja, diejenigen, die den Pass haben, die müssen sich entscheiden. Und dann gehen Sie halt raus. Und 20 bis 30 Prozent, auf die können wir verzichten. Das ist ja ein ganz anderes Thema, der Doppelpass. Nein, nein, nein. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben über Remigration von 20 bis 30 Prozent von Deutschen geredet. Und das, was Sie auf Ihrem Nazi-Schloss da in Schnellroda diskutieren mit Ihrem Spiritus Rektor, das ist einfach die große Gefährlichkeit, dass da eben Sellner und andere ein- und ausgehen, die klipp und klar sagen, dass es um Asylsuchende geht, um Leute, die Deutscher sind, aber eben nicht angepasst. Und die auch gleichzeitig sagen, dass sie Leute, die hier nicht Ihnen in den Kram passen, abgeschoben werden sollen. Und da geht es um Deutsche. Und das finde ich im Kern das Verwerfliche. Sie können andere Haltungen haben in Wirtschaftspolitik. Sie könnten in der Sozialpolitik andere Haltungen haben. Aber stehen Sie doch bitte schön zu dem, was Sie auf Ihren Parteitagen brauchen. Sie riskieren jetzt hier die große Lippe. Ihre Partei ist hauptverantwortlich dafür, dass wir in eine Migrationskrise hineingegangen sind, wie wir sie in diesem Land haben. Wir haben die Zahlen 2019, 2020 so weit runtergebracht. Das EU-Türkei-Abkommen war genau der entscheidende Punkt, dass eben nicht mehr die Leute gekommen sind. Die Zahlen für Asylsuchende haben sich in den letzten drei Jahren verdreifacht. Das können Sie doch nachschauen. Bitte bleiben Sie doch bei den Fakten. Was war 2015? Was war 2016? Was war 2017? Gucken Sie sich bitte die Zahlen an. Die lagen damals noch höher als jetzt unter einer CDU-Kanzlerin. Sie haben den Schaden angerichtet. Sie lösen Deutschland mit dieser Migrationspolitik auf wie ein Stück Seife. Wir räumen auf, Herr Höcke, und Sie reden nur. Sie räumen auf, Sie verursachen Schaden und bieten sich danach. Machen wir auch hier einen Schnitt, um in der Zeit zu bleiben und machen gerne mit dem nächsten Thema weiter. Wir diskutieren heute nicht an irgendeinem Tag. Es ist der 11. April, der Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager von Buchenwald und Mittelbau Dora. Deswegen die Frage an Sie beide. Welche Bedeutung hat dieser Gedenktag für Sie persönlich, Herr Vogt? Mein Heimatort Zimritz ist ein kleines Dorf in Thüringen. Es ist ungefähr 30 Kilometer Luftlinie von Buchenwald. In der Ferne kann man den Glockenturm von Buchenwald sehen. Ich bin dort als Kind mit dem Schulbus jeden Tag vorbeigefahren. Jeden Tag. Ich bin jetzt am Sonntag auch bei der Gedenkfeier wieder anwesend. Bei einer Gedenkfeier, wo Herr Höcke nicht eingeladen ist. Und quasi Hausverbot hat. Und ich finde, jemand, der im KZ Buchenwald Hausverbot hat, der darf nicht Thüringer Ministerpräsident werden. Und deswegen ist auch der richtige Tag, heute darüber zu diskutieren. Herr Höcke, auch an Sie die Frage, welche Bedeutung hat dieser Tag gesehen? Die Giftung Buchenwald entscheidet darüber, wer in Thüringen Ministerpräsident wird. Sie haben ein Demokratieverständnis. Kollege Vogt, das entscheidet immer noch der Thüringer Souverän. Warten wir mal ab, was der 1.9. bringt. Dann kommen wir zurück, bitte, auf die Frage, die ich Ihnen beide... Wirkt ja fast so, Ihre nachdenkliche Antwort, wirkt ja fast so, als hätten Sie die Frage im Vorfeld gehabt. Herr Höcke, ganz kurz, die Frage, die ich Ihnen beide gestellt habe. Was bedeutet dieser Gedenktag heute für Sie persönlich? Das ist meine Frage. Genau. Das ist ein wichtiger Erinnerungstag und ich persönlich würde gerne auch mit meinen Kollegen aus der Landtagsfraktion diesen Gedenktag auch im ehemaligen KZ Buchenwald begehen. Nur, wir haben seit Jahren Hausverbot. Eine demokratisch gewählte Partei, die mit 23,4 Prozent 2019 im Thüringer Landtag gewählt worden ist, wird systematisch vor der Tür gelassen, wird systematisch ausgeschlossen. Und das ist ein unerträglicher Zustand. Und ich denke auch nicht, dass das... Herr Höcke, da möchte ich einmal dazwischen fragen, das hat ja Gründe, warum Sie da nicht eingeladen sind. Sie haben ja unter anderem von dem Holocaust-Mahn mal als Denkmal der Schande gesprochen und eine erinnerungspolitische 180-Grad-Wende gefordert. Halten Sie denn die Gedenkstätte in Buchenwald auch für ein Denkmal der Schande? Also Rudolf Augstein hat ja denselben Ausdruck verwendet. Und ich frage Sie nochmal, weil ich so oft missverstanden worden bin, obwohl ich das jetzt in den letzten sieben Jahren... Und die Rede, die Sie jetzt zitieren, ist glaube ich schon sieben Jahre her, das war 2017, wenn ich mich recht erinnere. Genau so, 17. Januar. Genau. Weil ich so oft schon missverstanden worden bin, obwohl ich das schon so oft erklärt habe, auch Journalisten gegenüber. Der Holocaust war eine Schande. Das stellt niemand in Abrede. Das war ein Zivilisationsbruch. Das stellt niemand in Abrede. Und die 180-Grad-Wende der Gedenkpolitik, die kann ich Ihnen auch erklären. Es ging mir darum, deutlich zu machen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Deutschland auf einem entgegengesetzten Weg unterwegs ist als die anderen Länder dieser Welt. Ich halte es für bedeutsam. Wenn wir als Deutsche eine Zukunft haben wollen, wenn wir uns eine Zukunft erhalten wollen, dass wir eine positive Identität aufbauen, mit einer negativen Identität kann man die Zukunft nicht gewinnen. Davon bin ich überzeugt und davon ist auch meine Partei überzeugt. Das heißt, wir wollen grundsätzlich die Lichtseiten der deutschen Geschichte in den Mittelpunkt der Erinnerungspolitik rücken. Das heißt aber nicht, dass wir die Schattenseiten, die Schrecken der Nazizeit beispielsweise, hinten runterfallen lassen wollen. Wir müssen auch das in Erinnerung behalten. Wir müssen auch weiterhin daran beständig lernen. Aber nochmal, das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Ohne einen natürlichen, vitalen Patriotismus, der auf einer gesunden Identität fußt, werden wir als Deutsche keine Zukunft haben. Aber warum schließt denn ein lebendiger Patriotismus eine gesunde Gedenkkultur aus? Ich verstehe den Gegensatz nicht. Ich habe doch gerade von einer gesunden Gedenkkultur gesprochen. Ich habe darauf hingewiesen, dass andere Länder eine andere Gedenkkultur haben. Andere Länder haben auch nicht sechs Millionen Juden ermordet. Ja, gut, wir müssen jetzt nicht in historische Diskussionen. Wir sind hier als Politiker. Deswegen sind wir ja hier. Wir haben vorher gesprochen, dass wir über Erinnerungspolitik sprechen. Das war vereinbart, deswegen sprechen wir auch darüber. Eine vitale Erinnerungskultur, eine vitale Gedenkkultur, die fußt in erster Linie darauf, dass man sich der großen Wohltäter, dass man sich der genialen Menschen des eigenen Volkes, die die Menschheit auch im Ganzen vorangebracht haben, erinnert. Das muss im Zentrum der Erinnerung stehen. Das heißt aber nicht, dass das Schlechte, das Schlimme, das Schreckliche, das wir zu beklagen haben, hinten runterfallen soll. Das muss auch erinnert werden. Aber das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ich denke, anders geht es auch nicht, wenn wir eine gesunde Identität ausprägen wollen. Weil man hat so das Gefühl, die Deutschen sind mit sich selbst uneins. Sie sind im Unrein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Deutschen sich wieder mit sich selbst befreunden müssen. Wir müssen uns wieder mit uns selbst befreunden. Wir brauchen wieder dieses positive Gefühl zu uns selbst. Und da brauchen wir eben eine Veränderung. Herr Vogt, was entdecken Sie in den Worten von Herrn Höcke? Ich bin Thüringer. Das ist meine Heimat. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Bei uns hat Bach die Fuge entwickelt. Das sind alles Dinge, die uns groß gemacht haben. Goethe und Schiller, die deutsche Sprache ist auf der Wartburg durch die Bibelübersetzung von Luther geschehen. Das ist unsere geschichtliche Identität. Da können wir stolz drauf sein. Genauso stolz können wir im Sommer darauf sein, dass hoffentlich die deutsche Nationalmannschaft den Titel nach Hause holt. Und das ist ein Patriotismus, den ich mag. Ich liebe mein Land, aber ich hasse keine anderen. Und ich finde, wenn Sie nicht im Buchenwald eingeladen sind, dann hat das eben auch Gründe. Und ich habe mir das Zitat nochmal rausgesucht. Sie haben im Wall Street Journal im März 2017 einen ziemlich bemerkenswerten Satz gesagt. Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Und das sind Ihre Worte. Und da wundern Sie sich, dass Sie an einem Ort, wo 56.000 Leute ermordet worden sind, keinen Zutritt haben? Das zeigt mir doch, dass Sie ein sehr verschrobenes Bild haben. Weil wir Deutschen, wir haben einen modernen Patriotismus. Wir haben ein konservatives Bild von unserem Land. Aber wir haben eine hoffnungsfrohe Idee davon, jeder, der daran mitwirken will, dieses Bild zu zeichnen, der ist uns herzlich willkommen. Aber dieses Angst- und Giftverstreuen, das ärgert die Menschen. Und ich glaube, gerade in Thüringen ist das lebhaft, wenn Sie am Wochenende eine Bratwurst essen, ein Bier trinken und da auch das Rennsteiglied singen. Das ist das, was die Leute wollen. Aber die wollen nicht ihre verquasten geschichtsphilosophischen Ausführungen, die am Ende offensichtlich ins Nirgendwo führen. Herr Höcke, Sie haben vorhin... Ich finde, das kann ja nicht unwidersprochen bleiben. Kollege Vogt, ich finde es unterirdisch, wenn Sie mir unterstellen, ich wäre ein Mensch, der hasst. Der Hass als Gefühl ist mir völlig unbekannt. Ich war 15 Jahre Lehrer. Ich war viele Jahre Vertrauenslehrer. Vertrauenslehrer wären Sie nur, wenn Sie ein großes Herz haben, wenn Sie eine große Empathiefähigkeit haben. Ich habe vier Kinder mit Liebe erzogen, sind prächtige Menschen geworden. Hass liegt mir völlig fair. Es ist unfassbar, was Sie glauben, was ich bin. Es ist unfassbar... Herr Höcke, Empathiefähigkeit ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben ja vorhin den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern Deutschland Verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber, Harris, do it again. Und die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war glaube ich 2021 in Sachsen-Anhalt bei den Parteifreunden, und das Wahlkampfmotto lautete, alles für unsere Heimat. In einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump, frei interpretierend und ins Deutsche übertragen, durchdekliniert, alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto. Alles für Sachsen-Anhalt, alles für DÖ. Und ich sage jetzt alles für DÖ, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. So weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. So weit sind wir nicht gekommen. Aber das ist eigentlich das Recht. Wollen Sie damit sagen? Jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Aber Sie wussten nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. von Bayern. Bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Es ist ein Allerweltsatz, mit dem man sein Vater... Nein, es ist kein Allerweltsatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrums-Gewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer. Es ist ein Allerweltspruch. Jeder Mensch draußen weiß, dass das ein Allerweltspruch ist. Ich hatte nachdem angekündigt worden ist, dass mir dafür tatsächlich der Prozess gemacht wurde, habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt von Menschen, die wahrscheinlich noch gebildeter und noch klüger sind und intelligenter als ich. Die haben mir reihenweise gesagt, Höcke, Björn, das wusste ich tatsächlich nicht, dass diese Losung, diese Allerweltsfloskel, alles für DÖ, verboten ist. Und nochmal, dieser ganzen Richtigkeit... Aber Sie haben es ja mehrfach gesagt, Herr Höcke, und es ist laut Strafrecht einfach verboten. Es ist verboten. Es ist Paragraf 86a des Strafgesetzbuches. Und Sie haben es einmal verwendet und dann in einer weiteren Veranstaltung, wir könnten es einspielen, wenn Sie wollen. Passen Sie auf, das ist doch ganz entscheidend. Sollen Sie es einspielen? Sie brauchen es nicht einspielen, weil der Sachverhalt ja unterkomplex ist. Ich habe es in einer Wahlkampfrede, in diesem Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutsch, so ausgesprochen, weil ich es nicht wusste. Und dann habe ich in einer Rede in Gera diese Absurdität, dass man über Deutschland alles Mögliche, Böse und Schäbige und Ehrverletzte sagen kann. Aber wenn man als Patriot in der Bedrängtenlage, in der dieses Land ist, fordert, alles für dieses Land zu geben, analog Amerika first, dass man dann dafür vorgerichtet, dann habe ich nochmal diese Losung, diese Abschlusskundgebung durchdekliniert, ohne Deutschland zu sagen. Und einige aus dem Publikum sagten dann das Wort Deutschland. So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Losung... Aber Sie stellen sich doch über das Gesetz damit. Sie stellen sich doch über das Gesetz oder versuchen es zumindest. Man hat doch das Recht, sich zu erklären. Gerade wenn man angeklagt wird, gucken Sie bitte in die entsprechenden Gesetze. Man hat das Recht, sich doch auch zu erklären. Selbstverständlich. Es kann auch nicht sein, dass wenn ich wegen irgendetwas angeklagt werde, ich mich nicht in der Öffentlichkeit erklären kann. Und so dadurch schon reduziert bin in meiner Wirkmöglichkeit als Oppositionspolitiker. Und nochmal, das möchte ich an der Stelle aussagen. Das Strafrecht, das wir im Augenblick haben, wird immer mehr zur Einschränkung der Meinungsfreiheit benutzt. Die Opposition wird allmählich unmöglich gemacht. Und eine starke Opposition ist der wirksamste Schutz für eine Demokratie. Empfinden Sie sich, Herr Vogt, in der Opposition durch das Recht und Gesetz, wie wir es hier haben, in irgendeiner Form eingeschränkt? Wir leben in einem Rechtsstaat. Viele Menschen haben den Eindruck, man kann nicht immer alles sagen, was man denkt. Deswegen müssen wir auch für freie Meinungsäußerung kämpfen. Das machen wir unter anderem heute auch hier. Und wenn sich jemand versucht, da als Opfer zu generieren, Herr Höcke steht doch heute hier und kann seine Position erläutern. Also insofern sollte er da mehr Souveränität zeigen. Ein Rechtsstaat bedeutet, dass man eben auch überprüfen kann, wenn man sich zu Unrecht tituliert fühlt, behandelt fühlt, wenn einen der Verfassungsschutz beobachtet. Dann ist das wehrhafte Demokratie und man kann dagegen rechtlich vorgehen. Herr Höcke ist schon mal unterlegen. Im Namen des deutschen Volkes wurde über ihn geurteilt. Und diese Titulierung zeigt doch letztlich, wir sind in einem funktionierenden System. Dass das nicht immer jemandem schmeckt, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt überlegen wir uns mal eines. Wie viele Länder auf dieser Welt gibt es, unter anderem eben auch Russland, wo sich Leute wie Nawalny oder andere gewünscht hätten, sie hätten ein funktionierendes Rechtssystem. Und deswegen kann ich nur eines sagen, wir sind die Partei des Rechtsstaates und Recht und Ordnung. Und desavouieren Sie das nicht, gehen Sie in Ihrem Verfahren, das wird ein deutsches Gericht behandeln und da können Sie Ihre Argumente vortragen. Aber bitte weinen Sie jetzt hier nicht. Julien Assange würde sich sicherlich auch über mehr Rechtsstaatlichkeit freuen. Herr Höcke, lassen Sie uns ruhig weitermachen. Uns läuft jetzt in der Tat, ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind, Sie haben sich aber auch schon ausführlich äußern dürfen. Das ist das Thema. 60% der Deutschen sagen, man kann in Deutschland seine Meinung nicht mehr veräußern. Das ist eine SA-Parole, nach meiner Auffassung nicht zu verändern. Nein, Deutschland ist nachweislich eine SA-Parole und eine Zentrumsparole. Es kommt auf den Kontext anjuristisch und das muss ich nächste Woche zeigen. 60% der Deutschen sagen, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr gegeben ist. Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nichts. Aber Herr Höcke, Sie stehen hier in einem Fernsehbuch und wollen Ihre Meinung äußern. Alle Recht in einer Demokratie. Ohne Meinungsfreiheit kann Demokratie nicht gedacht werden. Aber Sie stehen in einem Studio und können Ihre Meinung äußern gerade, Herr Höcke. Ja, aber Sie fallen mir nur noch ständig ins Wort und ich habe auch nur wenig Zeit. Darf ich kurz mal referieren? Glücklicherweise, machen wir hier einen Punkt, glücklicherweise leben wir in einem Rechtsstaat. Sie stehen nächste Woche in Halle vor Gericht und es ist dann an einem deutschen Richter zu entscheiden, was aus dieser Äußerung wird und ob es bestraft wird oder nicht. Auf den nächsten Punkt und da geht es ganz kurz noch, aber wir wollen es einfach auch mal angesprochen haben, Antisemitismus. Seit dem 7.10., das ist dieser furchtbare Überfall der Terroristen, der Hamas auf die Kibbutzim entlang des Gaza-Streifens gewesen. Nur nochmal als Kontext für die Menschen, die das vielleicht nicht so parat haben, das Datum 7.10. Da zeigt sich weltweit, aber auch hier ausgerechnet bei uns in Deutschland auf den Straßen, ein unfassbarer Antisemitismus. Da sind Dämme buchstäblich gebrochen, so ein bisschen. Was müssen wir dem, gerade eben auch vor der ja schon häufig jetzt erwähnten deutschen Geschichte, entgegensetzen, Herr Vogt? Zuerst einmal müssen diejenigen, die antisemitisch unterwegs sind und die solche Flaggen zeigen, die Israel soll sterben, die müssen einfach, wenn sie, sag mal, hier kein Bleibestaat oder wenn sie kein Aufenthaltsrecht, oder sollten kein Aufenthaltsrecht mehr hier haben. Das ist, glaube ich, Punkt Nummer 1. Also ich finde, dieser Antisemitismus, der ist unerträglich. Ich bin selber Gründungsmitglied im Thüringer Landtag des Freundeskreises Israel. Mir ist das ein wichtiges Anliegen und genau aus diesem Grund sage ich Ihnen aber auch, dass wir klarstellen müssen, dass das Selbstverteidigungsrecht des Staates Israel auch deutsche Staatsräson ist. Das ist Kernbestandteil dessen, was unsere Überzeugung ist. Ich bin Christ. So und der jüdische Glaube, der christliche Glaube sind eng miteinander verbunden. Und deswegen müssen wir alles tun. Deutschland hat ein waches Auge darauf zu halten. Wir müssen mit der vollen Härte vorgehen. Und deswegen ist mir dieses Thema illegale Einwanderung auch so wichtig, dass wir dort eine Null-Toleranz-Strategie fahren. Das ist ein ganz zentrales Problem. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch darum geht, Aufklärung darüber zu betreiben, wie geschichtlich wir verwoben sind. Mit dem nötigen Reflexionsfähigkeit, aber immer mit der Offenheit, dass wir als Deutsche auf Israel aufpassen. Herr Höcke, Sie haben jetzt viel genickt. Ihre Replik. Ja, weil ich grundsätzlich die Position, was den Kampf gegen Antisemitismus teile, durchaus bei Kollegen Vogt bin. Aber auch da müssen wir wieder fragen, wo sind die Ursachen für den Antisemitismus in Deutschland? Ich sehe keinen Antisemitismus ausgeprägten Maßes bei der ursprünglichen deutschen Bevölkerung. Auch wieder ein Problem, dass wir uns mit Migration ins Land geholt haben. Die millionenfache Einwanderung aus dem islamischen Kontext, die Islamisierung Deutschlands und Europas. Aber kurze Zwischenfrage, gibt es keine deutschen Neonazis in Deutschland? Es gibt auch deutsche Neonazis, es gibt auch deutschen Antisemitismus. Aber der ist klein im Verhältnis zu dem, was leider die Menschen nach Deutschland gebracht haben. Und gucken Sie nach Frankreich. Mittlerweile fliehen Juden aus Frankreich, weil der Antisemitismus dort so groß geworden ist. Nicht durch die auch Totonen-Franzosen, sondern durch die zugewanderten Menschen islamischen Glaubens, dass sie ihre Heimat verlassen und nach Israel gehen. Das sind schlimme Befunde und da müssen wir mit aller Härte dagegen gehen. Wie genau? Das heißt, die Maus keinen Fahnen hat, indem wir vor allen Dingen die Einwarnung erstmal aus dem islamischen Kulturkreis beenden. Wir dürfen nicht mehr Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland grundsätzlich, es mag ein, zwei Fälle geben, aber grundsätzlich aufnehmen. Ich halte das für eine große Gefahr, auch für den Bestand unseres demokratischen Rechtsstaates. Sie stellen Millionen Muslime unter Generalverdacht, Herr Höcke. Das wusste ich, dass das kommt. Ja, klar. Ja, nee, nochmal. Ich kenne, ich bin kein Feind des Islams. Ich bin überhaupt gar kein Keinermannsfeind. Der Islam ist eine alte Religion. Der Islam hat einen Kulturraum, wo er sich auch entfalten kann. Und da möchte ich ihm auch nicht reinreden. Aber dieser Kulturraum kann nicht Europa sein. Und ich kenne kein Land in der Welt mit einer islamischen Mehrheitsgesellschaft, wo es demokratische Rechtsstaatlichkeit nach europäischem Standard gibt. Deswegen möchte ich nicht mehr islamische Zuwanderung haben. Und das stellt auch nicht in Abrede, dass es prima Menschen islamischen Glaubens gibt, die voll integriert sind, die voll auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber die Masse und einfach die Gefährlichkeit dieser unkontrollierten Anwanderung, der müssen wir entschieden begegnen. Sonst kippt dieses Land und kippt auch unser demokratischer Rechtsstaat. Einmal der Hinweis, Herr Höcke, weil Sie sich vorhin etwas benachteiligt fühlt, was die Redeanteile angeht. Wir haben mal auf die Uhr geguckt. Sie haben deutlich mehr geredet bisher als Herr Vogt. Das ist nur so als kleiner Zwischenstand. Es kommt einem immer anders vor selber. Kommen wir zum nächsten Thema. In der Tat, wir wollen schauen natürlich auch noch auf ein weiteres Thema, was glaube ich in den östlichen Bundesländern ein bisschen anders gesehen wird, in weiten Teilen als in den westlichen. Der Konflikt Russland-Ukraine, der Angriffskrieg der Russische auf die Ukraine. Und was durchaus ja interessant ist und für viele auch nicht nachvollziehbar, so ein bisschen ist diese, ich will es gar nicht Russland-Freundlichkeit nennen, aber doch ein größeres Verständnis für offenbar das Agieren Russlands, für das Agieren Putins, als ich das eher im Westen wahrnehme. Ich war jetzt auch gerade drei Wochen in Thüringen unterwegs. Ich kann mir da schon so ein bisschen auch... Hat Ihnen gefallen? Mein Vater lebt dort. Ich bin da sehr häufig. Insofern, wir sind ja fast unter uns. Ich kann da nicht mithalten, ich bin Sauerländer. Ich nehme dich mit beim nächsten Mal. Mich würde einfach interessieren, wie Ihre Haltung da im Moment zu ist. Haben Sie auch ähnlich das Gefühl, dass man mehr auf Russland zugehen müsste in diesen Tagen, in diesen Wochen? Wo stehen Sie da? An dem Haus meiner Großeltern ging die Panzerstraße vorbei. Die Russen zu DDR-Zeiten haben die Panzer immer von ihren unterschiedlichen Garnisonen von A nach B gefahren. Und das ging unmittelbar vorbei. Sind sie mit ihren T-54 da langgefahren. Manchmal ist die Kette gebrochen und da habe ich da einen Eimer Wasser hingebracht, weil die total durstig waren. Das waren wirklich arme, junge Soldaten. Die waren wirklich arm dran mit ihren Filzstiefeln, mit ihrer Wattejacke. Und wenn ich heute die Bilder sehe, und gerade heute aktuell hier der Angriff in Charkiv, wenn ich die Bilder in der Ukraine sehe, wenn ich sie in Russland sehe, dann denke ich genau an diese Leute. Weil egal, ob die jetzt auf der russischen, auf der ukrainischen Seite stehen, die sind beide geiselhaft eines irren Aggressors Putins. Und diese Reibung, die spüren viele Leute in den neuen Bundesländern im Osten, in Thüringen. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass man das im Blick hat. Aber das heißt natürlich auch, dass man Farbe bekennt. Und Farbe bekennen heißt, dass natürlich die Ukraine sich verteidigen muss. Weil das ist das Entscheidende. Sie ist Teil unseres europäischen Kulturraums. Es gibt den Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Der Spruch geht aber noch weiter. Dann kommt der Krieg zu dir. Und genau deswegen werbe ich für diplomatischen Druck, um Frieden zu erreichen. Aber ich werbe eben auch dafür, dass wir die Konsequenzen sehen. Wenn Putin in der Ukraine gewinnt, dann wird er genau das machen, was er in Russland jetzt eh schon macht. Kreueltaten, Leute umbringen, tausende Tote, Millionen Flüchtlinge. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr 10 Millionen Ukrainer dann fliehen werden. 4 Millionen wahrscheinlich dann nach Deutschland. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir besonnen für dauerhaften Frieden uns einsetzen und die Ukraine verteidigungsfähig halten. Sie haben gerade gesagt, die Ukraine muss verteidigungsfähig bleiben. Präsident Zelensky hat vorgestern hier bei Welt TV im Interview mit meinem Kollegen Paul Ronsheimer dem Westen vorgeworfen, die Waffen zu verweigern, die sein Land zum Überleben ganz dringend braucht. Deswegen die Frage an Sie beide nochmal. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine liefern? Herr Höcke. Die Bilder, die uns erreichen vor der Front, sind unerträglich. Hunderttausende junge Männer, Russen und Ukraine sind in den letzten zwei Jahren dort verblutet. Junge Männer, die keine Familie gründen konnten, die kein Leben weitergeben konnten. Das macht mich sprachlos und fassungslos. Und meine Großeltern haben mir noch erzählt, was Krieg ist. Und deswegen sage ich, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und zwar um jeden Preis. Wir brauchen einen Waffenstillstand an der... Ich hatte nur eine Waffenlieferung gefragt. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine? Wir sind der festen Überzeugung, dass wir auch mit der Kriegsrhetorik der CDU nicht wirklich weiterkommen. Die Äußerungen von Herrn Kiesewetter sind unerträglich. Wir brauchen keine Eskalation in diesem Krieg, sondern wir brauchen jetzt Deutschland als Friedensmacht. Deutschland muss seine Brückenfunktion zwischen Ost und West ausspielen. Muss zu Friedensgesprächen einladen. Das heißt, keine Waffen. Wer Waffen liefert, der will keinen Frieden, der will den Krieg. Deswegen müssen wir aufhören mit dem Schlachten und müssen jetzt in Gespräche gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diese Gespräche gehen könnten. Dass diese Gespräche anberaumt werden könnten. Wir hatten ja schon Gespräche kurz nach Ausbruch des Krieges in Istanbul. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Die Friedensverhandlungen waren damals schon relativ weit gedient, sind dann abgebrochen worden. Ich will jetzt nicht spekulieren, warum, weshalb und wieso. So, leider sind in der Zwischenzeit schon wieder viele hunderttausend junge Männer gestorben. Das Schlachten muss sofort ein Ende haben. Herr Höcke, Sie haben selber gesagt, Sie waren Vertrauenslehrer. Vertrauen ist also eine wichtige Sache. Absolut. Wo sollen die Ukrainer das Vertrauen hernehmen? Gesetz den Fall Selenskyj erklärt sich bereit, ich setze mich mit Putin nochmal an einen Tisch, was er nicht machen wird, glaube ich. Aber er setzt sich mit Ihnen an einen Tisch. Nach all dem, was passiert ist. Nach all dem, was die Russen dem ukrainischen Volk angetan haben. Wo soll das Vertrauen von ukrainischer Seite herkommen, zu glauben, dass Putin, selbst wenn er ein Dokument unterschreibt, sich daran hält? Ich kenne Wladimir Putin nicht persönlich. Ich kann also keine Einschätzung geben. Ist das ein Mann, der... Aber wir erleben ihn ja seit über 20 Jahren. Die einen, mit Verlaub, das Schwarz-Weiß-Malen dieses Konfliktes in den deutschen Medien ist auch nicht unbedingt dazu angetan, diesen Mann zu erhellen. Für mich jedenfalls zu erhellen. Ich denke aber, dass Wladimir Putin die Kräfteverhältnisse zwischen der russischen Föderation und der NATO sehr gut einschätzen kann. Russland ist weit unterlegen, sowohl was die Menschen angeht, was die Waffentechnologie angeht, auch was das Militärbudget angeht. Die NATO hat über eine Billion Euro Wehretat. Die Russen sind, glaube ich, bei 85 Milliarden. Das heißt, Putin weiß auch, außerdem hat er den Druck der Chinesen aus dem Osten. Er hat den Druck des Islam aus dem Süden. Russland ist auch ein bedrängtes Land. Und ich glaube, Russland will Frieden. Und ich glaube, dass Putin trotz dem, was man über ihn ausführt, ein rationaler Mann ist, der auch erkennt, wann es genug ist und wann Frieden geschlossen werden muss. Ich glaube, wenn man mit entsprechenden Persönlichkeiten dort aufschlagen würde und Friedensgespräche beginnen würde, dann könnte man was erreichen. Man sollte es zumindest versuchen. Wir müssen es versuchen. Und zwar so schnell wie möglich. Herr Vogt, die drei Viertel der Bevölkerung in Thüringen seien gegen weitere Waffenlieferungen, haben Sie gesagt. Denn, so wörtlich, ich zitiere Sie da, der Großteil der Leute hat keinen Bock mehr, der verlängerte Arm der Amerikaner zu sein. Geben Sie den Leuten recht, die sowas sagen? Ich will Thüringer Ministerpräsident werden. Und die Mehrheit der Thüringer denkt so. Und das respektiere ich. Das ist wichtig. Ich habe Ihnen meine Position heute hier geschildert. Ich glaube, dass wir in dem Konflikt das Gleiche erleben, was wir 2015 schon erlebt haben. Sie können vieles verantwortlich machen. Die CDU hat auch nicht immer alles richtig gemacht. Es sind auch Fehler gemacht worden. Aber 2015, diese Asylsituation, die ist doch durch Putin geschaffen worden, weil er an der Seite von Assad Giftwaffen eingesetzt hat. Das ist die Situation. Und dasselbe macht er jetzt auch. Warum hat denn Finnland die Grenze zugemacht? Weil er versucht hat, Flüchtlinge dort langzuschicken. Und dieselbe Situation überrennt uns gerade. Und wir sind doch in einem Systemkonflikt. Autoritäre Regime. China, Russland gegen die demokratische Welt. So, und jetzt, wenn man sich das Europawahlprogramm der AfD anschaut, was wollen die? Die wollen raus aus der NATO. Das Sicherheitsbündnis, das uns 70 Jahre mit beschützt hat. Und auf der anderen Seite ist da der Vorschlag, wir wollen in so eine Shanghai-Organisation. Wer ist denn da drin? China, Russland, der Iran und Pakistan. Also wenn das unsere neuen Verbündeten sind, dann glaube ich, ist die Position von Deutschland viel, viel schwächer. Und genau aus dem Grund ist es wichtig, was ich auch gesagt habe, Ukraine in der Verteidigungsfähigkeit stärken, gleichzeitig den Druck erhöhen. Weil so wie Sie sagen, Frau Ohm, derjenige, der belogen wird, dem vertraut man nicht mehr. Und es sind so viele nach Moskau gereist. Putin hat ihnen alles Mögliche erzählt. Im Bundestag haben AfD-Abgeordnete geredet. Es gibt keinen Krieg. Drei Tage später gab es Krieg. Das ist doch die Situation. Und deswegen braucht es einen gemeinsamen Druck. Die Türkei, die das Getreideabkommen schon mit der Ukraine verhandelt hat und Russland. Indien, die wirklich die kommende Wirtschaftsmacht in Asien sind. China und natürlich auch USA. Und es braucht eine gemeinsame europäische Anstrengung. Ich würde mir wünschen, dass unsere Bundesregierung genau das macht, was Deutschland immer stark gemacht hat. Wir sind eine diplomatische Kraft. Das Minsker Abkommen ist unter anderem deswegen entstanden, weil Deutschland agiert hat. Und das wünsche ich mir diesem Plan auch von unserer Bundesregierung jetzt. Und das Minsker Abkommen ist deswegen gescheitert, weil auch Frau Merkel zugegeben hat, dass dieses Abkommen gar nicht ernst gemeint war. Der Wertewesten ist nicht immer so uneigennützig, wie Sie das gerade darstellen, sehr geehrter Kollege. Es war Egon Bahr, der bekannte SPD-Politiker, einer der letzten SPD-Politiker mit Staatsmann-Qualitäten. Der hat mal vor einer Schulklasse 2013, ich glaube, das war im Hessischen, ausgeführt, ich zitiere jetzt nicht, sondern gibt das nur dem Tenor nach wieder. Glauben Sie nichts von dem, was in Ihren Büchern steht und was Ihre Lehrer Ihnen bezüglich Kriegen sagen. Kriege werden niemals für Demokratie und Menschenrechte geführt. Kriege werden immer aus Macht und Geldinteressen geführt. Das hat Egon Bahr gesagt, ist nicht von mir. Ja, aber Putin hat doch die Ukraine angesagt. Darin sind wir uns doch wenigstens einig, oder? Herr Vogt, dieser Krieg hat drei Ebenen. Natürlich ist die erste Ebene die, die tagtäglich in den Medien auch kommentiert wird, die politische Ebene, die wir alle erkennen können. Das ist der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Auf der zweiten Ebene, und Sie haben sich sicherlich auch mit Geostrategie beschäftigt, ist dieser Krieg ein Stellvertreter. Deswegen stehen Sie heute in Berlin. Herr Höcke, wir müssen da leider nicht. Lassen Sie mich diese drei Ebenen noch ausschauen. Ist das ein Stellvertreter? Ist das ein Stellvertreter? Ist es nicht, sorry, aber wir müssen, Ihre Redeanteile sind auch deutlich vor denen von Herrn Vogt. Das kann ich mir ja fast gar nicht vorstellen. Ist es so, ich darf Sie ganz genau sagen. Wir brauchen Frieden mit Russland, wir brauchen Kooperation mit Russland, und wir brauchen keinen Hass zwischen Deutschen und Russen. So, wir brauchen vor allen Dingen jetzt das nächste Thema, Herr Höcke. Sorry, wir müssen weitermachen. Sie wollen doch auch über Thüringen sprechen, oder nicht? Ja, natürlich. Wunderbar, perfekt. Dann sind wir jetzt nämlich auch bei Thüringen angelangt. Sie beide würden gerne Ministerpräsident werden. Wenn wir auf die Umfragen schauen im Augenblick, Regierungsbildung wird wieder ein schweres Los in den Tagen nach der Wahl werden. Wie genau wollen Sie, und damit geht die Frage an Sie beide, die Mehrheiten beschaffen, die Sie brauchen werden? Weil eine absolute wird keiner von Ihnen erreichen, so wie es im Moment aussieht. Herr Vogt, bitte. Also ich glaube, dass Menschen keine Koalition wählen, sondern sie wählen Personen, denen sie vertrauen, dass sie die Probleme angehen, die sie wirklich täglich stören. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass wir wieder die Frage von Fleiß muss sich lohnen, dass das Leben wieder einfacher wird, nicht so kompliziert, dass es um die Frage von Recht und Ordnung geht. Das ist das, was Menschen in Thüringen wollen. Mit wem wollen Sie das umsetzen? Ja, ich will Ministerpräsident aller Thüringer sein und wir haben momentan in Thüringen jede Woche eine Parteigründung. Jede Woche. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, welche davon am Ende im Thüringer Landtag sitzen. Aber was ich Ihnen sicher sagen kann, ist, mit diesen völkischen Bildern, mit diesen völkischen Ideen von Herrn Höcke werde ich nicht zusammenarbeiten. Und das Zweite, es darf auch kein Weiter-so geben, zehn Jahre Rot-Rot-Grün nach Thüringen zurückfallen lassen und deswegen muss die linke Regierung abgewählt werden. Und dafür setze ich mich ein. Und ich sage Ihnen eins, wir ändern heute Abend das Bild der Wählerinnen und Wähler. Und die CDU hat den Anspruch, stärkste Kraft zu werden. Dafür werde ich alles tun. Darf ich ganz kurz nochmal da einhaken? Sie haben relativ klar gemacht, mit der Linken auf gar keinen Fall. Haben aber beim BSW das noch nicht so ganz ausgeschlossen. Da scheinen Sie eher noch so zu sein, naja, könnte eventuell was werden. Wo ist denn für Sie da im Moment inhaltlich der große Unterschied, wenn Sie bei den Linken sagen, auf gar keinen Fall? Ist natürlich auch mit ein Grund, was die CDU das insgesamt sagt, bundesweit. Und beim BSW sagen Sie, naja, eventuell. Das könnte sein. Glauben Sie, die sind so viel anders mit einer Sarah Wagenknecht vorneweg? Man hat ja erst einmal kandidiert, Sarah Wagenknecht, nicht in Thüringen. Aber Frau Ohm, ich habe Demut und Respekt vorm Wähler. Und die stimmen ab am 1. September. Und da ist viel in Bewegung. Wir haben das gerade im Januar erlebt. Da hatten wir eine Landratswahl in Thüringen im Saale-Orler-Kreis. Da hat die CDU und die AfD im ersten Wahlgang über 80 Prozent gemacht. Das heißt, die Auseinandersetzung des Jahres lautet CDU oder AfD. Und das, was die Menschen wollen, ist, die wollen eine Regierung. Die wollen eine Regierung der Vernünftigen, die für Stabilität steht, aber gleichzeitig eben auch Veränderung. Und wenn ich mir angucke, welche Parteien da momentan da sind, habe ich es Ihnen gerade gesagt, die gründen sich jede Woche. Man weiß gar nicht, was der im Programm ist. Man weiß gar nicht, wer die Personen sind. Und mit der Demut trete ich vor den Wähler. Aber ich sage eins, ich will eine starke CDU. Herr Höcke steht vernünftigen Lösungen in Thüringen im Weg. Und deswegen diskutiere ich heute Abend hier. Meine Herren, wir hatten 45 Minuten. Ich darf nichts mehr zur Koalition sagen. Dann die Zeit, jetzt sind wir schon so weit drüber. Ich muss Ihnen das einfach noch mitgeben, lieber Herr Vogt. Mich hat vorgestern mein alter Büroleiter angerufen, der viele Jahre für mich gearbeitet hat. Und der davor elf Jahre lang für Willi Böck gearbeitet hat, den ersten Thüringer Innenminister. Sie kennen ihn sicherlich. Er ist ja vor einigen Jahren gestorben. Und mein Büroleiter hat mir gesagt, der Willi hat damals eine konservativ-patriotische CDU aufgebaut. Der Willi, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, wie die heutige CDU sich den roten und bunten Genossen an die Brust werfen würde. Herr Vogt, gehen Sie in sich. Denken Sie noch mal darüber nach, ob Sie mit der CDU wirklich in diesem Linkskurs gut unterwegs sind. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen wie schon 2019. Und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch ein bisschen. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Und deswegen will ich nicht mit Ihnen zusammen. Meine Herren, wir hatten für dieses Duell 45 Minuten eingeplant. Jetzt sind wir deutlich über der Zeit, haben 71 Minuten gesprochen. Am Ende September entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler in Thüringen, wer zukünftig regiert. Wir danken Herrn Höcke und Herrn Vogt für die Diskussion. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches mit Verlauben... Nein, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen das an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch weiter. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Nein, nein, völkisch. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsminister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 11.18 Uhr ist es. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße Sie zur Welt-Newsroom. Und wir wollen die Sendung beginnen mit der folgenden Einmeldung. Denn nach längerem Streit innerhalb der Ampel ist der Weg für die Bezahlkarte für Flüchtlinge nun bundesweit frei. Der Bundestag hat sie soeben gebilligt. Mit der Chipkarte sollen dann Waren des täglichen Gebrauchs bezahlt werden können. Die Abhebung von Bargeld wird aber ebenso eingeschränkt wie auch Überweisungen ins Ausland. Im Bundestag, da ging es jedoch nur um die rechtliche Grundlage. Viele Details der Bezahlkarte sind daher noch offen. Jedes Bundesland kann also dann individuell etwa die Höhe der Bargeldmenge oder auch den Nutzungsradius festlegen. Hochher ging es im TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt den geplanten 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns bei Welt TV 70 Minuten. Einen ja teils wirklich heftigen Schlagabtausch. Persönliche Attacken waren da inklusive. Darüber wird natürlich heute am Tag danach viel diskutiert in Thüringen, wo die beiden dann im September bei der Landtagswahl gegeneinander antreten werden. Aber natürlich auch auf Bundesebene. Leonie von Rando mit einem detaillierten Blick auf die politischen Reaktionen. Watch Party bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Mario Vogt heute Abend für die Demokratie in den Boxring gestiegen ist und Björn Höcke stehend K.O. geschlagen hat. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der diese ganzen Argumente der AfD inhaltlich auseinandernimmt. Und das ist erfrischend zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das öfter so wäre im Fernsehen. Ich selber als deutscher Migrationshintergrund vertraue den Aussagen von Herrn Höcke nicht. Und ich finde, Herr Vogt hat sich da souverän gezeigt. Er hat ehrlich geantwortet. Auch die AfD veranstaltet eine Watchparty, allerdings unter Ausschluss der Presse. In einem schriftlichen Statement für Welt schreibt die AfD Sonneberg, nach über 70 Minuten Schlagabtausch Sieger nach Punkten Björn Höcke. Vogt hangelt sich in allgemeinen Worthülsen, hat aber keinerlei Konzepte. Die Unionsspitze in Berlin sieht das anders. Für Parteifreund Vogt im Wortgefecht mit AfD-Rechtsaußen Höcke gibt's jede Menge Lob. Ich glaube, das war die wichtigste Leistung dieses Duells, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen. Die AfD einfach nur zu negieren, zur Seite zu schieben, das hat nicht funktioniert. Wir müssen sie stellen und das war gestern Abend ein gutes Beispiel dafür, dass das auch gelingt. Stellen müssen sich die Diskutanten hinterher der Analyse des Duells. Der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander kann über einige Aussagen von Björn Höcke nur den Kopf schütteln. Am Anfang ging es ja um die EU. Da sagt Herr Höcke, Großbritannien läuft, sagt den Brexit eigentlich ganz gut. Stimmt einfach nicht. Natürlich nicht. Oder am Ende des Gesprächs, Putin will Frieden. Wie bitte? Sehen wir doch die Fernsehbilder, was da passiert. Es fällt mir schwer, in diese Stilkritik zu gehen. Was soll man denn dazu sagen? Putin will Frieden. So kann man es durchgehen. Höcke oder Vogt? Für die Linkspartei geht ein ganz anderer Mann als Gewinner vom Platz, nämlich Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Vogt und Höcke hätten beide bewiesen, dass sie nicht das Format eines Ministerpräsidenten besäßen, so Parteichef Martin Schirdewahn. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Das Fazit fällt also unterschiedlich aus. Bei den Christdemokraten jedenfalls, da ist man mehr als zufrieden mit der Performance von Mario Vogt. Das hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auch eben im Interview mit Achim Unser noch mal deutlich gemacht. Herr Vogt gegen Höcke, das sorgt für Aufmerksamkeit auch hier im Bundestag und darüber spreche ich mit Carsten Linnemann im CDU-Generalsekretär. Guten Tag Herr Linnemann. Wo haben Sie das Interview gestern gesehen? Guten Morgen Herr Unser. Wir waren im Adenhaus bei uns in der CDU-Zentrale. 30 Leute, Truppe aus Thüringen war da, Unterstützer von Mario Vogt, aber auch viele Socializer. Wir haben das dort geschaut, Pizza gegessen, war gut. Und die Stimmung können Sie noch mal ein bisschen beschreiben? Am Anfang vielleicht ein bisschen nervös und dann merkte man, okay, es läuft ganz gut? Ja, ich war super angespannt, bin ich da auch ganz ehrlich. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die hinterher sagen, nee, es war alles klar, war ich angespannt. Und mir ging es danach richtig gut, weil das war insofern ein Fest, weil ich bin mir sicher, das geht in die Geschichtsbücher. Also das war eine Sternstunde, fand ich, für die CDU. Und auch mich persönlich hat es betroffen gemacht. Ich meine, man ist ja auch Bürger, man ist ja nicht nur Politiker, ja, dass da jemand steht als Geschichtslehrer, der SA-Parolen nicht kennt, selbst wenn du da sagst, geschenkt, und dann noch drei Wochen später das wiederholt, was die SA da paroliert hat. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter und solche Typen dürfen nicht eine Sekunde in Deutschland Verantwortung übernehmen. Und das wurde gestern deutlich. Es gab im Vorfeld ja auch Kritik, dass man gesagt hat, man bietet Herrn Höcke da eine Bühne und Mario Vogt wird ihm eine Bühne geben und ihn sozusagen auch einführen auf großem Parkett. Diese Vorbehalte, gegen die musste sich Mario Vogt vorher erst einmal wehren. Wie sehen Sie sich jetzt in der Nachbetrachtung? Ja, jahrelang hat man ja nur vom Brandmauern gesprochen. Also irgendwie hat das nicht funktioniert, oder? Also ich finde seit Jahren, dass es richtig ist, sie sachlich und inhaltlich zu stellen und auf die Bühne zu holen. Und gestern hat Mario Vogt gezeigt, dass das genau der richtige Weg ist. Wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen, die Widersprüche aufsetzen von diesem Typen und dieser Partei. Und nicht nur von Brandmauern reden, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung, die überzeugt und nichts anderes und das war gut. Die anderen Parteien, gerade in Thüringen, haben gesagt, nee, sollte man eigentlich jetzt nicht machen. Die SPD hat sogar gesagt, schaut lieber was anderes, schaut euch nicht dieses Duell an. Dann ist das Verhalten der anderen Parteien insofern eines, wo sie sagen, denkt drüber nach, macht es auch. Es ist alles gut und schön, was andere Parteien sagen und was kommentiert wird etc. Wir müssen einfach bei uns bleiben und nicht darauf achten, was andere sagen oder was vielleicht gerade in ist oder was der Zeitgeist ist, sondern was ist unsere Überzeugung. Und meine Überzeugung ist, dass wir Menschen mit Anstand miteinander umgehen, aber in der Sache hart streiten. Und da müssen wir uns auch stellen und nicht wegducken. Und wenn dann noch dabei rauskommt, ja, so ein Duell wie gestern, ja, wo da jemand steht und Zitate nicht mehr kennt, die er selbst gegeben hat, Personen nicht mehr kennt, da muss jedem in Deutschland klar werden, dass solche Typen keine Verantwortung übernehmen dürfen. Und gleichzeitig hat Herr Fucht ja auch gesagt, dass auch wir Fehler gemacht haben. Das gehört doch dazu. Wo haben wir in den letzten Jahren falsch gemacht? Wo sind Fehler passiert? In der Energiepolitik, in der Migrationspolitik. Das ist nicht schlimm, wenn man mal Fehler macht, mal hinfällt. Man darf sie nur nicht ein zweites Mal machen. Und deshalb haben wir uns ja neu aufgestellt. Deshalb gibt es jetzt ein neues Grundsatzprogramm. Deswegen wollen wir jetzt volle Kraft voraus und nicht immer nach rechts schauen, links schauen, sondern nur nach vorn. Wenn man in die sozialen Medien schaut, dann bekommt man vor allem mit, dass viele in der AfD dann sagen, Höcke war der Sieger, das hat gar nichts gebracht und so weiter. Also drei gegen einen auch und trotzdem war er der Sieger. Wie haben Sie da die Hoffnung, dass Sie vielleicht möglicherweise sozusagen an diese glühenden AfD-Anhängern doch noch irgendwie rankommen mit Ihren Argumenten? Also diejenigen, die da vertieft AfD wählen, ich glaube, da hat man gestern jetzt nicht jemanden zurückgeholt. Aber es gibt ja auch viele Frustrierte, die gesagt haben, ich bin unzufrieden mit der aktuellen Politik. Und ich glaube, dass man in dem Bereich, aber auch im Bereich der Nichtwähler Menschen überzeugen kann, wieder Union zu wählen. Und deswegen ist es auch meine Aufgabe als Generalsekretär, nicht zu sagen, was die Regierung schlecht macht, sondern wir müssen vielmehr sagen, was wir besser machen. Dann kommen wir da raus. Wir wollen die Zukunft Deutschlands gewinnen. Und ich weiß, welche Herausforderungen es gibt. Und das geht nur, wenn wir professionell unterwegs sind mit klaren Plänen. Die haben wir jetzt. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir noch weiter an Vertrauen gewinnen. Letzte Frage. Haben Sie noch mit Mario Vogt danach gesprochen? Wie hat er das Ganze empfunden? Wir haben uns danach getroffen, haben auch angestoßen, haben noch eine Flasche Bier zusammen getrunken. Und man hat einfach gemerkt bei ihm, dass der Druck einfach abgefallen ist. Er war hochzufrieden, aber ich kenne das ja selber nicht in dieser Dimension. Also so einen Druck habe ich noch nie gespürt, den er gespürt hat. Aber er ist dann irgendwann ins Hotel und da muss er auch mal eine Stunde alleine sein und auch einfach mal sein Handy weglegen und das mal sacken lassen. Aber das muss man ja auch menschlich einfach mal verarbeiten. Der Druck war enorm. Er hat den Stand gehalten. Wirklich Chapeau und Respekt. Eine tolle Persönlichkeit. Vielen Dank. Soweit Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär. Und wie wir es ja gerade gehört haben, hochzufrieden mit dem Verlauf des gestrigen Duells und mit der Performance von Mario Vogt. Ja, so ein entschiedenes Lob, das hört man im politischen Alltag ja doch auch selten. In die Geschichtsbücher könnte das eingehen. So sieht man es zumindest in der Berliner CDU-Zentrale. So und jetzt kommen wir mal weg von der politischen Bewertung des Ganzen, sondern wollen uns mal auf die kommunikativen Aspekte ein bisschen fokussieren. Torsten Klein ist mir nun zugeschaltet, Kommunikationsexperte. Herr Klein, ich grüße Sie. Viele Grüße aus Saarbrücken nach Berlin. Wenn wir also ja die Performance der beiden mal betrachten, wie fällt Ihr Fazit dann dieses Duells aus? Also ich würde gerne in der Tat noch eines vorweg schicken. Das hat man in den politischen Debatten ja auch schon vernommen. Wir gehen ja immer, wenn es um solche Themen geht, davon aus, es will jemand an die Macht. Dementsprechend äußert er sich ja auch, dementsprechend präsentiert er sich ja auch. Und um an die Macht zu kommen, ist die Ideologie ein Instrument. Und sie wird ausgedrückt über die Sprache. Und die Sprache, das haben wir gestern auch bei dem AfD-Kandidaten gesehen, ist so wandelbar und so anpassbar, dass es je nach politischer Lage gerade gut reinpasst. Und ich finde, das war gestern mit ein entscheidendes Momentum. Und da gehe ich auch mit. Möglicherweise ist es ein Paradigmenwechsel in der deutschen Politik, dass wir jetzt endlich die Rechtsaußenstehen mit Inhalten, stellen und da fand ich, war das gestern ein erster guter Aufschlag für die deutsche Politik. Vielleicht können wir da in die Details gehen, Herr Klein. Also Sie haben schon gesagt, sich da so wenden, das war offensichtlich ein innerer Teil der Strategie bei Björn Höcke. Wie würden Sie die beiden Kommunikationsziele, das Auftreten denn nun beschreiben? Wir haben bei Höcke gesehen, dass er in, sagen wir mal so, zwei Gesichtern aufgetreten ist. Wir haben zum einen den Björn Höcke, der auf Angriff geht, der ganz stark emotionalisiert, der ganz stark darauf aus ist, die CDU mit der Regierungsverantwortung, die sie in den vergangenen Jahren hatte, immer und immer wieder an die Wand zu stellen. Und auf der anderen Seite haben wir ihn dann in der klassischen Opferrolle erlebt. Er hat mehrfach darauf hingewiesen, er habe weniger Redezeit. Die Moderatoren haben dann bewiesen, dass das Gegenteil der Fall ist. Er beschwert sich, es gäbe in Deutschland keine Meinungsfreiheit, steht aber in Berlin vor einer laufenden Kamera und darf dort seine Meinung verbreiten. Er beschwert sich unterschwellig, dass der CDU-Kandidat möglicherweise eine Frage schon vorher gekannt habe. Und das alles führt doch stark dazu, dass man hier endlich mal sehen kann, wie Kandidaten von rechts außen sich in Deutschland verhalten. Und es ist dringend notwendig, deswegen ziehe ich auch den Hut vor Herrn Vogt, diesen Schritt gegangen zu sein, dass wir die AfD in Deutschland inhaltlich stellen, weil sie doch in der Diskussion sehr stark auf Emotionen aus ist. Das haben wir bei Höcke gestern Abend mehrfach erlebt. Eine große Währung in der Politik ist ja Vertrauen, auch Glaubwürdigkeit. Und gerade bei der Glaubwürdigkeit kann man ja an der Körpersprache auch immer viel ablesen. Was ist Ihnen da aufgefallen? Wer konnte da punkten? Auch da haben wir bei Höcke noch mal zwei Gesichter gesehen. Einmal den nachdenklichen Höcke haben wir eben auch in den Bildern gesehen. Und zum anderen diese Gestik voll auf Angriff zu gehen. Auch da, finde ich, hat er stark emotionalisiert. Ich finde, dass Herr Vogt das mit einer gewissen staatsmännischen Manier aufgefangen hat, hat sich nicht provozieren lassen, ist seiner Linie treu geblieben, hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch zu sehr auf Tremolo und Drama gesetzt. Ich greife gerade mal zu den Passagen. Da war sehr viel Herzschmerz drin, als er erzählt hat, wo er aufgewachsen ist. Und das war alles sehr bedächtig. Man hatte auch den Eindruck, als sei der Kollege Vogt sehr gut vorbereitet gewesen auf dieses Duell. Und wird das auch gerne festmachen an, er hat das Grundgesetz in der Hand gehabt und hochgehalten. Er hat Auszüge aus Höckes Buch zitierfähig dabei gehabt. Das spricht sehr dafür, dass sich Mario Vogt sehr stark auf dieses Duell vorbereitet hat. Mein Gefühl war auch, dass mindestens einer der beiden davor ja im Trainingscamp gewesen ist. Herr Klein, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Analyse. Gern geschehen. Wir machen einen großen Sprung, analysieren nicht mehr das Duell gestern, sondern gucken, wie das Wochenende, was das uns bescheren wird, Marira. Ja, schönes Wochenendwetter. Sonne und ansteigende Temperaturen. Danach dann ein Wetterwechsel. Aber konzentrieren wir uns erst einmal auf das Schöne. Die Wiesen sind grün und in vielen Regionen blüht der Löwenzahn. Dazu zeigt sich das Wetter von seiner wirklich sehr schönen Seite, also insbesondere im Süden, von seiner oft sonnigen und vor allem auch milden bzw. fast schon warmen. Ganz anders dagegen heute der Himmel in Lübeck, wo es beispielsweise aus einer dichten Wolkendecke heraus nieselt. Auch morgen hat man an den Küsten leider wenig Chance auf Sonnenschein. Immerhin wird es meist trocken bleiben. Und weiter südlich tun sich dann auch einige größere Wolkenlücken auf und von Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Und über Baden-Württemberg und Bayern kommen Sie wieder in den ausgiebigen Genuss der Frühlingssonne. Entsprechend gibt es auch bei der Anzahl der Sonnenstunden sehr große Unterschiede. An der Ostsee reicht es minimal für drei Stunden. Im Breisgau werden es zehn Stunden mehr. Ja, und ähnlich großes Gefälle gibt es auch bei den Höchstwerten. Heißt also 28 Grad am Oberrhein erwarten wir bis hin zu maximal 13 auf Sylt. Und auch noch am Sonntag bleibt es bei diesen großen Temperaturunterschieden im Osten ziehen. Wenn überhaupt, dann wirklich nur kurze Schauer mal durch. Dabei legt der Wind dann aber von Norden her zu und leitet einen Wetterwechsel für die kommende Woche ein, der es dann in sich hat. Genau. Erstmal auf das Wochenende konzentrieren. Das wird sehr schön. Wen interessiert schon die Zukunft? Genau. Dankeschön. Wir schauen gleich gemeinsam nach Nordrhein-Westfalen. Denn dort haben Ermittler nun eine Gruppe von Jugendlichen enttarnt, die offenbar Anschläge verüben wollten. Das analysieren wir gleich, was da geplant war und wie man ihnen auf die Schliche gekommen ist. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nein, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen das an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch... Nein, Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großes Unterschied. Nein, nein, völkisch. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Das ist ein großes Unterschied. Schön, dass Sie bei uns sind. Ermittler in Nordrhein-Westfalen haben eine Gruppe von Jugendlichen enttarnt, die offenbar Anschläge verüben wollte. Das sollte im Namen der Terrorgruppe Islamischer Staat passieren. Die Polizei kam zunächst wohl einer 16-Jährigen in Iserlohn auf die Spur. Diese hatte Verbindung zu anderen Mädchen in Düsseldorf und München. Als treibende Kraft sehen die Ermittler einen 15-Jährigen aus Lippstadt. Die Anschläge mit Messern und auch Brandsätzen sollten zum Beispiel in Kirchen, Synagogen oder auch Polizeiwachen passieren. Konkrete Pläne, die gab es aber offenbar noch nicht. Greta Wagener ist für uns bereits in Düsseldorf vor der Generalstaatsanwaltschaft. Greta, also so junge Menschen, wir haben es ja hier mit Menschen zwischen 13 und 16 Jahren zu tun und dann schon so radikalisiert. Was weiß man denn inzwischen auch an Details über diese Gruppe? Ja, es ist sehr schwierig, da wirklich an Details heranzukommen, weil diese mutmaßlichen Täter eben so jung sind. Das ist wirklich das Erschreckende. Die vier Teenager, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen, sind eben 15 und 16 Jahre alt. Und das ist ein Alter, was wirklich erst einmal erschreckt. Und dann die Pläne, die man dazu vermutet, das in Zusammenhang zu bringen, ist wirklich schwierig. Sie sollen eben geplant haben, ja, auf Polizeiwachen loszugehen, Polizisten zu erstechen, aber auch Christliche in Kirchen anzugreifen mit Messern und Molotow-Cocktails. Des Weiteren sollen sie sich dann in Chats wohl darüber ausgetauscht haben, man wolle sich Schusswaffen besorgen. Und eines dieser Mädchen, was in diesen Chats dann wohl herausgekommen ist, die sticht den Ermittlern wohl dann besonders ins Auge, weil auch ihr Vater nicht unbekannt gewesen sein soll. Der war vor sechs Jahren den Ermittlern bereits ins Auge gefallen, weil er auch ja Spenden gesammelt haben soll. Und da wurde gegen ihn ermittelt wegen Terrorfinanzierung. Er soll eben diese Spenden gesammelt haben, um den IS finanziell zu unterstützen. Und dann soll ein Jahr später, also jetzt vor fünf Jahren, er bei einer Polizeikontrolle aufgefallen sein. Und dort wurde eine Schusswaffe in seinem Auto dann wohl gefunden. Und jetzt hatten die Ermittler dann wohl Sorge, dass auch die Tochter eben Zugang zu einer Schusswaffe haben könnte. Und deshalb gab es diesen Zugriff dann am Osterwochenende. Ich hatte vorhin hier in Düsseldorf die Möglichkeit, mit der Generalstaatsanwaltschaft noch einmal zu sprechen. Und über die genauen Details und den Ermittlungsstand hat mir die Generalstaatsanwältin da Auskunft gegeben. Wir haben drei jugendliche Beschuldigte, gegen die wir das Ermittlungsverfahren führen hier in Nordrhein-Westfalen. Eine Beschuldigte aus Düsseldorf, ein Beschuldigter aus dem Kreis Soest und eine Beschuldigte aus dem Märkischen Kreis. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wird im Land Baden-Württemberg geführt. Was wird Ihnen konkret vorgeworfen, beziehungsweise in welche Richtung ermitteln Sie da? Die drei jugendlichen Beschuldigten sollen geplant haben, einen terroristisch motivierten islamistischen Anschlag zu begehen und sich zu diesem bereit erklärt haben. Was, ja, wenn jetzt Sie so sitzen, Untersuchungshaft haben Sie ja gerade gesagt, im Falle einer Verurteilung, was kann da drohen bei auch Jugendlichen? Im Falle der Verurteilung wäre hier, das Jugendgerichtsgesetz würde Anwendung finden. Die drei Beschuldigten würden dann eine Jugendstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren erwarten. Sie haben die Wohnungen der drei beschuldigten Jugendlichen untersucht. Was haben Sie da sicherstellen können? Am Osterwochenende wurden ebenfalls die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Es konnten insbesondere Speichermedien aufgefunden werden, die derzeit ausgewertet werden. Also man kann an diesen Antworten der Generalstaatsanwältin auch nochmal raushören, dass die Ermittlungen hier noch am Anfang stehen und man da jetzt gerade anfängt, die Jugendlichen zu befragen und da eben weiter zu ermitteln. Aber was bei diesem ganzen Fall dann schon erst einmal klar ist, dass hier auch das Internet eine große Rolle spielt, dass Jugendliche sich über das Internet radikalisieren können und dass da bei Eltern, bei Lehrern auf jeden Fall geboten ist, die Augen da offen zu halten, damit so etwas nicht passieren kann. Greta, vielen lieben Dank für diese ersten Informationen und Details, auch für das Gespräch mit der Staatsanwältin. Vielen Dank. Greta Wagner hat es gerade schon angesprochen. Wege der Radikalisierung, da wollen wir jetzt auch nochmal näher darauf eingehen. Benjamin Jendro ist nun bei mir, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei. Herr Jendro, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Man muss ein bisschen auch denken an den Fall. Erst im Dezember hatten wir den, dass ein 15-Jähriger aus Burscheid auf einem Leverkusener Weihnachtsmarkt einen Anschlag, ein Blutbad dort verüben wollte. Nun also offenbar eine ganze Gruppierung, die sich auf den islamischen Staat dort beruft. Was braut sich da zusammen in Deutschland? Interessanterweise wissen wir ja noch gar nicht, was sich wirklich zusammenbaut. Aber wir müssen schon auch feststellen, dass es in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eine Entwicklung hingibt, dass immer mehr jüngere Tatverdächtige auch in den Fokus geraten, die einen IS-Bezug haben. Und sicherlich können wir da viel über die Gründe reden. Sicherlich hat auch die Corona-Pandemie da Auswirkungen, weil viele Jugendliche, Heranwachsende kein soziales Leben mehr hatten. Schulen waren zu Sportclubs, waren zu anderen Einrichtungen und sich dann auch in Social Media geflüchtet sind. Und wir wissen, dass Rechtsextreme, aber eben auch der IS ganz klar auch im Social Media Leute rekrutiert, da eigene Wahrheiten schafft. Und wir wissen auch, wenn wir uns mal anschauen, wie Algorithmen funktionieren im Social Media, irgendwann kriege ich dann auch nur noch das aus meiner Blase gezeigt. Und das muss uns eine Warnung sein. Wir reden jetzt hier über Teenager, die prinzipiell auch staatsgefährdene Straftaten verüben. Also das ist jetzt kein Kaugummi-Clown, das sind hochgefährliche Sachen und da stehen Menschenleben auf dem Spiel. Offenbar auch zumindest bei dem einen Mädchen war der Vater oder ist der Vater bereits Polizei bekannt. Der soll auch schon mal wegen Ermittlungen rund um Terrorfinanzierung aufgefallen sein, auch eine Waffe schon mal dabei gehabt haben. Aber dann offenbar ja dieses Netzwerk, was sich online auch firmiert hat. Wie kann man denn darauf, Sie sprechen das an, das sind junge Menschen, das sind Jugendliche. Wie kann man denn da überhaupt eine Handhabe entwickeln? Also zuerst mal muss man sagen, dass in dem Fall scheint ja nicht nur die Ermittlungsarbeit in Nordrhein-Westfalen ganz gut funktioniert zu haben, sondern auch der Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Wir müssen aber auch ehrlich sein, wahrscheinlich ist nur die Nadel im Heuhaufen. Es werden nicht die Einzelnen sein, die mal sowas besprechen. Wir haben den Fall angesprochen aus Ende des letzten Jahres. Und wir müssen ganz ehrlich sein, wir sehen, dass eine Radikalisierung erfolgt, dass Tatverdächtige auch immer jünger werden. Wir haben nicht mehr den 25-jährigen IS-Terroristen, der in Syrien sich ausbilden lassen hat, sondern das funktioniert heute vielleicht auch anders. Das funktioniert vielleicht auch in die Islamschulen beispielsweise, wo wir gar nicht wissen, was da eigentlich bildungstechnisch noch gelehrt wird. Wobei Bildung eigentlich Aufgabe des Staates ist, nicht irgendwelche religiösen Institutionen. Also ich glaube, da müssen wir genauer hingucken. Jetzt ist es gelungen, da auch jemanden rauszufiltern. Aber klar müssen wir auch über die technische Ausstattung der Sicherheitsbehörden sprechen. Vorratsdatenspeicherung ist ja gerade wieder so ein Thema. Wir haben jetzt auf Bundesebene die Entscheidung, dass es Quick-Free's gibt. Das hilft aber den Sicherheitsbehörden wenig weiter. Also es ist ein Zufallsfund. Wir leben auch von Nachrichtendiensten. Und manchmal, in dem Fall hat die Arbeit gut funktioniert, aber manchmal sind es halt wirklich reine Zufallsfunde. Und wir können von Glück reden, dass da die Kolleginnen und Kollegen auch schnell reagiert haben, Verbindungen hergestellt haben. Weil sonst hätten wir vielleicht schon über einen terroristischen Anschlag dieser Zelle, dieser Gruppe, über die Ostertage gesprochen. Das heißt, da würden Sie sich politisch noch mehr Unterstützung erhoffen. Und haben wir auch gerade auch nach den Diskussionen jetzt rund um die Kriminalstatistik, wo auch klar geworden ist, wir haben deutlich mehr Kinder- und Jugendgewalt in Deutschland, die auch eben verzeichnet worden ist. Jetzt wird wieder darum diskutiert, ob man das Mündigkeits-, Strafmündigkeitsalter doch nochmal reformieren sollte. Wie sehen Sie das in dem Fall? Jetzt hier haben wir es ja offenbar auch mit einer 13-Jährigen zu tun. Na gut, wir müssen erst mal sagen, das hat ja die Staatsanwaltschaftssprecherin da gerade auch deutlich gesagt. Auch das Strafmaß liegt dann bei zehn Jahren, bis zu zehn Jahren. Also der Strafrahmen ist schon da. Mir wäre es wichtig, dass wir Maßnahmen finden, dass es gar nicht dazu kommt, dass junge Menschen sich radikalisieren und dass solche terroristischen Straftaten auch mitunter geplant werden. Also wir müssen mal gucken, über was reden wir hier. Ja, da entscheiden Teenager oder verabreden sich Teenager wohl auch bundesweit. Das war jetzt nicht in einem Dorf oder in einem Ort, sondern die sind vernetzt. Und die sprechen sich zu terroristischen Straftaten ab, wo Menschen getötet werden sollen, wo Polizistinnen und Polizisten getötet werden sollen, Christen oder auch andere Menschen, die nicht ihrem Glaubensbild oder ihrem Weltbild entsprechen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Bevor wir über den Strafrahmen reden, sollten wir darüber reden, wie können wir Sicherheitsbehörden so ausstatten, dass das gar nicht passiert. Und was muss vielleicht auch geleistet werden mit Blick auf Bildung, mit Blick auf Terrorismusprävention, dass es gar nicht dazu kommt, dass sich junge Menschen radikalisieren. Weil mir ist relativ egal, ob ein 13-Jähriger oder ein 25-Jähriger einen Sprengsatz baut. Die Gefährlichkeit ist für die Menschen so oder so da. Das Ergebnis am Ende dasselbe. Aber Prävention, Bildung ist der Schlüssel, wie Sie nun sagen. Herr Jenruf, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung. Ich danke Ihnen. Und wir werfen den Blick von Nordrhein-Westfalen hier in die Hauptstadt unter dem Motto Wir klagen an, hat nämlich hier in Berlin der umstrittene dreitägige Palästinenser-Kongress begonnen. Die Polizei ist auf antisemitische und israelfeindliche Straftaten bereits vorbereitet. Die Veranstalter werfen der Bundesregierung mit Schuld an einem Genozid an den Palästinensern vor. Vor dem Tagungshaus, da versammelten sich bereits Demonstranten mit Israel-Fahnen und Plakaten. Sie werfen den Veranstaltern vor, Verbindungen zu Führungspersönlichkeiten und Institutionen der Hamas zu pflegen. Die Berliner CDU hatte zu den Protesten gegen die Veranstaltung aufgerufen. Und schauen wir doch direkt mal dorthin zu Nadine Janz nach Berlin-Tempelhof. Nadine, also der Veranstaltungsort, der ist inzwischen auch bekannt geworden. Welche Handhabe haben denn die Sicherheitsbehörden nun bei dieser Veranstaltung? Genau, ich stehe jetzt genau vor diesem Veranstaltungsort. Wann es genau losgeht, ist aktuell noch nicht klar. Und bei mir steht jetzt die Pressesprecherin der Polizei Berlin, Frau Dirschke. Und ich gebe deine Frage, Marie, einfach direkt mal weiter. Frau Dirschke, welche Handhabe haben Sie denn jetzt nun hier dagegen vorzugeben? In der Vergangenheit gab es ja dann immer wieder antisemitische Äußerungen etc. Was ist da jetzt hier heute Ihr Vorgehen? Juristisch bewertet ist diese Veranstaltung als eine Versammlung in geschlossenen Räumen. Unterliegt also den Regelungen des Versammlungsfreiheitsgesetzes, sodass man nicht pauschal eine solche Veranstaltung verbieten könnte. Insofern sind wir hier, um auch diese Versammlung zu gewährleisten, aber natürlich auch konsequent und unmittelbar gegen die Begehung von Straftaten vorgehen zu können. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch die entsprechenden Auflagen erteilt, beschränkende Auflagen, wie wir sie in der Vergangenheit bei pro-palästinensischen Versammlungen erfolgreich erlassen haben. Das heißt jetzt konkret, weil in der Vergangenheit gab es ja immer wieder Aktionen, wo dann Fahnen verbrannt wurden und antisemitische Äußerungen gerufen wurden. Wie ist dann Ihr konkretes Vorgehen jetzt hier oder Ihr Plan? Sollte das geschehen? Tatsächlich ist es so, dass wir natürlich einen Blick auf die Versammlung haben. Dieser Beschränkungsbescheid ist ergangen an den Versammlungsverantwortlichen. Er muss diese Beschränkung auch vortragen, sodass alle Teilnehmenden die Beschränkung verstehen können. Wenn es zu Verstößen gegen die Beschränkungen kommt, dann ist auch der Versammlungsleiter in der Pflicht, dagegen vorzugehen. Und erst dann, wenn ihm das nicht gelingt, dann werden wir einschreiten und bei der Begehung von Straftaten ohnehin unmittelbar und konsequent. Jetzt wurde ja erst vor wenigen Stunden hier dieser Ort bekannt gegeben. Jetzt durften die Leute noch nicht rein. Was genau passiert jetzt hier? Wie ist hier heute der Ablauf? Tatsächlich haben hier Maßnahmen der Feuerwehr noch stattgefunden, die geprüft haben, ob aus Brandschutzgründen eine Teilnehmerzahl begrenzt werden muss. Hier steht das Ergebnis noch aus. Entsprechend warten die Menschen jetzt eben eingelassen zu werden. Wir werden diese Versammlung schützen bis zu dem Punkt, wo Straftaten passieren. Dann werden wir einschreiten und bei wiederholtem Begehen von Straftaten, auch das haben wir in der Vergangenheit gezeigt, dann auch konsequent die Veranstaltung beenden. Vielen lieben Dank, Frau Dirschke. Also wir hören, wir warten jetzt gerade noch auf das Ergebnis von der Feuerwehr, ob hier der Brandschutz genug gewährleistet wird. Insgesamt wurden wohl rund 800 Tickets für Teilnehmende verkauft. Und die Presse hat allerdings keinen Zugriff. Dafür wurde auf einen Livestream verwiesen, dem man dann beitreten kann. Polizei ist insgesamt mit 900 Einsatzkräften vor Ort. Die Sicherheitsbehörden schauen also ganz genau hin, was sich dann da abspielen wird. Nadine, vielen Dank auch für das Gespräch mit Frau Dirschke. Und wir springen quasi örtlich nach Frankfurt, auch wenn Dietmar Deffner natürlich hier direkt neben mir steht. Dietmar, der DAX hat heute eigentlich einen Lauf, ne? Ja, der springt wieder ein bisschen nach oben. Hatte ja eine schwere Woche hinter sich. Gestern unter der Marke von 18.000 Punkten sogar gefallen. Immer noch infolge der starken Inflationsdaten in den USA, die dann die Zinssorgen wieder geweckt haben. Aber heute schütteln wir diese Sorgen etwas ab. Und die Anleger sagen sich, naja, auch wenn es keine drei Zinssenkungen vielleicht in diesem Jahr in den USA geben wird, Hauptsache die Konjunktur läuft dort, dann verdienen die Unternehmen auch Geld. Und das ist ja dann auch wieder gut für die Aktien. Und deswegen sehen wir aktuell einen Plus von 0,8 Prozent. Heute und seit Jahresbeginn immer noch ein Plus von 8 Prozent, das da auf dem Zettel steht. Der Goldpreis, der eilt weiter von Rekord zu Rekord. Hat auch infolge der Inflationsdaten einen kleinen Dämpfer gehabt diese Woche. Das war aber nur ein kleiner Zacken im Aufwärtstrend. Und heute sind wir zeitweise schon mal über die Marke von 2.400 Dollar gespitzt. Aktuell legen wir um ein Prozent zu. Und es gibt aber auch noch einen Absturz des Tages. Der kommt von Warta aus dem schwäbischen Ellwangen. Da geht es heute um wieder mal 30 Prozent fast nach unten. Wir sehen es gleich. Denn das Unternehmen hat gestern Abend mitgeteilt, dass die bisherigen Sanierungsbemühungen wohl nicht ausreichen werden, um bis 2026, wie eigentlich geplant, wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zu kommen. Und da bei so viel Absturz versagt sogar der Chart. Wir probieren es noch mal. Heute 29,6 Prozent des Flieses. Seit drei Jahren 91,6 Prozent das Minus. Das war mal ein sehr beliebter Börsen-Highflyer auch bei Privatanlegern. Und jetzt muss man wirklich sich Sorgen machen, auch um die Zukunft des Unternehmens. Mehr zu all dem dann um 12.45 Uhr in der Börsermittag. Alles wieder dabei. Gewinner und Verlierer am Tipp, mal danke. Höchst das Leben, ne? Oder? Absolut. Und da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema. Denn wir gehen natürlich gleich noch mal intensiv in die Analyse des großen TV-Duells, was ja gestern Abend hier live bei uns auch zu sehen war. Mario Vogt, der CDU-Mann aus Thüringen, gegen seinen Kontrahenten von der AfD, Björn Höcke. Wie fällt das Fazit aus? Was denken vor allem auch die Thüringen und Thüringer darüber? All das, Analysen, Einschätzungen, auch was die Körpersprache der beiden angeht, dann gleich hier bei uns. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert, Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir ja nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp! Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch mal. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsminister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend. Sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wird ja so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gebe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Auch an diesem Thema hier wird gearbeitet. Nun sagt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann, dass er Betroffenen verspricht massive Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages werde, Zitat, das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen spürbar erleichtern und verbessern. Das sagt er in dem Relationsnetwerk Deutschland mit dem neuen Gesetz behandelt der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als mündige Menschen. Der Bundestag stimmt heute Mittag über dieses Selbstbestimmungsgesetz ab. Die Kini-Figur ist ein bisschen das Stichwort jetzt, wenn wir zum Wetter kommen. Oh ja. Maira, guten Morgen. Guten Morgen. Am Oberrhein 29 Grad. Nicht heute, aber zum Wochenende hin. Das sind fast 6 Kilometer von Berlin entfernt. Jetzt kommst du wieder mit dem Aber. Ja, Rainer, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es knapp 6 Kilometer sind. Es wird wahrscheinlich einen Grund geben, warum du das so genau weißt. Nein, ist mir gerade eingefallen. Ich kenne ja Deutschland, weißt du, so Entfernungen. Da weiß ich, dass Deutschland wieder zweigeteilt ist. In den einen Teilen regnet und in den anderen Teilen scheint die Sonne. Stimmt. Lassen wir mal Ihre Ereiter machen. Stimmt, ganz genau. Ich bin beeindruckt, Carsten. Ja, aber heute erwarten wir nochmals für den April ganz typische Werte. In den nächsten Tagen, wie gesagt, da drehen die Temperaturen im Süden ordentlich auf. Guten Morgen. Ja, heute liegen wir wieder mit unserem Süden im Einflussbereich von hohem Luftdruck. Und der reicht von Spanien bis zum Schwarzen Meer. In unserem Norden haben wir es dagegen ja wieder mit vielen Wolken zu tun, die nämlich von dem Skandinavientief sozusagen zu uns geführt wurden. Die ziehen dann gleich auch schon vormittags erneut von den Küsten in. Oderer mike. Untertitelung. Europa, Wirtschaft, Migration. In unserem Welt-TV-Duell hat sich der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt einen heftigen Schlagabtausch mit AfD-Rechtsaußen Björn Höcke geliefert. Verkehrsminister Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen darf auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte gegen den englischen Premier League West Ham United. Das Duell, damit herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Das Duell Vogt gegen Höcke hier bei uns am Abend hat ein riesiges Echo ausgelöst. Würde der CDU-Politiker dem AfD-Rechtsaußen Parodie bieten? Das war die spannende Frage von Anfang an und man kann sagen, ja, das hat er. Und es ist auch von Moderationsseite in diesen über 70 Minuten gelungen, Höcke zu konfrontieren und zu entlarven. Also das Argument zu widerlegen, es würde nur der AfD nutzen, in eine solche TV-Debatte zu gehen. Bundesweit, aber besonders in Thüringen, dürfte der Schlagabtausch nachwirken. Dort wird schließlich am 1. September ein neuer Landtag und ein neuer Ministerpräsident gewählt. Schauen wir uns die entscheidenden Szenen dieses Duells in einer Zusammenfassung an. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen noch mal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es steht um den Kontext, Herr Höcke. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist nicht, das ist kein Problem mit dem Begriff Volk. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Das ist natürlich sehr spannend. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf hat in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt dieses TV-Duell für uns beobachtet. Also Steffen, welche Reaktionen hast du da während und nach dem Schlagabtausch Vogt-Höcke einfangen können? Ja, sowohl gestern als auch heute ist das natürlich Gesprächsthema hier auf den Straßen. Es ist Gesprächsthema bei den Parteien. Wir waren heute auch schon am thüringischen Landtag. Auch da wird das Ganze ausgewertet. Vielleicht damit beginnt die Linkspartei, sagt, dass es gestern keinen Gewinner gab, sondern zwei Verlierer, sowohl Björn Höcke als auch Mario Vogt, hätten sich als inhaltsleer und letztendlich ahnungslos präsentiert. Aber das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass diejenigen, die nicht dabei waren, das Duell natürlich kritisieren. Ansonsten, wir haben von der CDU-Reaktion, da sieht man natürlich Mario Vogt als klaren Sieger, aber auch von der AfD haben wir Reaktionen bekommen. Da hieß es auch unmittelbar nach dem Duell, Punktsieger sei Björn Höcke. Und auch heute haben wir unterschiedlichste Meinungen hier auf den Straßen. Heute ganz früh morgens schon hatte uns hier ein junger Mann angesprochen, der sagte, dass Björn Höcke sich da sehr souverän gegeben habe. Das Gleiche haben wir dann wiederum von einem CDU-Unterstützer bekommen. Und das wird natürlich in den nächsten, glaube ich, Tagen und Wochen weiter ausgeschlachtet. Und viele, da ist uns aufgefallen im Gespräch, haben eben nicht nur auf die Inhalte geachtet, sondern auch auf die Art und Weise, wie sich die beiden Männer präsentiert haben, sind das würdige Ministerpräsidenten möglicherweise eines Tages nach den Wahlen am 1. September. Also die Diskussionen, die gehen hier in Erfurt und anderswo in Thüringen, nicht nur in Thüringen, sondern in Deutschland, nunter, munter weiter. Und was ist da zu erwarten? Wird da an bestimmten Schrauben jetzt gedreht von Seiten der Parteien nach dem Duell? Also wie wird sich das auf den weiteren Wahlkampf auswirken? Also die heiße Phase, die wird natürlich im Sommer beginnen, Juli, August. Das sind die entscheidenden Monate. Und die werden dann wahrscheinlich einerseits natürlich auch im Fernsehen ausgetragen. Und natürlich zehrt man auch so ein bisschen von dem, was man da gestern möglicherweise erreicht hat. Aber der Wahlkampf, der wird sich natürlich auf die Straßen verlagern. Hier geht es denn darum, dass die Kandidaten rausgehen, mit den Menschen sprechen, die dann wiederum überzeugen. Ich habe heute auch wieder die Frage gestellt, wir haben ja da Umfragen momentan, die AfD bei 30 Prozent, die CDU bei 20 Prozent, die Linke noch etwas weniger. Ist da noch Bewegung drin? Und wir haben unisono von den Parteien gehört, ja, wir sehen da Chancen, noch viel zu bewegen in den nächsten Monaten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht mit Sicherheit auch nicht zu unterschätzen, hier in Thüringen und anderswo. Also da ist noch extrem viel Bewegung drin. Aber ich bin mir sicher, dass sowohl CDU als auch AfD, dass sowohl Björn Höcke als auch Mario Vogt den gestrigen Abend so ein bisschen als Auftakt zum Wahlkampf sehen und daraus möglicherweise auch Energie schöpfen wollen. Steffen Schwarzkopf, vielen Dank für diese Eindrücke und Informationen. Und bei uns im Studio ist jetzt Paul Klinzing. Ja, wir haben jetzt Reaktionen gehört aus Thüringen. Wie ist es denn im Netz? Das ist ja schließlich ein ganz wichtiger Multiplikator. Wie sind da die Reaktionen auf das Duell? Ja, vor allem bei Twitter-Ex hat man sofort gesehen, dass auf dieses Duell reagiert wird. Wie genau, das sehen wir uns jetzt im Detail an. Also alleine unter den Hashtags Höcke, Vogt und TV-Duell, die waren ganz oben auf der Ex-Seite als die Begriffe, die am meisten gesucht wurden. Und da kamen über 100.000 Kommentare zusammen. Und ich habe mir das gestern Abend auch angesehen und habe bemerkt, dass es doch sehr ausgeglichen ist. Es gibt viele positive Höcke-Kommentare, aber auch viele positive Vogt-Kommentare. Das Ganze hat sich dann aber sehr schnell gewendet. Wenn man heute Morgen oder jetzt im Laufe des Tages auch auf die Kommentare bei Twitter guckt, dann ist das doch sehr AfD-lastig. Wir haben das auch ein bisschen hier mal gekennzeichnet. Eins fällt dann doch auf, dass viele der AfD-treuen Fans ihren Namen dann nicht bekannt geben. Aber es gibt wirklich eine große Flut an Kommentaren von der AfD-Seite. Wieso das Ganze? Naja, man weiß ja, die AfD ist ja ganz gut auf sozialen Netzwerken unterwegs. Beispielsweise eben auch auf Twitter. Höcke hat beispielsweise über 100.000 Follower. Herr Vogt nur etwa um die 9.000. So viel zu Ex. Wir blicken jetzt auf die Tageszeitungen. Denn Journalisten in ganz Deutschland haben natürlich auch auf dieses Duell geblickt. Und in dem Fall haben wir mal die Süddeutsche Zeitung herausgehoben. Hier schreibt man über Mettbrötchen und NS-Parolen. Über Mettbrötchen, da komme ich gleich noch darauf hin. Und in dem Fall jetzt noch mal Bild, gleich drei Titel hier zu sehen. Unter anderem wird aber auch hier Herr Vogt gelobt, weil er Höcke in die Ecke treibt. Gleiches sieht auch die Frankfurter Allgemeine. Die schreibt, Vogt's Experiment ist gelungen. Und dann noch ein Artikel in dem Fall vom Spiegel. Und jetzt sind wir wieder bei den Mettbrötchen. Da gab es nämlich eine Situation im Duell. Und wie genau die aussieht, da wollen wir jetzt noch mal reinhören. Dass ein Eisenacher Fleischer-Meister, der nach Opel liefern will, seine Gehacktesbrötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... In Thüringen heißt das Gehacktes, wenn Sie sich in der Hand auskennen... Ich habe gerade gesagt Gehacktesbrötchen. Nee, Sie haben Mett gesagt. Es ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir Gehacktes. Ich habe dann auch noch mal übersetzt Mett, weil nicht jeder Gehacktes versteht. Das sollen Sie mir doch zugestehen, Herr Vogt. Wir müssen... Also neben den vielen ernsten Themen, die hier auch besprochen wurden, versuchte dann in diesem Fall Herr Vogt dann auch Herrn Höcke in die Enge zu treiben. Vor allem, naja, was das Heimatgefühl anbelangt. Und auch die CDU Thüringen hat gleich gepostet, na, wer kennt seine Heimat denn jetzt besser? Das heißt hier bei uns Gehacktes. Und das Ganze zieht noch weitere Kreise, denn selbst Herr Ramelow hat ja im Vorfeld gesagt, er will sich zu diesem TV-Duell gar nicht äußern, hat es jetzt aber doch gemacht. Er war nämlich heute bei einer Veranstaltung und hat nämlich dann Folgendes zu dem Thema Gehacktes gesagt. Es war der 1. Juli 1970, da habe ich meinen ersten Ausbildungstag im Lebensmitteleinzelhandel absolviert. Habe meine Berufsausbildung gemacht, bin später dualer Ausbilder geworden. Das heißt Berufsausbildung ist meine Leib- und Magenangelegenheit. Und ich könnte jetzt fachlich den Unterschied zwischen Gewiegtem, Gehacktem und Met erläutern, falls jemand Bedarf dazu hat. Also bei Fleischfragen, Ramelow-Fragen. Ich ziehe mich aus dieser Diskussion tatsächlich zurück. Ich bin selber aus Bayern und da wird das nicht so gerne gegessen. Aber man sieht, neben den doch ernsten Themen ist das auch ein sehr großes Thema gewesen. Ex und Twitter, ja. Ich kann nur beisteuern, in Berlin isst man das auf jeden Fall gerne, aber nur im Zusammenhang mit Zwiebeln. Also Zwiebeln mit, das ist dann schon die große Sache. Vielen Dank, Paul Klintzing. Und dieses vielbeachtete TV-Duell können Sie jetzt bei uns in Welt TV nochmal komplett sehen. Gleich um 13 Uhr dann gerne einschalten. Und damit gehen wir kurz in die Werbung. Und danach gibt es aktuelle Meldungen. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird. Aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir ja nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke... Willkommen zurück hier bei Welt. Das wäre ja schon ein Klopper, dieses Thema. Verkehrsminister Wissing warnt vor bundesweiten Fahrverboten an den Wochenenden. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes es nicht bis zum Sommer beschlossen werde. Darin will man die Einhaltung der Klimaziele künftig nicht mehr an einzelne Sektoren knüpfen und die Bereiche wie Verkehr oder Gebäude bei Verfehlungen zu Sofortmaßnahmen verpflichten. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß im Verkehr nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen kritisierten umgehend seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Unter dem Motto, wir klagen an, hat in Berlin der umstrittene dreitägige Palästinenser-Kongress begonnen. Die Polizei hat sich da auf mögliche antisemitische und israelfeindliche Straftaten vorbereitet. Die Veranstalter werfen der Bundesregierung mit Schuld an einem angeblichen Genozid an den Palästinensern vor. Vor dem Tagungshaus versammelten sich Demonstranten mit Israel-Fahnen und Plakaten. Sie werfen den Veranstaltern vor, Verbindungen zu Führungspersönlichkeiten und Institutionen der Hamas, also zu Terroristen, zu pflegen. Die Berliner CDU hatte zu Protesten gegen diese Veranstaltung aufgerufen. Ja, der sogenannte Palästinenser-Kongress in Berlin zugeschaltet ist jetzt Philipp Pehmann-Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Ich grüße Sie, Herr Pehmann-Engel. Wie sehen Sie denn diesen Kongress? Werden da auch für Sie vertretbare Ziele besprochen oder ist das eine rein anti-israelische Veranstaltung? Ja, grüße Sie, guten Tag. Nein, da werden keine vertretbaren Ziele besprochen und diskutiert. Es geht um Israel-Hass pur. Es geht um Antisemitismus pur. Der 7. Oktober wird von Rednern befürwortet, begrüßt. Es wird zur Auslöschung Israels aufgerufen. Und da müsste doch eigentlich für jeden Demokraten klar sein, so einen Kongress kann man nicht einfach über die Bühne laufen lassen. So ein Kongress muss verboten werden, aber das ist leider nicht der Fall. Der Senat prüft ja ein Verbot. Woran scheitert das Ihrer Meinung nach? Naja, also die Meinungsfreiheit ist in Deutschland ja aus guten, guten Gründen ein sehr, sehr hohes Gut. Aber wir wissen auch, wenn ein politischer Wille da ist, dann kann man solche Veranstaltungen auch verbieten lassen. Also nochmal, es gibt nicht nur Hinweise, es gibt Fakten dazu, dass eben zur Auslöschung Israels dort aufgerufen werden wird, beziehungsweise dass Redner, die dort auftreten werden, dezidiert dafür stehen, dass sie sagen, Israel als Staat muss vernichtet werden. Und nach dem 7. Oktober gab es ja auch Verbote in Berlin von sogenannten pro-palästinensischen Veranstaltungen, die tatsächlich israelfeindliche, antisemitische Veranstaltungen waren. Und das hätte ich mir hier auch gewünscht, dass so eine Veranstaltung dann eben nicht unter Meinungsfreiheit firmiert, sondern eben unter Israel Hass pur, unter Antisemitismus pur. Ja, und wenn wir diesen Satz wirklich ernst meinen, Antisemitismus hat in Berlin keinen Platz, dann muss da der politische Wille da sein und zumindest versucht werden, diesen Weg zu gehen, dass eben dieser Kongress, diese Veranstaltung verboten wird. Ja, offenbar scheint es doch in Augen der Politiker nicht ganz so eindeutig zu sein. Also die Veranstalter selbst sagen ja, man wolle einen Beitrag zum globalen Dialog über Gerechtigkeit für Palästina leisten. Vielleicht braucht es doch mehr Beweise. Also es heißt ja, dass die Polizei eben bereitsteht und sofort antisemitische Straftaten dann auch ahnden will. Genau, das ist natürlich gut, aber dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also ihre Kollegen von der Welt, von der Welt, Friedrich Schindler zum Beispiel, aber auch wir als jüdische Allgemeine haben uns wirklich mal das Programm genau angeschaut und uns auch die Redner angeschaut. Ein Redner zum Beispiel hat den 7. Oktober gelobt, befürwortet, also wirklich wohlgemerkt zur Erinnerung des größten Massakers an Juden an einem Tag nach dem Holocaust, nach der Schoah. Und ja, also da kann ich einfach nicht nachvollziehen, wie man dann so einen Kongress wirklich durchführen lassen kann. Das ist schon mehr als schwierig. Das ist sehr, sehr problematisch. Also ich habe da wirklich Zweifel, ob der politische Wille wirklich so stark da gewesen ist, das zu verbieten. Ja, zu verbieten offenbar nicht, aber Proteste gibt es schon. Da haben nahezu alle Parteien zu aufgerufen. Sie selbst sind ja auch Antisemitismus konkret ausgesetzt. Am Mittwochabend sind Bücher von Ihnen in Berlin in einem Laden zerrissen worden. Also wie bedrohlich ist das Thema für Sie? Im Moment ist das wieder schlimmer geworden? Ja, also die antisemitische Bedrohung seit dem 7. Oktober hat massiv zugenommen. Das heißt nicht, dass es die vor dem 7. Oktober nicht gegeben hätte, aber das ist wirklich ein Dammbruch, den wir erleben seit dem 7. Oktober. Sie haben das Beispiel genannt. Das ist einen Anführungsstrichen noch ein harmloses Beispiel. Also Juden sind tagtäglich wirklich massiven verbalen und körperlichen Angriffen ausgesetzt. Ja, und das ist einfach ein Riesenproblem. Und dieser Kongress in Berlin, der jetzt durchgeführt werden wird, ja, der trägt auch dazu bei, dass dieses Problem nicht kleiner wird, sondern im Gegenteil nur noch viel, viel größer. Das ist die Bestandsaufnahme. Philipp Pehmann-Engel, vielen Dank. Danke. Tschüss. Der Süden der Ukraine war in der Nacht wieder Ziel russischer Drohnenangriffe. In der Nähe von Jeppo Petrovsky riet eine Anlage der Stromversorgung in Brand. Schon zuvor hatte Russland die ukrainische Stromversorgung angegriffen, wie hier in Kharkiv. Vorletzte Nacht wurde ein Kraftwerk bei Kiew zerstört. Dazu Umspannwerke und andere Anlagen. Russlands Präsident rechtfertigte die Angriffe als Maßnahmen zur Entmilitarisierung der Ukraine. Vladimir Putin sagte, so treffe man auch die ukrainische Rüstungsproduktion. Zugeschaltet ist aus Moskau unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner. Herr Wanner, der belarussische Machthaber Lukaschenko und Russlands Präsident Putin haben sich im Kreml getroffen. Dabei ging es auch um Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Also was genau wurde dort besprochen? Vladimir Putin hat die Angriffe auf Wärmekraftwerke, Wasserkraftwerke generell auf die Energieinfrastruktur gerechtfertigt und hat das Ziel des Ganzen ganz klar noch einmal hervorgehoben. Und das Hauptziel ist es einfach, die Waffenindustrie zu lähmen der Ukrainer. Zu verhindern, dass Panzer hergestellt werden können, zu verhindern, dass Panzer repariert werden können. Um das ganz vereinfacht zu sagen, da wo kein Strom mehr da ist, da wird auch die Versorgung der ukrainischen Armee schwierig. Und wo kein Strom mehr ist, da ist auch die Kommunikation nicht mehr vollumfänglich möglich innerhalb der ukrainischen Truppe. Und deswegen nennt Wladimir Putin die Angriffe auf die Energieinfrastruktur Demilitarisierung. Und das ist ja eines der von Putin erklärten Kriegsziele. Und heute jährt sich die russische Invasion im Donbass zum zehnten Mal. Du warst damals als Korrespondent mit dabei. Hast du zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon gedacht, dass der Konflikt sich zu so einem großen und langwierigen und schlimmen Krieg entwickelt? Ja, damals überhaupt nicht. Das Ganze vor genau zehn Jahren muss man ja nochmal im Zusammenhang sehen. Zuerst war diese Maidan-Revolution, Euro-Maidan, im Februar 2014. Dann die Krim-Annexion im März 2014. Und dann ging das Ganze im Donbass los. Und wir waren als Reporter überall dabei damals und eigentlich auch schon erschöpft. Und keiner hat mir in irgendeiner Form an irgendwas Großes geglaubt im Donbass. Meine Meinung war immer, dass man da jetzt von russischer Seite was vom Zaun bricht, um eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Nach dem Motto, wo die territoriale Integrität nicht gegeben ist, wird es auch keine NATO-Mitgliedschaft geben. Die Russen haben die Krim in die Föderation, also in die russische Föderation integriert. Und da stand ja auch die Befürchtung von Moskau, dass jetzt als Antwort die NATO die Ukraine aufnehmen könnte. Und damit das nicht funktioniert, brauchte man eine weitere offene Wunde in der Ukraine. Das war meine Meinung. Und deswegen ging das im Donbass los. Aber das Ganze hat begonnen in Slawensk. Also das ist heute ukrainisch kontrolliertes Gebiet. Und da haben eine Handvoll Männer bewaffnet eine Polizeistation genommen und mit abgesägten Schrotflinten die Kalaschnikows da aus der Polizeistation rausgeräumt und dann benutzt, maskiert. Das Ganze sah aus. Also ich möchte gar nicht das vergleichen. Das war nicht ernst zu nehmen zu Beginn. Aber dann kamen ziemlich schnell immer mehr uniformierte, bewaffnete Männer, die dann auch einen Eindruck gemacht haben auf mich wie Sondereinheiten. Und das ging dann mit rasender Geschwindigkeit. Und dann gab es auch schon 2014 die erste Kesselschlacht im August, Ust-Illawaisk, dann 2015 wieder Kesselschlacht, Debalzawa. Und da war dann auch für mich klar, dass die Separatisten, die ich dort zu Beginn gesehen habe in der Polizeistation von Slawensk, mit all dem nichts mehr zu tun hatten. Sie hätten keine Chance gehabt gegen die ukrainischen Truppen. Und da haben dann die Russen eingegriffen, in meinen Augen. Da gibt es viel Diskussion, da wird auch viel geleugnet von russischer Seite. Aber anders konnten die Separatisten das gar nicht halten. Sie haben sich dann aus Slawensk zurückgezogen Richtung Donetsk. Wir all das wissen. Wir wissen das alles. Und dann hat das Ganze sich weiterentwickelt und weiterentwickelt über die Jahre. Häufig war es auch zwischendurch mal wieder ruhig, auch durch die ganzen Verhandlungen, die es dann gegeben hat. Und dann ist die Hölle losgebrochen erst richtig am 24. Februar vor zwei Jahren, also 2022. Und jetzt haben wir den größten Flächenkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und damals hätte ich das nie gedacht, wie das begonnen hat. Das sah alles nicht ernstzimmend aus. Aber dann hat sich eben doch alles anders entwickelt. Ja, in der Tat. Vielen Dank für diesen Rückblick. Christoph Wanner in Moskau. Der Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen darf auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte gegen den englischen Premier League-Club West Ham United 2 zu 0 und reist mit einem guten Polster zum Rückspiel nach London in einer Woche. Jetzt steht aber erst mal der Kampf um die Meisterschaft an diesem Wochenende an. Wieder ein Sieg der Überflieger aus Leverkusen. Die verrückte Serie geht weiter auch in der Europa League. Überlegen schlägt Bayer Leverkusen West Ham mit 2 zu 0 im Viertelfinal-Hinspiel. Teil 1 ist also erst mal geschafft. Wieder eine seriöse Leistung mit Konzentration, mit Geduld, mit gutem Fußball. Teil 2 folgt am Sonntag an der Bundesliga-Spitze. Da hat die Werkself die Chance auf die Meisterparty. Die Freude ist super. Ist klar, wenn wir gewinnen, wir sind Meister. Und wir müssen Vollgas geben. 42 Pflichtspiele, schon sind sie ungeschlagen, die Rheinländer. Noch zwei weitere, dann ist der Rekord von Juventus-Turin geknackt. Doch was macht die Mannschaft besonders? Der Teamgeist, die Spielweise, die Zähigkeit. Journalisten und Blogger weltweit schreiben Lobeshymnen auf Leverkusen. Es gibt keine Egoisten, sondern wir kämpfen die Mannschaft, wir ackern, wir fighten, wir spielen, wir laufen, wir diskutieren auf dem Platz, neben dem Platz. Und das macht eine Top-Mannschaft aus. Wir wollen natürlich den Fans, die natürlich auch sehr, sehr lange dabei sind, was geben. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für den Verein, für die Fans, für den Spieler, wenn wir hier Geschichte schreiben können. Geschichte mit der ersten deutschen Meisterschaft. Am besten erst am Sonntag, am eigenen Spieltag, sagt der Leverkusener Offensivspieler Jonas Hofmann. Gerade wenn man zum ersten Mal deutscher Meister werden kann, willst du das nicht irgendwie zu Hause auf der Couch mit einem Glas Wasser am Tag, bevor du selber spielst, so Hofmann. Es wäre der erste Meister seit zwölf Jahren, der nicht Bayern München heißt. Viele Kinder werden staunen, dass das möglich sein kann. Ja, und jetzt schauen wir auf eine wunderbare grüne Wiese, auf schöne gelbe Blumen und auf eine sehr schöne Wettermoderatorin namens Maira. Das war eine Überleitung, vielen Dank. Ja, und auf schönes, wunderschönes Wochenendwetter, das vor uns liegt. Darauf schauen wir auch. Zum Glück auf den Wetterwechsel, der danach ansteht, lieber nicht. Das ersparen wir uns erst mal. Ja, die Wiesen sind grün und in vielen Regionen blüht der Löwenzahn. Und dann dazu zeigt sich das Wetter vor allem im Süden von seiner sehr freundlichen, also oft sonnigen und äußerst milden Seite. Ganz anders dagegen heute der Himmel in Lübeck beispielsweise, wo es aus einer dichten Wolkendecke heraus ab und an nieselt. Auch morgen hat man dann an den Küsten leider wenig Chance auf Sonnenschein. Immerhin wird es meist trocken bleiben. Ja, weiter südlich sind auch einige größere Wolkenlücken möglich. Ja, und von Rheinland-Pfalz und dem Saarland über Baden-Württemberg und auch Bayern kommen sie wieder in den Genuss von viel Frühlingssonne. Entsprechend gibt es auch bei der Anzahl der Sonnenstunden sehr große Unterschiede. An der Ostsee reicht es minimal für drei Stunden. Im Breisgau sind es ganze zehn Sonnenstunden mehr. Und bei den Höchstwerten gibt es ein noch größeres Gefälle. Also 28 Grad erwarten wir dazu am Oberrhein maximal 13 auf Sylt. Und auch noch am Sonntag bleibt es bei diesen großen Temperaturunterschieden im Osten ziehen, aber wenn überhaupt wirklich nur kurze Schauer durch. Dabei legt der Wind an der Nordsee insbesondere dann aber auch zu. Und der leitet dann auch einen Wetterwechsel für die neue Woche ein und der wird es dann auch in sich haben. Hm, wechselhaft. Ja, wechselhaft und vor allem auch deutlich kühler. Und auch in den Nächten kann es dann leichten Frost geben. Aber gut, wir sind ja mitten im April. Ist ja auch viel zu warm. Da muss ich mit Geduld üben. Vielen Dank, Marjira. Genau, gerne. Reaktionen auf das TV-Duell Höcke-Vogt gibt es gleich bei uns. Also bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches mit Verlauben... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei. Nein, ich kann doch nicht. Willkommen zurück. Schön, dass Sie dabei sind. Das Duell Vogt gegen Höcke hier bei uns am Abend hat ja ein riesiges Echo ausgelöst. Würde der CDU-Politiker dem AfD-Rechtsaußen Paroli bieten? Das war die spannende Frage von Anfang an und man kann sagen, ja, hat er. Bundesweit, aber besonders in Thüringen, durfte dieser Schlagabtausch nachwirken. Dort wird schließlich am 1. September ein neuer Landtag und ein neuer Ministerpräsident gewählt. Reaktionen, vor allem von den politischen Rivalen, ließen auch nicht lange auf sich warten. Leonie von Rando fasst sie zusammen. Watch-Party bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest. Und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Genauso wie im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Ich bin mir sicher, das geht in die Geschichtsbücher. Also das war eine Sternstunde, fand ich, für die CDU. Wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen, die Widersprüche aufsetzen von diesem Typen und dieser Partei. Und nicht nur von Brandmauern reden, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung, die überzeugt und nichts anderes und das war gut. Das sieht der erste und einzige AfD-Landrat in Deutschland anders. Punktsieg für Höcke findet Robert Sesselmann aus dem thüringischen Sonneberg. Weil Herr Höcke immer seriös geantwortet hat, während Herr Vogt solche Begriffe wie Reichskanzler verwandt hat oder aber auch hier als kleiner Wadenbeißer hier ins Rennen gegangen ist. Das hat Herr Höcke nicht nötig. Deshalb ist aus meiner Sicht Herr Höcke der klare Sieger dieses Duells gewesen. Kritik am Wortgefecht zwischen Höcke und Vogt kommt von FDP und Linksparteien Thüringen. Sie finden viel Selbstdarstellung, wenig Inhalt. Das, was wir da gestern erlebt haben, war ein TV- oder Medienspektakel von zwei Oppositionspolitikern, die wenn überhaupt eins bewiesen haben, nämlich, dass sie beide nicht das Format haben, Ministerpräsident für Thüringen zu werden. Weil um die konkreten Ideen für das Land ging es gestern Abend nicht. Aber was wir konkret gegen Schulausfall, was wir konkret für die Dynamisierung der Wirtschaft, was wir am Punkt zur Digitalisierung, was wir für die älter werdende Bevölkerung in Thüringen tun wollen, das blieb außen vor. Insofern ist der Thüringer Wähler nicht viel schlauer geworden. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, verspricht deutliche Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages etwa werde das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen spürbar erleichtern und verbessern, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit dem neuen Gesetz behandele der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als mündige Menschen. Der Bundestag stimmt heute Mittag über dieses Selbstbestimmungsgesetz ab. Und damit zu Achim Unser in den Bundestag. Ja, also Achim, die CDU sieht in diesem Selbstbestimmungsgesetz ein echtes Sicherheitsrisiko. Was ist damit gemeint? Wieso? Ja, die Frage kann ich gleich mal weitergeben. Die Debatte beginnt übrigens in einer halben Stunde. Dann wird hier im Bundestag darüber gesprochen. Ich spreche jetzt mit Andrea Lindholz, stellvertretende Fraktionschefin der Union. Frau Lindholz, Sie sehen in diesem Gesetz sicherheitsrelevante Bedenken. Können Sie uns hier nochmal erklären? Also ich will sagen, dass das Gesetz weit über das Ziel hinaus schießt, dessen, was man hätte regeln müssen. Es gilt jetzt für jeden und für alle, dass man im Prinzip jährlich sein Geschlecht und seinen Namen ändern kann. Und im ursprünglichen Entwurf waren Übermittlungsvorschriften an die Sicherheitsbehörden vorgesehen. Diese hat man jetzt aus dem Gesetz gestrichen. Und das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko, wenn jemand mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt Geschlecht und Namen ändern kann und das gleichzeitig den Sicherheitsbehörden nicht bekannt gegeben wird. Hier sind alle Hürden gefallen, die wir vorher in dem Gesetz hatten. Und das ist ein großes Sicherheitsrisiko. Das ist auch bisher noch gar nicht wesentlich thematisiert worden. Und ich halte das für einen großen Fehler, dass man diesen Passus aus dem Gesetz gestrichen hat. Das waren die Ampelfraktionen, die sich jetzt im Bundestag darauf verständigt haben. Und für mich ist das vollkommen inakzeptabel. Jetzt haben Sie bestimmt natürlich auch mit Ihren Kollegen und Kolleginnen von der Ampel darüber gesprochen, denen das auch präsentiert, Ihre Bedenken. Was haben die dazu gesagt? Wissen Sie, das Argument ist immer, dass man sagt, ja, wir glauben doch nicht etwa ernsthaft, dass Transsexuelle das machen würden. Darum geht es aber gar nicht. Es geht nicht darum, dass transsexuelle Menschen hier gezielt Sicherheitslücken ausnutzen, sondern es geht darum, dass Menschen, die es bewusst darauf anlegen, ihre Identität zu verschleiern, hier eine Sicherheitslücke vorfinden und das ausnutzen können. Und das ist ein Argument, das bei der Ampel offensichtlich nicht vollständig zieht, aber zumindest teilweise, weil Sie haben einen Entschließungsantrag, bringen Sie ein, wo Sie im Prinzip das Problem auch später vertagen und sagen, ja, wenn ihr irgendwie mal noch das öffentliche Namensrecht so anpackt, dann kann es ja damit geregelt werden. Das ist aber deshalb so aberwitzig, weil wir hier auch gerade Änderungen zum Namensrecht beschließen. Das heißt, wenn es mir als Ampel wirklich ernst damit gewesen wäre, diese Sicherheitslücke in den Griff zu bekommen, dann hätte ich hier heute ein Paket geschnürt und hätte das gleich mit geregelt. Aber das ist ein offensichtlicher Streitpunkt innerhalb der Ampel, der sozusagen nur verschoben wird und der bis dahin aber eine große Sicherheitslücke für unser Land darstellt, und zwar für Menschen, die bewusst unsere Sicherheitslücke ausnutzen wollen. Sven Lehmann, der Querbeauftragte der Regierung, der sagt, nun in Argentinien gibt es ein ähnliches Gesetz seit zehn Jahren und dort gibt es eben keinen Missbrauch, wurde zumindest nicht berichtet. Also er sagt, die Bedenken sind eigentlich überzogen. Das ist natürlich Quatsch, was Herr Lehmann sagt, weil andere Länder haben andere Identifizierungsmerkmale. Also es gibt zum Beispiel Länder, die haben eine einheitliche ID, da brauchen wir im Prinzip unser Name und unser Geschlecht gar nicht, weil es läuft nur über diese Identifikationsnummer. Aber das haben wir in Deutschland nicht, sondern unsere Identifikation findet über das Geschlecht statt, das wir in Registern angeben und dann in unterschiedlichen Registern. Bei der Steuer ist das anders als in anderen Systemen. Und deswegen kann man das natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das ist wie Äpfel und Birnen miteinander zu vergleichen. Und allein die Tatsache, dass man behauptet, in einem anderen Land würde etwas nicht missbräuchlich ausgenutzt, das heißt doch noch lange nicht, dass ich bei uns ein Gesetz mache, wo selbst unsere Sicherheitsbehörden ja im Grunde genommen im Hintergrund sagen, das ist ein Sicherheitsrisiko. Das geht doch nicht. Vielen Dank, Andrea Lindholz, stellvertretende Fraktionschefin der Union. Wir können auf die Debatte gespannt sein. Wir hören ja, da gibt es erhebliche Bedenken bei Frau Lindholz. Auf jeden Fall, werden wir auch darüber berichten. Achim Unser, vielen Dank. Und gleich in der Börse am Mittag. Der DAX macht heute wieder Boden gut und steigt über die Marke von 18.000 Punkten. Gold markiert sogar ein neues Allzeithoch. Einzelheiten dazu und Einschätzungen zu den weiteren Aussichten für DAX und Gold gleich ausführlich bei Dietmar Deffner. Bis dann. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert... Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nein, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja nach heute gefragt, aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann Sie ihn noch mal vorlesen, gerne. Ich würde dann gerne noch mal vorlesen. Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltsatz, mit dem man seinen Wort... Nein, das ist kein Allerweltsatz, das ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp, darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind Völker. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsmister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend. Sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberals. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wäre so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gebe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Auch an diesem Thema hier wird gearbeitet. Nun sagt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann, dass er Betroffenen verspricht massive Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages werde, Zitat, das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen spürbar erleichtern und verbessern. Das sagte er dem Redaktionsnetwerk Deutschland. Mit dem neuen Gesetz behandelt der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als... Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. Die Bundesregierung sieht nach monatelanger Wirtschaftsflaute wieder Licht am Horizont. Jüngste Konjunkturindikatoren deuten eine Trendwende an. Hier heißt es in dem heute veröffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Sie signalisierten eine allmähliche wirtschaftliche Stabilisierung, auch wenn das Gesamtbild immer noch uneinheitlich sei. Die Industrieproduktion, insbesondere auch in den energieintensiven Bereichen, hat sich seit Jahresbeginn spürbar erholt, erklärte das Ministerium. Und die Bauproduktion stieg seit Jahresbeginn kräftig an. Neben günstigen Witterungseffekten dürfte die Normalisierung des Krankenstandes zu Aufholeffekten in der Produktion beigetragen haben. Auch der Warenhandel habe sich tendenziell positiv entwickelt. Allerdings seien die Industrieaufträge aber abwärts gerichtet und verringerten die Auftragsbestände der Unternehmen. Ein Exporteinbruch und überraschend gefallene Importe wecken Zweifel an der Konjunkturerholung in China. Die Ausfuhren fielen um 7,5 Prozent schwächer aus als ein Jahr zuvor, wie die Zollbehörde in Peking mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit August 2023. Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 2,3 Prozent gerechnet, nachdem die Exporte im Zeitraum Januar und Februar noch um 7,1 Prozent gestiegen waren. Auch die Importe fielen überraschen und zwar um 1,9 Prozent. Das deutet auf eine schwache Binnennachfrage hin. Hier hatten Ökonomen mit einem Wachstum von 1,4 Prozent gerechnet, nachdem die Einfuhren in den ersten beiden Monaten zusammen noch um 3,5 Prozent zugenommen hatten. Bundeskanzler Olaf Scholz will bei seinen Gesprächen in China auch das Problem von chinesischen Überkapazitäten ansprechen, die von der Bundesvolksrepublik auf den Weltmarkt geleitet werden. Zudem seien dem Kanzler Fortschritte bei Fragen des fairen und gegenseitigen Marktzugangs wichtig, sagte ein deutscher Regierungsvertreter zu der morgen beginnenden dreitägigen China-Reise von Scholz. Deutschland habe ausdrücklich ein Interesse an einem wachsenden Handel mit China, aber dieser müsse mit dem auch in der China-Strategie festgelegten Abbau von Abhängigkeiten in sensiblen Bereichen einhergehen. Scholz wolle kein Decoupling von China, aber De-Risking und Resilienz sei von zentraler Bedeutung, so der Regierungsvertreter weiter. Scholz wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Dazu gehören unter anderem die Chefs von Siemens, Bayer, Mercedes, BMW, Merck, DHL, ThyssenKrupp sowie des schwäbischen Anlagenbauers Voigt. Fallende Preise für Nahrungsmittel und Energie haben die deutsche Inflationsrate im März auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 2,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Damit bestätigte das Statistische Bundesamt heute eine frühere Schätzung. Ein noch niedrigerer Wert wurde zuletzt im April 2021 mit 2 Prozent gemessen. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 2,5 Prozent betragen. Nahrungsmittel verbilligten sich erstmals seit neun Jahren. Sie gaben um 0,7 Prozent im Vergleich zum März 2023 nach, nachdem sie im Februar noch um 0,9 Prozent gestiegen waren. Billiger wurde vor allem frisches Gemüse. Es kostete ein Fünftel weniger als vor Jahresfrist. Teurer wurde insbesondere Olivenöl. Es stieg im Jahresvergleich um 54 Prozent, was auf Ernteausfälle in Südeuropa zurückzuführen ist. Ja und diese Inflationsdaten, die mögen dazu beitragen, dass die Zinssorgen der Anleger heute wieder etwas nachlassen. Denn die Zinssorgen vor allem aus den USA kommen. Die haben auch den DAX in dieser Woche belastet. Und er ist ja gestern unter der Marke von 18.000 abgetaucht. Heute kann er diese Marke zurückerobern. Und wir legen um 0,8 Prozent zu. Also ein etwas versöhnlicher Wochenausklang nach einer aber schwachen Woche. Mehr zu den weiteren Aussichten gleich noch im Anschluss mit Oliver Roth. Und der Verlierer des Tages, das ist die Aktie von Varta, ein einstiger Highflyer. Die stürzen heute ab, nachdem das Unternehmen gestern mitgeteilt hat, dass die Sanierung stoppt. Man hat mitgeteilt, dass die vereinbarte Sanierung zu kurz greife, um wie geplant bis Ende 2026 auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren. Und da sehen wir ein Minus von 28 Prozent, nachdem die Aktie in den letzten drei Jahren jetzt insgesamt schon um 91 Prozent abgestürzt ist. Da sehen also Händler auch den Fortbestand des Unternehmens sogar gefährdet. Und dann gibt es noch einen Highflyer heute. Das ist die Aktie von Evotec, größer Gewinner im MDAX, weil die Experten der Deutschen Bank den Titel hochgestuft haben auf Buy von Hold. Und da sehen wir ein Plus von 6,2 Prozent bei der Aktie. Ja, und zu den Themen dieser Börsenwoche, da begrüße ich den Börsenstrategen Oliver Roth. Herr Roth, die Inflation in den USA, die zieht wieder kräftig an. Sie stieg im März stärker als erwartet auf 3,5 Prozent nach 3,2 Prozent im Februar. Was bedeutet das für die von den Börsen lang ersehnte Zinswende der US-Notenbank? Das bedeutet, lieber Herr Döffner, für die ganz großen Euphoriker, dass es hier einen großen Rückschlag gegeben hat. Damit hat in dieser Form tatsächlich keine wirklich gerechnet. Man war von stabilen Zahlen ausgegangen, vielleicht von einem kleinen Anstieg, aber eben auf 3,5 Prozent. Diese Inflation bei einer eh dem hohen Kerninflation im Verhältnis zur EU-Zone, nämlich mit 3,9 Prozent in den USA, eine Kerninflation. Das alles zeigt uns, dass die Federal Reserve Bank sich durchaus Zeit lassen wird, bis sie tatsächlich die Zinsen senken wird. Und alle die, die gehofft haben, dass im Juni bereits in den USA Zinsen gesenkt werden könnten, die wurden jetzt mit diesen Zahlen auf jeden Fall enttäuscht. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir erst in September Zinssenkungen sehen, ist damit deutlich gestiegen. Damit einhergehend ja auch die Möglichkeit der gesamten Zinsschritte nach unten, auch in diesem Jahr eine Begrenzung unterzulegen. Das bedeutet, dass wir mit drei Zinsschritten an dieser Stelle eher im Moment optimistisch sein müssen in den USA. Die EZB, die hat gestern die Tür für eine Zinssenkung geöffnet. Wann und mit wie vielen Zinssenkungen rechnen Sie denn hierzulande in diesem Jahr? Weiterhin sind die, die ein Minimum fordern und erhoffen vom Markt, das sind die mit drei Zinsschritten. Und im Gegensatz zu dem, was wir eben über die USA und die Federal Reserve gesagt haben, ist bei der EZB alles im Lot. Wir haben sinkende Kerninflation bei 2,9, 2,8 %. Wir haben eine Inflation, die konstant sinkt bei 2,2 %. Das heißt, wir sind nahe dem Korridor, wo wir sowieso als Ziel hinwollen aus Sicht der EZB. Und damit ist denen, die im Juni eine Zinssenkung erhoffen und erwarten, sicherlich deutlich Flüge gegeben worden, Wind unter die Flüge gegeben worden. Der Optimismus ist sicherlich hier allenthalben berechtigt und eventuell tatsächlich kann man an der vielleicht sogar über diese drei Zinsschritte, die mehr oder weniger eingepreist sind, noch hoffen, dass also noch weitere Zinsschritte nach unten möglich sind. Das ist zumindest der derzeitige Start der Dinge, was die EZB angeht. Gold setzt heute seine Rekordjagd fort und steigt erstmals über die Marke von 2.400 Dollar. Worin sehen Sie die Gründe? Es gibt ja jede Menge Marktgründe, beispielsweise die Realverzinsung in den USA, die sicherlich auch immer über den Goldpreis einen großen Einfluss hat. Fakt aber, glaube ich, ist aktuell, dass wir geopolitisch doch viele große Krisen haben. Da gehört natürlich an erster Stelle der Krieg in der Ukraine dazu. Da dient das Gold letztendlich als sicherer Hafen und Notenbanken, viele große Notenbanken auch in Europa kaufen aktuell besonders Gold an dieser Stelle. Auch das ist sicherlich ein Treiber für diesen Goldrausch, denn wir sind, wie Sie es gesagt haben, auf einem Allzeithoch und zwar konstant steigend, muss man an dieser Stelle sagen. Da gab es ganz wenige Rücksetzer beim Goldpreisverlauf in den letzten Jahren, keine größeren Rücksetzer an dieser Stelle. Von daher glaube ich tatsächlich, dass dieser Trend ungebrochen ist. Und solange wir eben solche großen geopolitischen Themen haben, wie beispielsweise Ukraine kriegt sicherlich die Nahost-Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern. Und natürlich am Horizont, immer wieder wird natürlich auch das Thema Taiwan und China genannt. Solange wird der Goldpreis weiterhin im positiven Trend bleiben und weiterhin für Voraussorgen. Und die Zinssorgen in den USA, die wir besprochen haben, die haben vor allem den DAX auch ausgebremst. Wie geht es denn da nächste Woche weiter? Ich denke tatsächlich, dass der DAX weiterhin eher gebremst in die kommende Woche starten wird. Wir werden weiterhin um die Marke von 18.000 kämpfen müssen und zwar nach unten hin. Das wird immer wieder getestet werden. Da bin ich mir ganz sicher, denn die Unsicherheiten über die zukünftigen Entwicklungen im Zinsbereich in den USA aufgrund dieser höheren Inflationszahlen, diese Unsicherheit wird im Markt bleiben und sicherlich den einen oder anderen dazu verleiten, eben Gewinne, die wir in diesem Jahr doch deutlich schon gesehen haben, eben auch mal mitzunehmen. Und deswegen gehe ich tatsächlich von einer eher durchwachsenen kommenden Woche aus, allerdings auf einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Das sagt Oliver Roth. Vielen Dank für die Einschätzungen. Gerne. Tja, und mehr Einschätzungen zu dieser Börsenwoche, was uns bewegt hat und wie es weitergehen könnte, dann heute Abend 17.45 Uhr bei uns bei Defner & Schäpitz, unserer TV-Show zum Wirtschaftspodcast. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Hier im TV geht es weiter mit den neuesten Nachrichten und einer Wiederholung des großen TV-Duells gestern Abend. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert, Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozial am Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht seit 2019 auch noch. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Herzlich willkommen zum Welt-TV-Duell. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Europawahl und nur noch knapp ein halbes Jahr bis zur Landtagswahl in Thüringen. Hier stehen sich heute live die beiden Männer gegenüber, deren Parteien in Thüringen in den Umfragen aktuell auf Platz 1 und 2 liegen. Beide wollen den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ablösen, der ja mit einer Minderheitsregierung regiert. Ich begrüße Björn Höcke, den Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Thüringer AfD. Ein Mann, den der Verfassungsschutz als Rechtsextremist einstuft und seinen Landesverband als erwiesen rechtsextremistisch. Die Einleitung musst du ja sagen, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass ich heute hier sein darf. Guten Abend, liebe Zuschauer. Trotzdem oder gerade deswegen möchte der Vorsitzende und Spitzenkandidat der Thüringer CDU, Mario Vogt, mit Björn Höcke diskutieren. Im Vorfeld dieses Duells hat Herr Vogt gesagt, ich glaube, man muss Höcke ins Licht ziehen, um die AfD inhaltlich zu stellen. Denn 30 Prozent Umfrageergebnisse für die AfD lassen sich nicht länger ignorieren. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Frau Ohm. Kurz zu den Regeln für dieses Duell. Wir sorgen dafür, dass die Kandidaten ausgewogen zu Wort kommen. Wir werden unter anderem über die Themen Europa, Migration und Erinnerungskultur diskutieren. Über diese Themenblöcke haben wir die Kandidaten am vergangenen Freitag informiert. Die Fragen kennen Herr Höcke und Herr Vogt selbstverständlich nicht. Im Hintergrund führen unsere Kollegen einen Faktencheck durch, der, falls nötig, morgen auf welt.de verfügbar sein wird. Der Anlass dafür, dass die beiden Herren sich hier heute Abend zu diesem Duell herausgefordert haben, ist ein Satz, den Björn Höcke am Rande des Europa-Parteitags in einem Interview gesagt hat. Daraufhin haben sich die beiden einen Schlagabtausch bei Welt sowie auf X geliefert und sich dann zu diesem Duell verabredet. Und ich zitiere diesen Satz von Herrn Höcke jetzt nochmal wörtlich. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Um an diesen Satz anzuknüpfen, geht die erste Frage an Sie beide. Ist die Europäische Union für Deutschlands Wirtschaft und Wohlstand verzichtbar? Herr Höcke, beginnen Sie bitte. Auf jeden Fall. Die Europäische Union ist vor allen Dingen als Globalisierungsagentur einzuschätzen. Sie ist das Europa der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne. Das ist nicht das Europa, das die AfD will. Die AfD will einen neuen Bund europäischer Staaten mit einem robusten Grenzschutz, mit einem freien Markt, mit dem Schutz unserer Identität und mit einer strategischen Entwicklung hin zu einer militärischen Autonomie, die Europa als neuen Pol in einer entstehenden multipolaren Weltordnung stark macht. Herr Vogt, halten Sie die EU in der aktuellen Form für verzichtbar? Herr Höcke sagt, die EU muss sterben. Ich will, dass Europa und die EU lebt, weil ich will das Beste für Deutschland. Die Europäische Union hat immer ein Versprechen gehabt. Das war Wohlstand, das war Frieden, das war Freiheit, das war Sicherheit. Und das hat die Europäische Union eingelöst, dieses Versprechen. Über 70 Jahre haben wir Stabilität in Deutschland und in Europa. Und das, was wir erleben, ist, die Europäische Union ist nicht perfekt. Wir erleben, dass viel Bürokratie ist, diese Gängelung, das nervt die Leute, mich auch. Verbrennerverbot, das sind Dinge, die ärgern in diesem Land. Die Europäische Union könnte in den großen Dingen viel mehr bewegen und sollte sich aus den kleinen Dingen raushalten. Aber es ist das Haus, was uns immer geschützt hat. Und dieses Haus, das hat ein stabiles Fundament. Da erleben wir unsere Freiheiten, da begegnen wir uns. Das ist die zweitgrößte Demokratie der Welt. Das ist im Kern vor allen Dingen auch der größte Binnenmarkt. Wir als Deutsche profitieren davon. Und diese Stabilität, die braucht es. Nur weil mal irgendwie eine Lampe kaputt ist oder eine Tür quietscht, reißt man doch nicht das ganze Haus ab. Und das ist das, was Herr Höcke möchte. Herr Höcke möchte, dass die Europäische Union stirbt. Und damit auch ein Wohlstand, den wir in Deutschland aufgebaut haben, weil die Europäische Union uns hilft. Das wäre eine Katastrophe für Deutschland. Das wäre der Abstieg von Deutschland. Herr Höcke, Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten... Wir möchten, dass die Europäische Union stirbt, in dem Sinne, damit das wahre Europa leben kann. Und Herr Vogt hat sich hier nicht sehr gut ausgedrückt. Denn Fakt ist doch, dass die CDU mit ihrer Agenda in EU-Europa auch für das Verbrenner ausgesorgt hat. Dieses Verbrenner aus deindustrialisiert Deutschland. Sie sagen Ja zur Agenda der Europäischen Union, die da heißt Fit for 55, die da heißt Klimaneutralität 2050, die da heißt Green Deal, die da heißt Dekarbonisierung, die da heißt Luftbesteuerung, das heißt CO2-Bepreisung. Alles das macht Deutschland konkurrenzunfähig auf dem globalen Markt. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist Ihr Werk. Sie sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands mit der EU, die eben diese Politik durchzieht, die Deutschland schadet. Deswegen müssen wir raus aus dieser EU und brauchen einen lockeren Bund europäischer Staaten, um das zu koordinieren, was wirklich europäisch koordiniert werden muss. und das zu leben, was die europäischen Nationen besser eigenständig alleine leben. Dann haben wir weniger Konflikte und haben genauso viel freien Markt und dafür steht die AfD. Herr Kirsten, Sie haben gerade gesagt, die Europäische Union ist für Deutschland ein Wohlstandsvernichter. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass Deutschland ohne Teil der EU zu sein, 2,2 Millionen Arbeitsplätze verlieren würde. Haben Sie in Thüringen schon mal einen Unternehmer getroffen, wenn sie im Land unterwegs ist, der Ihnen sagt, Deutschland sollte raus aus der EU oder die EU sollte in der aktuellen Form abgeschafft werden? Ja, jeder Unternehmer, der wirklich nachdenkt, der ist mittlerweile der festen Überzeugung, dass die Bürokratie unerträglich geworden ist, dass die Gängelung unerträglich geworden ist, dass die weitere Zentralisierung Europas unerträglich geworden ist, dass vor allen Dingen die Energiepreise, die, wie ich gerade skizziert habe, durch die EU in immer größere Höhen getrieben werden, für ihn nicht mehr haltbar sind. Die IHK hat vor kurzem die Zahlen bekannt gegeben und die lauten, jedes dritte große deutsche Unternehmen möchte Deutschland verlassen, weil die Energiepreise nicht mehr zu schultern sind. Wohin gehen die Unternehmen? Sie gehen in die USA, wo die Energiepreise bis zu fünffach niedriger sind. Ist das kluge Politik? Das ist die EU-Politik. Das ist die Politik, hinter der die CDU steht. Und deswegen brauchen wir eine reduzierte EU bzw. einen neuen Bund europäischer Staaten. Wie gesagt, wir haben nichts gegen einen gemeinsamen Markt, den wollen wir auch. Wir wollen einen Schutz der Außengrenzen. Aber ansonsten brauchen wir Selbstständigkeit. Wir brauchen keinen Superstaat. Wir brauchen keinen Zentralismus mit 50.000 Bürokraten. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Das können wir uns sparen. Also machen wir erst mal einen Faktencheck. Den machen wir auch. Das Verbrennerverbot hat die CDU verhindert. Steht in Ihrem Europawahlprogramm. Gucken Sie nach. Das verhindert die CDU. Aber jetzt machen wir doch erst mal... An die Zuschauer. Es gibt auch einen alternativen Faktencheck auf meinem X-Account. Wir bleiben einfach mal sachlich. Ja, natürlich. Sie müssen nicht nervös sein hier. Sondern es geht im Kern um eine ganz simple Frage. Das, was Sie wollen, ist aus der Europäischen Union aussteigen. So, und das, was Sie wollen, sind leere Regale in Supermärkten in Deutschland. Sie wollen, dass... Das hat mir der Corona-Zeit ja zur Genüge. Ich lasse Sie ausreden. Es wäre in Ordnung, wenn Sie mich auch ausreden lassen würden. Und wenn wir uns angucken, leere Regale im Supermarkt, Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen im Wohlstandsvernichter. Sie legen quasi die Axt und brechen das Rückgrat der stärksten Exportnationen, die es innerhalb Europas gibt. Und das, was Sie hier wollen, das gibt es am Leben im Beispiel. Gucken Sie sich das doch an. Der Brexit, den wir gerade erlebt haben. Der Brexit führt dazu, dass in Großbritannien mittlerweile Leute ärmer dran sind, als bevor sie mit der Europäischen Union gemeinsam waren. Und das ist etwas, das können Sie nicht wegdiskutieren. Ich war diese Woche bei einem Thüringer Unternehmen. Die haben 70 Prozent Exportquote in den europäischen Markt. Als ich dort am Band mit der, in der Parkiermaschine, mit der Mitarbeiterin geredet habe, die war stolz. Die hat ein Produkt gemacht, das war am nächsten Tag in Frankreich. Da war die stolz drauf. Die arbeitet 25 Jahre in dem Unternehmen. Und die sagt, es ist doch gut, dass wir unsere tollen Thüringer Produkte entwickeln können. Und das, was Sie wollen, ist nichts anderes. Sie wollen Zollschranken, Sie wollen den Euro abschaffen und damit Wechselkursinstabilitäten produzieren. Sie wollen im Prinzip etwas, was uns erfolgreich gemacht hat. Wir sind das erfolgreichste Land. Jedes zweite Produkt, was Deutschland exportiert, geht in die Europäische Union. Und das wollen Sie abschaffen. Und deswegen ist genau das Ziel, was Sie haben. Kollege Fuchs, haben Sie schon sehr lange Aufsturungszeit hier. Ich meine, wir haben eine begrenzte Zeit. Ich sage Ihnen ganz simpel, Sie ist ein Abstieg für Deutschland. Und das, worum es im Kern aber bitte schön geht, ist doch was ganz Simples. Glauben Sie wirklich, dass sich Unternehmen in Thüringen niederlassen, wenn genau diese Versprechen, die Sie versuchen umzusetzen, Wirklichkeit werden? Das bedeutet doch nichts anderes. Herr Fuchs, Sie können jetzt ja keine Monologe halten. Also wir haben eine begrenzte Sendezeit von 45 Minuten. Die scheinen Sende müsste sein, wenn es um die Argumente geht, Herr Höcke. Es geht nur darum, dass Sie jetzt ganz viele Sachen in den öffentlichen Augen gestellt haben, die nicht unkommentiert bleiben können. Es ist falsch, dass der Brexit Großbritannien geschaltet hat. Gucken Sie auf die aktuellen Zahlen zum BIP. Deutschland steckt in der Rezession. Es ist so. Und die britische Wirtschaft, die ist zumindest stabil und die Perspektiven sind wesentlich besser für Großbritannien als für den Euro-Raum. Das sind die aktuellen Zahlen. Nochmal, die Klimapolitik der EU, die die maßgebliche Agenda ist, hinter der Sie stehen, deren Folge die CO2-Bepreisung ist, deren Folge ist, dass die Energiepreise in der EU immer weiter durch die Decke gehen, hat dazu geführt, und der Kampf gegen den Verbrennermotor als Kampf gegen die deutsche Automobilindustrie, und das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, das werden Sie nicht in Abrede stellen, hat dazu geführt, dass wir gerade in der Thüringer Automobilzulieferindustrie massive Probleme haben, massive Probleme haben. Gerade letzten Monat ist das große Werk in Brotterode geschlossen worden. Andere Werke werden noch folgen. Wir haben schon 2020 in einer Kampagne als AfD in der Fraktion im Thüringer Landtag bei vielen Betrieben gestanden, haben mit den Mitarbeitern gesprochen, und die haben genau das so analysiert. Die künstlich in die Höhe getriebenen Energiepreise brechen uns das wirtschaftliche Knick. Der hysterische Kampf gegen den Diesel, den Sie auch vorangetrieben haben mit Ihrer Klimapolitik, bricht unserer Automobilindustrie in ganz Deutschland als Knick. Sie sind eine Wohlstandsvernichterpartei, Herr Vogt, bzw. Ihre Partei ist das. Und die EU spielte ein ganz schlechtes Spiel für Deutschland. Wir brauchen eine EU für den kleinen und Mittelstand. Wir brauchen eine EU für die Angestellten und Arbeiter, für die Familien. Aber wir brauchen keine EU der Großkonzerne. Diese EU schützt uns, diese EU ist eine Globalisierungsinstanz, die die Nation und den Wirtschaftsraum Europa in einer Art und Weise gleich schaltet, wie das der europäischen Tradition zuwiderläuft. Und das ist nicht Europa. Europa ist Vielgestaltigkeit, Europa ist Kleinteiligkeit. Europa ist alles andere als die EU. Wir brauchen dieses zentralistische Bürokratenmonster nicht. Herr Vogt, die AfD punktet in Thüringen mit dem Anti-EU-Kurs, ist derzeit in den Umfragen stärkste Kraft und im Bund sogar auf Platz zwei. Wie erklären Sie sich, dass es Ihrer CDU offenbar nicht gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der EU ausreichend zu vermitteln? Die Thüringer sind pro-europäisch. Die wollen eine starke europäische Union. Aber nicht pro EU. Und den Faktencheck, den sollten wir hier gleich live am Pult liefern. Es gibt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die haben genau analysiert, was Ihr Plan bedeuten würde für Deutschland. Ich habe Sie aber was anderes gefragt gerade, Herr Funk. Warum gelingt es der CDU nicht die Vorteile zu vermitteln? Ich will auf diesen Punkt hinweisen, weil es wichtig ist für die Wähler. Weil die ändern heute Abend auch ihre Meinung in Thüringen über diese Frage. Das, was Herr Höcke möchte, bedeutet nichts anderes, dass die Thüringerinnen und Thüringer, die Arbeitnehmer, 1000 Euro weniger im Portemonnaie haben pro Jahr. Das ist die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wenn wir aus der EU aussteigen, wenn wir diese Chancen nicht nutzen, dann führt das am Ende dazu, dass die Thüringer ärmer sind. Das ist das, was er will. Aber warum ist es Ihrer CDU bisher nicht gelungen, diese Vorteile den Bürgern zu erklären? Deutschland war schon vor dem Ersten Weltkrieg die größte Industrienation Europas. Sie war zur Zeit der EWG, war Deutschland die größte Industrienation Europas. Und sie wird auch nach einer EU die größte Industrienation Europas. Herr Höcke, Sie haben wir eines eingefordert, vielleicht Sie werden es auch gegenüber Herrn Funk auf die Frage zu antworten. Wenn Sie die Frage jetzt zum Dritten mal gestellt, hätte jetzt gerne eine Antwort. Klar, wir als CDU sind mittlerweile zweitstärkste Kraft und wir kämpfen darum, Erste zu werden. Und deswegen haben wir dieses Duell heute Abend. Und ich finde, wir müssen die Unterschiede deutlich machen, weil das, was Herr Höcke vertritt, das ist ein Risiko, das ist schädlich für Deutschland, das ist eine Katastrophe. Und genau aus diesem Grund diskutieren wir über die harten sachlichen Fakten. Es ist einfach, ihn in Faschisten zu nehmen. Das muss ich nicht machen, das hat ein Gericht schon gemacht. Sondern es geht um eine andere Frage, es geht um die Sachauseinandersetzung, was seine Politik an Schaden für Deutschland produziert. Und das werden wir als CDU deutlich machen im Wahlkampf. Und ich spüre viel Zuspruch. Innerhalb der letzten zwei Monate hat Herr Höckes Partei sieben Prozentpunkte verloren. Wir haben zwei zugelegt. Wir sind in den neuesten Umfragen sechs Prozentpunkte hinter ihm. Und wir werden stärkste Kraft werden. Herr Vogt, Herr Höcke, wir würden ganz gerne mit dem Themenbereich Wirtschaft weitermachen. Eigentlich sind wir schon so ein bisschen drin durch das EU-Thema. Wir würden da noch ein bisschen genauer drauf schauen, Herr Höcke. Im Sofortprogramm Ihrer Partei steht, und ich zitiere wörtlich, Bürger und Unternehmen sollen entlastet werden. Wie sollen sie entlastet werden? Indem die Strom- und die Energiesteuer auf ein Minimum gesenkt, so wie die Luftverkehr- und Grundsteuer, CO2-Abgabe und der Soli ersatzlos gestrichen werden. Dadurch würden aber dem deutschen Staat Einnahmen in Höhe von knapp 50 Milliarden Euro entgehen. Das sagt unter anderem das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Wie würden Sie eine solche Lücke im Haushalt denn stopfen? Von wo nehmen, wenn ich es hier entlaste? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir haben natürlich Einsparpotenzial ausgemacht. Denken Sie bitte an den großen Posten Entwicklungshilfe. Über die gesamten Einzelpläne des Bundeshaushalts haben wir da eine Summe von etwa 60 Milliarden Euro aufgeklärt. Die werden ausgegeben für Gender-Projekte in Afrika. Die werden ausgegeben für Wärmedämmung in Ulaanbaatar. Die werden ausgegeben für Entwicklungshilfe in China und für China und Indien. Unsere großen Konkurrenten auf dem Weltmarkt für Radwege in Peru. Da kann man massiv zusammenstreichen und da kann man massiv sparen. Da haben wir schon viele 10 Milliarden Euro gespart. Bei der Migrationspolitik, es war ja Ihr Haus, Ihr Blatt, die Welt, die auch mal vor kurzem Gott sei Dank die Zahlen transportiert hat. Die illegale Einwanderung, die leider ja auch von der CDU maßgeblich initiiert worden ist, kostet uns pro Jahr 50 Milliarden Euro. Jetzt nehmen Sie die Entwicklungshilfeposten und nehmen Sie die 50 Milliarden, da sind Sie schon bei 60, also insgesamt bei 110. Aber wir wollen die Entwicklungshilfe nicht ganz zusammenstreichen. Aber wir sind auf jeden Fall bei 70, 80 Milliarden Euro im Jahr. Das Geld ist da. Es wird nur nicht im deutschen Interesse ausgegeben. Und das muss wieder das Primat der deutschen Politik sein. Das Geld, das vom deutschen Steuer hart erarbeitet wird und erwirtschaftet wird, vier Zwecke für das eigene Land auszugeben. Weil jetzt gerade viele Zahlen hier durchs Studio fliegen. Nochmal der Hinweis ans Publikum, wir checken diese Zahlen. Morgen auf welt.de gibt es den Faktencheck. Herr Vogt, aber auch an Sie die Frage. Sie fordern ebenso Steuersenkungen. Wie würden Sie die im Staatshaushalt gegenfinanzieren? Das, was wir im Bundeshaushalt machen wollen, ist natürlich, uns auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Und ich sage es Ihnen relativ simpel, die zwei Dinge, die ich momentan erlebe, wenn ich im Land unterwegs bin, in Thüringen. Es regt die Leute wahnsinnig auf, dass wir die Ungerechtigkeit haben am Arbeitsmarkt. Eine Kassiererin, die arbeitet 39 Stunden, die strengt sich richtig an und die hat wirklich ein Gefühl, dass es ungerecht zugeht in diesem Land. Weil Menschen, die arbeiten könnten, nicht arbeiten. Stichwort Bürgergeld. Und genau aus diesem Grund würden wir auch hier klipp und klar sagen, es muss eine Konzentration gehen. Und der Maßstab, jeder, der arbeiten kann, der muss auch tatsächlich arbeiten. Und derjenige, der arbeitet, der muss mehr haben, als derjenige, der nicht arbeitet. Und es bedeutet unter anderem auch, das Bürgergeld für diejenigen einzuschränken, die auch aus anderen Staaten kommen. Weil das ist eine Ungerechtigkeit, die Leute nicht verstehen. Der zweite Punkt ist, wir wollen natürlich auch, dass wieder Fleiß sich lohnt. Leistung muss sich lohnen in diesem Land. Der Fleißige darf nicht der Dumme sein. Ich war kürzlich in einem Thüringer Unternehmen, Horsch. Die stellen Landmaschinen her und dort sagt mir die Belegschaft, Herr Vogt, wir würden gerne mehr arbeiten, aber es bleibt in unserem Portemonnaie nichts hängen. Von jedem Euro, den sie dazu verdienen, bleiben 41 Cent bei Ihnen, der Rest geht an den Staat. Und deswegen haben wir als CDU gesagt, okay, wir wollen die Überstunden steuerfrei stellen, weil wir wollen, dass die Menschen wieder mehr im Portemonnaie haben. Und darum geht es. Leistung muss sich in diesem Land wieder lohnen. Und das ist jetzt eben auch voraus, wenn wir das tun, dann haben wir mehr Steuereinnahmekraft. Und durch dieses Wachstum wird das genau aufgenommen, was wir auch tatsächlich wollen. Herr Kollege Vogt, ich habe es gerade schon schmunzeln. Ich muss direkt auf antworten, es brennt jetzt einfach auf meiner Zunge in Anführungszeichen. Kollege Vogt, das war wieder dieser typische Konrad-Adenauer-Stiftungs-Sound. Dieses Aneinanderrein von Worthülsen und von Phrasen. Sie, sehr geehrter Kollege Vogt, Ihre Partei, die CDU, ist mit Abstand die längste Regierungspartei im Bund und auch in Thüringen. Warum haben wir denn diese fast weltweit einzige Abgaben- und Steuerbelastung? Weil Sie in den letzten Jahrzehnten versagt haben. Und vor jeder Wahl versprechen Sie den Wählern das Blaue vom Himmel. Das glaubt Ihnen doch keiner mehr. Das nimmt Ihnen doch keiner mehr ab. Und ich glaube, die Art und Weise, wie Sie gerade hier vorgetragen haben, ist eine Ursache für die Politikverdrossenheit im Land. Die Leute wollen sich nicht länger an der Nase herumführen lassen. Sie wollen nochmal, dass das Geld, das hier erwirtschaftet wird, auch im Land bleibt. Vor allen Dingen die Rentner, an die müssen wir denken. Wir haben Millionen Rentner, die in schwierigen Verhältnissen sind, die in bitterster Armutsstellenweise leben. Ich bin zu zig Bürgerdialogen unterwegs gewesen in den letzten Jahren in Thüringen, wo hunderte Bürger mich besuchen. Und die kommen danach und haben Tränen in den Augen. Sie weinen, diese Menschen weinen von mir und sagen, wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Das Geld reicht nicht mehr zum Leben. Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, 45 Jahre, manche sogar 50 Jahre, gehen mit 900, 950 Euro Netto-Rente nach Hause. Das geht nicht. Das muss sofort aufhören. Wie gesagt, das Geld ist da. An die Rente müssen wir ran. Die Rente muss reformiert werden, damit für unsere Leute das Geld zum Leben auch im Alter reicht. Aber wenn ihr schon den Anwurf macht, dann will ich es auch klipp und was sagen. Der Bürokratie-Index, können Ihre Faktenchecker sich mal angucken? Ich weiß, mit Faktenchecking haben Sie es ja nicht. Sie sind ja bei den... Doch, auf meinem X-Account werden gerade die Fakten gecheckt. Das führt uns jetzt so nicht. Und wenn wir uns den Bürokratie-Index 2021 angucken, dann werden wir feststellen, dass der am niedrigsten war, weil die CDU Bürokratie abgebaut hat. Dass es noch mehr gilt, auf europäischer Ebene werden wir für jede neue Regelung zweier streichen, dass wir das in Deutschland tun. Das ist etwas, was wir als Union wollen. Aber im Kern geht es um was anderes. Im Kern geht es doch wieder darum, dass die fleißigen Leute in diesem Land tatsächlich auch was davon im Portemonnaie haben. Und dafür haben Sie nichts in der Tasche. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was Sie wollen mit Ihrem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Deutsche Produkte werden teuer im Ausland. Dadurch werden sie nicht mehr abgenommen. Und das führt dazu, dass wir Mittelständler, kleine Unternehmen und dann die Handwerker, die die unterstützen, alle hängen lassen. Das ist Ihre Politik. Und das führt zu Wirtschaftsvernichtung in diesem Land. Die EU ist der Hauptproduzent von Bürokratie. Die Lieferkettenrichtlinie ist im Bundestag von Ihrer Fraktion durchgewunken worden, sogar noch in verschärfter Form. Die Lieferkettenrichtlinie ist abgelenkt worden. Das Lieferkettengesetz. Ja, das ist eine andere Baustelle. Die Vorgabe kam doch auch aus Europa. Nein, stopp, ich muss dieses Beispiel ausführen. Das Lieferkettengesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine Gehacktesbrötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen. In Thüringen heißt das Gehacktes, wenn Sie sich in der Hand auskennen. Sie haben gerade gesagt, Gehacktesbrötchen. Nee, Sie haben nicht gesagt. Es ist doch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir Gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt, Mett, weil nicht jeder Gehacktes versteht. Das wollen Sie mir doch zurückstellen, Herr Kollege. Wir haben an dieser Stelle auch mal einen Haken schnitten. Womit dieser Mexiker muss einen Antikorruptionsauftrag vorhalten, wenn er Gehacktesbrötchen an Opel liefern will. Das ist das Ergebnis der Politik. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Thema. Wir haben, glaube ich, beide Ihre Punkte in Sachen Wirtschaft gemacht. Sie haben es eingangs schon gesagt. Wir haben nicht leider unendlich Zeit und wir haben so viel noch zu besprechen. Lassen Sie uns mit dem Thema weitermachen. Gehackte Brötchen sind auch ein deutsches Thema. Oder gehackt auf Brötchen. Aber ich glaube, Migration ist das große Thema. Ich kenne niemanden hier im Land, den es im Moment nicht bewegt. Und es ist natürlich auch in Ihren Wahlkämpfen, in Ihren Parteien ein Thema, was hochgehandelt wird, worauf man schaut. Und wo man natürlich auch nach Lösungen guckt. Das tun die Deutschen vor allen Dingen. Deshalb die Frage an Sie beide. Welche schnell, schnell umsetzbaren Maßnahmen, weil wenn wir in die Kommunen schauen, dann sehen wir, das muss auch schnell gehen. Hätten Sie denn parat, um bei der Migration wirklich an Stellschrauben zu dehnen? Unter anderem auch bei der illegalen. Herr Vogt vielleicht zuerst. Ja, klar. Die Migration ist, und die illegale Migration ist ein Riesenproblem. Das ist ein Zustand, den kann man nicht weiter akzeptieren. Ich habe bei mir im Wahlkreis Kindergärten, da können Deutsche keine Plätze erhalten, weil sie für Ausländer reserviert sind. Das ist der falsche Weg. Und deswegen müssen wir bei dem Thema illegale Migration eine ganz klare Strategie fahren. Null illegale Migration in Deutschland. Das setzt voraus, harte rechtsstaatliche Unterstützung für unsere Polizei, für unsere Justizbehörden. Zweitens, konsequentes Rückführen und Abschieben. Und das dritte, absolute Begrenzung durch Außengrenzenschutz bei der illegalen Migration. Und jetzt sage ich Ihnen eins, wir haben ein klares Prinzip als CDU in Thüringen. Wer arbeitet, wer sich an Recht und Gesetz hält, wer zu Recht hier ist und wer sich an unserer Leitkultur hält, der bleibt. Derjenige, der Recht verletzt, der geht. Und wir haben das konkret in Thüringen umgesetzt. Und ich will Ihnen zwei Beispiele dafür nennen. Das Erste ist, eine Landrätin in Thüringen hat als Erste in Deutschland die Bezahlkarte eingeführt. Weil sie gesagt hat, wir wollen nicht, dass deutsches Geld ins Ausland fließt, sondern wir wollen klarstellen, dass das Geld sachgerecht eingewendet wird. Und das Zweite ist, ein Landrat der CDU in Thüringen hat durchgesetzt, dass die Arbeitsverpflichtung in Gemeinschaftsunterkünften stattfindet. Das heißt, für das Geld, für das man was bekommt, müssen auch Flüchtlinge arbeiten. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Und wissen Sie was? Die AfD hat einen einzigen Landrat in Deutschland, in Thüringen, in Sonneberg. Und die harte Haltung, die Herr Höcke immer versucht zu vertreten, würde ja bedeuten, dass die AfD dort beginnt. Aber was passiert? Keine Bezahlkarte, keine Arbeitsverpflichtung, nichts. Und das ist, die Backen aufblasen, Probleme beschreiben, aber kein einziges Thema lösen. Herr Höcke, nur zu. Herr Vogt, es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Grenzen geöffnet hat, beziehungsweise nicht geschlossen hat und die die Willkommenspolitik ausgerufen hat. Ab 2015 sind in den Folgejahren 10 Millionen Menschen zu uns gekommen, viele von denen illegal. Die Gesamtkosten dieser Zuwanderung belaufen sich laut Professor Raffelüchen auf 5,8 Billionen Euro. Billionen Euro, das ist die Nachhaltigkeitslücke. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Die Gewaltkriminalität explodiert durch die illegale Einwanderung. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Unser Sozialsystem, ich stehe kurz vor dem Kollaps. Mittlerweile haben wir in NRW mehr als 50 Prozent Bürgergeldempfänger, die Zuwanderer sind. Sie haben das Land mit Ihrer Migrationspolitik an den Rande des Kollaps geführt. Und jetzt, nachdem Sie das Kind in den Brunnen geworfen haben, beginnen Sie, das Wasser abzuschöpfen und Symptompolitik zu machen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr. Ich glaube, das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Wenn nach Deutschland kommt, kriegt diese üppigen Sozialleistungen nicht mehr. Wir müssen den Sozialstaatsmagneten stillstellen. Den müssen wir runterfahren. Und ich glaube, das ist das wirksamste Mittel, um die illegale Migration zu stoppen. Danach brauchen wir natürlich auch noch den Grenzschutz. Wir brauchen entsprechende Remigrationsanreize. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Das ist ein Programm, das dauert sicherlich auch Jahre. Der Schaden ist immens. Er ist über Jahre angerichtet worden. Wir werden viele Jahre brauchen, den Schaden wieder zu reduzieren. Aber da müssen wir ran. Nur die CDU, wie gesagt, wenn die sich jetzt hier als Gärtner anbietet, muss man sagen, sie ist der Bock, der das Ganze verbockt hat. Jetzt haben wir gerade vor allem über illegale Migration gesprochen. Ihr Bundesland ist geschrumpft seit der Wende von 2,5 auf 2,1 Millionen Einwohner. Eine halbe Million Menschen sind weniger dort. Um das zu kompensieren, brauchen Sie auch Fachkräfte aus dem Ausland, um den Fachkräftemangel zu bewältigen? Ja, klar brauchen wir die. Und ich will jetzt mal bei den Zahlen bleiben, damit wir hier keinen Sand ins Getriebe stellen. Das funktioniert auf seinem AfD-Parteitag mit den 10 Millionen. Aber jetzt machen wir mal einen Faktencheck. 3,8 Millionen haben Asylanträge gestellt, 2,1 Millionen Flüchtlinge haben. Er wirft diejenigen in einen Topf, die als Fachkräfte zu uns kommen. Unter anderem auch die 50.000 Europäer, die in Thüringen arbeiten, die wir tatsächlich brauchen. Und deswegen ist doch vollkommen klar, wir müssen klarer unterscheiden, wen brauchen wir als Fachkräfte? Die sind uns herzlich willkommen. Und wer versucht, sich ein besseres Leben hier in Deutschland zu schaffen? Das ist nicht unanständig. Wir sind ein tolles Land. Aber hier darf sich nicht jeder frei aufhalten. Sondern wir als Staat müssen wissen, wer da ist. Deswegen Stopp mit der illegalen Migration. Und das Zweite ist ganz klar Fachkräftegewinnung für diejenigen, die wir brauchen. Und tatsächlich ist das so. Herr Höcke, braucht Thüringen Fachkräfte aus dem Ausland? Ja oder nein? Ich verstehe es nicht, Herr Vogt. 10 Millionen Zuwanderer in den letzten knapp 10 Jahren, dass wir überhaupt noch von Fachkräftemangel reden müssen. Das ist doch eigentlich schon der Beleg für das Totalversagen Ihrer Politik. Ganz klare Frage. Brauchen Sie auch Fachkräfte aus dem Ausland? Wir brauchen vor allen Dingen die Nachqualifikation von jungen Leuten in Deutschland. Wir haben in der Alterskohorte 20 bis 34 Jahre. Drei Millionen junge Leute ohne Berufsabschluss. Die müssen wir erst mal zu Fachkräften ausbilden, bevor wir nach Zuwanderung aus dem Ausland rufen. Weil diese Menschen sprechen ja schon unsere Sprache. Nehmen Sie das denn aus grundsätzlichen Gründen ab? Nein, nicht grundsätzlich. Aber wir brauchen ein Gesamtpaket. Das heißt, wir brauchen eine Familienoffensive. Wir müssen das Kinderkriegen in Deutschland wieder fördern, damit wir diese demografische Katastrophensituation verlassen. Dann brauchen wir eine Remigrationsinitiative. Und zwar für die Deutschen, für die anderthalb Millionen Deutschen, hochqualifizierte junge Leute, die wegen der hohen Abgaben und Steuerlast, weil ihre Kinder in den deutschen Schulen nichts mehr lernen und weil sie das Meinungsklima in Deutschland nicht mehr ertragen konnten, in den letzten 30 Jahren ausgewandert sind. Die müssen wir zurückholen. Und dann brauchen wir drittens auf jeden Fall natürlich auch die Überlegung, wie wir Thüringen attraktiv machen, damit die Fachkräfte, die bei uns dann ausgebildet werden, auch bei uns bleiben. Das große Problem Thürings ist, dass die Altparteien Thüringen zu einem Niedriglohnland gemacht haben. Die Menschen kommen, werden ausgebildet und ziehen dann weiter, weil das Lohngefüge woanders besser ist. Und da müssen wir rangehen. Wir müssen Thüringen attraktiv machen für die Menschen, vor allen Dingen für die Thüringer, die aus Thüringen weggegangen sind, die wir zurückhaben. Ich würde, darf ich ganz kurz einhaken, weil wir auch weiter wollen so ein bisschen. Aber darf ich bei dem Fachkräftethema noch einen Fakt einwerfen, weil der ganz entscheidend ist. Wir haben in Thüringen mittlerweile eine Situation am Arbeitsmarkt, wo wir händeringend Fachkräfte suchen. Tatsächlich ist es so, dass 10 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen. Das ist etwas, wo wir einen konkreten Plan haben, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ausländische Fachkräfte helfen uns zum Beispiel im medizinischen Bereich gerade sehr. Jeder vierte Arzt an Kliniken in Thüringen kommt aus dem Ausland, hat einen ausländischen Pass. Irgendwann wird der Höcke vielleicht auch mal in einem Klinikum liegen. Und wenn er dann den Knopf drückt und wenn seine Politik Wirklichkeit wird, dann kommt dann irgendwann niemand, wenn er den Knopf drückt. Und das ist die Realität. Deswegen Fachkräfte brauchen wir, aber es braucht eine Klarheit darüber, wie wir unterwegs sind. Und die Fachkräfteanwerbung gelingt nur, wenn wir eine Offenheit haben, eine Weltoffenheit, die Thüringen ausmacht. Haben wir doch. Wissen Sie, wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen. Das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikalpopulistisch. Ich habe gar nichts gegen ausländische Ärzte, aber ich habe etwas gegen die Problemlage, dass wir in Deutschland eigentlich genug Mediziner ausbilden an deutschen Universitäten auf Steuerzahlerkosten und dass diese dann in Deutschland ausgebildeten Mediziner lieber in die Schweiz gehen, lieber nach England gehen, lieber nach Norwegen gehen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Deutschland für wirkliche Fachkräfte so unattraktiv geworden ist, auch für internationale Fachkräfte, dass die einen großen Bogen um Deutschland machen. Die wollen gar nicht nach Deutschland, weil die Steuer- und Abgabenlast so hoch ist, weil der Bürokratiewahnsinn hier über alle Grenzen aufgewuchert ist, weil dieses Land ein Land ist, in dem man nicht mehr richtig atmen kann, weil die Meinungsfreiheit eingegrenzt ist. Reden Sie das Land auch nicht schlecht. Deutschland ist ein großartiges Land. Ja, Sie brauchen jetzt hier keine Luftblasen zu produzieren. Sie sind ja zuständig beziehungsweise verantwortlich für den miserablen Zustand dieses Landes. Wir machen jetzt weiter mit einem Begriff, den Herr Höcke vorhin schon mehrfach aufgeworfen hat, der in den vergangenen Wochen auch für bundesweite Diskussionen und teilweise auch für Proteste bundesweit gesorgt hat, nämlich Remigration. Die Frage geht an Sie beide. Was verbinden Sie konkret mit dem Begriff Remigration? Herr Vogt. Also ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Ich habe mir Herrn Höckes Rede am 12. Dezember 2023 in Gera angeguckt. Da spricht er davon, dass 20 bis 30 Prozent, auf die Deutschland verzichten kann. Damit meint er übrigens nicht nur Ausländer, nicht nur Asylsuchende, sondern nicht angepasste Deutsche. Das heißt, Deutsche, die einen Pass haben, die sollen Deutschland verlassen. Das ist Remigration für ihn. So und jetzt 25 Prozent. Ich übersetze es mal. Das ist so ungefähr ein Viertel unserer Bevölkerung. Das heißt doch nichts anderes. Wie soll es denn ablaufen? Wie weit wird denn dann im Stammbaum zurückgegangen? Wer passt denn dann nicht ins Bild? Heißt es dann eins, zwei, drei, raus? Das ist doch in gewisser Weise die Philosophie, die Herr Höcke hier vertritt. Und deswegen, das ist eine absolut menschenunwürdige Vorstellung. Ich will, dass Deutsche sich hier sicher fühlen und dass sie nicht unter der AfD zwangsausgewiesen werden können. Ich habe jetzt nicht von Deportation gesprochen. Herr Höcke, was bedeutet der Begriff Remigration für Sie ganz konkret? Das ist ja ein Redeabgleich und Ausdeutsch zwischen uns beiden. Herr Vogt, ich freue mich, dass Sie sich meine Rede angehört haben. Aber anscheinend haben Sie diese Passage nicht verstanden. Und ich will Ihnen das nochmal erklären. Bei den 20 bis 30 Prozent ging es um das, was auf Thüringen und Deutschland zukommt, nämlich der Bevölkerungsrückgang in den nächsten Jahrzehnten, den wir in dieser Größenordnung leider zu verzeichnen haben werden, wegen der nicht vorhandenen, wegen der desaströsen Familienpolitik der Altparteien inklusive der CDU. Deswegen sagen wir als AfD Thüringen auch, wir brauchen eine Familienoffensive. Das Kinderkriegen in Thüringen wird unter einer AfD-Regierung nicht mehr am Geld scheitern. Darauf bezogen sind die 20 bis 30 Prozent. Da haben wir ein großes Defizit, da haben wir ein großes Versagen der Altparteien und da müssen wir ran. Und wie gesagt, Remigration ist ein Alltagsbefund. Jeden Tag remigrieren, remigrare, latein nicht zurückwandern, migrieren Menschen zurück in ihre Heimat. Das ist ein normaler Vorgang. Aber mir geht es vor allen Dingen um die hochkassizierten... Die tun das auch meistens freiwillig, Herr Höcke. Ja, mir geht es aber vor allen Dingen um die deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland leben, weil sie aus Deutschland geflohen sind. Das ist eine ganz neue Definition, die haben wir von Ihnen bisher noch gar nicht gehört. Das ist eigentlich eine alte Definition von mir. 1,5 Millionen Menschen, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, sind in den letzten 30 Jahren ausgewandert, überdurchschnittlich gut qualifiziert. Die müssen wir zurückholen in unser Land, die müssen wir wieder für Deutschland begeistern. Also Sie nehmen Abstand von der Remigration derjenigen, die hier sind? Ich hätte Ihnen mehr Mumm zugetraut, dass Sie zu Ihren Thesen stehen. Ich zitiere jetzt einfach mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben aus Ihrem Buch, damit Sie mir nicht vorwerfen, dass ich Sie falsch zitiere. Seite 257 aus Ihrem Buch. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach sind. Da geht es nicht um den demografischen Faktor, da geht es um die Deutschen, die Ihnen nicht ins Bild passen. Nein, nein, das haben Sie auch nicht verstanden. Ich sage Ihnen was ganz Simples. Es gibt viele Unterschiede, die christliche Demokraten von Ihnen als AfD-Mann unterscheiden. Aber das ist der Kernbestandteil. Der Kernbestandteil besteht darin, dass ich jeden Mensch wertschätze, dass ich ihn nicht auf ein einziges Merkmal reduziere, sei es seine Hautfarbe, sei es seine Religion, sondern ich glaube daran, dass jeder etwas kann. Das ist die Würde des Menschen unantastbar. Aber hier, im Grundgesetz steht das drin. Und das, was Sie wollen, ist diejenigen, die anders sind, die nicht in den Kram passen. Das ist Ihre völkische These. Die wollen Sie alle raushaben. Irgendwann sind es die Brillenträger. Und genau deswegen, Herr Höcke, dieser völkische Müll, der darf mein Heimatland Thüringen nicht führen. Und deswegen kämpfe ich. Lieber Herr Vogt, das ist ja schön, dass Sie einen Halbsatz aus meinem Buch zitieren. Den hätten Sie aber nicht aufschreiben müssen. Den hätten Sie aber nicht aufschreiben müssen. Den hätten Sie eigentlich auch aus dem Kopf zitieren müssen. Diese Passage ist ja eingebettet in einen Kontext. Vielleicht lesen Sie sich zumindest die Seite nochmal durch, wenn Sie auch nicht das ganze Buch lesen, das ich Ihnen aber wirklich zur Lektüre empfehle, weil das sicherlich auch einiges noch in den Hintergrundinformationen bietet. Diese Passage mit den Volksteilen, die wir verlieren, bezieht sich ja vor allen Dingen auf diejenigen, die laut schreiend durch Deutschland laufen, Plakate vor sich hertragen, wo draufsteht Deutschland, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, Deutschland, verrecke, Bomber Harris, do it again, oder die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Ich glaube, die haben wir schon. Es geht um Menschen mit Pass, mit deutschem Pass. Ich glaube, die haben wir schon. Es geht darum, was ich in diesem Buch, an dieser Passage, in dieser Passage ausgedrückt habe. Lesen Sie es nachher. Das kann man nochmal ganz deutlich so sagen. Das ist ein Buch, das natürlich einen gewissen philosophischen Tiefgang hat, das keinen aktuellen Themenbezug zur Remigration hat. Aber das, was ich gerade gesagt habe, wir kommen jetzt mal vom Allgemeinen in speziell. Wir haben natürlich Ihr Buch auch in Auszügen gelesen. Und da ist uns aufgefallen, dass Sie zum Beispiel in Bezug auf die in Hamburg geborene SPD-Politikerin Frau Oesus geschrieben haben, sie habe in Deutschland nichts verloren, weil sie jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen wolle. Müsste also die Bundestagsvizepräsidentin Deutschland verlassen, wenn Sie an die Macht kommen? Also ich habe, das Buch ist mittlerweile jetzt schon sechs Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes... Aber dann distanzieren Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Buch, oder? Als Zitat, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Nur Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesus in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesus in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen nochmal vorlesen? Also es nützt mir ja nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. Ich müsste dann im Originaltext nachdenken. Ich kann Ihnen nicht fragen, meine Moderation. Nochmal. Die Position der AfD ist doch ganz klar. Nein. Doch, es geht doch... Doch, es geht mir jetzt wirklich genau um diese Frage, ob Sie immer noch finden, dass Frau Oesus in Deutschland nichts verloren hat. Das ist eine legitime Frage, auf die ich jetzt gerne eine Antwort hätte. Nochmal. Ich habe das Zitat jetzt nicht mehr parat. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Es ist 1 zu 1 korrekt, seit 108. Sie sprechen Wörtlich davon, dass die in Deutschland geborene Politiker Frau Oesus in Deutschland nichts verloren hat. Welches Zitat... Das ist ein wörtliches Zitat. Sie können sich sicher sein, dass wir das... In welchem Kontext dieses Zitat steht, ist jetzt nicht klar. Okay, dann halte ich fest, Sie verweigern eine Antwort auf meine Frage. Nein, ich habe nur gesagt, in welchem Kontext dieses Zitat steht, ist für mich jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Das ist die Antwort, die Frau... Wie heißt sie nochmal? Frau Oesugus. Oesugus, ja. Bundestagsvizepräsidentin. Ja, man kann ja nicht alle Politiker kennen in dieser Republik, nicht wahr? Sie haben geschrieben, sie lasse jenseits der Sprache keine spezifisch deutsche Kultur erkennen. Ich glaube, das ist... Ich habe die Dame jetzt nicht mehr wirklich auf dem Schirm, aber ich glaube, sie hat sich einige Male sehr abfällig über deutsche Kultur geäußert. Kann das sein? War das vielleicht der Hintergrund? Das liegt in Ihrer Bewertung, wie sie sich geäußert hat. Herr Höcke, vielleicht drehen wir es andersrum und fragen einfach ganz konkret. Mit den Re-Migrationsplänen nicht die neue Variante, die Sie gerade auch genannt haben, nämlich Deutsche zurückkommen. Die ist durchaus spannend, können wir auch noch darüber sprechen, sondern die, für die die AfD bislang bekannt ist und die Sie ja durchaus auch in diesem Buch ein paar Mal erwähnt haben, nicht nur dort. Ganz konkret, jemand, der einen Migrationshintergrund hat, aber mittlerweile seit möglicherweise vielen Jahren einen deutschen Pass, deutsche Staatsangehörigkeit hat, zu Hause aber bosnische Musik und bosnisches Essen genießt. Darf der bleiben oder muss der gehen? Nein, der darf bleiben. Wir haben das auch niemals in Abrede gestellt. Es geht darum, dass die Illegalen im Lande, dass wir die versuchen, möglichst mit Anreizen, mit Sozialstaaten dazu zu bewegen, Deutsche wieder zu verlassen. Aber der Rechtsstaat, das ist doch absurd. Sie reden auf AfD-Parteitagen anders als wir. Natürlich müssen wir auch Abschiebungen forcieren. Selbstverständlich, dass eine Position da... Von Leuten mit deutschem Pass. Sie verdrehen mir das Wort im Mund. Das haben wir niemals gesagt. Naja, das haben Sie indirekt gesagt, indem Sie und Ihre Parteikollegen von millionenfacher Remigration sprechen. Und nach unserem Kenntnisstand liegt die Gesamtzahl der Ausländer ohne jeden Aufenthaltstitel gerade bei 500.000. Also wie kommen Sie auf Millionen? Erklären Sie uns das. Also die millionenfache Remigration ist ein Faktum über die Jahre. Sie müssen ja das Ganze im Jahresverlauf sehen. Das heißt 5, 10, 20 Jahre. Wir haben ja jetzt schon eine Zuwanderung oder eine Abwanderung über mehrere hunderttausend Menschen im Jahr. Wenn Sie das aussummieren, sind Sie ja schon bei millionenfacher Remigration. Nochmal, kontaminieren Sie doch das Wort der Remigration noch nicht so. Remigration ist ein wissenschaftlicher Begriff. Meines Wissens gibt es auch in einigen Städten sogenannte Remigrationsbeauftragte, die helfen den Menschen, in ihre Heimat zurückzukehren und dort ein neues Leben aufzubauen. Wo ist das Problem? Und natürlich muss ein Staat, wenn er ein Rechtsstaat ist, auch die Möglichkeit haben, illegal Lebende abzuschieben. Ja, aber das ist ja unstrittig. Aber das ist doch unstrittig. Moment, die CDU macht es doch nicht. Gucken doch bitte in ihre Bundesländer. Da wird doch in minimalen Umfängen nur abgeschoben, Kollege Fugt. Also ich bitte Sie, wir können das ja gerne mal überprüfen, wo Sie Ihren Ministerpräsidenten haben und wie stark dort abgeschoben wird. Also gucken Sie einfach nur zu Ihrem einzigen Landrat, den Sie haben. Der hat bisher noch nichts hingekriegt. Nach dem, naja, und Ihr Landrat. Also Ihre großen Wortspalten und dieses Rumgeeiere, das finde ich bemerkenswert. Ich hätte wenigstens erwartet, dass Sie heute den Mumm haben, zu Ihren Thesen zu stehen. Aber dass Sie hier anders reden als auf Ihrem Parteitag, das zeigt mir doch nur eines. Dass Sie nicht zu der Konsequenz stehen, die Sie eigentlich wollen. Sie wollen Leute, die nicht in Ihren Kram passen, die einen deutschen Pass haben. Und ich habe mir Ihre Passage en detail angehört, 12. Dezember 2023. Da geht es um das Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und Sie sagen, ja, diejenigen, die den Pass haben, die müssen sich entscheiden. Und dann gehen sie halt raus. Und 20 bis 30 Prozent, auf die können wir uns verzichten. Das ist ja ein ganz anderes Thema, der Doppelpass. Nein, nein, nein. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben über Remigration von 20 bis 30 Prozent von Deutschen geredet. Und das, was Sie auf Ihrem Nazischloss da in Schnellroda diskutieren mit Ihrem Spiritus Rektor, das ist einfach die große Gefährlichkeit. Dass da eben Sellner und andere ein und ausgehen, die klipp und klar sagen, dass es um Asylsuchende geht, um Leute, die Deutscher sind, aber eben nicht angepasst. Und die auch gleichzeitig sagen, dass sie Leute, die hier nicht Ihnen in Kram passen, abgeschoben werden sollen. Und da geht es um Deutsche. Und das finde ich im Kern das Verwerfliche. Sie können andere Haltungen haben in Wirtschaftspolitik. Sie können in der Sozialpolitik andere Haltungen haben. Aber stehen Sie doch bitte schön zu dem, was Sie auf Ihren Parteitagen vorstreichen. Sie riskieren jetzt hier die große Lippe. Ihre Partei ist hauptverantwortlich dafür, dass wir in eine Migrationskrise hineingegangen sind, wie wir sie in diesem Land immer verletzt haben. Wir haben die Zahlen 2019, 2020 so weit runtergebracht, das EU-Türkei-Abkommen war genau der entscheidende Punkt, dass eben nicht mehr die Leute gekommen sind. Ich sage Ihnen eins, Herr Vogt. Die Zahlen für Asylsuchende haben sich in den letzten drei Jahren verdreifacht. Das können Sie doch nachschauen. Bitte bleiben Sie doch bei den Fakten. Was war 2015, was war 2016, was war 2017? Gucken Sie sich bitte die Zahlen an. Die lagen damals noch höher als jetzt unter einer CDU-Kanzlerin. Sie haben den Schaden angerichtet. Sie lösen Deutschland mit dieser Migrationspolitik auf wie ein Stück Seife. Wir räumen auf, Herr Höcke, und Sie reden nur. Sie räumen auf, Sie verursachen Schaden und bieten sich danach hin. Machen wir auch hier einen Schnitt, um in der Zeit zu bleiben und machen gerne mit dem nächsten Thema weiter. Wir diskutieren heute nicht an irgendeinem Tag. Es ist der 11. April, der Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager von Buchenwald und Mittelbau Dora. Deswegen die Frage an Sie beide. Welche Bedeutung hat dieser Gedenktag für Sie persönlich, Herr Vogt? Mein Heimatort Zimritz ist ein kleines Dorf in Thüringen, ist ungefähr 30 Kilometer Luftlinie von Buchenwald. In der Ferne kann man den Glockenturm von Buchenwald sehen. Ich bin dort als Kind mit dem Schulbus jeden Tag vorbeigefahren. Jeden Tag. Ich bin jetzt am Sonntag auch bei der Gedenkfeier wieder anwesend. Bei einer Gedenkfeier, wo Herr Höcke nicht eingeladen ist und quasi Hausverbot hat. Und ich finde, jemand, der im KZ Buchenwald Hausverbot hat, der darf nicht Thüringer Ministerpräsident werden. Und deswegen ist auch der richtige Tag, heute darüber zu diskutieren. Herr Höcke, auch an Sie die Frage, welche Bedeutung hat der Tag für Sie? Die Richtung Buchenwald entscheidet darüber, wer in Thüringen Ministerpräsident wird. Sie haben ein Demokratieverständnis. Kollege Vogt, das entscheidet immer noch der Thüringer Souverän. Warten wir mal ab, was der erste Neunte bringt. Dann kommen wir zurück bitte auf die Frage, die ich Ihnen beide... Wirkt ja fast so, Ihre nachdenkliche Antwort, wirkt ja fast so, als hätten Sie die Frage im Vorfeld gehabt. Herr Höcke, ganz kurz die Frage, die ich Ihnen beide gestellt habe. Was bedeutet dieser Gedenktag heute für Sie persönlich? Das ist meine Frage. Genau. Das ist ein wichtiger Erinnerungstag. Und ich persönlich würde gerne auch mit meinen Kollegen aus der Landtagsfraktion diesen Gedenktag auch im ehemaligen KZ Buchenwald begehen. Nur, wir haben seit Jahren Hausverbot. Eine demokratisch gewählte Partei, die mit 23,4 Prozent 2019 im Thüringer Landtag gewählt worden ist, wird systematisch vor der Tür gelassen, wird systematisch ausgeschlossen. Und das ist ein unerträglicher Zustand. Und ich denke auch nicht, dass das... Herr Höcke, da möchte ich einmal dazwischen fragen, das hat ja Gründe, warum Sie da nicht eingeladen sind. Sie haben ja unter anderem von dem Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande gesprochen und eine erinnerungspolitische 180-Grad-Wende gefordert. Halten Sie denn die Gedenkstätte in Buchenwald auch für ein Denkmal der Schande? Also Rudolf Augstein hat ja denselben Ausdruck verwendet. Und ich frage Sie nochmal, weil ich so oft missverstanden worden bin, obwohl ich das jetzt in den letzten sieben Jahren... Und die Rede, die Sie jetzt zitieren, ist, glaube ich, schon sieben Jahre her. Das war 2017, wenn ich mich recht erinnere. Genau so, 17. Januar. Genau. So. Weil ich so oft schon missverstanden worden bin, obwohl ich das schon so oft erklärt habe, auch Journalisten gegenüber. Der Holocaust war eine Schande. Das stellt niemand in Abrede. Das war ein Zivilisationsbruch. Das stellt niemand in Abrede. Und die 180-Grad-Wende der Gedenkpolitik, die kann ich Ihnen auch erklären. Es ging mir darum, deutlich zu machen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Deutschland auf einem entgegengesetzten Weg unterwegs ist als die anderen Länder dieser Welt. Ich halte es für bedeutsam, wenn wir als Deutsche eine Zukunft haben wollen, wenn wir uns eine Zukunft erhalten wollen, dass wir eine positive Identität aufbauen. Mit einer negativen Identität kann man die Zukunft nicht gewinnen. Davon bin ich überzeugt und davon ist auch meine Partei überzeugt. Das heißt, wir wollen grundsätzlich die Lichtseiten der deutschen Geschichte in den Mittelpunkt der Erinnerungspolitik rücken. Das heißt aber nicht, dass wir die Schattenseiten, die Schrecken der Nazizeit beispielsweise, hinten runterfallen lassen wollen. Wir müssen auch das in Erinnerung behalten. Wir müssen auch weiterhin daran beständig lernen. Aber nochmal, das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Ohne einen natürlichen, vitalen Patriotismus, der auf einer gesunden Identität fußt, werden wir als Deutsche keine Zukunft haben. Entschuldigung, aber warum schließt denn ein lebendiger Patriotismus eine gesunde Gedenkkultur aus? Ich verstehe den Gegensatz nicht. Ich habe doch gerade von einer gesunden Gedenkkultur gesprochen. Ich habe darauf hingewiesen, dass andere Länder eine andere Gedenkkultur haben. Andere Länder haben auch nicht sechs Millionen Juden ermordet. Ja, gut, wir müssen jetzt nicht in historische Diskussion. Wir sind hier als Politiker. Deswegen sind wir ja hier. Wir haben vorher gesprochen, dass wir über Erinnerungspolitik sprechen. Das war vereinbart, deswegen sprechen wir auch darüber. Eine vitale Erinnerungskultur, eine vitale Gedenkkultur, die fußt in erster Linie darauf, dass man sich der großen Wohltäter, dass man sich der genialen Menschen des eigenen Volkes, die die Menschheit auch im Ganzen vorangebracht haben, erinnert. Das muss im Zentrum der Erinnerung stehen. Das heißt aber nicht, dass das Schlechte, dass das Schlimme, dass das Schreckliche, das wir zu beklagen haben, hinten runterfallen soll. Das muss auch erinnert werden, aber das Positive muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ich denke, anders geht es auch nicht, wenn wir eine gesunde Identität ausprägen wollen. Man hat so das Gefühl, die Deutschen sind mit sich selbst uneins. Sie sind im Unrein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Deutschen sich wieder mit sich selbst befreunden müssen. Wir müssen uns wieder mit uns selbst befreunden. Wir brauchen wieder dieses positive Gefühl zu uns selbst. Und da brauchen wir eben eine Veränderung. Herr Vogt, was entdecken Sie in den Worten von Herrn Höcke? Ich bin Thüringer. Das ist meine Heimat. Und wir sind das Land der Dichter und Denker. Bei uns hat Bach die Fuge entwickelt. Das sind alles Dinge, die uns groß gemacht haben. Goethe und Schiller, die deutsche Sprache ist auf der Wartburg durch die Bibelübersetzung von Luther geschehen. Das ist unsere geschichtliche Identität. Da können wir stolz drauf sein. Genauso stolz können wir im Sommer darauf sein, dass hoffentlich die deutsche Nationalmannschaft den Titel nach Hause holt. Und das ist ein Patriotismus, den ich mag. Ich liebe mein Land, aber ich hasse keine anderen. Und ich finde, wenn Sie nicht im Buchenwald eingeladen sind, dann hat das eben auch Gründe. Und ich habe mir das Zitat nochmal rausgesucht. Sie haben im Wall Street Journal im März 2017 einen ziemlich bemerkenswerten Satz gesagt. Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. So, und das sind Ihre Worte. So, und da wundern Sie sich, dass Sie an einem Ort, wo 56.000 Leute ermordet worden sind, keinen Zutritt haben? Das zeigt mir doch, dass Sie ein sehr verschrobenes Bild haben. Weil wir Deutschen, wir haben einen modernen Patriotismus. Wir haben ein konservatives Bild von unserem Land. Aber wir haben eine hoffnungsfrohe Idee davon, jeder, der daran mitwirken will, dieses Bild zu zeichnen, der ist uns herzlich willkommen. Aber dieses Angst- und Giftverstreuen, das ärgert die Menschen. Und ich glaube, gerade in Thüringen ist das lebhaft, wenn Sie am Wochenende eine Bratwurst essen, ein Bier trinken und da auch das Rennsteiglied singen. Das ist das, was die Leute wollen. Aber die wollen nicht ihre verquasten geschichtsphilosophischen Ausführungen, die am Ende offensichtlich ins Nirgendwo führen. Herr Höcke, Sie haben vorhin... Ich finde, das kann ja nicht unwidersprochen bleiben. Kollege Vogt, ich finde es unterirdisch, wenn Sie mir unterstellen, ich wäre ein Mensch, der hasst. Der Hass als Gefühl ist mir völlig unbekannt. Ich war 15 Jahre Lehrer. Ich war viele Jahre Vertrauenslehrer. Vertrauenslehrer wären Sie nur, wenn Sie ein großes Herz haben, wenn Sie eine große Empathiefähigkeit haben. Ich habe vier Kinder mit Liebe erzogen. Es sind prächtige Menschen geworden. Hass liegt mir völlig... Es ist unfassbar, was Sie glauben, was ich bin. Empathiefähigkeit ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben ja vorhin den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern Deutschland Verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber, Harris, do it again. Und die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war glaube ich 2021 in Sachsen-Anhalt, bei den Parteifreunden. Und das Wahlkampfmotto lautete, alles für unsere Heimat. In einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump, frei interpretierend und ins Deutsche übertragend, durchdekliniert, alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto, alles für Sachsen-Anhalt, alles für DÖ. Und ich sage jetzt alles für DÖ, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. Also so weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland, so stark sind wir heute in Deutschland schon eingeschränkt. Wollen Sie damit sagen, ja, okay, jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Ja, aber Sie wussten nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. von Bayern. Bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man seinen Wort hat. Nein, es ist keine Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer. Es ist ein Allerweltsspruch. Jeder Mensch draußen weiß, dass das ein Allerweltsspruch ist. Ich hatte nachdem angekündigt worden ist, dass mir dafür tatsächlich der Prozess gemacht wurde, habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt von Menschen, die wahrscheinlich noch gebildeter und noch klüger sind und intelligenter als ich. Die haben mir reihenweise gesagt, Höcke, Björn, das wusste ich tatsächlich nicht, dass diese Losung, diese Allerweltsfloskel, alles für DÖ, verboten ist. Und nochmal, dieser ganzen Richtigkeit... Aber Sie haben es ja mehrfach gesagt, Herr Höcke, und es ist laut Strafrecht einfach verboten. Es ist verboten. Es ist Paragraf 86a des Strafgesetzbuches, Herr Höcke. Und Sie haben es einmal verwendet und dann in einer weiteren Veranstaltung. Wir könnten es einspielen, wenn Sie wollen. Passen Sie auf, das ist doch ganz entscheidend. Sollen wir es einspielen? Sie brauchen es nicht einspielen, weil der Sachverhalt ja unterkomplex ist. Ich habe es in einer Wahlkampfrede, in diesem Dreiklang, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutsch, so ausgesprochen, weil ich es nicht wusste. Und dann habe ich in einer Rede in Gera diese Absurdität, dass man über Deutschland alles Mögliche, Böse und Schäbige und Ehrverletzte sagen kann. Aber wenn man als Patriot in der Bedrängtenlage, in der dieses Land ist, fordert, alles für dieses Land zu geben, analog Amerika first, dass man dann dafür vor Gericht steht. Und dann habe ich nochmal diese Losung, diese Abschlusskundgebung durchdekliniert, ohne Deutschland zu sagen. Und einige aus dem Publikum sagten dann das Wort Deutschland. So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Losung... Aber Sie stellen sich doch über das Gesetz damit. Sie stellen sich doch über das Gesetz oder versuchen es zumindest. Man hat auch das Recht, sich zu erklären. Gerade wenn man angeklagt wird, gucken Sie bitte in die entsprechenden Gesetze. Man hat das Recht, sich doch auch zu erklären. Selbstverständlich. Es kann auch nicht sein, dass wenn ich wegen irgendetwas angeklagt werde, ich mich nicht in der Öffentlichkeit erklären kann. Und so dadurch schon reduziert bin in meiner Wirkmöglichkeit als Oppositionspolitiker. Und nochmal, das möchte ich an der Stelle aussagen. Das Strafrecht, das wir im Augenblick haben, wird immer mehr zur Einschränkung der Meinungsfreiheit benutzt. Die Opposition wird allmählich unmöglich gemacht und eine starke Opposition ist der wirksamste Schutz für eine Demokratie. Empfinden Sie sich, Herr Vogt, in der Opposition durch das Recht und Gesetz, wie wir es hier haben, in irgendeiner Form eingeschränkt? Wir leben in einem Rechtsstaat. Viele Menschen haben den Eindruck, man kann nicht immer alles sagen, was man denkt. Deswegen müssen wir auch für freie Meinungsäußerung kämpfen. Das machen wir unter anderem heute auch hier. Und wenn sich jemand versucht, da als Opfer zu generieren, Herr Höcke steht doch heute hier und kann seine Position erläutern. Also insofern sollte er da mehr Souveränität zeigen. Ein Rechtsstaat bedeutet, dass man eben auch überprüfen kann, wenn man sich zu Unrecht tituliert fühlt, behandelt fühlt, wenn einen der Verfassungsschutz beobachtet, dann ist das wehrhafte Demokratie und man kann dagegen rechtlich vorgehen. Herr Höcke ist schon mal unterlegen. Im Namen des deutschen Volkes wurde über ihn geurteilt. Und diese Titulierung zeigt doch letztlich, wir sind in einem funktionierenden System. Dass das nicht immer jemandem schmeckt, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt überlegen wir uns mal eines. Wie viele Länder auf dieser Welt gibt es, unter anderem eben auch Russland, wo sich Leute wie Nawalny oder andere gewünscht hätten, sie hätten ein funktionierendes Rechtssystem. Und deswegen kann ich nur eines sagen. Wir sind die Partei des Rechtsstaates und Recht und Ordnung. Und desavouieren Sie das nicht, gehen Sie in Ihren Verfahren. Das wird ein deutsches Gericht behandeln. Und da können Sie Ihre Argumente vortragen. Aber bitte weinen Sie jetzt hier nicht. Julian Assange würde sich sicherlich auch über mehr Rechtsstaatlichkeit freuen. Herr Höcke, lassen Sie uns ruhig weitermachen. Uns läuft jetzt in der Tat. Ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind. Sie haben sich aber auch schon ausführlich äußern dürfen. Das Thema, 60 Prozent der Deutschen sagen, man kann in Deutschland seine Meinung nicht mehr frauen. Das hat ja nichts mit Meinungs. Eine SA-Parole hat nach meiner Auffassung nichts zu tun. Doch es ist eine SA-Parole. Nein, Deutschland ist nachweislich eine SA-Parole. Und eine SPG-Parole. Es kommt aus dem Kontext anjuristisch. Und das müssen wir nicht sagen. Aber 60 Prozent der Deutschen sagen, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht mehr gegeben ist. Ohne Meinungsfreiheit ist Demokratie nichts. Aber Herr Höcke, Sie stehen hier in einem Fernsehstudio und können Ihre Meinung äußern. Recht in einer Demokratie. Ohne Meinungsfreiheit kann Demokratie nicht gedacht werden. Aber Sie stehen in einem Studio und können Ihre Meinung äußern gerade, Herr Höcke. Ja, aber Sie fallen mir noch ständig ins Wort und ich habe auch nur wenig Zeit. Darf ich kurz mal referieren? Glücklicherweise, machen wir hier einen Punkt, glücklicherweise leben wir in einem Rechtsstaat. Sie stehen nächste Woche in Halle vor Gericht und es ist dann an einem deutschen Richter zu entscheiden, was aus dieser Äußerung wird und ob das bestraft wird oder nicht. Wir schauen auf den nächsten Punkt und da geht es ganz kurz noch, aber wir wollen es einfach auch mal angesprochen haben, Antisemitismus. Seit dem 7.10., das ist dieser furchtbare Überfall der Terroristen der Hamas auf die Kibbutzien entlang des Gaza-Streifens gewesen. Nur noch mal als Kontext für die Menschen, die das vielleicht nicht so parat haben, das Datum 7.10. zeigt sich weltweit, aber auch hier ausgerechnet bei uns in Deutschland auf den Straßen, ein unfassbarer Antisemitismus. Da sind Dämme buchstäblich gebrochen so ein bisschen. Was müssen wir dem, gerade eben auch vor der ja schon häufig jetzt erwähnten deutschen Geschichte entgegensetzen, Herr Vogt? Zuerst einmal müssen diejenigen, die antisemitisch unterwegs sind und die solche Flaggen zeigen, die Israel soll sterben, die müssen einfach, wenn sie, sag mal, hier kein Bleibestatue oder wenn sie kein Aufenthaltsrecht, oder sollten kein Aufenthaltsrecht mehr hier haben. Das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins. Also ich finde, dieser Antisemitismus, der ist unerträglich. Ich bin selber Gründungsmitglied im Thüringer Landtag des Freundeskreises Israel. Mir ist das ein wichtiges Anliegen. Und genau aus diesem Grund sage ich Ihnen aber auch, dass wir klarstellen müssen, dass das Selbstverteidigungsrecht des Staates Israel auch deutsche Staatsräson ist. Das ist Kernbestandteil dessen, was unsere Überzeugung ist. Ich bin Christ. Und der jüdische Glaube, der christliche Glaube sind eng miteinander verbunden. Und deswegen müssen wir alles tun. Deutschland hat ein waches Auge darauf zu halten. Wir müssen mit der vollen Härte vorgehen. Und deswegen ist mir dieses Thema illegale Einwanderung auch so wichtig, dass wir dort eine Null-Toleranz-Strategie fahren. Das ist ein ganz zentrales Problem. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch darum geht, Aufklärung darüber zu betreiben, wie geschichtlich wir verwoben sind. Mit dem nötigen Reflexionsfähigkeit, aber immer mit der Offenheit, dass wir als Deutsche auf Israel aufpassen. Herr Höcke, Sie haben jetzt viel genickt. Ihre Rippen. Ja, weil ich grundsätzlich die Position, was den Kampf gegen Antisemitismus teile, durchaus bei Kollegen Vogt bin. Aber auch da müssen wir wieder fragen, wo sind die Ursachen für den Antisemitismus in Deutschland? Ich sehe keinen Antisemitismus ausgeprägten Maßes bei der ursprünglichen deutschen Bevölkerung. Auch wieder ein Problem, dass wir uns mit Migration ins Land geholt haben. Die millionenfache Einwanderung aus dem islamischen Kontext, die Islamisierung Deutschlands und Europas. Aber wie meinst du, Sie sehen das wieder? Aber kurze Zwischenfrage, gibt es keine deutschen Neonazis in Deutschland? Es gibt auch deutsche Neonazis, es gibt auch deutschen Antisemitismus. Aber der ist klein im Verhältnis zu dem, was leider die Menschen nach Deutschland gebracht haben. Und gucken Sie nach Frankreich. Mittlerweile fliehen Juden aus Frankreich, weil der Antisemitismus dort so groß geworden ist, nicht durch die auch Toton-Franzosen, sondern durch die zugewanderten Menschen islamischen Glaubens, dass sie ihre Heimat verlassen und nach Israel gehen. Das sind schlimme Befunde und da müssen wir mit aller Härte dagegen gehen. Wie genau? Das heißt, die Maus keinen Faden hat, indem wir vor allen Dingen die Einwarnung erst mal aus dem islamischen Kulturkreis beenden. Wir dürfen nicht mehr Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland grundsätzlich, es mag Einzelfälle geben, aber grundsätzlich aufnehmen. Ich halte das für eine große Gefahr, auch für den Bestand unseres demokratischen Rechtsstaates. Sie stellen Millionen Muslime unter Generalverdacht, Herr Höcke. Das wusste ich, dass das kommt. Ja, klar. Ja, nee, nochmal. Ich kenne, ich bin kein Feind des Islams. Ich bin überhaupt gar kein Keinermannsfeind. Der Islam ist eine alte Religion. Der Islam hat einen Kulturraum, wo er sich auch entfalten kann. Und da möchte ich ihm auch nicht reinreden. Aber dieser Kulturraum kann nicht Europa sein. Und ich kenne kein Land in der Welt mit einer islamischen Mehrheitsgesellschaft, wo es demokratische Rechtsstaatlichkeit nach europäischem Standard gibt. Deswegen möchte ich nicht mehr islamische Zuwanderung haben. Und das stellt auch nicht in Abrede, dass es prima Menschen islamischen Glaubens gibt, die voll integriert sind, die voll auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber die Masse und einfach die Gefährlichkeit dieser unkontrollierten Anwanderung, der müssen wir entschieden begegnen. Sonst kippt dieses Land und kippt auch unser demokratischer Rechtsstaat. Einmal der Hinweis, Herr Höcke, weil Sie sich vorhin etwas benachteiligt fühlt, was die Redeanteile angeht. Wir haben mal auf die Uhr geguckt. Sie haben deutlich mehr geredet bisher als Herr Vogt. Das ist nur so als kleiner Zwischenstand. Es kommt dann immer anders vor selber. Kommen wir zum nächsten Thema. In der Tat, wir wollen schauen natürlich auch noch auf ein weiteres Thema, was, glaube ich, in den östlichen Bundesländern ein bisschen anders gesehen wird, in weiten Teilen als in den westlichen. Der Konflikt Russland-Ukraine, der Angriffskrieg der Russische auf die Ukraine. Und was durchaus ja interessant ist und für viele auch nicht nachvollziehbar, so ein bisschen ist diese, ich will es gar nicht Russland-Freundlichkeit nennen, aber doch ein größeres Verständnis für offenbar das Agieren Russlands, für das Agieren Putins, als ich das eher im Westen wahrnehme. Ich war jetzt auch gerade drei Wochen in Thüringen unterwegs. Mein Vater lebt dort, ich bin da sehr häufig. Insofern, wir sind ja fast unter uns. Ich kann da nicht mithalten, ich bin Sauerländer. Ich nehme dich mit beim nächsten Mal. Mich würde einfach interessieren, wie Ihre Haltung da im Moment zu ist. Haben Sie auch ähnlich das Gefühl, dass man mehr auf Russland zugehen müsste in diesen Tagen, in diesen Wochen? Wo stehen Sie da? An dem Haus meiner Großeltern ging die Panzerstraße vorbei. Die Russen zu DDR-Zeiten haben die Panzer immer von ihren unterschiedlichen Garnisonen von A nach B gefahren und das ging unmittelbar vorbei. Sind sie mit ihren T-54 da langgefahren. Manchmal ist die Kette gebrochen und da habe ich dann einmal Wasser hingebracht, weil die total durstig waren. Das waren wirklich arme, junge Soldaten. Die waren wirklich arm dran mit ihren Filzstiefeln, mit ihrer Wattejacke. Und wenn ich heute die Bilder sehe, und gerade heute aktuell hier der Angriff in Kharkiv, wenn ich die Bilder in der Ukraine sehe, wenn ich sie in Russland sehe, dann denke ich genau an diese Leute. Weil egal, ob die jetzt auf der russischen, auf der ukrainischen Seite stehen, die sind beide geiselhaft eines irren Aggressors Putins. Und diese Reibung, die spüren viele Leute in den neuen Bundesländern im Osten, in Thüringen. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass man das im Blick hat. Aber das heißt natürlich auch, dass man Farbe bekennt. Und Farbe bekennen heißt, dass natürlich die Ukraine sich verteidigen muss. Weil das ist das Entscheidende. Sie ist Teil unseres europäischen Kulturraums. Und es gibt den Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Der Spruch geht aber noch weiter. Dann kommt der Krieg zu dir. Und genau deswegen werbe ich für diplomatischen Druck, um Frieden zu erreichen. Aber ich werbe eben auch dafür, dass wir die Konsequenzen sehen. Wenn Putin in der Ukraine gewinnt, dann wird er genau das machen, was er in Russland jetzt eh schon macht. Kreueltaten, Leute umbringen, tausende Tote, Millionen Flüchtlinge. Es gibt Schätzungen, dass ungefähr 10 Millionen Ukrainer dann fliehen werden. Vier Millionen wahrscheinlich dann nach Deutschland. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir besonnen für dauerhaften Frieden uns einsetzen und die Ukraine verteidigungsfähig halten. Sie haben gerade gesagt, die Ukraine muss verteidigungsfähig bleiben. Präsident Zelensky hat vorgestern hier bei Welt TV im Interview mit meinem Kollegen Paul Ronsheimer dem Westen vorgeworfen, die Waffen zu verweigern, die sein Land zum Überleben ganz dringend braucht. Deswegen die Frage an Sie beide nochmal. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine liefern? Herr Höcke. Die Bilder, die uns erreichen vor der Front, sind unerträglich. Hunderttausende junge Männer, Russen und Ukraine, sind in den letzten zwei Jahren dort verblutet. Junge Männer, die keine Familien gründen konnten, die kein Leben weitergeben konnten. Das macht mich sprachlos und fassungslos. Und meine Großeltern haben mir noch erzählt, was Krieg ist. Und deswegen sage ich, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und zwar um jeden Preis. Wir brauchen einen Waffenstillstand an der... Ich hatte nur nach Waffenlieferungen gefragt. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine? Überzeugung, dass wir auch mit der Kriegsrhetorik der CDU nicht wirklich weiterkommen. Die Äußerungen von Herrn Kiesewetter sind unerträglich. Wir brauchen keine Eskalation in diesem Krieg, sondern wir brauchen jetzt Deutschland als Friedensmacht. Deutschland muss seine Brückenfunktion zwischen Ost und West ausspielen. Muss zu Friedensgesprächen einladen. Das heißt, keine Waffen. Wer Waffen liefert, der will keinen Frieden, der will den Krieg. Herr Höcke. Deswegen müssen wir aufhören mit dem Schlachten und müssen jetzt in Gespräche gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diese Gespräche gehen könnten. Dass diese Gespräche anberaumt werden könnten. Wir hatten ja schon Gespräche kurz nach Ausbruch des Krieges in Istanbul. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Die Friedensverhandlungen waren damals schon relativ weit gedient, sind dann abgebrochen worden. Ich will jetzt nicht spekulieren, warum, weshalb und wieso. Leider sind in der Zwischenzeit schon wieder viele hunderttausend junge Männer gestorben. Das Schlachten muss sofort ein Ende haben. Herr Höcke, Sie haben selber gesagt, Sie waren Vertrauenslehrer. Vertrauen ist also eine wichtige Sache. Absolut. Wo sollen die Ukrainer das Vertrauen hernehmen? Gesetz den Fall Selenskyj erklärt sich bereit, ich setze mich mit Putin nochmal an einen Tisch, was er nicht machen wird, glaube ich. Aber er setzt sich mit Ihnen an einen Tisch. Nach all dem, was passiert ist. Nach all dem, was die Russen dem ukrainischen Volk angetan haben. Wo soll das Vertrauen von ukrainischer Seite herkommen, zu glauben, dass Putin, selbst wenn er ein Dokument unterschreibt, sich daran hält? Ich kenne Wladimir Putin nicht persönlich. Ich kann also keine Einschätzung geben, ist das ein Mann, der... Aber wir erleben ihn ja seit über 20 Jahren. Die einen, mit Verlaub, das Schwarz-Weiß-Malen dieses Konfliktes in den deutschen Medien ist auch nicht unbedingt dazu angetan, diesen Mann zu erhellen. Für mich jedenfalls zu erhellen. Und ich denke aber, dass Wladimir Putin die Kräfteverhältnisse zwischen der russischen Föderation und der NATO sehr gut einschätzen kann. Russland ist weit unterlegen, sowohl was die Menschen angeht, was die Waffentechnologie angeht, auch was das Militärbudget angeht. Die NATO hat über eine Billion Euro Wehretat. Die Russen sind, glaube ich, bei 85 Milliarden. Das heißt, Putin weiß auch, außerdem hat er den Druck der Chinesen aus dem Osten. Er hat den Druck des Islam aus dem Süden. Russland ist auch ein bedrängtes Land und ich glaube, Russland will Frieden. Und ich glaube, dass Putin trotz dem, was man über ihn ausführt, ein rationaler Mann ist, der auch erkennt, wann es genug ist und wann Frieden geschlossen werden muss. Ich glaube, wenn man mit entsprechenden Persönlichkeiten dort aufschlagen würde und Friedensgespräche beginnen würde, dann könnte man was erreichen. Man sollte es zumindest versuchen. Wir müssen es versuchen und zwar so schnell wie möglich. Herr Vogt, die drei Viertel der Bevölkerung in Thüringen seien gegen weitere Waffenlieferungen, haben Sie gesagt, denn, so wörtlich, ich zitiere Sie da, der Großteil der Leute hat keinen Bock mehr, der verlängerte Arm der Amerikaner zu sein. Geben Sie den Leuten recht, die sowas sagen? Ich will Thüringer Ministerpräsident werden und die Mehrheit der Thüringer denkt so. Und das respektiere ich. Das ist wichtig. Ich habe Ihnen meine Position heute hier geschildert. Ich glaube, dass wir in dem Konflikt das Gleiche erleben, was wir 2015. schon erlebt haben. Sie können vieles verantwortlich machen. Die CDU hat auch nicht immer alles richtig gemacht. Es sind auch Fehler gemacht worden. Aber 2015, diese Asylsituation, die ist doch durch Putin geschaffen worden, weil er an der Seite von Assad Giftwaffen eingesetzt hat. Das ist die Situation. Und dasselbe macht er jetzt auch. Warum hat denn Finnland die Grenze zugemacht? Weil er versucht hat, Flüchtlinge dort lang zu schicken. Und dieselbe Situation überrennt uns gerade. Und wir sind doch in einem Systemkonflikt. Autoritäre Regime. China, Russland gegen die demokratische Welt. So und jetzt, wenn man sich das Europawahlprogramm der AfD anschaut, was wollen die? Die wollen raus aus der NATO. Das Sicherheitsbündnis, das uns 70 Jahre mit beschützt hat. Und auf der anderen Seite ist da der Vorschlag, wir wollen in so eine Shanghai-Organisation. Wer ist denn da drin? China, Russland, der Iran und Pakistan. Also wenn das unsere neuen Verbündeten sind, dann glaube ich, ist die Position von Deutschland viel, viel schwächer. Und genau aus dem Grund ist es wichtig, was ich auch gesagt habe, Ukraine in der Verteidigungsfähigkeit stärken, gleichzeitig den Druck erhöhen. Weil so wie Sie sagen, Frau Ohm, derjenige, der belogen wird, dem vertraut man nicht mehr. Und es sind so viele nach Moskau gereist, Putin hat ihnen alles Mögliche erzählt. Im Bundestag haben AfD-Abgeordnete geredet, es gibt keinen Krieg. Drei Tage später gab es Krieg. Das ist doch die Situation. Und deswegen braucht es einen gemeinsamen Druck. Die Türkei, die das Getreideabkommen schon mit der Ukraine verhandelt hat und Russland. Indien, die wirklich die kommende Wirtschaftsmacht in Asien sind. China und natürlich auch USA. Und es braucht eine gemeinsame europäische Anstrengung. Ich würde mir wünschen, dass unsere Bundesregierung genau das macht, was Deutschland immer stark gemacht hat. Wir sind eine diplomatische Kraft. Das Minsker-Abkommen ist unter anderem deswegen entstanden, weil Deutschland agiert hat. Und das wünsche ich mir diesem Plan auch von unserer Bundesregierung jetzt. Und das Minsker-Abkommen ist deswegen gescheitert, weil auch Frau Merkel zugegeben hat, dass dieses Abkommen gar nicht ernst gemeint war. Der Wertewesten ist nicht immer so uneigennützig, wie Sie das gerade darstellen, sehr geehrter Kollege. Es war Egon Bahr, der bekannte SPD-Politiker, einer der letzten SPD-Politiker mit Staatsmann-Qualitäten. Der hat mal vor einer Schulklasse 2013, ich glaube, das war im Hessischen, ausgeführt. Ich zitiere jetzt nicht, sondern gebe das von dem Tenor nach wieder. Glauben Sie nichts von dem, was in Ihren Büchern steht und was Ihre Lehrer Ihnen bezüglich Kriegen sagen. Kriege werden niemals für Demokratie und Menschenrechte geführt. Kriege werden immer aus Macht- und Geldinteressen geführt. Das hat Egon Bahr gesagt, ist nicht von mir. Ja, aber Putin hat doch die Ukraine angegriffen. Darin sind wir uns doch wenigstens einig, oder? Herr Vogt, dieser Krieg hat drei Ebenen. Natürlich ist die erste Ebene die, die tagtäglich in den Medien auch kommentiert wird, die politische Ebene, die wir alle erkennen können. Das ist der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Auf der zweiten Ebene, und Sie haben sich sicherlich auch mit Geostrategie beschäftigt, ist dieser Krieg ein Stellvertreter, deswegen stehen Sie heute in Berlin. Herr Höcke, wir müssen da leider nicht, uns läuft die Zeit in einem Maße weg. Ist das ein Stellvertreter? Und Herr Höcke, Ihre Redeanteile sind auch deutlich vor denen von Herrn Vogt. Das kann ich mir ja fast gar nicht vorstellen. Ich darf nur 32 Minuten umreißen. Wir brauchen Frieden mit Russland, wir brauchen Kooperationen mit Russland, und wir brauchen keinen Hass zwischen Deutschen und Russen. Wenn wir etwas gelernt haben aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, dann das Frieden mit Russland für uns absolut ist. Sie wollen doch auch über Thüringen sprechen, oder nicht? Ja, natürlich. Wunderbar, perfekt. Dann sind wir jetzt nämlich auch bei Thüringen angelangt. Sie beide würden gerne Ministerpräsident werden. Wenn wir auf die Umfragen schauen im Augenblick, Regierungsbildung wird wieder ein schweres Los in den Tagen nach der Wahl werden. Wie genau wollen Sie, und damit geht die Frage an Sie beide, die Mehrheiten beschaffen, die Sie brauchen werden, weil eine absolute wird keiner von Ihnen erreichen, so wie es im Moment aussieht? Herr Funk, bitte. Also ich glaube, dass Menschen keine Koalitionen wählen, sondern sie wählen... Sind Sie sicher? Nein, Menschen wählen Personen, denen sie vertrauen, dass sie die Probleme angehen, die sie wirklich täglich stören. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass wir wieder die Frage von Fleiß muss sich lohnen, dass das Leben wieder einfacher wird, nicht so kompliziert, dass es um die Frage von Recht und Ordnung geht. Das ist das, was Menschen in Thüringen wollen. Mit wem wollen Sie das umsetzen? Ja, ich will Ministerpräsident aller Thüringer sein und wir haben momentan in Thüringen jede Woche eine Parteigründung, jede Woche. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, welche davon am Ende im Thüringer Landtag sitzen, aber was ich Ihnen sicher sagen kann ist, mit diesen völkischen Bildern, mit diesen völkischen Ideen von Herrn Höcke werde ich nicht zusammenarbeiten. Und das Zweite, es darf auch kein Weiter-So geben, zehn Jahre Rot-Rot-Grüner Thüringen zurückfallen lassen und deswegen muss die linke Regierung abgewählt werden. Und dafür setze ich mich ein. Und ich sage Ihnen eins, wir ändern heute Abend das Bild der Wählerinnen und Wähler. Und die CDU hat den Anspruch, stärkste Kraft zu werden. Dafür will ich alles tun. Darf ich ganz kurz nochmal da einhaken? Sie haben relativ klar gemacht, mit der Linken auf gar keinen Fall. Haben aber beim BSW das noch nicht so ganz ausgeschlossen. Da scheinen Sie eher noch so zu sein, naja, könnte eventuell was werden. Wo ist denn für Sie da im Moment inhaltlich der große Unterschied, wenn Sie bei den Linken sagen, auf gar keinen Fall? Ist natürlich auch mit ein Grund, was die CDU das insgesamt sagt, bundesweit. Und beim BSW sagen Sie, naja, eventuell. Das könnte sein. Glauben Sie, die sind so viel anders mit einer Sarah Wagenknecht vorneweg? Ja, zuerst einmal kandidiert Sarah Wagenknecht nicht in Thüringen. Frau Um, ich habe Demut und Respekt vom Wähler. So, und die stimmen ab am 1. September. Und da ist viel in Bewegung. Wir haben das gerade im Januar erlebt, da hatten wir eine Landratswahl in Thüringen im Saale-Orler-Kreis. Da hat die CDU und die AfD im ersten Wahlgang über 80 Prozent gemacht. Das heißt, die Auseinandersetzung des Jahres lautet CDU oder AfD. Und das, was die Menschen wollen, ist, die wollen eine Regierung, die wollen eine Regierung der Vernünftigen, die für Stabilität steht, aber gleichzeitig eben auch Veränderung. Und wenn ich mir angucke, welche Parteien da momentan da sind, habe ich es Ihnen gerade gesagt, die gründen sich jede Woche. Man weiß gar nicht, was der im Programm ist. Man weiß gar nicht, wer die Personen sind. Und mit der Demo trete ich vor den Wähler. Aber ich sage eins, ich will eine starke CDU. Herr Höcke steht vernünftigen Lösungen in Thüringen im Weg. Und deswegen diskutiere ich heute Abend hier. Meine Herren, wir hatten 45 Minuten. Ich darf nichts mehr zur Koalition sagen. Jetzt sind wir schon so weit drüber. Ich muss Ihnen das einfach noch mitgeben, lieber Herr Vogt. Mich hat vorgestern mal ein alter Büroleiter angerufen, der viele Jahre für mich gearbeitet hat. Und der davor elf Jahre lang für Willi Böck gearbeitet hat, den ersten Thüringer Innenminister. Sie kennen ihn sicherlich. Er ist ja vor einigen Jahren gestorben. Und mein Büroleiter hat mir gesagt, der Willi hat damals eine konservativ-patriotische CDU aufgebaut. Der Willi, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, wie die heutige CDU sich den roten und bunten Genossen an die Brust werfen würde. Herr Vogt, gehen Sie in sich. Denken Sie noch mal darüber nach, ob Sie mit der CDU wirklich in diesem Linkskurs gut unterwegs sind. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch mal an. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich. Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch. Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist nicht. Merz hat sich ja vom Volk verabschiedet. Nein, nein. Völkisch. Ich habe kein Problem mit dem Begriff Volk. Egal, was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Und deswegen will ich nicht mit Ihnen zusammenkommen. Meine Herren, wir hatten für dieses Duell 45 Minuten eingeplant. Jetzt sind wir deutlich über der Zeit, haben 71 Minuten gesprochen. Am 1. September entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler in Thüringen, wer zukünftig regiert. Wir danken Herrn Höcke und Herrn Vogt für die Diskussion. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert, Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, das ist kein Allerweltssatz, das ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hat... Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es war ein absolutes Novum in der deutschen TV-Geschichte. Das Duell zwischen Björn Höcke und Mario Vogt hier auf Welt. Das ganze Land diskutiert über die wichtigsten Aussagen. Und es gibt offenbar auch ein juristisches Nachspiel. Denn die Deutsche Telekom widerspricht dem AfD-Politiker. Höcke hatte behauptet, dass die Telekom vor einigen Jahren den Slogan Alles für Deutschland als Werbespruch verwendet habe. Diese Behauptung sei falsch, sodass Unternehmen und rechtliche Schritte würden geprüft. Bei dem Satz handelt es sich um eine verbotene Losung der sogenannten Sturmabteilung der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP. Weil Höcke die Parole in einer Rede verwendet haben soll, muss er sich vor Gericht verantworten. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Und mehr über dieses Duell wollen wir sprechen um 14.30 Uhr in unserem Weltspezial. Also in wenigen Minuten dann nochmal alle Reaktionen nach dem TV-Duell. Verkehrsminister Volker Wissing warnt vor bundesweiten Fahrverboten an den Wochenenden. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bis zum Sommer beschlossen werde. Darin will man die Einhaltung der Klimaziele künftig nicht mehr an einzelne Sektoren knüpfen und die Bereiche wie Verkehr oder Gebäude bei Verfehlungen zu Sofortmaßnahmen verpflichten. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß im Verkehr nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen kritisierten umgehend diese Warnung. Nun ist es beschlossen, die Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt. Der Bundestag hat sie gebilligt. Mit der Bezahlkarte können zum Beispiel Lebensmittel bezahlt werden. Die Abhebung von Bargeld wird aber eingeschränkt und Überweisungen ins Ausland werden unmöglich. Im Bundestag ginge es jedoch nur um die rechtliche Grundlage. Viele Details der Bezahlkarte sind daher noch offen und jedes Bundesland kann für sich selbst Einzelheiten festlegen. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann verspricht Betroffenen massive Erleichterungen und zwar durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages werde das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen spürbar erleichtern und verbessern. Mit dem neuen Gesetz behandle der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als mündige Menschen. Heute stimmt der Bundestag über dieses Gesetz ab. Sie sind erst 15 und 16 Jahre alterer Jugendliche aus NRW, sitzen wegen Terrorverdacht in Untersuchungshaft. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, Planung eines islamistischen Anschlages. Konkret seien die Beschuldigten dringend verdächtig, die Dschihadisten-Miliz islamischer Staat verherrlicht und einen Terroranschlag geplant zu haben. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Jugendlichen hätten sich in einer Chatgruppe über ihre Terrorpläne ausgetauscht. Mehr von Sandra Saatmann. Sie sollen den islamischen Staat verherrlicht, Anschläge mit Messern und Molotow-Cocktails, auf Kirchen, Polizeiwachen und andere Orte geplant haben, wenn auch noch nichts Konkretes. Ausgetauscht haben sie sich über eine gemeinsame Chatgruppe. Die Mädchen und Jungen, 13 bis 16 Jahre alt, kommen aus Düsseldorf, dem Kreis Soest und dem Märkischen Kreis. Ein Beschuldigter staunt aus Baden-Württemberg. Die Kids haben sich regelrecht vernetzt. Die drei jugendlichen Beschuldigten sollen geplant haben, einen terroristisch motivierten islamistischen Anschlag zu begehen und sich zu diesem bereit erklärt haben. Der Fall zeigt, es sind Teenager, die sich radikalisieren, vor allem über das Internet und dann auch Anschläge planen. Die Geheimdienste sind alarmiert, denn die Behörden wissen, dass islamistische Terroristen immer zielgenauer unsere Fußball-EM im Sommer ins Visier nehmen. Die Terrormiliz ISPK, die für den Anschlag auf den Konzertsaal in Moskau Ende März und die Anschlagsplanungen auf den Kölner Dom verantwortlich sind, ruft in ihrem Propagandamagazin zu konkreten Anschlägen auf öffentliche Verkehrsmittel und Fußballstadien auf. Und sie rekrutiert offensiv neue junge Täter. Wir müssen schon auch feststellen, dass es in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eine Entwicklung hingibt, dass immer mehr jüngere Tatverdächtige auch in den Fokus geraten, die einen IS-Bezug haben. Und sicherlich können wir da viel über die Gründe reden. Sicherlich hat auch die Corona-Pandemie da Auswirkungen, weil viele Jugendliche, Heranwachsende kein soziales Leben mehr hatten. Schulen waren zu Sportclubs, waren zu anderen Einrichtungen und sich dann auch in Social Media geflüchtet sind. Die drei Teenager sitzen in U-Haft. Derzeit werden vor allem alle ihre Speichermedien ausgewertet. Unter dem Motto, wir klagen an, hat in Berlin der umstrittene dreitägige Palästinenser-Kongress begonnen. Die Polizei ist auf antisemitische und israelfeindliche Straftaten vorbereitet. Die Veranstalter werfen der Bundesregierung eine Mitschuld an einem in ihren Augen Genozid an den Palästinensern vor. Vor dem Tagungshaus versammelten sich Demonstranten mit Israel-Flaggen und Plakaten. Sie werfen den Veranstaltern vor, Verbindungen zu Führungspersönlichkeiten und Institutionen der Hamas zu pflegen. Die Berliner CDU hatte zu den Protesten gegen die Veranstaltung aufgerufen. Und dabei ist auch mein Kollege Max Hermes. Max, also die Kundgebung scheint in vollem Gange. Sind denn auch israelfeindliche Parolen auf dem Kongress zu erwarten? Wurden sie vielleicht auch schon skandiert? Fanny, was wir aktuell noch hinter mir sehen, und ich kann da auch mal aus dem Bild gehen, um den Blick mal freizugeben, ist, dass hier die Teilnehmenden gerade noch dabei sind, sich für diese Veranstaltung hier einzutragen. Also eigentlich sollte es um 14 Uhr schon losgehen, aber die Polizei hat hohe Sicherheitsvorkehrungen hier erlassen. Deshalb dauert dieser ganze Prozess hier offensichtlich etwas länger. Und das Programm, was wir drinnen sehen können, das hat es durchaus in sich, also links radikale Gruppen, die da zum Teil sich vereinigt haben, um diesen Kongress auszurichten. Da sind Aktivisten wie Georg Ismail bei der Organisation aktiv, der auch den palästinensischen Befreiungskampf ohne Kompromisse, so drückt er das aus, führen möchte. Das bedeutet auch, das Existenzrecht des Staates Israel steht da auch absolut zur Rede. Also absolut israelfeindliche Tünde, die angeschlagen werden. Ein Forscher wird auf dem Kongress sprechen, der zuletzt auch bei der Hamas aufgetreten ist, im Gazastreifen dort einen Vortrag gehalten hat. Und wir können uns vielleicht einmal die Sicherheitsvorkehrungen anschauen. Wenn wir einmal hier schauen, die Polizei ist mit vielen Kräften vor Ort, die sichert das Gelände ja weiträumig ab 900 Polizisten werden allein heute im Einsatz sein. Dieser Kongress geht ja insgesamt drei Tage, 2500 Polizisten, die hier über die komplette Zeit dann das ganze Wochenende über aktiv sind. Also bislang haben wir hier das Ganze noch als friedlich wahrgenommen. Mir wurde aber auch von anderen Journalisten berichtet, die ja zum Teil schon angegangen wurden. Also man darf auch davon ausgehen, dass sich möglicherweise die Atmosphäre noch im Verlauf des Tages weiter aufweist. Du wirst uns auf dem Laufenden halten. Dankeschön, Max. Der Süden der Ukraine war in der Nacht wieder Ziel russischer Drohnenangriffe. In der Nähe von Dnipro-Petrovs geriet eine Anlage der Stromversorgung in Brand. Schon zuvor hatte Russland die ukrainische Stromversorgung angegriffen, wie hier in Kharkiv. Vorletzte Nacht wurde ein Kraftwerk bei Kiew zerstört, dazu Umspannwerke und andere Anlagen. Russlands Präsident rechtfertigte die Angriffe als Maßnahmen zur Entmilitarisierung der Ukraine. Wladimir Putin sagte, so treffe man auch die ukrainische Rüstungsproduktion. Ganz kurze Unterbrechung, dann sind wir zurück hier bei Welt mit unserem Spezial zum gestrigen TV-Duell. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Wir haben nochmal die Highlights und die prägnantesten Sätze herausgearbeitet und natürlich alle Reaktionen. Bis gleich, bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert, Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch ein bisschen. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein Völkisch. Nein, nein, das ist ein Völkisch. Nein, nein, völkisch. Ich habe kein Problem mit dem Begriff Völkisch. Egal, was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsminister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zuvor gesehen. Die Wiesen sind grün und in vielen Regionen blüht der Löwenzahn. Dazu zeigt sich das Wetter vor allem im Süden von seiner sehr freundlichen, also oft sonnigen und äußerst milden Seite. Ganz anders dagegen heute der Himmel in Lübeck beispielsweise, wo es aus einer dichten Wolkendecke heraus ab und an nieselt. Auch morgen hat man dann an den Küsten leider wenig Chance auf Sonnenschein. Immerhin wird es meist trocken bleiben. Ja, weiter südlich sind auch einige größere Wolkenlücken möglich. Ja, und von Rheinland-Pfalz und dem Saarland über Baden-Württemberg und auch Bayern kommen sie wieder in den Genuss von viel Frühlingssonne. Entsprechend gibt es auch bei der Anzahl der Sonnenstunden sehr große Unterschiede. An der Ostsee reicht es minimal für drei Stunden. Im Breisgau sind es ganze zehn Sonnenstunden mehr. Und bei den Höchstwerten gibt es ein noch größeres Gefälle. Also 28 Grad erwarten wir dazu am Oberrhein maximal 13 auf Sylt. Auch noch am Sonntag bleibt es bei diesen großen Temperaturunterschieden. Im Osten ziehen aber, wenn überhaupt, wirklich nur kurze Schauer durch. Dabei legt der Wind an der Nordsee insbesondere dann aber auch zu. Und der leitet dann noch einen Wetterwechsel für die neue Woche ein. Und der wird es dann auch in sich haben. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird. Aktuell mit rund 30 Prozent noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die in S doch bitte keiner leid. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt zu unserem Weltspezial zum großen TV-Duell hier gestern Abend. Es war ein absolutes Novum in der deutschen Fernsehgeschichte, das Duell zwischen Björn Höcke und Mario Vogt. Das ganze Land diskutiert über die wichtigsten Aussagen des Kampfes zwischen den Thüringern Spitzenpolitikern. Und das wenige Monate vor der Landtagswahl in dem Bundesland. Im Vorfeld hat das ein geteiltes Echo gegeben. Soll man dem AfD-Mann und als rechtsextrem eingestuften Höcke eine Bühne im Fernsehen geben? Wir haben die Reaktionen am Tag danach zusammengefasst. Watchparty bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest. Und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Genauso wie im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Ich bin mir sicher, das geht in die Geschichtsbücher. Also das war eine Sternstunde, fand ich, für die CDU. Wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen, die Widersprüche aufsetzen von diesem Typen und dieser Partei. Und nicht nur von Brandmauern reden, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung. Die überzeugt und nichts anderes und das war gut. Das sieht der erste und einzige AfD-Landrat in Deutschland anders. Das Punktsieg für Höcke findet Robert Sesselmann aus dem thüringischen Sonneberg. Weil Herr Höcke immer seriös geantwortet hat, während Herr Vogt solche Begriffe wie Reichskanzler verwandt hat oder aber auch hier als kleiner Wadenbeißer hier ins Rennen gegangen ist. Das hat Herr Höcke nicht nötig. Deshalb ist aus meiner Sicht Herr Höcke der klare Sieger dieses Duells gewesen. Kritik am Wortgefecht zwischen Höcke und Vogt kommt von FDP und Linksparteien Thüringen. Sie finden viel Selbstdarstellung, wenig Inhalt. Was wir da gestern erlebt haben, war ein TV- oder Medienspektakel von zwei Oppositionspolitikern, die wenn überhaupt eins bewiesen haben, nämlich dass sie beide nicht das Format haben, Ministerpräsident für Thüringen zu werden, weil um die konkreten Ideen für das Land ging es gestern Abend nicht. Aber was wir konkret gegen Schulausfall, was wir konkret für die Dynamisierung der Wirtschaft, was wir am Punkt zur Digitalisierung, was wir für die älter werdende Bevölkerung in Thüringen tun wollen, das blieb außen vor und insofern ist der Thüringer Wähler nicht viel schlauer geworden. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Unser Reporter Steffen Schwarzkopf, der war in Erfurt. Er hat sich umgehört, wie das TV-Duell bei den Menschen dort in der Landeshauptstadt in Thüringen ankam. Also wir erleben heute tagsüber hier in der thüringischen Landeshauptstadt das, was wir auch unmittelbar nach dem TV-Duell gehört haben. Sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen, natürlich auch je nach Parteizugehörigkeit. Wir haben mit den Menschen hier auf den Straßen gesprochen, waren aber auch am Landtag beispielsweise. Von der Linkspartei heißt es da, gestern habe es keinen Gewinner beim TV-Duell gegeben, sondern nur zwei Verlierer, Björn Höcke und Mario Vogt. Und ansonsten wird das natürlich hier weiter diskutiert. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem älteren Herrn hier zu sprechen. Er wollte nicht vor die Kamera, aber sagte zu mir, habe gestern beim TV-Duell gebebt vor Wut, weil Björn Höcke so viele Lügen verbreitet habe. Also diese Reaktionen haben wir, aber dann haben wir auch mit AfD-Anhängern gesprochen, die sagen, Björn Höcke war da ausgesprochen souverän, sehr staatsmännisch, sehr inhaltlich sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob wirklich jetzt hier Wähler von der einen Seite auf die andere Seite ins andere Lager wechseln würden aufgrund dieses TV-Duells. Ich bin mir aber sicher, dass noch in den nächsten Wochen und Monaten darüber gesprochen wird. Der Wahlkampf, der nimmt langsam Fahrt auf. Nicht nur der Kommunalwahlkampf, Ende Mai wird ja gewählt, sondern dann vor allem auch in Richtung 1. September. Dann wird sich natürlich alles mehr auf die Straßen verlagern. Björn Höcke, Mario Vogt, beide werden natürlich dann viel hier unterwegs sein, auf den Straßen unterwegs sein, mit den Menschen sprechen, versuchen sie zu überzeugen. Also all das wird noch passieren. Aber eins ist sicher, das Duell, das wird weiter ausgewertet, hier auf den Straßen, aber natürlich genauso auch in den Parteizentralen. Zufrieden zeigt man sich auch bei der Bundes-CDU. Generalsekretär Carsten Linnemann bezeichnet Vogts Kurs als mutig und goldrichtig. Mein Kollege Achim Unser hat Linnemann heute am Mikrofon. Das TV-Duell Vogt gegen Höcke, das sorgt für Aufmerksamkeit, auch hier im Bundestag. Und darüber spreche ich mit Carsten Linnemann im CDU-Generalsekretär. Guten Tag Herr Linnemann, wo haben Sie das Interview gestern gesehen? Guten Morgen Herr Unser. Wir waren im Adenhaus, bei uns in der CDU-Zentrale. 30 Leute, Truppe aus Thüringen war da, Unterstützer von Mario Vogt, aber auch viele Socializer. Wir haben das dort geschaut, Pizza gegessen, war gut. Und die Stimmung können Sie noch mal ein bisschen beschreiben? Am Anfang vielleicht ein bisschen nervös und dann merkte man, okay, es läuft ganz gut? Ja, ich war super angespannt, bin ich da auch ganz ehrlich. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die hinterher sagen, nee, es war alles klar, war ich angespannt. Und mir ging es danach richtig gut, weil das war insofern ein Fest, weil ich bin mir sicher, das geht in die Geschichtsbücher. Also das war eine Sternstunde, fand ich, für die CDU. Und auch mich persönlich hat das betroffen gemacht. Ich meine, man ist ja auch Bürger, man ist ja nicht nur Politiker, ja, dass da jemand steht als Geschichtslehrer, der SA-Parolen nicht kennt. Und selbst wenn du da sagst, geschenkt, und dann noch drei Wochen später das wiederholt, was die SA da paroliert hat. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter und solche Typen dürfen nicht eine Sekunde in Deutschland Verantwortung übernehmen. Und das wurde gestern deutlich. Es gab im Vorfeld ja auch Kritik, dass man gesagt hat, man bietet Herrn Höcke da eine Bühne und Mario Vogt wird ihm eine Bühne geben und ihn sozusagen auch einführen auf großem Parkett, diese Vorbehalte, gegen die musste sich Mario Vogt vorher erst einmal wehren. Wie sehen Sie sich jetzt in der Nachbetrachtung? Ja, jahrelang hat man ja nur vom Brandmorgen gesprochen. Also irgendwie hat das nicht funktioniert, oder? Also ich finde seit Jahren, dass es richtig ist, sie sachlich und inhaltlich zu stellen und auf die Bühne zu holen. Und gestern hat Mario Vogt gezeigt, dass das genau der richtige Weg ist. Wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen, die Widersprüche aufsetzen von diesem Typen und dieser Partei und nicht nur von Brandmauern reden, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung, die überzeugt und nichts anderes und das war gut. Die anderen Parteien, gerade in Thüringen, haben gesagt, nee, sollte man eigentlich jetzt nicht machen. Die SPD hat sogar gesagt, schaut lieber was anderes, schaut euch nicht dieses Duell an. Dann ist das Verhalten der anderen Parteien insofern eines, wo sie sagen, denkt drüber nach, macht es auch. Es ist alles gut und schön, was andere Parteien sagen und was kommentiert wird etc. Wir müssen einfach bei uns bleiben und nicht darauf achten, was andere sagen oder was vielleicht gerade in ist oder was der Zeitgeist ist, sondern was ist unsere Überzeugung. Und meine Überzeugung ist, dass wir Menschen mit Anstand miteinander umgehen, aber in der Sache hart streiten. Und da müssen wir uns auch stellen und nicht wegducken. Und wenn dann noch dabei rauskommt, ja, so ein Duell wie gestern, ja, wo da jemand steht und Zitate nicht mehr kennt, die er selbst gegeben hat, Personen nicht mehr kennt, Da muss jedem in Deutschland klar werden, dass solche Typen keine Verantwortung übernehmen dürfen. Und gleichzeitig hat Herr Fucht ja auch gesagt, dass auch wir Fehler gemacht haben. Das gehört doch dazu. Also auch meine Partei muss sagen, was haben wir in den letzten Jahren falsch gemacht? Wo sind Fehler passiert? In der Energiepolitik, in der Migrationspolitik. Das ist nicht schlimm, wenn man mal Fehler macht, mal hinfällt. Man darf sie nur nicht ein zweites Mal machen. Und deshalb haben wir uns ja neu aufgestellt. Deshalb gibt es jetzt ein neues Grundsatzprogramm. Und deswegen wollen wir jetzt volle Kraft voraus und nicht immer nach rechts schauen, links schauen, sondern nur nach vorn. Wenn man in die sozialen Medien schaut, dann bekommt man vor allem mit, dass viele in der AfD dann sagen, Höcke war der Sieger, das hat gar nichts gebracht und so weiter. Also drei gegen einen auch und trotzdem war er der Sieger. Wie haben Sie da die Hoffnung, dass Sie vielleicht möglicherweise sozusagen an diese glühenden AfD-Anhängern doch noch irgendwie rankommen mit Ihren Argumenten? Also diejenigen, die da vertieft AfD wählen, ich glaube, da hat man gestern jetzt nicht jemanden zurückgeholt. Aber es gibt ja auch viele Frustrierte, die gesagt haben, ich bin unzufrieden mit der aktuellen Politik. Und ich glaube, dass man in dem Bereich, aber auch im Bereich der Nichtwähler Menschen überzeugen kann, wieder Union zu wählen. Und deswegen ist es auch meine Aufgabe als Generalsekretär, nicht zu sagen, was die Regierung schlecht macht, sondern wir müssen vielmehr sagen, was wir besser machen. Dann kommen wir da raus. Wir wollen die Zukunft Deutschlands gewinnen. Und ich weiß, welche Herausforderungen es gibt. Und das geht nur, wenn wir professionell unterwegs sind mit klaren Plänen. Die haben wir jetzt. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir noch weiter an Vertrauen gewinnen. Letzte Frage. Haben Sie noch mit Mario Vogt danach gesprochen? Wie hat er das Ganze empfunden? Wir haben uns danach getroffen, haben auch angestoßen, haben noch eine Flasche Bier zusammen getrunken. Und man hat einfach gemerkt bei ihm, dass der Druck einfach abgefallen ist. Er war hochzufrieden, aber ich kenne das ja selber nicht in dieser Dimension. Also so einen Druck habe ich noch nie gespürt, den er gespürt hat. Aber er ist dann irgendwann ins Hotel und da muss er auch mal eine Stunde alleine sein und auch einfach mal sein Handy weglegen und das mal sacken lassen. Weil das muss man ja auch menschlich einfach mal verarbeiten. Der Druck war enorm, er hat den Stand gehalten. Wirklich Chapeau und Respekt. Eine tolle Persönlichkeit. Vielen Dank, soweit Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär. Und wie wir es ja gerade gehört haben, hochzufrieden mit dem Verlauf des gestrigen Duells und mit der Performance von Mario Vogt. Das Duell ist auch das Thema heute im Netz, sei es in den sozialen Medien oder in den herkömmlichen Medien. Und mein Kollege Paul Klimzing hat die Reaktionen aus dem Netz zusammengetragen. Also alleine unter den Hashtags Höcke, Vogt und TV-Duell, die waren ganz oben auf der Eckseite als die Begriffe, die am meisten gesucht wurden. Und da kamen über 100.000 Kommentare zusammen. Und ich habe mir das gestern Abend auch angesehen und habe bemerkt, dass es doch sehr ausgeglichen ist. Es gibt viele positive Höcke-Kommentare, aber auch viele positive Vogt-Kommentare. Das Ganze hat sich dann aber sehr schnell gewendet. Wenn man heute Morgen oder jetzt im Laufe des Tages auch auf die Kommentare bei Twitter guckt, dann ist das doch sehr AfD-lastig. Wir haben das auch ein bisschen hier mal gekennzeichnet. Eins fällt dann doch auf, dass viele der AfD-treuen Fans ihren Namen dann nicht bekannt geben. Aber es gibt wirklich eine große Flut an Kommentaren von der AfD-Seite. Wieso das Ganze? Naja, man weiß ja, die AfD ist ja ganz gut auf sozialen Netzwerken unterwegs. Beispielsweise eben auch auf Twitter. Höcke hat beispielsweise über 100.000 Follower. Herr Vogt nur etwa um die 9000. So viel zu X. Wir blicken jetzt auf die Tageszeitungen, denn Journalisten in ganz Deutschland haben natürlich auch auf dieses Duell geblickt. Und in dem Fall haben wir mal die Süddeutsche Zeitung herausgehoben. Hier schreibt man über Mettbrötchen und NS-Parolen. Über Mettbrötchen, da komme ich gleich noch darauf hin. Und in dem Fall jetzt noch mal Bild, gleich drei Titel hier zu sehen. Unter anderem wird aber auch hier Herr Vogt gelobt, weil er Höcke in die Ecke treibt. Gleiches sieht auch die Frankfurter Allgemeine. Die schreibt, Vogt-Experiment ist gelungen. Und dann noch ein Artikel in dem Fall vom Spiegel. Und jetzt sind wir wieder bei den Mettbrötchen. Da gab es nämlich eine Situation im Duell. Und wie genau die aussieht, da wollen wir jetzt noch mal reinhören. Dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... In Thüringen heißt das gehacktes, wenn Sie sich in der Ecke auskennen... Ich habe gerade gesagt gehacktes Brötchen. Nee, Sie haben mitgesagt. Es ist auch völlig egal. Im Eichsfeld sagen wir gehacktes. Ich habe dann auch noch mal übersetzt Mett, weil nicht jeder gehacktes versteht. Das sollen Sie mir doch zugestehen. Wir hatten an dieser Stelle auch... Also neben den vielen ernsten Themen, die hier auch besprochen wurden, versuchte dann in diesem Fall Herr Vogt dann auch Herrn Höcke in die Enge zu treiben. Vor allem, naja, was das Heimatgefühl anbelangt. Und auch die CDU Thüringen hat gleich gepostet. Na, wer kennt seine Heimat denn jetzt besser? Das heißt hier bei uns gehacktes. Und das Ganze zieht noch weitere Kreise, denn selbst Herr Ramelow hat ja im Vorfeld gesagt, er will sich zu diesem TV-Duell gar nicht äußern, hat es jetzt aber doch gemacht. Er war nämlich heute bei einer Veranstaltung und hat nämlich dann Folgendes zu dem Thema Gehacktes gesagt. Es war der 1. Juli 1970, da habe ich meinen ersten Ausbildungstag im Lebensmitteleinzelhandel absolviert. Habe meine Berufsausbildung gemacht, bin später dualer Ausbilder geworden. Das heißt, Berufsausbildung ist meine Leib- und Magenangelegenheit. Und ich könnte jetzt fachlich den Unterschied zwischen Gewiegtem, Gehacktem und Met erläutern, falls jemand Bedarf dazu hat. Es gibt aber offenbar auch ein juristisches Nachspiel, denn die Deutsche Telekom widerspricht dem AfD-Politiker. Höcke hatte behauptet, dass die Telekom vor einigen Jahren den Slogan Alles für Deutschland als Werbespruch verwendet habe. Diese Behauptung sei falsch, sodass Unternehmen und rechtliche Schritte würden geprüft. Der Satz wurde von der sogenannten Sturmabteilung der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP verwendet. Weil Höcke die Parole in einer Rede verwendet haben soll, muss er sich jetzt vor Gericht verantworten. Sie haben ja vorhin den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, Alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern Deutschland Verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber, Harris, do it again. Und die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war glaube ich 2021 in Sachsen-Anhalt bei den Parteifreunden. Und das Wahlkampfmotto lautete, alles für unsere Heimat. In einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump, frei interpretierend und ins Deutsche übertragen, durchdekliniert. Alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto, alles für Sachsen-Anhalt, alles für DÖ. Und ich sage jetzt alles für DÖ, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. So weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. Aber das ist Geld in Deutschland schon eingeschränkt. Wollen Sie damit sagen? Jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Ja, aber Sie wussten nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. von Bayern. Bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Oliver Lembke. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Bochum. Ich grüße Sie. Hallo. Wer geht denn für Sie als Gewinner aus diesem Duell hervor? Gibt es für Sie einen Gewinner? Ja, relativ klar hat das Format gewonnen. Es ist deutlich geworden, dass die Skeptiker, die gedacht haben, oh Gott, man darf dem Höcke keine Plattform bieten, dass sie sich geirrt haben. Man muss ihm eine Plattform bieten, um deutlich zu machen, dass der Populismus an seine Grenzen gerät, wenn man in einer Situation von Rede und Widerrede, mal unterhaltsam, mal krawallig, einfach die Parolen befragt. Wenn man nachfragt, wenn Zeit dafür ist, wenn auch noch ein bisschen mehr Zeit dafür ist, mit einer klugen Moderation darauf hinzuweisen, was dann tatsächlich vor einigen Jahren mal gesagt worden ist. Und da ist dann der Rhetoriker Höcke, der ja von vielen so gesehen wurde, als ob er sozusagen unverbundbar ist, schnell an seine Grenzen geraten. Und es gab Hoch und Tiefs auf beiden Seiten. Nicht jeder hatte immer nur eine Topform, nicht jeder hat geglänzt. Aber in Summe hat dieses Forum sich als sinnvoll erwiesen, deutlich zu machen, wo die Unterschiede sind und auch klarzulegen, sozusagen, was passiert, wenn die Parolen ausgehen, dass nach den Parolen nicht mehr viel kommt. Das heißt, Sie haben jetzt gerade ganz explizit hier Björn Höcke angesprochen. Nochmal die Frage, welcher der beiden Kandidaten hat für Sie oder glauben Sie, hat die Zuschauer oder die Wähler mehr überzeugt? Naja, also ich meine, das Format hat gewonnen. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Und als Punktsieger, würde ich sagen, ist schon auch Mario Vogt vom Platz gegangen. Und zwar auch deswegen, weil man sagen kann, große Mehrheit der Deutschen wollte dieses Format sehen. Schon mal gut. Beitrag zur demokratischen Kultur, würde ich sagen. Ich glaube, die meisten haben gedacht, der Höcke kommt durch und wird dieses Forum für seine Zwecke nutzen. Ich glaube, nicht so viele haben gedacht, dass es dem Vogt gelingt, ihn auch tatsächlich inhaltlich in die Bedrängnis zu bringen. Das hat sich jetzt im Ergebnis anders gezeigt. Und deswegen allein schon gemessen an der Ausgangslage wird man dem Vogt wirklich einen Punktsieg attestieren müssen. Wie wird sich denn das Duell auf die Umfragewerte der beiden auswirken? In ein paar Monaten haben wir Landtagswahlen in Thüringen und die AfD führt diese Umfragen der Landtagswahlen aktuell an. Glauben Sie denn, dass dieses Duell jetzt etwas ändern wird oder tatsächlich einen Effekt haben wird? Oder zum Beispiel Menschen von der AfD wegholen könnte oder auch hin zur AfD treiben? Also ich glaube, dass eine Schwalbe macht doch keinen Sommer und dieses Duell wird jetzt noch nicht sozusagen entscheidend gewesen sein. Außerdem ist es noch einige Zeit, aber mehr davon. Ja, also man wird keineswegs alle möglichen AfD-Wähler bekommen. Es gibt einen harten Kern, der ist Höcke, ja, naja, das Rechtsextrem, den werden sie nicht bekommen. Es gibt einen weiteren Kern, auch der wird sich nicht dadurch jetzt ohne weiteres so ansprechen lassen. Aber es gibt einen großen Bereich von Menschen, die unzufrieden sind mit der Regierungspolitik vor der Ampel, mit der Ampelpolitik jetzt unbedingt und die sozusagen nicht wirklich geglaubt haben, dass die CDU mal eine echte, in Anführungsstrichen, bürgerliche Alternative sein kann. Und wenn jetzt dem Vogt es gelingt, mit diesem Auftakt gewissermaßen, mit diesem Momentum für ihn, wenn es ihm gelingt, deutlich zu machen, dass er erstens prinzipienfest ist, zweitens aber auch irgendwie für einen Neubeginn, einen frischen Wind für eine neue CDU in Thüringen steht. Also dann hat er jede Chance. Er muss aber wachsen. Man hat auch die Grenzen gesehen von ihm. Ja, es ist noch einiges an Luft nach oben. Seine Strategie war, die Kosten des Extremismus deutlich zu machen. Aber gerade dann, wenn er sozusagen Höcke mal mit ökonomischen Zusammenhängen in die Bedrohung gebracht hat, merkte man, fehlt auch so ein bisschen noch die Fähigkeit, tatsächlich den Punkt zu verwandeln. Und es fehlt auch so ein bisschen noch an Gewicht. Das muss er zulegen. Und wenn ihm das gelingt, dann sind die Aussichten gut, dass er einige Wähler, Nichtwähler und auch Unzufriedene, die das Kreuzchen beim letzten Mal bei der AfD gemacht hat, in sein Lager holen kann. Aber das ist noch völlig unklar. Und wie gesagt, man sollte dieses Duell jetzt in dieser Hinsicht auch noch nicht überbewerten. Sie haben gerade schon gesagt, also das Interesse Deutschlands an diesem Duell, das war enorm. Und das ist ja ohnehin die Frage, die uns beschäftigt in der aktuellen Zeit mit diesen hohen Umfragen für die AfD. Wie sollen wir umgehen mit dieser Partei? Also soll man ihnen diese Bühne bieten? Soll man sie einladen in Interviews, in Talkshows? Wir von Welt haben uns jetzt dazu entschieden, haben also Höcke und Vogt zu uns eingeladen. Glauben Sie, dass dieses Duell vielleicht auch jetzt so ein Wendepunkt ist und auch dieser Umgang, dieser mediale Umgang mit der Partei sich ändert, auch bundespolitisch? Ja, also das würde ich schon sagen. Es ist fast so eine Art Befreiungsschlag, weil man gezeigt hat, dass etwas, was auch die Mehrheit wollte, dass man das machen kann. Es gibt es nicht sozusagen ohne Kosten. Das hat natürlich Kosten. Man bietet einem einer rechtsextremen Position, man bietet einem Rechtsextremisten eine Bühne. Aber wenn wir ehrlich sind, diese Bühne hatte Höcke schon. Diese Bühne hatte er vor allem auch schon und hat er in den sozialen Medien. Also dass er sozusagen jetzt Höcke mal gewissermaßen ans Licht geholt wird und unter Bedingungen, wo auch mit einer Gegenrede und mit einer anderen Meinung und argumentativ gewissermaßen so eine demokratische Kultur gezeigt wird. Und dass das Gefahren und Risiken hat. Vogt hätte ja scheitern können. Aber er hat es gut gemacht und er ist nicht gescheitert. Und man muss, glaube ich, wenn man Boden zurückgewinnen will, wenn man sozusagen auch zeigen will, wie Demokratie tatsächlich funktionieren kann, auch in der Auseinandersetzung mit Kräften, die eben halt nicht wirklich oder gar nicht mehr demokratisch sind, da muss man solche Risiken auch bereit sein einzugehen. Allerdings, die Situation ist in Thüringen eine besondere. Vogt und seine CDU liegt hinten. Sie haben noch nicht wirklich profitiert von dem Ampelverdruss, anders als die Bundes-CDU beispielsweise. Also ich denke, jede Partei und insbesondere auch die CDU muss sich genau überlegen, ob das auch in ihr politiktaktisches Kalkül passt, jetzt die AfD herauszufordern. Aber grundsätzlich, ich würde Ihnen recht geben, grundsätzlich ist das jetzt mal ein Beispiel dafür, dass man so etwas machen kann und dass sich die Gefahren noch einschätzen lassen. Und nochmal, in einem solchen Forum ist es möglich, Deliberation, Argumentation, Rede und Gegenrede zu zeigen und dann zeigt sich eben halt auch relativ schnell, wo die Parolen an einem Ende geraten, wo heiße Luft geblasen wird, wo Quatsch erzählt wird. Und ich meine, es zeigt sich sogar, wie einer, der normalerweise als rhetorisch glänzend angesehen wird, der Höcke, dass der ganz schnell auch ins Schwimmen gerät und dass er nicht so glänzend ist. Er hängt, er verliert den Faden und erzählt auch sozusagen Koran-Publikum einfach nur Quatsch und wirkt dadurch auch in gewisser Weise unernst. Und das ist schon gut gewesen von dem Vogt, sich da nicht reinziehen zu lassen, sondern seine Linie weiter zu verfolgen. Allerdings muss man sagen, ein bisschen mehr Authentizität sozusagen und ein bisschen mehr auch Fähigkeiten, den Gegner etwas direkter dann noch anzugreifen, dass da ist noch Luft nach oben. Aber insgesamt betrachtet war das ein guter Auftrag, ein wirklicher Beitrag zu einer demokratischen Kultur. Und das ist jetzt endlich mal ein Beispiel, an dem wir das sehen können, dass solche Auseinandersetzungen auch mit Populisten ein solcher Beitrag zu einer demokratischen Kultur sein können. Gut so. Oliver Lemke, herzlichen Dank auch für die Blumen im Namen des gesamten Teams hier bei Welt. Dankeschön. Das war unser Spezial zum TV-Duell. Ganz kurze Pause, dann geht es weiter mit den Nachrichten. Und wir sehen uns natürlich wieder um 18 Uhr in der Welt am Abend. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Bis später. Tschüss. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor. Europa, Wirtschaft, Migration in unserem Welt-TV-Duell hat sich der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt einen heftigen Schlagabtausch mit dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke geliefert. Wegen eines Palästina-Kongresses von heute bis Sonntag rechnet die Polizei mit spontanen Demonstrationen. Die Veranstalter werfen der Bundesregierung eine Mitschuld an einem Genozid an den Palästinensern vor. Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen darf auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Die Mannschaft von Trainer Sabi Alonso siegt gegen den englischen Premier League-Club West Ham United. Willkommen und guten Tag bei Welt. Viel Kritik im Vorfeld. Gestern Abend kam es trotz aller Bedenken zum direkten Aufeinandertreffen von Thüringens CDU-Chef Mario Vogt und dem AfD-Chef des Landes Björn Höcke. In dem TV-Duell sind sich Höcke und Vogt teils hart angegangen, auch persönlich. Es ging um Themen Europa, Wirtschaft, Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten sich nach dem Auftritt jeweils selbst den eigenen Kandidaten. Am Ende ergab aber die Analyse, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt vorn lag, weil es ihm gelang, Höcke inhaltlich zu stellen. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert... Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch an. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Nein, nein, völkisch. Ich habe kein Problem mit dem Begriff völkisch. Egal, was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und Chefreporter Steffen Schwarzkopf, der hat sich in Erfurt mal umgehört, wie das TV-Duell bei den Menschen angekommen ist. Also wir erleben heute tagsüber hier in der thüringischen Landeshauptstadt das, was wir auch unmittelbar nach dem TV-Duell gehört haben. Sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Natürlich auch je nach Parteizugehörigkeit. Wir haben mit den Menschen hier auf den Straßen gesprochen, waren aber auch am Landtag beispielsweise. Von der Linkspartei heißt es da, gestern habe es keinen Gewinner beim TV-Duell gegeben, sondern nur zwei Verlierer, Björn Höcke und Mario Vogt. Und ansonsten wird das natürlich hier weiter diskutiert. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem älteren Herrn hier zu sprechen. Er wollte nicht vor die Kamera, aber sagte zu mir, er habe gestern beim TV-Duell gebebt vor Wut, weil Björn Höcke so viele Lügen verbreitet habe. Also diese Reaktionen haben wir, aber dann haben wir auch mit AfD-Anhängern gesprochen, die sagen, Björn Höcke war da ausgesprochen souverän, sehr staatsmännisch, sehr inhaltlich sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob wirklich jetzt hier Wähler von der einen Seite auf die andere Seite ins andere Lager wechseln würden aufgrund dieses TV-Duells. Ich bin mir aber sicher, dass noch in den nächsten Wochen und Monaten darüber gesprochen wird. Der Wahlkampf, der nimmt langsam Fahrt auf. Nicht nur der Kommunalwahlkampf Ende Mai wird ja gewählt, sondern dann vor allem auch in Richtung 1. September. Dann wird sich natürlich alles mehr auf die Straßen verlagern. Björn Höcke, Mario Vogt, beide werden natürlich dann viel hier unterwegs sein, auf den Straßen unterwegs sein, mit den Menschen sprechen, versuchen sie zu überzeugen. Also all das wird noch passieren. Aber eins ist sicher, das Duell, das wird weiter ausgewertet hier auf den Straßen, aber natürlich genauso auch in den Parteizentralen. Chefreporter Steffen Schwarzkopf also in Thüringen unterwegs, vorwiegend im Einsatz in Erfurt. Wir haben ihn gerade gesehen, auch heute Morgen. Und da wurde er sogar körperlich angegriffen. Eigentlich sollte er aus Erfurt berichten. Während unser Reporter spricht, stört ein Mann die Live-Schalte hier ins Studio und greift ihn dann tatsächlich auch körperlich an. Die Polizei hat ermittelt, innerhalb nur weniger Stunden den mutmaßlichen Täter ausfindig gemacht. Die Polizei hat inzwischen einen Tatverdächtigen namentlich bekannt machen können. Die Ermittlungen zu der Person und auch zu der Motivation, die ihn zu dieser Tat veranlasst haben, dauern noch an. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen Erfurter. Er ist bereits polizeibekannt, aber zu seiner politischen Motivation bzw. Gesinnung liegen uns derzeit keine Erkenntnisse vor. So, wir schauen nochmal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie das Internet auf das TV-Duell reagiert hat. Das hat Kollege Paul Klintzig sich mal etwas genauer angeschaut. Also alleine unter den Hashtags Höcke, Vogt und TV-Duell, die waren ganz oben auf der Eckseite als die Begriffe, die am meisten gesucht wurden. Und da kamen über 100.000 Kommentare zusammen. Und ich habe mir das gestern Abend auch angesehen und habe bemerkt, dass es doch sehr ausgeglichen ist. Es gibt viele positive Höcke-Kommentare, aber auch viele positive Vogt-Kommentare. Das Ganze hat sich dann aber sehr schnell gewendet. Wenn man heute Morgen oder jetzt im Laufe des Tages auch auf die Kommentare bei Twitter guckt, dann ist das doch sehr AfD-lastig. Wir haben das auch ein bisschen hier mal gekennzeichnet. Eins fällt dann doch auf, dass viele der AfD-treuen Fans ihren Namen dann nicht bekannt geben. Aber es gibt wirklich eine große Flut an Kommentaren von der AfD-Seite. Wieso das Ganze? Naja, man weiß ja, die AfD ist ja ganz gut auf sozialen Netzwerken unterwegs, beispielsweise eben auch auf Twitter. Höcke hat beispielsweise über 100.000 Follower, Herr Vogt nur etwa um die 9.000. So viel zu X. Wir blicken jetzt auf die Tageszeitungen, denn Journalisten in ganz Deutschland haben natürlich auch auf dieses Duell geblickt. Und in dem Fall haben wir mal die Süddeutsche Zeitung herausgehoben. Hier schreibt man über Mettbrötchen und NS-Parolen, über Mettbrötchen, da komme ich gleich noch darauf hin. Und in dem Fall jetzt nochmal Bild, gleich drei Titel hier zu sehen. Unter anderem wird aber auch hier Herr Vogt gelobt, weil er Höcke in die Ecke treibt. Gleiches sieht auch die Frankfurter Allgemeine. Die schreibt, Vogts Experiment ist gelungen. Und dann noch ein Artikel in dem Fall vom Spiegel. Und jetzt sind wir wieder bei den Mettbrötchen. Da gab es nämlich eine Situation im Duell. Und wie genau die aussieht, da wollen wir jetzt nochmal reinhören. Dass ein Eisenacher Fleischer-Meister, der nach Opel liefern will, seine Gehacktesbrötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... In Thüringen heißt es Gehacktes, wenn Sie sich in der Ehrmacht auskennen... Ich habe gerade gesagt Gehacktesbrötchen. Nee, Sie haben Mett gesagt. Es ist doch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir Gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt Mett, weil nicht jeder Gehacktes versteht. Das wollen Sie mir doch zugestehen, Herr Kollege Röck. Also neben den vielen ernsten Themen, die hier auch besprochen wurden, versuchte dann in diesem Fall Herr Vogt dann auch Herrn Höcke in die Enge zu treiben. Vor allem, naja, was das Heimatgefühl anbelangt. Und auch die CDU Thüringen hat gleich gepostet. Na, wer kennt seine Heimat denn jetzt besser? Das heißt hier bei uns Gehacktes. Und das Ganze zieht noch weitere Kreise, denn selbst Herr Ramelow hat ja im Vorfeld gesagt, er will sich zu diesem TV-Duell gar nicht äußern, hat es jetzt aber doch gemacht. Er war nämlich heute bei einer Veranstaltung und hat nämlich dann Folgendes zu dem Thema Gehacktes gesagt. Es war der 1. Juli 1970, da habe ich meinen ersten Ausbildungstag im Lebensmitteleinzelhandel absolviert, habe meine Berufsausbildung gemacht, bin später dualer Ausbilder geworden. Das heißt, Berufsausbildung ist meine Leib- und Magenangelegenheit und ich könnte jetzt fachlich den Unterschied zwischen Gewiegtem, Gehacktem und Met erläutern, falls jemand Bedarf dazu hat. Und dann gibt es ja auch noch Tatar. Unter dem Motto, wir klagen an, hat in Berlin der umstrittene dreitägige Palästinenser-Kongress begonnen. Die Polizei ist auf antisemitische und israelfeindliche Straftaten vorbereitet. Die Veranstalter werfen der Bundesregierung mit Schuld an einem Genozid an den Palästinensern vor. Vor dem Tagungshaus versammelten sich Demonstranten mit Israel-Fahnen und Plakaten. Sie werfen den Veranstaltern vor, Verbindungen zu Führungspersönlichkeiten und Institutionen der Hamas zu pflegen. Die Berliner CDU hatte zu den Protesten gegen die Veranstaltung aufgerufen. Schauen wir zu Max Hermes. Max Max, heißt denn das, bis Sonntag soll dieser Kongress, diese Veranstaltung dauern? Die Hauptstadt drei Tage im Ausnahmezustand? Naja, allein was das Kräfteverhältnis der Polizei angeht, kann man schon sagen, dass die Hauptstadt aktuell im Ausnahmezustand ist. Wir können uns das vielleicht einmal anschauen. Also hier Polizisten, die diese Veranstaltung absichern. Es sind 900 insgesamt, die ja heute an diesem Freitag im Einsatz sind. Viele Polizisten, die aus NRW extra gekommen sind, um das hier mit abzusichern. Und 2500 Polizisten, die über das ganze Wochenende verteilt hier diesen Kongress absichern werden, weil es wird auch mit Gegendemonstrationen gerechnet. Und das ist also ein großes Aufkommen, was da zu erwarten ist. Und wir können uns auch in die andere Richtung noch einmal umschauen. Und dort läuft noch immer der Einlassprozess. Eigentlich sollte es um 14 Uhr schon losgehen, aber das Ganze läuft dann doch erst schleppend. Das hat wohl den Hintergrund, dass hier einige von den Teilnehmenden da doch noch mal genau inspiziert werden müssen von der Polizei. Und aus dieser Menge heraus hören wir immer wieder auch Free Palestine oder auch Parolen, die hier den Genozid, so das Zitat Israels an der palästinensischen Bevölkerung verurteilen. Also was dürfen wir auch von drinnen erwarten? Einer der Organisatoren kommt aus der linksextremen Szene, Georg Ismail, der hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, den palästinensischen Befreiungskampf, wie er es nennt, ohne Vorbedingungen zu führen. Das heißt letztlich das Existenzrecht Israels da auch in Frage gestellt. Und Ähnliches dürfen wir hier erwarten, auch das ganze Wochenende gegenüber. Wir haben auch hier auf der Rednerliste einen Wissenschaftler, der schon gesagt hätte, der ist Mitte 80 Jahre alt, der hat gesagt, wenn er jünger wäre, hätte er möglicherweise auch an dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober teilgenommen. Also ganz, ganz extreme, extremistische und judenfeindliche Propaganda, die hier auch verbreitet werden wird. Die Polizei hat das natürlich alles im Blick. Der Weg wird hier auch immer wieder schauen, dass hier eben keine Parolen dann in diesem Versammlungsgebäude dann letztlich zu hören sind und wird entsprechend auch einschreiten, wenn es dann doch dazu kommt. Max Heimers, für den Moment recht vielen Dank. Und wir werden diese Veranstaltung natürlich weiter beobachten und auch das Geschehen drumherum. Dankeschön. Wieder Drohnenangriffe im Süden der Ukraine durch die Russen. Dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird. Aktuell mit Drohnenangriffe. In der Nähe von Dnipropetovsk geriet eine Anlage der Stromversorgung in Brand. Schon zuvor hatte Russland die ukrainische Stromversorgung angegriffen, wie in Kharkiv. Vorletzte Nacht wurde ein Kraftwerk bei Kiew zerstört. Dazu Umspannwerke und andere Anlagen. Russlands Präsident Putin rechtfertigte die Angriffe als Maßnahmen zur Entmilitarisierung der Ukraine. Wladimir Putin sagte, so treffe man auch die ukrainische Rüstungsproduktion. Heute jährt sich die russische Invasion im Donbass zum zehnten Mal. Reporter, Russland-Reporter und Korrespondent Christoph Wanner, der war damals als Journalist selbst dabei. Wenn man es ganz genau nimmt, dann hat der Ukraine-Krieg vor exakt zehn Jahren begonnen. Damals, am 12. April 2014, haben maskierte Männer bewaffnet mit Schrotflinten und Kalaschnikows eine Polizeistation in Slavinsk, manche sagen auch Slavyansk, eingenommen. Eine Stadt im Donbass, die heute von den Ukrainern kontrolliert wird. Und bei diesen Männern hat es sich um pro-russische Separatisten gehandelt. Und als das Ganze da begonnen hat in Slavinsk, war ich als Reporter dabei und hätte niemals gedacht, dass aus diesem bizarren Manöver, dieser bizarren Operation einmal der größte Krieg in Europa werden würde, den es seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Begonnen hat das Ganze, wie gesagt, eben mit dieser Einnahme der Polizeistationen. Und ich dachte, dass Russland jetzt einen lokalen Konflikt dort vom Zaun brechen will, einfach um eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Nach der Devise, dass die NATO keine Länder aufnimmt, in denen die territoriale Integrität nicht gegeben ist. Das Ganze muss man natürlich im Kontext sehen. Zuerst gab es die Maidan-Revolution im Februar 2014, dann die Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Russland. Und dann begann dieser Konflikt im Donbass. Eben in meinen Augen Ziel, eine NATO-Mitgliedschaft zu verhindern. Aber dann wurde schon schnell klar, dass es sich bei all dem, was ich da gesehen habe, nicht um diesen kleinen lokalen Konflikt, diese kleine offene Wunde handelt, sondern dann kamen ziemlich schnell ziemlich viele bewaffnete Männer hinzu. In meinen Augen waren das auch zum Teil Spezialeinheiten. Und dann hat auch die ukrainische Armee, wenn man so will, nachgerüstet reagiert. Dann gab es schon die ersten Kesselschlachten 2014 bei Illa Weisk und 2015 im Februar dann bei Debalzawa. Und dann war klar, dass die Separatisten nichts hätten ausrichten können gegen die ukrainische Armee, ohne die vollumfängliche Unterstützung der russischen Truppen. Danach gab es auch wieder Phasen, in denen dieser Konflikt aus den Nachrichten verschwunden ist. Es gab auch Friedensgespräche. Bis dann eben am 22. Februar vor zwei Jahren, also 2022, die Hölle erst richtig losgebrochen ist. Und wenn ich mich erinnere, wie das alles begonnen hat und wo wir heute sind, das hätte ich niemals so erwartet. Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen darf auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Gegen den englischen Verein West Ham United gewann Leverkusen mit 2 zu 0. Damit hat die Mannschaft ein gutes Polster für das Viertelfinal-Rückspiel in London in einer Woche. Zugleich blieben die Leverkusener auch im 42. Saisonspiel ohne Niederlage. Müssen wir drüber sprechen. Wir wollen drüber sprechen. Müssen wir, wollen wir. Ballfuß bei mir. Aus der Sportreleitung. So, jetzt habe ich es. Jetzt einmal läuft es. 42. Pflichtspiel. Wie kann man das erklären? Das muss man sich erst mal vorstellen. Die haben 42 Spiele lang in Folge nicht verloren und die meisten davon gewonnen. Die gehen raus und wissen, heute geht das wieder für uns. Das ist ein Zustand. So ein Steady State, den die da erreichen. Wenn du den erst mal hast, das wissen viele, viele Sportler, dann geht das auch so schnell nicht wieder weg. Aber den kriegst du natürlich nicht geschenkt, diesen Zustand. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, was Leverkusen alles richtig gemacht hat. Fangen wir vielleicht mit dem an, was Bayern falsch gemacht hat. Leverkusen hat genau die Punkte im Team verstärkt, im Kader, die schwach waren, die nicht reichten, um oben ranzukommen. Dann Sechster im Vorjahr. Bayern nicht gemacht. Zentraler Mittelfeldspieler. Da müssen wir herausheben, defensiver zentraler Mittelfeldspieler Grani Czaka. Den haben sie von Arsenal London geholt. Ein absolut erfahrener Strateger, ein technisch starker Spieler, eine Persönlichkeit auf dem Platz. Und plötzlich haben die eine Ruhe im Zentrum, auf ihrem Spielfeld. Und der Mann ist immer anspielbar, der ist immer brauchbar. Und genau so einen Spieler wollte Tuchel ja auch haben. Nicht jetzt speziell Czaka, aber es gab andere Kandidaten, hat es nicht bekommen. Leverkusen hat so einen Spieler. Und da ist das ganze Team dran gewachsen. Dazu dann noch solche Verpflichtungen wie Grimaldo, der auf der linken Außenbahn spielt. Ein unfassbar schneller und torgefährlicher Mann. Also da ist in der Verpflichtung im Kader viel nachgedacht worden. Da ist klug agiert worden. Und dann sind die richtigen Leute geholt. Das ist sicherlich das eine. Aber Psychologie spielt auch eine Rolle. Also Kaninchen und Schlange, oder? Wer ist da jetzt mit die Schlange und das Kaninchen? Nein, die Angst letztendlich des Gegners vor Leverkusen aufzulaufen, weil man denkt... Definitiv, haben wir gestern gesehen. Du hast völlig recht, haben wir gestern gesehen. Und eine interessante Bemerkung nach dem Spiel West Ham, der Trainer gestern. West Ham, die sind Siebter in der Premier League. Premier League, die stärkste Liga der Welt. Da sind die Siebter. Die haben nur hinten drin gestanden. Und das war der Plan auch von West Ham. Wir stehen nur hinten drin und gucken, dass wir hier möglichst wenig Dinge kassieren. Und Leverkusen hat gespielt aufs Tor, Tor, Tor. Am Ende machen sie zwei Tore. Und der Trainer von West Ham hat hinterher gesagt, wir haben hier heute gegen eine Champions-League-Mannschaft verloren. Und zwar eine gute. Und das ist, glaube ich, wirklich so. Die haben sich einen Respekt geholt. Und das ist das, was du sagst. Da stehen jetzt die Teams davor und denken, wie sollen wir es hinkriegen? Wie sollen wir es machen? Kommen wir wahrscheinlich gleich schon zu Werder Bremen, dem das da nämlich auch... Lass uns mal noch Deutscher Meister über den Tore reden. Ja, genau. Deswegen. Ist natürlich für jede Mannschaft wichtig. Was bedeutet er für Leverkusen? Ganz viel. Viel zu kusen. Wir alle kennen dieses Wort. Und jetzt kommt Werder Bremen, deswegen habe ich es gerade erwähnt. Mit Hinspiel, glaube ich, 3-0 für Leverkusen-Ausgang. Es spricht alles statistisch dafür, dass Leverkusen das Spiel gegen Werder gewinnt. Kriegst du nicht geschenkt. Musst du wieder so machen wie zuletzt. Und dann Leverkusen fünfmal Vizemeister geworden. Und was viele gar nicht mehr wissen, die waren mal Vize-Champions-League-Sieger, wenn man das mal so nennen darf. Die standen im Finale gegen Real Madrid, haben super gut gespielt, haben mit ein bisschen Pech 2-1 verloren gegen Sine, den sie dann haben. Das weiß auch keiner mehr. Also die hatten immer mal schon die Hand an so einer Schale, an so einem Pokal. Und am Ende standen sie immer ohne irgendwas da. Und ich glaube, es leben so 160, 170.000 Leute in Leverkusen. Ich glaube, es werden nicht viele zu Hause sein am Sonntagabend, wenn denn, was alle erwarten, die Meisterschaft gegen Werder Bremen klang. Trainer und Mannschaft, darüber vielleicht noch ein paar Worte. Weil, ich meine, US-Fischer Union, das hat auch mal gepasst. Das war eins. Und dann hat es nicht mehr gepasst. Ja, aber... Wie kann man das hier einordnen? Das ist unglaublich. Man muss auch da ja nochmal ein Stück zurückblicken. Xabi Alonso, den kannten wir als tollen Spieler, gar keine Frage. Überall bei großen Vereinen, Bayern München, Spanien, Nationalmannschaft, toller Typ auch. Der war aber ja gar kein großer und erfolgreicher Trainer. Der hatte gerade erst angefangen. Der hatte eine Jugendmannschaft bei Real Madrid betreut. Und das B-Team von Rea Sociedad in der dritten Liga. So, und den holen die Leverkusener. Den holen die, um ihre Truppe nach vorne zu bringen. Da denkst du, hä, warum nicht irgendwie ein großer Name? Leverkusen war 17., als Alonso das übernommen hat. Jetzt werden sie deutscher Meister. Das ist schon eine enorme Leistung. Das ist ein Typ, das ist eine Charakterperson. Der ist fachlich stark. Der hat diese Jungs stark gemacht. Über den Kader haben wir gesprochen. Die werden möglicherweise ungeschlagen deutscher Meister. Das hat es noch nie gegeben. Hätte Leverkusen keiner zugetraut. Simon Rolfes, das ist der sportliche Leiter dort, hat dann eine Wahnsinnsarbeit gemacht. Christian Balfoß, danke schön. Wir haben gleich noch mal zu sprechen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über das gestrige TV-Duell CDU gegen AfD. Die Länderchefs des Freistaates Thüringen waren hier im Studio. Ergebnisse, Einschätzungen, Kritiken. Dazu gleich mehr. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert, das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestags-Vizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch ein. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein Völkisch. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsmister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend, sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wäre so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gäbe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Auch an diesem Thema hier wird gearbeitet. Nun sagt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann, dass er Betroffenen verspricht massive Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages werde, Zitat, das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen spürbar erleichtern und verbessern. Das sagt er in dem Relationsnetwerk Deutschland. Mit dem neuen Gesetz behandelt der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als mündige Menschen. Der Bundestag stimmt heute Mittag über dieses Selbstbestimmungsgesetz ab. Die Kini-Figur ist ein bisschen das Stichwort jetzt, wenn wir zum Wetter kommen. Oh ja. Maira, guten Morgen. Guten Morgen, am Oberrhein. Morgen, Maira. Ja, Rainer, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es knapp 60 Kilometer sind. Es wird wahrscheinlich einen Grund geben, warum du das so genau weißt. Nein, ist mir gerade eingefallen. Ich bin ja in Deutschland, weißt du, so Entfernungen. Da weiß ich, dass Deutschland wieder zweigeteilt ist. In den einen Teilen regnet und in den anderen Teilen scheint die Sonne. Stimmt. Lassen wir mal Ihre etwas machen. Stimmt, ganz genau. Ich bin beeindruckt, Carsten. Ja, aber heute erwarten wir nochmals für den April ganz typische Werte. In den nächsten Tagen, wie gesagt, da drehen die Temperaturen im Süden ordentlich auf. Guten Morgen. Ja, heute liegen wir wieder mit unserem Süden im Einflussbereich von hohem Luftdruck. Und der reicht von Spanien bis zum Schwarzen Meer. In unserem Norden haben wir es dagegen ja wieder mit vielen Wolken zu tun, die nämlich von dem Skandinavientief sozusagen zu uns geführt wurden. Die ziehen dann gleich auch schon vormittags erneut von den Küsten in die norddeutsche Tiefebene. In der Mitte tun sich einige Wolken Lücken auf. Ja, und im Süden sind die Wolken auch heute wieder deutlich in der Minderzahl. In Niedersachsen wird es dann am späten Nachmittag und Abend. Willkommen zurück bei Welt. Die Skepsis vorher war groß, doch was einige in dunkelsten Farben vorhergesagt haben, ist nicht eingetreten im Duell Mario Fugt CDU gegen Björn Höcke AfD. Wie die Reaktionen in beiden politischen Lagern ausgefallen sind, hat Leonie von Rando zusammengefasst. Watchparty bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Fugt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest. Und der heißt hier naturgemäß Mario Fugt. Genauso wie im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Ich bin mir sicher, das geht in die Geschichtsbücher. Also das war eine Sternstunde, fand ich, für die CDU. Wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen, die Widersprüche aufsetzen von diesem Typen und dieser Partei. Und nicht nur von Brandmauern reden, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung. Die überzeugt und nichts anderes und das war gut. Das sieht der erste und einzige AfD-Landrat in Deutschland anders. Das Punktsieg für Höcke findet Robert Sesselmann aus dem thüringischen Sonneberg. Weil Herr Höcke immer seriös geantwortet hat, während Herr Vogt solche Begriffe wie Reichskanzler verwandt hat oder aber auch hier als kleiner Wadenbeißer hier ins Rennen gegangen ist. Das hat Herr Höcke nicht nötig. Deshalb ist aus meiner Sicht Herr Höcke der klare Sieger dieses Duells gewesen. Kritik am Wortgefecht zwischen Höcke und Vogt kommt von FDP und Linksparteien Thüringen. Sie finden viel Selbstdarstellung, wenig Inhalt. Was wir da gestern erlebt haben, war ein TV- oder Medienspektakel von zwei Oppositionspolitikern, die wenn überhaupt eins bewiesen haben, nämlich dass sie beide nicht das Format haben, Ministerpräsident für Thüringen zu werden, weil um die konkreten Ideen für das Land ging es gestern Abend nicht. Aber was wir konkret gegen Schulausfall, was wir konkret für die Dynamisierung der Wirtschaft, was wir am Punkt zur Digitalisierung, was wir für die älter werdende Bevölkerung in Thüringen tun wollen, das blieb außen vor und insofern ist der Thüringer Wähler nicht viel schlauer geworden. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Philippa Vögeling im Deutschen Bundestag. Zwei Landespolitiker haben wir gerade gehört aus Thüringen. Die Reaktionen in Berlin, die politischen Reaktionen, wie fallen die aus? Bisher ehrlich gesagt ziemlich begrenzt. Das wirkt so, als hätte man etwas Angst, sich diesem Thema zu stellen. Wir müssen uns dieser Partei inhaltlich stellen, denn sie hat keinerlei realistische Antworten. So sagte es Friedrich Merz Anfang des Jahres. Und das hat Mario Vogt gestern getan als Erster in so einem Talk-Format, in so einer Öffentlichkeit im Fernsehen. Denn es ist eindeutig ein erster Schritt in Richtung Umdenken mit dem Umgang der AfD. Dennoch hat zum Beispiel Friedrich Merz sich auch bis jetzt nicht zu diesem Talk geäußert. Trotzdem kann man sich sicher sein, dass hier im politischen Berlin ziemlich viel Aufmerksamkeit auf dieser Auseinandersetzung lag. Obwohl die SPD noch zum Boykott des Duells aufrief. Und auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP betonte, sie habe Besseres vor. Doch genau diese Taktik des Ignorierens, diese Taktik der Brandmauer, die hat ja offensichtlich in der Vergangenheit nicht viel gebracht. Die AfD erzielt weiterhin hohe Umfragewerte. In Thüringen kommt sie auf 30 Prozent. Die CDU konnte dem bisher nicht entgegenwirken. Auch deshalb vielleicht die Zusage zu diesem Duell. Ob Björn Höcke sich da gestern entzaubert hat, wie viele es gehofft haben, da scheiden sich die Geister. Höcke-Anhänger sagen, es war ein klarer Sieg für Höcke. Die Kontrahentenpartei CDU hingegen ist auch positiv gestimmt, sagt Höcke sei jetzt geschwächt. Es war eine Sternstunde für die CDU, so Carsten Linnemann. Deutlich wurde, AfD und CDU unterscheiden sich schon recht stark in den wichtigen politischen Fragen aktuell, abgesehen vom Thema Migration. Gegen Ende reichte Höcke sozusagen symbolisch die Hand, sagte er könnte sich eine Koalition in Zukunft vorstellen. Mario Vogt legte das, lehnte das kategorisch ab. Sie sind nicht bürgerlich, sie sind völkisch, so seine Worte. Mario Vogt hat sich hier gestern definitiv einen Namen gemacht. Es bleibt abzuwarten, ob es gereicht hat, um unsichere Bürger wieder auf die Seite der Union zu ziehen. Philippa Vögelding, danke, in den Deutschen Bundestag. So, und mindestens eine Aussage von Björn Höcke beim Welt-TV-Duell, die hat ein juristisches Nachspiel. Die Deutsche Telekom widerspricht nämlich dem AfD-Politiker und prüft rechtliche Schritte. Höcke hatte ja behauptet, dass die Telekom vor einigen Jahren den Slogan »Alles für Deutschland« als Werbespruch verwendet habe. Diese Behauptung sei falsch, so das Unternehmen. Nun beschäftigen sich die Anwälte damit. Bei dem Satz handelt es sich um eine verbotene Losung der sogenannten Sturmabteilung der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. von Bayern. Bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Wegen Terrorverdacht sitzen mehrere Jugendliche aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft. Sie sind zwischen 15 und 16 Jahre alt. In Chats seien Anschlagspläne diskutiert worden, heißt es seitens der Polizei. Dort sei es anfangs um Hagen gegangen, später dann auch um Düsseldorf, Dortmund oder Köln, sowie christliche Einrichtungen und Synagogen in Iserlohn. Sandra Saatmann. Sie sollen den islamischen Staat verherrlicht. Anschläge mit Messern und Molotow-Cocktails auf Kirchen, Polizeiwachen und andere Orte geplant haben. Wenn auch noch nichts Konkretes. Ausgetauscht haben sie sich über eine gemeinsame Chatgruppe. Die Mädchen und Jungen, 13 bis 16 Jahre alt, kommen aus Düsseldorf, dem Kreis Ost und dem Märkischen Kreis. Ein Beschuldigter stammt aus Baden-Württemberg. Die Kids haben sich regelrecht vernetzt. Die drei jugendlichen Beschuldigten sollen geplant haben, einen terroristisch motivierten islamistischen Anschlag zu begehen und sich zu diesem bereit erklärt haben. Der Fall zeigt, es sind Teenager, die sich radikalisieren, vor allem über das Internet und dann auch Anschläge planen. Die Geheimdienste sind alarmiert, denn die Behörden wissen, dass islamistische Terroristen immer zielgenauer unsere Fußball-EM im Sommer ins Visier nehmen. Die Terrormiliz ISPK, die für den Anschlag auf den Konzertsaal in Moskau Ende März und die Anschlagsplanungen auf den Kölner Dom verantwortlich sind, ruft in ihrem Propagandamagazin zu konkreten Anschlägen auf öffentliche Verkehrsmittel und Fußballstadien auf. Und sie rekrutiert offensiv neue junge Täter. Wir müssen schon noch feststellen, dass es in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eine Entwicklung hingibt, dass immer mehr jüngere Tatverdächtige auch in den Fokus geraten, die einen IS-Bezug haben. Und sicherlich können wir da viel über die Gründe reden. Sicherlich hat auch die Corona-Pandemie da Auswirkungen, weil viele Jugendliche, Heranwachsende kein soziales Leben mehr hatten. Schulen waren zu Sportclubs, waren zu anderen Einrichtungen und sich dann auch in Social Media geflüchtet sind. Die drei Teenager sitzen in U-Haft. Derzeit werden vor allem alle ihre Speichermedien ausgewertet. Zwischen 15 und 16 Jahren und bereits so radikalisiert Greta Wagner in Düsseldorf. Was weiß man denn über diese Gruppe von jungen Menschen, die Anschläge geplant haben sollen in Deutschland? Ja, vorhin gab es hier im Innenministerium, vor dem ich jetzt auch stehe, noch einmal eine Pressekonferenz mit dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Und da sind noch mal ein paar mehr Sachen bekannt geworden. Und zwar, wie man überhaupt auf diese Jugendlichen kam. Das Ganze hat so angefangen, dass die 16-jährige Beschuldigte aus Iserlohn zuerst in das Auge der Ermittler gekommen ist, weil sie wohl geplant hatte, auszureisen. Jetzt nicht irgendwo hin, sondern sie wollte sich dem IS im Islamischen Staat anschließen, um dort zu kämpfen. Dann hatte man die junge Frau überwacht und ist so auf diese Chatgruppe mit den anderen jungen Menschen gestoßen und hat diese dann weiterhin ausgewertet und ist dann auf diese Nachrichten gestoßen. Und da wurden dann wirklich konkrete Anschlagspläne geschmiedet. Man wolle ja Polizeistationen angreifen oder ja christliche Einrichtungen, Kirchen, auf Christen losgehen mit Messern, mit Molotow-Cocktails. Und als dann die Ermittler diese Nachrichten gesehen haben, dann ging das Ganze auch ganz schnell, dass dann die nächsten Jugendlichen festgenommen wurden. Und auch eine darunter, da ist ein Vater von ihr oder ihr Vater ist nicht ganz unbekannt den Ermittlern. Denn vor sechs Jahren musste er sich schon einmal den Behörden stellen. Es wurde gegen ihn ermittelt wegen Finanzierung einer Terrorzelle. Er soll dem IS finanziert haben mit Spenden. Dann noch ein Jahr später, das war dann vor fünf Jahren, wurde bei einer Autokontrolle bei ihm eine Schusswaffe sichergestellt. Und da haben die Ermittler dann, als das alles klar wurde, als das alles bekannt wurde, sehr schnell zugegriffen, konnten die Teenager festnehmen. Und auch Herbert Reul hat vorhin noch mal hier im Innenministerium den Ermittlern dafür gedankt. Die Ermittlungen sind nicht zu Ende, die dauern noch ein. Aber eins ist klar, auf der einen Seite bin ich froh, dass es gelungen ist, schnell und zielgerichtet die Anschlagspläne zu durchkreuzen. Was mir allerdings zu schaffen macht, ich muss wieder über junge Täter sprechen, Kinder und Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Und sie haben eins gemeinsam. Sie haben sich sicherlich durch extremistische Propaganda rastikalisieren lassen. Wie? Das wird jetzt durch die Sicherheitsbehörden ermittelt. Aber das Internet hat garantiert da auch eine Rolle gespielt, wie ja fast immer. Junge Menschen sind offensichtlich eher ansprechbar, manipulierbar. Und das sehen wir jeden Tag. Übrigens nicht nur im religiösen Fanatismus. Das fängt manchmal auch schon im Klausch. Also Herbert Reul spricht da auch noch einmal davon, dass das Internet eine sehr große Rolle spielt bei den Radikalisierungen. Erst vergangene Woche hat er ja seine Kriminalitätsstatistik für Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Auch da ist die Kriminalität unter Jugendlichen erheblich gestiegen und auch dafür war ein Mitgrund das Internet. Dass es einfach leicht ist, darüber solche Sachen zu verbreiten und dass Kinder und Jugendliche sich davon angezogen fühlen. Was er aber heute noch mal unterstrichen hat, diese ganzen Ermittlungen zwischen dem ersten Auffallen dieses Chats bis hin zu den Festnahmen von allen vier Jugendlichen, die jetzt in Untersuchungshaften sitzen, seien nur fünf Tage vergangen. Und diesmal kam alles von unseren eigenen Sicherheitsbehörden und darauf war Herbert Reul heute besonders stolz. Greta Wagner, Dankeschön nach Düsseldorf. Der Bundestag hat für das Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung gestimmt. Das Gesetz soll das Transsexuellengesetz ersetzen. Künftig soll es für trans- und intergeschlechtliche Menschen leichter werden, den Namen oder Geschlechtseintrag zu ändern. Bislang waren dafür zwei psychiatrische Gutachten und ein Gerichtsbeschluss notwendig. Künftig soll eine einfache Erklärung beim Standesamt ausreichen. Das Gesetz soll auch für Minderjährige ab 14 Jahre gelten. Sie benötigen allerdings die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Insbesondere wegen der Regelung für Minderjährige gilt das Gesetz als umstritten und ist auch im Bundestag auf heftige Kritik gestoßen. Sein Geschlecht selbst bestimmen, woker Unsinn oder einfach nur Freiheit. Darüber entscheidet bzw. hat entschieden der Deutsche Bundestag. Wie finden Sie das? Hier ist Ihre Stimme. Also es sollte jeder selber entscheiden können auf jeden Fall. Es sollte ja auch niemand irgendwie darauf einreden können, wer was, wer ist. Weil wir fühlen uns doch alle im Körper auch irgendwo wohl oder auch nicht. Finde ich einen absolut gerechtfertigten Weg. Finde ich auch interessant, dass es bis 2024 dauert, bis das jetzt mal so verabschiedet wird. Weil das für mich was absolut Zeitgemäßes ist und was, was überhaupt nicht zur Diskussion steht. Ich finde das richtig. Ich finde das auch zeitgemäß. Wir wissen ja, dass es schon immer eine Diskrepanz gab bei manchen Menschen zwischen dem geborenen Geschlecht und der Identität. Wenn sich ein Mensch im falschen Körper fühlt, dann ist das keine Lebensqualität. Und damit ist es eigentlich schon entschieden. Sollen tun lassen, was sie wollen. Ich weiß nicht, ich würde mich darüber nicht groß aufregen. Ich habe mit solchen Leuten natürlich nichts zu tun. Ich bin äther. Ich denke, dass es da ein gewisses Alter geben muss, vielleicht im jugendlichen Alter, wo man dann sowas erlauben dürfte. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass jeder selbst entscheiden sollte. Er sollte seine Freiheit dahingehend so erleben und ausleben können, dass man nicht durch rechtliche oder staatliche Grenzen eingeschränkt wird. Meine Meinung ist, dass man es nicht machen sollte. Weil wir wurden ja so erschaffen. Manche sind Frauen, manche sind Männer. Es sollte eigentlich auch so bleiben. Ich denke, wenn es Menschen gibt, die sich nicht mit Mann oder Frau identifizieren können, dann sollten die sich so identifizieren, wie sie es halt können. Von daher finde ich es gut, dass die Freiheit dafür jetzt geschaffen wird. Soweit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihre Stimme. Ich möchte darüber sprechen und zwar mit Hanna Bietke. Sie ist Weltredakteurin vom Ressort Innenpolitik. Das Geschlecht oder den eigenen Vornamen ändern lassen, das wird also künftig einfacher. Was spricht dagegen? Es spricht dagegen, dass es eine Reihe von Schwierigkeiten in sich birgt, dieses Gesetz. Also natürlich ist erstmal nichts dagegen zu sagen. Wir wollen alle in einer liberalen Gesellschaft leben. Es ist auch gut, etwas gegen Diskriminierung zu tun. Aber es betrifft eine Minderheit von Leuten, die diese Diffusion haben in der Identitätsbezogenheit ihres Geschlechts. Und ganz viele können das nicht nachvollziehen. Und besonders schwierig finde ich die Regelung in Bezug auf Minderjährige, die das ja auch per Erklärung selber entscheiden können, welchen Geschlechtseintrag sie künftig haben wollen. Mit Zustimmung der Sorgeberechtigten. Da gibt es ja genau diese Klausel, dass die Sorgeberechtigten zustimmen müssen. Die haben letztendlich das letzte Wort. Insofern ist es dann nicht ganz so einfach. Was mich ein bisschen irritiert an dem Gesetz, also dieses Jahr fühle ich mich als Mann, nächstes Jahr als Frau. Und deshalb gehe ich übernächstes Jahr hin und sage, ich bin divers. Naja gut, das müsste man dann den Einzelnen überlassen. Wenn sie einen solchen Wechsel vollziehen wollen, das halte ich nicht für besonders wahrscheinlich, dass das passiert. Dass man jetzt jedes Jahr sein Geschlecht ändert. Nur, dass es die Möglichkeit gibt. Ich meine, das ist doch dann auch wieder eine Art von Bürokratie, dass ich jedes Jahr mein Geschlecht ändern könnte. Die Frage ist nur, wie viel es dann betrifft, ob es dann ein Bürokratieproblem wird. Die Union hat ja kritisiert, das sei auch ein Problem in Bezug auf Kriminalität. Also wenn jetzt jemand Strafhandlungen begangen hat und dann seine Identität wechseln will, dass es dann schwieriger sei, das zurückzuverfolgen. Es gilt nämlich dieses Offenbarungsverbot, das besagt, dass man nicht nachforschen darf, was für eine geschlechtliche Identität man vor dieser Änderung hatte. Allerdings gilt auch, wenn man ein öffentliches Interesse begründen kann und Sicherheitsbehörden können das, dann gilt dieses Verbot nicht. Insofern ist das ein recht schwaches Argument der Union. Die Union sagt aber auch, also wenn wir dann demnächst mal wieder die Regierung stellen, wird das sofort kassiert, das Gesetz. Das ist ja auch so eine Problematik, heute hü, morgen hot. Verlässlichkeit sieht anders aus. Über alle Streitpunkte, die es bezüglich dieses Gesetzes gibt. Aber so richtig erschließt sich das nicht. Aber das ist ein ganz normales Agieren der Opposition, dass sie etwas rückgängig machen will, was sie von der Regierung nicht gut heißt. Das finde ich jetzt an sich, damit muss die Demokratie leben, aber tatsächlich ist es für die Bürger keine Verlässlichkeit. Ich finde, dass diese Werf, mit der das Selbstbestimmungsgesetz beworben worden ist, das finde ich ist das Problem. Dass die Auswirkungen für das gesellschaftspolitische Klima, mit der wir das debattieren, wo das so ins Absolute gesetzt wird, das sind die eigentlichen Schäden, die ich darin sehe und tatsächlich auch, was die Frage des Jugendschutzes betrifft. Sie haben das jetzt gerade so ein bisschen verharmlost, fand ich, aber ja, mit Zustimmung der Sorgeberechtigten. Aber wenn es da eine Differenz gibt, dann entscheidet letztendlich das Familiengericht. Das ist so festgesetzt. Und man kann auch die Frage stellen, wer ist denn mit 14 nicht durcheinander, was seine eigene Identität betrifft. Ich sehe da keine Notwendigkeit, dass man das so stark ausweitet und mit einem so wirklich großen identitätspolitischen Engagement betreibt. Das hat dem gesellschaftlichen Klima nicht gut getan. Und wir haben so große Herausforderungen, dass die Frage, ist das wirklich so relevant? Das würde ich ja nochmal ganz kurz nachhaken. Warum dann so ein breiter Raum? Weil man so modern ist in dieser Regierung oder weil man sich endlich mal einig ist? Das war ja ein Plan, der gefasst worden ist, bevor all diese verheerenden Krisen eingetreten sind. Das war vor dem Ukraine-Krieg, das war vor dem Krieg in Israel. Das muss man ein bisschen dabei berücksichtigen. Und die Ampel hat sich nun mal das Motto gegeben, besonders fortschrittlich zu sein. Und das bezog sich eben auch auf gesellschaftspolitische Reform. Ich halte das für die falsche Entscheidung, weil es die Gesellschaft eben überhaupt nicht befriedet hat, sondern geradezu aufgewühlt hat und auch nicht sensibilisiert hat für ein gesellschaftliches Problem, das ja tatsächlich besteht, weil es eben keinen Kompromisscharakter trägt, dieses Gesetz. Anna Bethke, danke schön für das Gespräch. Ganz anderes Thema. Man könnte auch laufen, walken, schwimmen gehen, aber man kann sich dazu natürlich auch Geräte beschaffen. Und so beschafft man sich die zum Beispiel im ersten Eindruck bei der FIBO. Das ist die Fitnessmesse in Köln, die größte ihrer Art überhaupt. Und da kriegt man wirklich alles, was so das Sportlerherz begehrt. Was sind aber die neuesten Trends im Jahr 2024? Greta Wagner, die hat sich umgeschaut. Einen Tag mal so richtig sportlich sein. Auf der weltweit größten Fitnessmesse auch für mich kein Problem. Hier wollen alle mit ihrer Fitness glänzen. Für solche Arme müssen diese Jungs schon fast nicht mehr anspannen. Ja Jungs, was muss ich denn so tun, um so auszusehen wie ihr? Ähm, hart trainieren, Eisenbleiben, gut essen, viel Protein vor allen Dingen. So zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Gesagt, getan. Ich versuche es aber erstmal ein bisschen spielerischer. Ein Boxroboter soll mich als erstes ins Schwitzen bringen. Jetzt habe ich zwei Klumphände und damit geht's gleich los. Spielerisch werden hier die Basics des Boxens vermittelt. Gar nicht mal so einfach. Es ist das beste für einen Coach. Wenn man zum Beispiel in einer Gruppe trainiert, kann der Coach neben dem Roboter viel besser erklären und dich so von außen besser trainieren. Kostenpunkt für den automatisierten Boxpartner 34.000 Euro. Training wird auf der FIBO immer häufiger spielerisch umgesetzt. Auf der Rudermaschine à la Mario Kart. Oder ein Training, das nicht nur den Körper, sondern auch das Köpfchen trainiert. Das heißt aber nicht, dass man hier nicht ins Schwitzen kommt. Also das ist schon echt extrem anstrengend. Man muss sich darauf konzentrieren, diese leuchtenden Dinger anzufassen und dabei noch den ganzen Körper anstrengen. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Auf der FIBO wird an jeder Ecke trainiert, was das Zeug hält. 100.000 Besucher kommen dafür jedes Jahr nach Köln und können sich bei knapp 1.000 Ausstellern alles rund um Fitness anschauen. Für mich ist aber nach so viel Training Zeit für etwas Entspannung. Der neu entwickelte Massageroboter massiert jetzt schon mal den Muskelkater weg. Ja, ob es funktioniert. So, wir kommen mal zu einer schönen Geschichte aus dem Bereich Tiere, Tierwelt. Hören Sie mal. Das klingt doch, Mensch, da kommt doch die Polizei oder die Feuerwehr. Nein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nein, ist eben dieser Vogel, den man da so schemenhaft sieht, sinkt im Baum wie eine Polizeisirene, wie ein Einsatzwagen der nahegelegenen Polizeistation. Das Video hat jetzt die Polizei von Thames Valley in Großbritannien auf X veröffentlicht, betont, dass es sich nicht um einen verspäteten April-Scherz handeln würde. Offensichtlich hat der Vogel die abfahrenden Polizeiwagen mit ihren Signalen einfach mal nur imitiert. Jetzt ist also der ganze Tag Alarm in Thames Valley bei Oxford. Gute Nachricht des Tages haben wir auch noch für Sie. Die Deutschen verzichten immer häufiger auf Fleisch, Alkohol und Süßigkeiten. Vor allem während der vergangenen Fastenzeit wurden fast 10% weniger Alkohol, 3,6% weniger Fleisch, 5,6% weniger Süßwaren und Knabbereien verkauft als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Das zeigen Daten der Supermarktkassen, die das Statistische Bundesamt ausgewertet hat. Anfang des Jahres, wo traditionell die guten Vorsätze umgesetzt werden, fiel der Verzicht sogar noch größer aus. Offenbar scheinen sich die Bundesbürger zumindest zu Beginn des Jahres 2024 bewusster zu ernähren und auf ungesunde Genüsse zu verzichten. So, gleiche weitere Meldungen hier bei Welt. Nochmal mit einem Blick zurück auf das TV-Duell von gestern Abend hier im Studio. Bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird. Aktuell mit schon 30 Prozent noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen. Das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Oesos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Oesos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch ein. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großes Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsminister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend. Sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wird ja so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gebe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Auch an diesem Thema hier wird gearbeitet. Nun sagt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann, dass er Betroffenen verspricht, massive Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages werde, Zitat, Das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen spürbar erleichtern und verbessern. Das sagte er dem Redaktionsnetwerk Deutschland. Mit dem neuen Gesetz behandelt der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als mündige Menschen. Der Bundestag stimmt heute Mittag über dieses Selbstbestimmungsgesetz ab. Die Klinifigur ist ein bisschen das Stichwort jetzt, wenn wir zum Wetter kommen. Oh ja. Maira, guten Morgen. Guten Morgen, am Oberrhein. Morgen, Maira. 29 Grad. Herzlich willkommen. Und haben auch heute die US-Börsen im Griff. Die Inflationsdaten, die heute kamen, sind Importpreise und die sind wieder stärker angestiegen als von den Märkten erwartet. Prompt gibt es für den Dow Jones wieder eins auf die Mütze. 0,6 Prozent, das Minus aktuell. Und das drückt dann auch wieder die Stimmung bei uns im DAX. Der hat heute sich ein bisschen stärker erholt, zeitweise den Sprung über die 18.000 Punkte gemacht, unter die er gestern gefallen war. Und jetzt geht es aber schon wieder runter unter diese Marke. Wir haben noch ein leichtes Plus, das wir gerade noch haben von 0,2 Prozent. Zu diesen Inflationssorgen kommen noch geopolitische Sorgen hinzu. Und das zeigt sich beim Ölpreis. Der legt deutlich zu. 2,2 Prozent geht es nach oben. Man fürchtet weiter und wieder verstärkt eine direkte Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Und ein steigender Ölpreis nährt zudem natürlich nochmal die Inflationssorgen. Denn bei den Importpreisen in den USA, da zeigte sich, dass auch die Energieeinfuhren besonders gestiegen sind. Und ein weiterer Krisenindikator ist der Goldpreis. Auch der legt zu und steigt auf ein neues Allzeithoch. Heute zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 2.400. Und über diese Marke geht es jetzt auch weiter, gerade auch in diesen Momenten nach oben. Aktuell 2.400, 3 plus von 1,3 Prozent. Mehr zu all dem diskutieren wir dann bei Defna und Schäpitz. Heute Abend 17.45 Uhr, unsere TV-Sendung zum Podcast. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Jetzt erstmal die neuesten Nachrichten mit Max Oppel. Das erste TV-Duell mit einem AfD-Spitzenkandidaten löst vielfältige Reaktionen in ganz Deutschland aus. Höcke gegen CDU-Mann Vogt gestern Abend hier bei Welt TV war ein Straßenfeger, brachte viel Neues und hat möglicherweise ein juristisches Nachspiel. Drei Jugendliche wurden in Nordrhein-Westfalen wegen Terrorverdacht festgenommen. Zwei 15-Jährige und eine 16-Jährige sollen sich verabredet haben, in Kirchen Messerattacken auf Gläubige zu verüben und Polizisten mit Brandsätzen anzugreifen. Und wegen eines Palästina-Kongresses von heute bis Sonntag rechnet die Polizei mit spontanen Demonstrationen. Die Veranstalter werfen der Bundesregierung eine Mitschuld an einem angeblichen Genozid an den Palästinensern vor. Und damit schön, dass Sie dabei sind. Willkommen. Das Duell Vogt gegen Höcke hier bei uns am Abend hat viele Menschen bewegt und eine Menge Reaktionen ausgelöst. Würde der CDU-Politiker dem AfD-Rechtsaußen Paroli bieten? Das war natürlich die spannende Frage von Anfang an. Man kann sagen, ja, das hat er. Und es ist auch von Moderationsseite in diesen über 70 Minuten gelungen, Höcke zu konfrontieren und zu entlarven. Bundesweit, aber besonders in Thüringen, dürfte der Schlagabtausch nachwirken. Dort wird schließlich am 1. September ein neuer Landtag und ein neuer Ministerpräsident gewählt. Schauen wir uns jetzt die entscheidenden Szenen dieses Duells in einer Zusammenfassung an. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann Sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Ich würde gerne noch mal vorlesen. Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist keine Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. Die AfD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großes Unterschied. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. War also ein spannendes Duell. Philippa Vögelding ist für uns im Bundestag. Ja, Philippa, welche Reaktionen hörst du im politischen Berlin darauf? Tatsächlich sind die Reaktionen hier recht begrenzt, vor allem von den Ampelparteien. Es wirkt ein bisschen so, als wolle man auch jetzt keine Aufmerksamkeit auf dieses Duell lenken, aber auch so, als hätte man etwas Angst vor dieser Auseinandersetzung mit dem Duell. Man müsste diese Partei inhaltlich stellen, weil sie keine realistischen Antworten haben. Das sagte Friedrich Merz Anfang dieses Jahres. Doch auch er hat sich bisher dazu nicht geäußert. Mario Vogt hat sich gestern der AfD gestellt, zum ersten Mal in so einem Format, zum ersten Mal öffentlich. Es ist ein erster Schritt in Richtung Umdenken im Umgang mit der AfD. Und man kann dennoch davon ausgehen, dass das politische Berlin mit sehr viel Aufmerksamkeit diese Auseinandersetzung verfolgt hat. Auch wenn die SPD vorher zum Boykott aufrief, Marie-Agnis Strack-Zimmermann von der FDP betonte, sie habe Besseres zu tun. Sie habe Besseres zu tun. Entschuldigung. Ob jetzt Björn Höcke sich da gestern so wie erhofft entzaubert hat, das bleibt abzuwarten. Da scheiden sich auch schon jetzt so ein bisschen die Geister. Denn Höcke-Anhänger sagen, das war gestern ein klarer Sieg für ihn. Andererseits die Kontrahentenpartei CDU ist auch glücklich mit dem Ausgang. Nazi-Höcke wurde geschwächt, so Henrik Wüst, der Ministerpräsident aus NRW. Eine Sternstunde für die CDU, so sagte es Carsten Linnemann. Man hat deutlich gemerkt, gestern AfD und CDU, die sind sich in den wichtigen politischen Fragen nicht sehr ähnlich, höchstens bei der Migration. Da gibt es so ein paar Überschneidungen. Für Mario Vogt war dieser Abend gestern auch sehr gut. Er hat sich einen Namen gemacht, auch einen Namen vielleicht für eine Zukunft in Thüringen als Ministerpräsident. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob das gestern für die Union wirklich gereicht hat, um sich auch unsichere Wähler wieder zurückzuholen. Vielen Dank, Philippa, im Bundestag. Vielen Dank. Die Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt. Der Bundestag hat sie gebilligt. Mit der Bezahlkarte können zum Beispiel Lebensmittel bezahlt werden künftig. Die Abhebung von Bargeld, das wird eingeschränkt. Überweisungen ins Ausland werden sogar unmöglich. Im Bundestag ging es jedoch nur um die rechtliche Grundlage. Viele Details dieser Bezahlkarte sind daher noch offen. Jedes Bundesland kann für sich selbst die Einzelheiten festlegen. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an autofreie Sonntage während der Ölkrise. Jetzt warnt Verkehrsminister Wissing vor bundesweiten Fahrverboten an den Wochenenden. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bis zum Sommer beschlossen werde. Damit soll die Einhaltung der Klimaziele künftig nicht mehr an einzelne Bereiche wie etwa dem Autoverkehr geknüpft werden. Und dementsprechend bei der Verfehlung auch keine Sofortmaßnahmen eingeleitet werden. Wissing richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Ihm zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß im Verkehr nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen kritisierten umgehend diese Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des FDP-Politikers. Es war eine stinkende Angelegenheit. In Hamburg haben zwei Männer 40 Sturmgewehre gestohlen und sie unter mehreren Hundehaufen versteckt. Die Waffen kamen mit dem Schiff aus China in Hamburg an, wo sie mit dem Zug weiter transportiert wurden. Als dieser dann aber über Nacht unbewacht in Maschen stillstand, da klauten die Täter die gefährliche Fracht. Und um neugierige Passanten von ihrem Depot wegzuekeln, versteckten sie das Diebesgut unter den Hundehaufen eben. Trotzdem fanden Polizisten das stinkende Versteck und stellten die Gewehre sicher. Und die beiden belarussischen Täter wurden gefunden und festgenommen. Selbst der Innenminister von Nordrhein-Westfalen ist fassungslos. Vier Jugendliche aus NRW und Baden-Württemberg sollen einen islamistischen Terroranschlag geplant haben. Zwei von ihnen sind Mädchen. Jetzt sitzen sie in U-Haft. Niemand ist älter als 16 Jahre. Die Ermittler sind sich sicher, islamistische Influencer richteten sich inzwischen gezielt im Internet ganz besonders an Jugendliche. Markus Tüxen berichtet. Sie sind erst 15 und 16 Jahre alt. Vier Jugendliche sollen Terroranschläge auf Kirchen, Polizeiwachen und andere Orte geplant haben. Unter anderem in Hagen, Düsseldorf, Dortmund und Köln. Ausgetauscht haben sie sich über eine Chatgruppe. Im Fokus der Ermittler eine 16-Jährige aus Iserlohn im Märkischen Kreis und eine 15-Jährige Deutsch-Marokkanerin aus Düsseldorf. Sie standen im Kontakt mit zwei gleichaltrigen Jungs aus dem Kreis Soest und dem Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Sowohl die Düsseldorferin als auch die Iserlohnerin wurden vorläufig festgenommen. Die Anschlägsplanungen wurden im Chat übrigens weiter diskutiert und konkretisiert sogar. Nunmehr standen auch christliche Einrichtungen und Synagogen in Iserlohn im Fokus. Der Fall zeigt erneut, wie sich inzwischen selbst Teenager vor allem über das Internet radikalisieren und auch Anschläge planen. Geheimdienste gehen davon aus, dass islamistische Terroristen auch die Fußball-EM im Sommer ins Visier nehmen. Die Terrormiliz ISPK, verantwortlich für den Anschlag auf den Konzertsaal in Moskau Ende März, plante auch Anschläge auf den Kölner Dom. Vor allem im Internet suchen die Terroristen offensiv nach neuen, sehr jungen Tätern. Wir wissen, dass Rechtsextremer, aber eben auch der IS ganz klar auch im Social Media Leute rekrutiert, da eigene Wahrheiten schafft. Und das muss uns eine Warnung sein. Wir reden jetzt hier über Teenager, die prinzipiell auch staatsgefährdende Straftaten verüben. Also das ist jetzt kein Kaugummi-Klauen, das sind hochgefährliche Sachen und da stehen Menschenleben auf dem Spiel. In Nordrhein-Westfalen konnten die Ermittler die Terrorpläne, die in den Chats konkret diskutiert wurden, jetzt vereiteln. Alle vier Teenager kamen in Untersuchungshaft. Und für uns in Düsseldorf ist Greta Wagener, ja Greta, also so jung und schon radikalisiert. Was weiß man alles noch über diese Gruppe? Ja, vorhin gab es hier in dem Innenministerium in Nordrhein-Westfalen eine Pressekonferenz mit Herbert Holbe, der wir auch vor Ort waren. Und da wurde dann nochmal ein paar mehr Details klar, wie man auf die Jugendlichen gekommen ist. Dass es Eigenleistungen von den Ermittlern hier in Deutschland waren. Die letzten Male kamen ja immer öfter mal Hinweise aus dem Ausland. Das war diesmal nicht der Fall. Und aufmerksam sind sie zunächst einmal auf ein 16-jähriges Mädchen aus Iserlohn geworden. Die 16-Jährige soll geplant haben, auszureisen und das in den islamischen Staat. Sie wollte sich dem IS dort anschließen, um zu kämpfen. Bei den Überwachungen von diesen Mädchen sind die Ermittler dann auf die Chatgruppen mit den anderen Jugendlichen gestoßen. Und da wurden dann diese Anschlagspläne ja konkretisiert. Da hatte man dann geplant, in diesen Chats wurden Nachrichten ausgetauscht zu den Plänen, dass man Polizeiwachen angreifen wolle mit Messern und auch christlich denkende Menschen in Kirchen. Mit eben auch mit Messern und auch mit Molotow-Cocktails. Man habe wohl auch versucht, schon an Waffen zu kommen oder sich überlegt, diese Waffen zu kaufen. Diese ganzen Pläne wurden dann den Ermittlern klar. Und dann gab es eine weitere Verhaftung hier in Düsseldorf. Ein weiteres minderjähriges Mädchen wurde dann hier verhaftet und bei ihr wurde dann auch bekannt, dass der Vater von diesem Mädchen kein Unbekannter war. Der war den Ermittlern auch schon vor sechs Jahren aufgefallen. Da lief dann ein Verfahren gegen ihn, wo dann eben klar wurde, dass dieser Vater schon versucht hat, den IS mit finanziellen Mitteln eben zu unterstützen. Und dann hat man eben schnell zugegriffen. Und auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, der ist auch sehr schockiert über dieses junge Alter der Verdächtigen. Die Ermittlungen sind nicht zu Ende, die dauern noch ein. Aber eins ist klar, auf der einen Seite bin ich froh, dass es gelungen ist, schnell und zielgerichtet die Anschlagspläne zu durchkreuzen. Was mir allerdings zu schaffen macht, ich muss wieder über junge Täter sprechen, Kinder und Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Und sie haben eins gemeinsam. Sie haben sich sicherlich durch extremistische Propaganda rastikalisieren lassen. Wie? Das wird jetzt durch die Sicherheitsbehörden ermittelt. Aber das Internet hat garantiert da auch eine Rolle gespielt, wie ja fast immer. Junge Menschen sind offensichtlich eher ansprechbar, manipulierbar. Und das sehen wir jeden Tag. Übrigens nicht nur im religiösen Fanatismus. Das fängt manchmal auch schon im Kleinen an. Ja, erst letzte Woche hatte ja Herbert Reul in seiner Kriminalitätsstatistik von 2023 festgestellt, dass auch die Jugendkriminalität deutlich angestiegen ist. Auch da hatte er gesagt, dass die sozialen Medien da eine erhebliche Beteiligung dran haben. Und jetzt mit diesem Fall hat er auch noch mal gesagt, dass auch diese Jugendlichen sich jetzt im Netz radikalisiert haben, dass man da auf jeden Fall ein Auge drauf haben muss. Aber er hat auch noch einmal gelobt, die Ermittlungsarbeit der Beamten hier in diesem Fall, dass eben dieses Mal, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die Hinweise von den deutschen Ermittlern kamen und dass da auch nur fünf Tage vergangen seien von den ersten Hinweisen bis zu den Festnahmen aller vier Jugendlichen. Also diesmal hat diese Arbeit sehr gut funktioniert. Trotzdem eine bedrückende Sachlage. Vielen Dank, Rita Wagener aus Düsseldorf. Unter dem Motto, wir klagen an, hat in Berlin der umstrittene dreitägige Palästinenser-Kongress begonnen. Die Polizei hat sich da auf mögliche antisemitische und israelfeindliche Straftaten vorbereitet. Die Veranstalter werfen der Bundesregierung mit Schuld an einem angeblichen Genozid an den Palästinensern vor. Vor dem Tagungshaus versammelten sich Demonstranten mit Israel-Fahnen und Plakaten. Sie werfen den Veranstaltern vor, Verbindungen zu Führungspersönlichkeiten und Institutionen der Hamas-Terroristen zu pflegen. Unter anderem hatte die Berliner CDU zu Protesten gegen diese Veranstaltung aufgerufen. Da wollen wir bei Max Hermes nachfragen für uns. Ja, wie ist dieser Kongress? Welche Gefahr geht möglicherweise von ihm aus? Genau, Max, wir sind gerade aktuell im Kongressgebäude und was man hier feststellen kann, ist eine sehr starke feindliche Stimmung gegenüber Pressevertretern. Die Veranstalter hatten auch versucht, weite Teile der Presse überhaupt außen vor zu lassen, gar nicht in diesen Veranstaltungssaal hineinzulassen. Die Polizei hat das unterbunden, auch mit Hinweis auf das Versammlungsrecht. Und hier wurden vorhin auch noch einmal die Auflagen verlesen. Und da wurde ganz klar gesagt, wenn israelfeindliche Parolen beispielsweise dann hier zu hören sind, dann wird die Polizei hier einschreiten. Also all das. Wir sehen im Hintergrund viele der Teilnehmenden, die sich hier mit Israel, mit Palästinensertuch hier verhüllt haben. Und wenn wir uns die Rednerliste einmal angucken, dann ist beispielsweise ein Wissenschaftler auf dieser Rednerliste, der ist Mitte 80 und der hat gesagt, wenn er jetzt jünger wäre, dann hätte er möglicherweise auch am 7. Oktober das Attentat der Hamas auf Israel mitgetragen. Das Ganze wird vor allen Dingen auch von linksextremen Gruppen zum Teil hier organisiert, die da auch Parolen wie From the River to the Sea mittragen, also das Existenzrecht Israel zu leugnen. Also all das ist das, was wir hier beobachten. Es hat vor dem Veranstaltungsgebäude Demonstrationen gegeben. Auch dort wurden Parolen immer wieder dann gerufen. Die Polizei sichert das Ganze hier mit großem Aufgebot ab 900 Polizisten allein heute im Einsatz, viele aus NRW, aber auch aus anderen Bundesländern. 2500 Polizisten, die insgesamt das ganze Wochenende hier überpräsent sein werden. Also der Vorstoß ist hier eben vor allem von den Polizisten israelfeindliche Parolen zu verbieten. Und sollte es dazu kommen oder soll es irgendwelche Ausschreitungen geben, dann wird die Veranstaltung hier unterbrochen oder sogar abgebrochen. Das beobachtet für uns Max Hermes. Vielen Dank für die Information. In der Ukraine kommt die lange umstrittene Verschärfung der Wehrpflicht jetzt. Das Parlament in Kiew verabschiedete das entsprechende Gesetz. Künftig müssen Soldaten ab einem Alter von 25 Jahren an die Front. Bisher waren es 27 Jahre. Außerdem müssen sich Wehrpflichtige bei den Behörden registrieren. Das soll ihre Einberufung dann erleichtern. Das neue Gesetz erhöht außerdem den Sold für Kämpfer, die sich freiwillig gemeldet haben. Der Süden der Ukraine war in der Nacht wieder Ziel russischer Drohnenangriffe. In der Nähe von Jeppo Petrovsk geriet eine Anlage der Stromversorgung in Brand. Schon zuvor hatte Russland die ukrainische Stromversorgung angegriffen, wie hier in Charkiv. Vorletzte Nacht wurde ein Kraftwerk bei Kiew zerstört, dazu Umspannwerke und andere Anlagen. Russlands Präsident rechtfertigte diese Angriffe als Maßnahmen zur Entmilitarisierung der Ukraine. Vladimir Putin sagte, so treffe man auch die ukrainische Rüstungsproduktion. Wir sehen uns gleich wieder. Nur ein Werbespot. Sport war schon immer sehr wichtig für mich. Als ich mich verletzte, war ich am Boden zerstört. Virtual Reality und Brazil haben mir geholfen, wieder selbstbewusster zu werden. Heute fühle ich mich wieder wie eine Sportlerin. Wir kommen zurück, da sind wir schon wieder. Der Bundestag hat für das Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung gestimmt. Das Gesetz soll das Transsexuellengesetz ersetzen. Künftig soll es für trans- und intergeschlechtliche Menschen leichter werden, den Namen oder auch den Geschlechtseintrag eben zu ändern. Bisher waren dafür zwei psychiatrische Gutachten und ein Gerichtsbeschluss nötig. Künftig soll eine einfache Erklärung beim Standesamt dafür ausreichen. Das Gesetz soll auch für Minderjährige ab 14 Jahren gelten. Sie benötigen allerdings die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Insbesondere wegen der Regelung für Minderjährige gilt das Gesetz als umstritten und ist auch im Bundestag durchaus auf Gegenwind gestoßen. Tja, ab 14 Jahren einfach das Geschlecht und den Namen bestimmen und eintragen lassen. Über dieses neue Gesetz wollen wir mit Eva Engelken vom Verein Frauenheldinnen e.V. sprechen, der sich laut Selbstdefinition für Aufklärung einsetzt und gegen die ideologische Beeinflussung unserer Gesellschaft. Willkommen. Vielen Dank, genau so ist es. Ja, Frau Engelken, Sie hatten ja auf die Ablehnung des Gesetzes gehofft. Warum? Genau, wir haben natürlich insgeheim damit gerechnet. Und jetzt ist es so, wir haben eine Schlacht verloren. Aber der Kampf insgesamt geht weiter gegen die Ideologie. Und ich kann sagen, dass wir dieses Gesetz nicht befolgen werden. Also ich werde nie einen Mann als Frau ansprechen. Warum? Es kommt auf das biologische Geschlecht an. Das Leben von einer Frau wird auch durch ihren Körper bestimmt. Wenn ich Angst habe, schwanger zu werden, das ist etwas, was ein Mann, der eine weibliche Geschlechtsidentität zu haben wähnt, nie erleben wird. Das ist also völlig... Aber Sie sprechen dann eben Männern das Recht ab, sich eben als Frau wahrzunehmen und zu fühlen. Wie ein Mann sich persönlich privat fühlt, ist also wirklich komplett die Sache des Mannes. Aber dieses Gesetz ist, auch anders als es eben angekündigt wurde, ist nicht nur für einige wenige Menschen, sondern es gilt für alle Bevölkerungsschichten. Jeder Mann kann das Recht in Anspruch nehmen, sich als eine Frau zu definieren. Und dann in Geschützte, das ist natürlich hoch Missbrauch, also lädt zum Missbrauch ein. Ein mittelmäßiger Sportler kann im Frauensport als Frau antreten, Frauen wegbolzen, die Medaillen gewinnen. Die Erfahrungen anderer Länder zeigen das. Und die Erfahrungen anderer Länder zeigen, dass die anderen Länder zurückrudern wegen der schlechten Erfahrungen, weil sich Sexualstraftäter als Frau definieren, um im Frauenknast untergebracht zu werden, dort weiter Frauen zu vergewaltigen. Das kennt man aus Schottland. In Schottland wurde ein Selbstbestimmungsgesetz deswegen gestoppt. Prinz Charles hat die Ausfertigung verweigert. Es wäre natürlich unglaublich fantastisch, wenn jetzt unser Bundespräsident verweigern würde, dieses Gesetz zu unterschreiben. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Es bleibt uns gegen das Gesetz zu opponieren. Ich habe die große Hoffnung, dass ein Viertel der Bundestagsabgeordneten sich findet und eine Normenkontrollklage gegen das Gesetz einreicht. Eine Frage habe ich schon, aber dieses Gesetz schafft ja jetzt nicht einen völlig neuen Bestand, eine völlig neue Möglichkeit, sondern es geht ja nur um die Herabsetzung von Hürden. Also man konnte ja auch vorher sein Geschlecht durchaus wechseln mit entsprechenden Gutachten und Richterbeschluss. Es ist richtig, in der Tat. Seit 40 Jahren haben wir dieses transsexuellen Gesetz. Das erlaubt es bereits, diese Fiktion zu erzeugen, dass ein Mann eine Frau sein kann. Allerdings hat das Gesetz sehr, sehr hohe Hürden. Das Verfassungsgericht hat einige von diesen Hürden geschliffen. Die letzten Hürden sind noch diese Gutachten gewesen. Und das Bundesverfassungsgericht und auch der Bundesgerichtshof sagen, an den Geschlechtseintrag muss eine gewisse Ernsthaftigkeit geknüpft sein. Und man muss eigentlich erwarten dürfen, dass das, was da steht, auch der Wahrheit entspricht. Und es darf nicht beliebig sein. Und was jetzt passiert, ist es beliebig. Und jetzt können nicht nur Menschen mit hohem Leiden an ihrem Geschlecht, sondern wirklich jeder Mann und jede Frau, aber vor allen Dingen Männer, können das eben nutzen. Also es gibt immer wieder diese Kritik, die Sie auch gerade formuliert haben. Aber es gibt natürlich auch die durchaus diese Einschätzung von sehr vielen, auch im Bundestag, die sagen, naja, so leichtfertig machen das Menschen aber eigentlich nicht. Und also die Erfahrung zeigt ja nicht unbedingt, dass das ein Massenphänomen wäre, dass man jetzt irgendwie jedes Jahr sein Geschlecht erzeugen kann. Das ist auch ein Teil des Geschlechtes. Es wird auf jeden Fall genutzt. Und es reichen, wenn Sie eine Olympischen Spiele angucken, dann reichen drei männliche Sportler, die sich als Frauen definieren, um die Goldmedaille, die Silbermedaille und die Bronzemedaille den Frauen wegzunehmen. Das ist eine besondere Regelung notwendig, aber das... Nein, insgesamt ist es nicht notwendig, dass man eine Fiktion macht. Das Gesetz gilt, wie gesagt, für alle. Und das Gesetz bestraft alle, die das nicht wollen, also belegt sie mit einer Bußgelddrohung von bis zu 10.000 Euro. Wenn ich jetzt also einen Mann, der sich als Frau definiert, nicht als Frau anspreche, kann der mich anzeigen, weil ich ihn missgendere. Und ich muss Ihnen direkt sagen, ich werde das weiter tun. Also ich werde... Tessa Ganserer ist ein Mann. Tessa Ganserer wird weiter hoffentlich als Mann angesprochen werden. Und wenn es dazu kommt, dass das dann vor Gericht geht, dann werde ich den Prozess durchfechten. Und ich empfehle jeder anderen Frau, wir werden Musterklagen vorbereiten, um dagegen vorzugehen. Wenn das Gesetz nicht anderweitig zu Fall kommt. Also eine sehr konfrontative Haltung. Eva Engelken, bedanke mich für den Besuch im Studio. Ah, so kurz nur. Scheiße, wir haben nicht Kinder. Kurz das im Fernsehen, ja. Wir haben nicht unendlich Zeit, aber danke für Ihren Besuch. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, wir sprechen jetzt noch über Kinder. Okay, alles klar. Deutschlands größter Stahlhersteller, ThyssenKrupp plant tiefe Einschnitte. Rund ein Fünfte der Produktionskapazität soll dabei wegfallen. Wie viele Arbeitsplätze das betreffe, das lasse sich aber noch nicht sagen, teilte der Konzern nach einer Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat mit. Ziel sei es, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Vom Jobabbau bei ThyssenKrupp wäre vor allem Standorte in Nordrhein-Westfalen betroffen. Der Konzern hat da etwa 27.000 Mitarbeiter, die meisten davon am größten europäischen Stahlstandort in Duisburg. Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen darf auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonzo siegte gegen den englischen Premier League Club West Ham United 2 zu 0 und reist mit einem guten Polster zum Rückspiel nach London in einer Woche. Jetzt steht aber erstmal der Kampf natürlich um die Meisterschaft in der Bundesliga an diesem Wochenende an. Wieder ein Sieg der Überflieger aus Leverkusen. Die verrückte Serie geht weiter auch in der Europa League. Überlegen schlägt Bayer Leverkusen West Ham mit 2 zu 0 im Viertelfinal Hinspiel. Teil 1 ist also erstmal geschafft. Wieder eine seriöse Leistung mit Konzentration, mit Geduld, mit gutem Fußball. Teil 2 folgt am Sonntag an der Bundesliga-Spitze. Da hat die Werkself die Chance auf die Meisterparty. Vor allem ist es super. Es ist klar, wenn wir gewinnen, wir sind Meister. Und wir müssen Vollgas geben. 42 Pflichtspiele, schon sind sie ungeschlagen, die Rheinländer. Noch zwei weitere, dann ist der Rekord von Juventus-Turin geknackt. Doch was macht die Mannschaft besonders? Der Teamgeist, die Spielweise, die Zähigkeit. Journalisten und Blogger weltweit schreiben Lobeshymnen auf Leverkusen. Es gibt keine Egoisten, sondern wir kämpfen die Mannschaft. Wir ackern, wir fighten, wir spielen, wir laufen, wir diskutieren auf dem Platz, nehmen den Platz. Und das macht eine Top-Mannschaft aus. Wir wollen natürlich den Fans, die natürlich auch sehr, sehr lange dabei sind, was geben. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für den Verein, für die Fans, für den Spieler, wenn wir hier Geschichte schreiben können. Geschichte mit der ersten deutschen Meisterschaft. Am besten erst am Sonntag, am eigenen Spieltag, sagt der Leverkusener Offensivspieler Jonas Hofmann. Gerade wenn man zum ersten Mal deutscher Meister werden kann, willst du das nicht irgendwie zu Hause auf der Couch mit einem Glas Wasser am Tag, bevor du selber spielst, so Hofmann. Es wäre der erste Meister seit zwölf Jahren, der nicht Bayern München heißt. Viele Kinder werden staunen, dass das möglich sein kann. Kurz unterbrechen, dann gibt es wieder aktuelle Nachrichten hier bei uns. Bis dann. Die Wiesen sind grün und in vielen Regionen blüht der Löwenzahn. Dann dazu zeigt sich das Wetter vor allem im Süden von seiner sehr freundlichen, also oft sonnigen und äußerst milden Seite. Ganz anders dagegen heute der Himmel in Lübeck beispielsweise, wo es aus einer dichten Wolkendecke heraus ab und an nieselt. Auch morgen hat man dann an den Küsten leider wenig Chance auf Sonnenschein. Immerhin wird es meist trocken bleiben. Weiter südlich sind auch einige größere Wolken Lücken möglich. Und von Rheinland-Pfalz und dem Saarland über Baden-Württemberg und auch Bayern kommen sie wieder in den Genuss von viel Frühlingssonne. Entsprechend gibt es auch bei der Anzahl der Sonnenstunden sehr große Unterschiede. An der Ostsee reicht es minimal für drei Stunden. Im Breisgau sind das Ganze zehn Sonnenstunden mehr. Und bei den Höchstwerten gibt es ein noch größeres Gefälle. Also 28 Grad erwarten wir dazu am Oberrhein maximal 13 auf Sylt. Auch noch am Sonntag bleibt es bei diesen großen Temperaturunterschieden. Im Osten ziehen aber, wenn überhaupt, wirklich nur kurze Schauer durch. Dabei legt der Wind an der Nordsee insbesondere dann aber auch zu. Und der leitet dann auch einen Wetterwechsel für die neue Woche ein. Und der wird es dann auch in sich haben. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Da müsste ich erst mal... Willkommen zurück bei Welt. Die Skepsis vorher war groß, doch was einige in dunkelsten Farben vorhergesagt haben, ist nicht eingetreten im Duell. Mario Fug, CDU gegen Björn Höcke, AfD. Wie die Reaktionen in beiden politischen Lagern ausgefallen sind, hat Leonie von Rando zusammengefasst. Watchparty bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Fugt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest und der heißt hier naturgemäß Mario Fugt. Genauso wie im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Ich bin mir sicher, das geht in die Geschichtsbücher. Also das war eine Sternstunde, fand ich, für die CDU. Wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen, die Widersprüche aufsetzen von diesem Typen und dieser Partei. Und nicht nur von Brandmauern reden, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung, die überzeugt und nichts anderes und das war gut. Das sieht der erste und einzige AfD-Landrat in Deutschland anders. Punktsieg für Höcke findet Robert Sesselmann aus dem thüringischen Sonneberg. Weil Herr Höcke immer seriös geantwortet hat, während Herr Vogt solche Begriffe wie Reichskanzler verwandt hat oder aber auch hier als kleiner Wartenbeißer hier ins Rennen gegangen ist. Das hat Herr Höcke nicht nötig. Deshalb ist aus meiner Sicht Herr Höcke der klare Sieger dieses Duells gewesen. Kritik am Wortgefecht zwischen Höcke und Vogt kommt von FDP und Linksparteien Thüringen. Sie finden viel Selbstdarstellung, wenig Inhalt. Was wir da gestern erlebt haben, war ein TV- oder Medienspektakel von zwei Oppositionspolitikern, die wenn überhaupt eins bewiesen haben, nämlich dass sie beide nicht das Format haben, Ministerpräsident für Thüringen zu werden. Weil um die konkreten Ideen für das Land ging es gestern Abend nicht. Aber was wir konkret gegen Schulausfall, was wir konkret für die Dynamisierung der Wirtschaft, was wir am Punkt zur Digitalisierung, was wir für die älter werdende Bevölkerung in Thüringen tun wollen, das blieb außen vor und insofern ist der Thüringer Wähler nicht viel schlauer geworden. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Philippa Vögelding im Deutschen Bundestag. Zwei Landespolitiker haben wir gerade gehört aus Thüringen. Die Reaktionen in Berlin, die politischen Reaktionen, wie fallen die aus? Bisher ehrlich gesagt ziemlich begrenzt. Das wirkt so, als hätte man etwas Angst, sich diesem Thema zu stellen. Wir müssen uns dieser Partei inhaltlich stellen, denn sie hat keinerlei realistische Antworten. So sagte es Friedrich Merz Anfang des Jahres. Und das hat Mario Vogt gestern getan, als erster in so einem Talk-Format, in so einer Öffentlichkeit im Fernsehen. Es ist eindeutig ein erster Schritt in Richtung Umdenken mit dem Umgang der AfD. Dennoch hat zum Beispiel Friedrich Merz sich auch bis jetzt nicht zu diesem Talk geäußert. Trotzdem kann man sich sicher sein, dass hier im politischen Berlin ziemlich viel Aufmerksamkeit auf dieser Auseinandersetzung lag, obwohl die SPD noch zum Boykott des Duells aufrief. Und auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP betonte, sie habe Besseres vor. Doch genau diese Taktik des Ignorierens, diese Taktik der Brandmauer, die hat ja offensichtlich in der Vergangenheit nicht viel gebracht. Die AfD erzielt weiterhin hohe Umfragewerte. In Thüringen kommt sie auf 30 Prozent. Die CDU konnte dem bisher nicht entgegenwirken. Auch deshalb vielleicht die Zusage zu diesem Duell. Ob Björn Höcke sich da gestern entzaubert hat, wie viele es gehofft haben, da scheiden sich die Geister. Höcke-Anhänger sagen, es war ein klarer Sieg für Höcke. Die Kontrahentenpartei CDU hingegen ist auch positiv gestimmt, sagt Höcke sei jetzt geschwächt. Es war eine Sternstunde für die CDU, so Carsten Linnemann. Deutlich wurde, AfD und CDU unterscheiden sich schon recht stark in den wichtigen politischen Fragen aktuell. Abgesehen vom Thema Migration gegen Ende reichte Höcke sozusagen symbolisch die Hand, sagte er, könnte sich eine Koalition in Zukunft vorstellen. Mario Vogt legte das, lehnte das kategorisch ab. Sie sind nicht bürgerlich, sie sind völkisch, so seine Worte. Mario Vogt hat sich hier gestern definitiv einen Namen gemacht. Es bleibt abzuwarten, ob es gereicht hat, um unsichere Bürger wieder auf die Seite der Union zu ziehen. Philippa Vögelding, danke, in den Deutschen Bundestag. So, und mindestens eine Aussage von Björn Höcke beim Welt-TV-Duell. Die hat ein juristisches Nachspiel, die Deutsche Telekom. Widerspricht nämlich dem AfD-Politiker und prüft rechtliche Schritte. Höcke hatte ja behauptet, dass die Telekom vor einigen Jahren den Slogan Alles für Deutschland als Werbespruch verwendet habe. Diese Behauptung sei falsch, so das Unternehmen. Nun beschäftigen sich die Anwälte damit. Bei dem Satz handelt es sich um eine verbotene Losung der sogenannten Sturmabteilung der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. von Bayern bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Wegen Terrorverdacht sitzen mehrere Jugendliche aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft. Sie sind zwischen 15 und 16 Jahre alt. In Schätz seien Anschlagspläne diskutiert worden, heißt es seitens der Polizei. Dort sei es anfangs um Hagen gegangen, später dann auch um Düsseldorf, Dortmund oder Köln, sowie christliche Einrichtungen und Synagogen in Iserlohn. Sandra Saatmann. Sie sollen den islamischen Staat verherrlicht. Anschläge mit Messern und Molotow-Cocktails auf Kirchen, Polizeiwachen und andere Orte geplant haben. Wenn auch noch nichts Konkretes. Ausgetauscht haben sie sich über eine gemeinsame Chatgruppe. Die Mädchen und Jungen, 13 bis 16 Jahre alt, kommen aus Düsseldorf, dem Kreis Ost und dem Märkischen Kreis. Ein Beschuldigter stammt aus Baden-Württemberg. Die Kids haben sich regelrecht vernetzt. Die drei jugendlichen Beschuldigten sollen geplant haben, einen terroristisch motivierten islamistischen Anschlag zu begehen und sich zu diesem bereit erklärt haben. Der Fall zeigt, es sind Teenager, die sich radikalisieren. Vor allem über das Internet und dann auch Anschläge planen. Die Geheimdienste sind alarmiert, denn die Behörden wissen, dass islamistische Terroristen immer zielgenauer unsere Fußball-EM im Sommer ins Visier nehmen. Die Terrormiliz ISPK, die für den Anschlag auf den Konzertsaal in Moskau Ende März und die Anschlagsplanungen auf den Kölner Dom verantwortlich sind, ruft in ihrem Propagandamagazin zu konkreten Anschlägen auf öffentliche Verkehrsmittel und Fußballstadien auf. Und sie rekrutiert offensiv neue junge Täter. Wir müssen schon auch feststellen, dass es in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eine Entwicklung hingibt, dass immer mehr jüngere Tatverdächtige auch in den Fokus geraten, die einen IS-Bezug haben. Und sicherlich können wir da viel über die Gründe reden. Sicherlich hat auch die Corona-Pandemie da Auswirkungen, weil viele Jugendliche, Heranwachsende kein soziales Leben mehr hatten. Schulen waren zu Sportclubs, waren zu anderen Einrichtungen und sich dann auch in Social Media geflüchtet sind. Die drei Teenager sitzen in U-Haft. Derzeit werden vor allem alle ihre Speichermedien ausgewertet. Zwischen 15 und 16 Jahren und bereits so radikalisiert Greta Wagner in Düsseldorf. Was weiß man denn über diese Gruppe von jungen Menschen, die Anschläge geplant haben sollen in Deutschland? Ja, vorhin gab es hier im Innenministerium, vor dem ich jetzt auch stehe, noch einmal eine Pressekonferenz mit dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Und da sind noch mal ein paar mehr Sachen bekannt geworden. Und zwar, wie man überhaupt auf diese Jugendlichen kam. Das Ganze hat so angefangen, dass die 16-jährige Beschuldigte aus Iserlohn zuerst in das Auge der Ermittler gekommen ist, weil sie wohl geplant hatte, auszureisen. Jetzt nicht irgendwo hin, sondern sie wollte sich dem IS, im Islamischen Staat, anschließen, um dort zu kämpfen. Dann hatte man die junge Frau überwacht und ist so auf diese Chatgruppe mit den anderen jungen Menschen gestoßen und hat diese dann weiterhin ausgewertet und ist dann auf diese Nachrichten gestoßen. Und da wurden dann wirklich konkrete Anschlagspläne geschmiedet. Man wolle ja Polizeistationen angreifen oder ja christliche Einrichtungen, Kirchen, auf Christen losgehen mit Messern, mit Molotow-Cocktails. Und als dann die Ermittler diese Nachrichten gesehen haben, dann ging das Ganze auch ganz schnell, dass dann die nächsten Jugendlichen festgenommen wurden. Und auch eine darunter, da ist ein Vater von ihr oder ihr Vater ist nicht ganz unbekannt den Ermittlern. Denn vor sechs Jahren musste er sich schon einmal den Behörden stellen. Es wurde gegen ihn ermittelt wegen Finanzierung einer Terrorzelle. Er soll dem IS finanziert haben mit Spenden. Dann noch ein Jahr später, das war dann vor fünf Jahren, wurde bei einer Autokontrolle bei ihm eine Schusswaffe sichergestellt. Und da haben die Ermittler dann, als das alles klar wurde, als das alles bekannt wurde, sehr schnell zugegriffen, konnten die Teenager festnehmen. Und auch Herbert Reul hat vorhin noch mal hier im Innenministerium den Ermittlern dafür gedankt. Die Ermittlungen sind nicht zu Ende, die dauern noch einen. Aber eins ist klar, auf der einen Seite bin ich froh, dass es gelungen ist, schnell und zielgerichtet die Anschlagspläne zu durchkreuzen. Was mir allerdings zu schaffen macht, ich muss wieder über junge Täter sprechen, Kinder und Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Und sie haben eins gemeinsam. Sie haben sich sicherlich durch extremistische Propaganda rastikalisieren lassen. Wie? Das wird jetzt durch die Sicherheitsbehörden ermittelt. Aber das Internet hat garantiert da auch eine Rolle gespielt, wie ja fast immer. Junge Menschen sind offensichtlich eher ansprechbar, manipulierbar. Und das sehen wir jeden Tag. Übrigens nicht nur im religiösen Fanatismus. Das fängt manchmal auch schon im Klausch. Also Herbert Reul spricht da auch noch einmal davon, dass das Internet eine sehr große Rolle spielt bei den Radikalisierungen. Erst vergangene Woche hat er ja seine Kriminalitätsstatistik für Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Auch da ist die Kriminalität unter Jugendlichen erheblich gestiegen. Und auch dafür war ein Mitgrund ja das Internet, dass es einfach leicht ist, darüber solche Sachen zu verbreiten und dass Kinder und Jugendliche sich davon angezogen fühlen. Was er aber heute noch mal unterstrichen hat, diese ganzen Ermittlungen zwischen dem ersten Auffallen dieses Chats bis hin zu den Festnahmen von allen vier Jugendlichen, die jetzt in Untersuchungshaften sitzen, seien nur fünf Tage vergangen. Und diesmal kam alles von unseren eigenen Sicherheitsbehörden. Und darauf war Herbert Reul heute besonders stolz. Greta Wagner, Dankeschön nach Düsseldorf. Der Bundestag hat für das Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung gestimmt. Das Gesetz soll das Transsexuellengesetz ersetzen. Künftig soll es für trans- und intergeschlechtliche Menschen leichter werden, den Namen oder Geschlechtseintrag zu ändern. Bislang waren dafür zwei psychiatrische Gutachten und ein Gerichtsbeschluss notwendig. Künftig soll eine einfache Erklärung beim Standesamt ausreichen. Das Gesetz soll auch für Minderjährige ab 14 Jahre gelten. Sie benötigen allerdings die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Insbesondere wegen der Regelung für Minderjährige gilt das Gesetz als umstritten und ist auch im Bundestag auf heftige Kritik gestoßen. Seien Geschlecht selbst bestimmen, woker Unsinn oder einfach nur Freiheit. Darüber entscheidet bzw. hat entschieden der Deutsche Bundestag. Wie finden Sie das? Hier ist Ihre Stimme. Also sollte jeder selber entscheiden können auf jeden Fall. Sollte ja auch niemand irgendwie darauf einreden können, wer was, wer ist. Weil wir fühlen uns doch alle im Körper auch irgendwo wohl oder auch nicht. Finde ich einen absolut gerechtfertigten Weg. Finde ich auch interessant, dass es bis 2024 dauert, bis das jetzt mal so verabschiedet wird. Weil das für mich was absolut Zeitgemäßes ist und was, was überhaupt nicht zur Diskussion steht. Ich finde das richtig. Ich finde das auch zeitgemäß. Wir wissen ja, dass es schon immer eine Diskrepanz gab bei manchen Menschen zwischen dem geborenen Geschlecht und der Identität. Wenn sich ein Mensch im falschen Körper fühlt, dann ist das keine Lebensqualität. Und damit ist das eigentlich schon entschieden. Sollten tun lassen, was sie wollen. Ich weiß nicht, ich würde mich darüber nicht groß aufregeln. Ich habe mit solchen Leuten natürlich nichts zu tun. Ich bin äther. Ich denke, dass es da ein gewisses Alter geben muss. Vielleicht im jugendlichen Alter, wo man dann sowas erlauben dürfte. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass jeder selbst entscheiden sollte. Er sollte seine Freiheit dahingehend so erleben und ausleben können, dass man nicht durch rechtliche oder staatliche Grenzen eingeschränkt wird. Meine Meinung ist, dass man es nicht machen sollte. Weil wir wurden ja so erschaffen. Manche sind Frauen, manche sind Männer. Es sollte eigentlich auch so bleiben. Ich denke, wenn es Menschen gibt, die sich nicht mit Mann oder Frau identifizieren können, dann sollten die sich so identifizieren, wie sie es halt können. Von daher finde ich es gut, dass die Freiheit dafür jetzt geschaffen wird. Soweit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihre Stimme. Ich möchte darüber sprechen und zwar mit Hanna Bietke. Sie ist Weltredakteurin vom Ressort Innenpolitik. Das Geschlecht oder den eigenen Vornamen ändern lassen, das wird also künftig einfacher. Was spricht dagegen? Es spricht dagegen, dass es eine Reihe von Schwierigkeiten in sich birgt, dieses Gesetz. Also natürlich ist erstmal nichts dagegen zu sagen. Wir wollen alle in einer liberalen Gesellschaft leben. Es ist auch gut, etwas gegen Diskriminierung zu tun. Aber es betrifft eine Minderheit von Leuten, die diese Diffusion haben in der Identitätsbezogenheit ihres Geschlechts. Und ganz viele können das nicht nachvollziehen. Und besonders schwierig finde ich die Regelung in Bezug auf Minderjährige, die das ja auch per Erklärung selber entscheiden können, welchen Geschlechtseintrag sie künftig haben wollen mit Zustimmung der Sorgeberechtigten. Da gibt es ja genau diese Klausel, dass die Sorgeberechtigten zustimmen müssen. Die haben letztendlich das letzte Wort. Insofern ist es dann nicht ganz so einfach. Was mich ein bisschen irritiert an dem Gesetz, also dieses Jahr fühle ich mich als Mann, nächstes Jahr als Frau. Und deshalb gehe ich übernächstes Jahr hin und sage, ich bin diverse. Naja gut, das müsste man dann den Einzelnen überlassen. Wenn sie einen solchen Wechsel vollziehen wollen, das halte ich nicht für besonders wahrscheinlich, dass das passiert. Dass man jetzt jedes Jahr sein Geschlecht ändert. Nur, dass es die Möglichkeit gibt. Ich meine, das ist doch dann auch wieder eine Art von Bürokratie, dass ich jedes Jahr mein Geschlecht ändern könnte. Die Frage ist nur, wie viel es dann betrifft, ob es dann ein Bürokratieproblem wird. Die Union hat ja kritisiert, das sei auch ein Problem in Bezug auf Kriminalität. Also wenn jetzt jemand Strafhandlungen begangen hat und dann seine Identität wechseln will, dass es dann schwieriger sei, das zurückzuverfolgen. Es gilt nämlich dieses Offenbarungsverbot, das besagt, dass man nicht nachforschen darf, was für eine geschlechtliche Identität man vor dieser Änderung hatte. Allerdings gilt auch, wenn man ein öffentliches Interesse begründen kann und Sicherheitsbehörden können das, dann gilt dieses Verbot nicht. Insofern ist das ein recht schwaches Argument der Union. Die Union sagt aber auch, also wenn wir dann demnächst mal wieder die Regierung stellen, wird das sofort kassiert, das Gesetz. Das ist ja auch so eine Problematik, heute hü, morgen hot. Verlässlichkeit sieht anders aus, über alle Streitpunkte, die es bezüglich dieses Gesetzes gibt. Aber so richtig erschließt sich das nicht. Aber das ist ein ganz normales Agieren der Opposition, dass sie etwas rückgängig machen will, was sie von der Regierung nicht gut heißt. Das finde ich jetzt an sich, damit muss die Demokratie leben, aber tatsächlich ist es für die Bürger keine Verlässlichkeit. Ich finde, dass diese Werf, mit der das Selbstbestimmungsgesetz beworben worden ist, das finde ich ist das Problem. Dass die Auswirkungen für das gesellschaftspolitische Klima, mit der wir das debattieren, wo das so ins Absolute gesetzt wird, das sind die eigentlichen Schäden, die ich darin sehe. Und tatsächlich auch, was die Frage des Jugendschutzes betrifft. Sie haben das jetzt gerade so ein bisschen verharmlost, fand ich, aber ja, mit Zustimmung der Sorgeberechtigten. Aber wenn es da eine Differenz gibt, dann entscheidet letztendlich das Familiengericht. Das ist so festgesetzt. Und man kann auch die Frage stellen, wer ist denn mit 14 nicht durcheinander, was seine eigene Identität betrifft. Ich sehe da keine Notwendigkeit, dass man das so stark ausweitet und mit einem so wirklich großen identitätspolitischen Engagement betreibt. Das hat dem gesellschaftlichen Klima nicht gut getan. Und wir haben so große Herausforderungen, dass die Frage, ist das wirklich so relevant? Das würde ich ja nochmal ganz kurz nachhaken. Warum dann so ein breiter Raum? Weil man so modern ist in dieser Regierung oder weil man sich endlich mal einig ist? Das war ja ein Plan, der gefasst worden ist, bevor all diese verheerenden Krisen eingetreten sind. Das war vor dem Ukraine-Krieg. Das war vor dem Krieg in Israel. Das muss man ein bisschen dabei berücksichtigen. Und die Ampel hat sich nun mal das Motto gegeben, besonders fortschrittlich zu sein. Und das bezog sich eben auch auf gesellschaftspolitische Reform. Ich halte das für die falsche Entscheidung, weil es die Gesellschaft eben überhaupt nicht befriedet hat, sondern geradezu aufgewühlt hat und auch nicht sensibilisiert hat, für ein gesellschaftliches Problem, das ja tatsächlich besteht, weil es eben keinen Kompromisscharakter trägt, dieses Gesetz. Anna Bethke, danke schön für das Gespräch. Danke. Ganz anderes Thema. Man könnte auch laufen, walken, schwimmen gehen. Aber man kann sich dazu natürlich auch Geräte beschaffen. Und wo beschafft man sich die zum Beispiel, den ersten Eindruck, bei der FIBO. Das ist die Fitnessmesse in Köln, die größte ihrer Art überhaupt. Und da kriegt man wirklich alles, was so das Sportlerherz begehrt. Was sind aber die neuesten Trends im Jahr 2024? Greta Wagner, die hat sich umgeschaut. Einen Tag mal so richtig sportlich sein. Auf der weltweit größten Fitnessmesse auch für mich kein Problem. Hier wollen alle mit ihrer Fitness glänzen. Für solche Arme müssen diese Jungs schon fast nicht mehr anspannen. Ja Jungs, was muss ich denn so tun, um so auszusehen wie ihr? Ja, hart trainieren, Eisenbleiben, gut essen, viel Protein vor allen Dingen. So zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Gesagt, getan. Ich versuche es aber erstmal ein bisschen spielerischer. Ein Boxroboter soll mich als erstes ins Schwitzen bringen. Jetzt habe ich zwei Klumphände und damit geht es gleich los. Spielerisch werden hier die Basics des Boxens vermittelt. Gar nicht mal so einfach. Es ist das beste für einen Coach. Wenn man zum Beispiel in einer Gruppe trainiert, kann der Coach neben dem Roboter viel besser erklären und dich so von außen besser trainieren. Kostenpunkt für den automatisierten Boxpartner 34.000 Euro. Training wird auf der FIBO immer häufiger spielerisch umgesetzt. Auf der Rudermaschine à la Mario Kart. Oder ein Training, das nicht nur den Körper, sondern auch das Köpfchen trainiert. Das heißt aber nicht, dass man hier nicht ins Schwitzen kommt. Also das ist schon echt extrem anstrengend. Man muss sich darauf konzentrieren, diese leuchtenden Dinger anzufassen und dabei noch den ganzen Körper anstrengen. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Auf der FIBO wird an jeder Ecke trainiert, was das Zeug hält. 100.000 Besucher kommen dafür jedes Jahr nach Köln und können sich bei knapp 1.000 Ausstellern alles rund um Fitness anschauen. Für mich ist aber nach so viel Training Zeit für etwas Entspannung. Der neu entwickelte Massageroboter massiert jetzt schon mal den Muskelkater weg. Ja, ob das auch funktioniert. So, wir kommen mal zu einer schönen Geschichte aus dem Bereich Tiere, Tierwelt. Hören Sie mal. Das klingt doch, Mensch, da kommt doch die Polizei oder die Feuerwehr. Nein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nein, ist eben dieser Vogel, den man da so schemenhaft sieht, sinkt im Baum wie eine Polizeisirene, wie ein Einsatzwagen der nahegelegenen Polizeistation. Das Video hat jetzt die Polizei von Thames Valley in Großbritannien auf X veröffentlicht, betont, dass es sich nicht um einen verspäteten April-Scherz handeln würde. Offensichtlich hat der Vogel die abfahrenden Polizeiwagen mit ihren Signalen einfach mal nur imitiert. Jetzt ist also der ganze Tag Alarm in Thames Valley bei Oxford. Gute Nachricht des Tages haben wir auch noch für Sie. Die Deutschen verzichten immer häufiger auf Fleisch, Alkohol und Süßigkeiten. Vor allem während der vergangenen Fastenzeit wurden fast 10% weniger Alkohol, 3,6% weniger Fleisch, 5,6% weniger Süßwaren und Knabbereien verkauft als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Das zeigen Daten der Supermarktkassen, die das Statistische Bundesamt ausgewertet hat. Anfang des Jahres, wo traditionell die guten Vorsätze umgesetzt werden, fiel der Verzicht sogar noch größer aus. Offenbar scheinen sich die Bundesbürger zumindest zu Beginn des Jahres 2024 bewusster zu ernähren und auf ungesunde Genüsse zu verzichten. So, gleiche weitere Meldungen hier bei Welt nochmal mit einem Blick zurück auf das TV-Duell von gestern Abend hier im Studio. Bleiben Sie dran. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird. Aktuell mit rund 30 Prozent noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikalpopulistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Ne, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nein, noch mal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst noch mal... Ich kann Sie Ihnen noch mal vorlesen, gerne. Soll ich Sie noch mal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns das auch noch an. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein großer Unterschied. Nein, nein, völkisch. Ich habe kein Problem mit dem Begriff völkisch. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsminister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend. Sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Lieberaums. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wäre so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gäbe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Auch an diesem Thema hier wird gearbeitet. Nun sagt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann, dass er Betroffenen verspricht, massive Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages werde, Zitat, das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nichtbinären Menschen spürbar erleichtern und verbessern. Das sagte er dem Redaktionsnetwerk Deutschland. Mit dem neuen Gesetz behandelt der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als mündige Menschen. Herzlich willkommen zu unserem Börsenüberblick. Inflationssorgen in den USA sind das Thema der Woche. Nachdem die Inflationsdaten Mitte der Woche stärker gestiegen waren als erwartet. Noch heute gibt es Preisdaten, nämlich die Importpreise. Auch die steigen stärker als erwartet. Und das unter anderem drückte Dow Jones heute. Wir sehen die Verluste, die sich etwas ausgeweitet haben. In der letzten Stunde ein Minus von 0,9 Prozent. Zudem belasten auch noch die Bankbilanzen. Die haben heute die Bilanzsaison eröffnet im Dow Jones. JP Morgan enttäuscht mit dem Ausblick, ist größter Verlierer im Dow Jones. Und die Wall Street, die drückt auch den DAX ins Minus. Der hat eigentlich hoffnungsvoll heute begonnen über der Marke von 18.000 Punkten. Aber dann haben wir erst diese Marke verloren und jetzt sind wir auch noch ins Minus gerutscht mit 0,4 Prozent. Denn zu diesen Inflationssorgen kommen auch noch geopolitische Sorgen. Die zeigen sich beim Ölpreis vor allem. Es gibt wieder verstärkte Sorgen. Es könnte zu einer direkten Konfrontation zwischen dem Iran und Israel kommen. Das treibt unter anderem den Ölpreis um 2,3 Prozent. Und das wiederum nährt natürlich auch wieder die Inflationssorgen. Und diese geopolitischen Sorgen, die zeigen sich auch beim Goldpreis. Das ist ja auch ein Krisenindikator und Gold steigt jetzt kräftig an. Heute zum ersten Mal über die Marke von 2.400 Punkten. Und es geht weiter nach oben über dieser Marke. Aktuell bis auf 2.428 sogar neue Allzeithochs in diesem Bereich. Ein Plus von 2,2 Prozent. Das alles werden wir ausführlich diskutieren. Dann gleich 17.45 Uhr bei Defner & Schäpitz unsere Show zum Wirtschaftspodcast. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Jetzt erst die neuesten Nachrichten mit Max Oppel. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Das Duell Vogt gegen Höcke hier bei uns am Abend hat ja ein riesiges Echo ausgelöst. Würde der CDU-Mann dem AfD-Rechtsaußen Paroli bieten? Das war die spannende Frage am Anfang. Und man kann sagen, ja, das hat er. Bundesweit aber besonders in Thüringen dürfte der Schlagabtausch länger nachwirken. Dort wird schließlich am 1. September dann ein neuer Landtag und ein neuer Ministerpräsident gewählt. Reaktionen, vor allem von den politischen Rivalen, ließen auch nicht lange auf sich warten. Leonie von Rando fasst sie zusammen. Watch Party bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest. Und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Genauso wie im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Ich bin mir sicher, das geht in die Geschichtsbücher. Also das war eine Sternstunde, fand ich, für die CDU. Wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen, die Widersprüche aufsetzen von diesem Typen und dieser Partei. Und nicht nur von Brandmauern reden, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung. Die überzeugt und nichts anderes und das war gut. Das sieht der erste und einzige AfD-Landrat in Deutschland anders. Punktsieg für Höcke findet Robert Sesselmann aus dem thüringischen Sonneberg. Weil Herr Höcke immer seriös geantwortet hat, während Herr Vogt solche Begriffe wie Reichskanzler verwandt hat oder aber auch hier als kleiner Wadenbeißer hier ins Rennen gegangen ist. Das hat Herr Höcke nicht nötig. Deshalb ist aus meiner Sicht Herr Höcke der klare Sieger dieses Duells gewesen. Kritik am Wortgefecht zwischen Höcke und Vogt kommt von FDP und Linksparteien Thüringen. Sie finden viel Selbstdarstellung, wenig Inhalt. Was wir da gestern erlebt haben, war ein TV- oder Medienspektakel von zwei Oppositionspolitikern, die wenn überhaupt eins bewiesen haben, nämlich dass sie beide nicht das Format haben, Ministerpräsident für Thüringen zu werden, weil um die konkreten Ideen für das Land ging es gestern Abend nicht. Aber was wir konkret gegen Schulausfall, was wir konkret für die Dynamisierung der Wirtschaft, was wir am Punkt zur Digitalisierung, was wir für die älter werdende Bevölkerung in Thüringen tun wollen, das blieb außen vor. Insofern ist der Thüringer Wähler nicht viel schlauer geworden. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Mehr zu diesem Thema gibt es ab 17.15 Uhr hier im Weltspezial nach dem TV-Duell. Reaktionen Sieger und Verlierer. Die Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt. Der Bundestag hat sie gebilligt. Nun, mit der Bezahlkarte können zum Beispiel Lebensmittel bezahlt werden. Die Abhebung von Bargeld wird aber eingeschränkt und Überweisungen ins Ausland werden sogar unmöglich. Im Bundestag ging es jedoch nur um die rechtliche Grundlage. Viele Details dieser Bezahlkarte sind noch offen. Jedes Bundesland kann dafür sich selbst Einzelheiten festlegen. Und auch dies im Parlament beschlossen. Das Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung kommt. Das Gesetz soll das transsexuelle Gesetz ersetzen. Künftig soll es für trans- und intergeschlechtliche Menschen leichter werden, den Namen oder Geschlechtseintrag zu ändern. Bisher waren dafür zwei psychiatrische Gutachten und ein Gerichtsbeschluss notwendig. Künftig soll eine einfache Erklärung beim Standesamt ausreichen. Das Gesetz soll auch für Minderjährige ab 14 Jahren gelten. Sie benötigen allerdings die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Insbesondere wegen der Regelung für Minderjährige gilt dieses Gesetz als umstritten und ist auch im Bundestag auf Gegenwind gestoßen. Unter dem Motto Wir klagen an hat in Berlin der umstrittene dreitägige Palästina-Kongress begonnen. Die Polizei hat sich auf mögliche antisemitische und israelfeindliche Straftaten vorbereitet. Die Veranstalter werfen der Bundesregierung mit Schuld an einem angeblichen Genozid an den Palästinensern vor. Vor dem Tagungshaus versammelten sich Demonstranten mit Israel-Fahnen und Plakaten. Sie werfen den Veranstaltern vor, Verbindungen zu Führungspersönlichkeiten und Institutionen der Hamas-Terroristen zu pflegen. Unter anderem hatte die Berliner CDU zu Protesten gegen diese Veranstaltung aufgerufen. Selbst der Innenminister von Nordrhein-Westfalen ist fassungslos. Vier Jugendliche aus NRW und Baden-Württemberg sollen einen islamistischen Terroranschlag geplant haben. Zwei von ihnen sind Mädchen. Jetzt sitzen sie in U-Haft. Niemand ist da älter als 16. Die Ermittler sind sich sicher, islamistische Influencer richteten sich inzwischen gezielt im Internet an. Und ganz besonders eben an Jugendliche, Markus Tüxen, berichtet. Sie sind erst 15 und 16 Jahre alt. Vier Jugendliche sollen Terroranschläge auf Kirchen, Polizeiwachen und andere Orte geplant haben. Unter anderem in Hagen, Düsseldorf, Dortmund und Köln. Ausgetauscht haben sie sich über eine Chatgruppe. Im Fokus der Ermittler eine 16-Jährige aus Iserlohn im Märkischen Kreis und eine 15-jährige deutsche Marokkanerin aus Düsseldorf. Sie standen im Kontakt mit zwei gleichaltrigen Jungs aus dem Kreis Soest und dem Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Sowohl die Düsseldorferin als auch die Iserlohnerin wurden vorläufig festgenommen. Die Anschlagsplanungen wurden im Chat übrigens weiter diskutiert und konkretisiert sogar. Nunmehr standen auch christliche Einrichtungen und Synagogen in Iserlohn im Fokus. Der Fall zeigt erneut, wie sich inzwischen selbst Teenager vor allem über das Internet radikalisieren und auch Anschläge planen. Geheimdienste gehen davon aus, dass islamistische Terroristen auch die Fußball-EM im Sommer ins Visier nehmen. Die Terrormiliz ISPK, verantwortlich für den Anschlag auf den Konzertsaal in Moskau Ende März, plante auch Anschläge auf den Kölner Dom. Vor allem im Internet suchen die Terroristen offensiv nach neuen, sehr jungen Tätern. Wir wissen, dass Rechtsextreme, aber eben auch der IS ganz klar auch im Social Media Leute rekrutiert, da eigene Wahrheiten schafft. Und das muss uns eine Warnung sein. Wir reden jetzt hier über Teenager, die prinzipiell auch staatsgefährdene Straftaten verüben. Also das ist jetzt kein Kaugummi-Clown, das sind hochgefährliche Sachen und da stehen Menschenleben auf dem Spiel. In Nordrhein-Westfalen konnten die Ermittler die Terrorpläne, die in den Chats konkret diskutiert wurden, jetzt vereiteln. Alle vier Teenager kamen in Untersuchungshaft. Weitere Meldungen des Tages haben wir jetzt für Sie zusammengefasst in 80 Sekunden. Sinkende Preise bei Lebensmitteln und Energieprodukten haben die Inflation in Deutschland den zweiten Monat in Folge gedämpft. Das Statistische Bundesamt gab für März eine Inflationsrate von 2,2 Prozent im Jahresvergleich bekannt. Im Februar hatte die Teuerung noch bei 2,5 Prozent gelegen. Für das ganze Jahr erwarten die Wissenschaftler eine Inflation von 2,3 Prozent nach 5,9 Prozent im Vorjahr. Israel hat nach eigenen Angaben erste Hilfslieferungen über einen neuen Grenzübergang zum stark zerstörten Norden des Gazastreifens gebracht. Das Land hatte zuvor unter zunehmendem internationalem Druck, insbesondere der USA, angekündigt, die Lieferung von deutlich mehr Hilfsgütern in das umkämpfte Palästinensergebiet zu erleichtern. Der estnische Innenminister Lauri Lennemetz will das Moskauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche als terroristische Organisation einstufen. Es führe einen heiligen Krieg gegen die westliche Welt und unterscheide sich damit nicht von islamischen Terroristen, so Lennemetz. Nach fast fünf Jahren Wiederaufbau bekommt die Kathedrale Notre-Dame in Paris ihr ikonisches Aussehen zurück. Sie wurde bei einem Brand 2019 schwer beschädigt. Jetzt arbeiten rund 500 Handwerker täglich auf der Baustelle, um die Kathedrale vollständig wiederherzustellen. Bundesliga-Spitzenratter Bayer Leverkusen darf auch in der Europa League weiter vom Titel träumen. Die Mannschaft von Trainer Xavi Alonso siegte gegen den englischen Premier League Club West Ham United 2 zu 0 und reist mit einem guten Polster zum Rückspiel nach London in einer Woche. Jetzt steht aber erstmal der Kampf um die Meisterschaft an diesem Wochenende an. Wieder ein Sieg der Überflieger aus Leverkusen. Die verrückte Serie geht weiter auch in der Europa League. Überlegen schlägt Bayer Leverkusen West Ham mit 2 zu 0 im Viertelfinal-Hinspiel. Teil 1 ist also erstmal geschafft. Wieder eine seriöse Leistung mit Konzentration, mit Geduld, mit gutem Fußball. Teil 2 folgt am Sonntag an der Bundesligaspitze. Da hat die Werkself die Chance auf die Meisterparty. Die Freude ist super. Es ist klar, wenn wir gewinnen, wir sind Meister. Und wir müssen Vollgas geben. 42 Pflichtspiele, schon sind sie ungeschlagen, die Rheinländer. Noch zwei weitere, dann ist der Rekord von Juventus Turin geknackt. Doch was macht die Mannschaft besonders? Der Teamgeist, die Spielweise, die Zähigkeit. Journalisten und Blogger weltweit schreiben Lobeshymnen auf Leverkusen. Es gibt keine Egoisten, sondern wir kämpfen die Mannschaft, wir ackern, wir fighten, wir spielen, wir laufen, wir diskutieren auf dem Platz, neben dem Platz. Und das macht eine Top-Mannschaft aus. Wir wollen natürlich den Fans, die natürlich auch sehr, sehr lange dabei sind, was geben. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für den Verein, für die Fans, für den Spieler, wenn wir hier Geschichte schreiben können. Geschichte mit der ersten deutschen Meisterschaft. Am besten erst am Sonntag, am eigenen Spieltag, sagt der Leverkusener Offensivspieler Jonas Hofmann. Gerade wenn man zum ersten Mal deutscher Meister werden kann, willst du das nicht irgendwie zu Hause auf der Couch mit einem Glas Wasser am Tag, bevor du selber spielst, so Hofmann. Es wäre der erste Meister seit zwölf Jahren, der nicht Bayern München heißt. Viele Kinder werden staunen, dass das möglich sein kann. Und noch dies, es war eine Rettung, wie sie sonst eigentlich nur in Hollywood-Filmen stattfindet. Auf einer pazifischen Insel in Mikronesien legten drei Männer das Wort Help, also Hilfe, aus Palmenwedeln in den Sand, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Gruppe war am Ostersonntag mit dem Schiff aufs Meer gefahren und wurde schiffbrüchig. Nach einer langen Suche konnte die westamerikanische Küstenwache die Männer durch ihren Schriftzug ausfindig machen und in Sicherheit bringen. Tja, das ist doch wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für den Moment. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter mit aktuellem Alles, was Sie wissen müssen. Bis dann. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozial am Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke, Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht. Aber ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich. Er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Stopp. Darauf hat Ihr in S doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht 2017 auch noch. Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein Völkisches. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsmister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend. Sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wird ja so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gebe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Auch an diesem Thema hier wird gearbeitet. Nun sagt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann, dass er Betroffenen verspricht, massive... Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt zu unserem Weltspezial zum großen TV-Duell hier gestern Abend. Es war ein absolutes Novum in der deutschen Fernsehgeschichte, das Duell zwischen Björn Höcke und Mario Vogt. Das ganze Land diskutiert über die wichtigsten Aussagen des Kampfes zwischen den Thüringern Spitzenpolitikern. Und das wenige Monate vor der Landtagswahl in dem Bundesland. Im Vorfeld hat das ein geteiltes Echo gegeben. Soll man dem AfD-Mann und als rechtsextrem eingestuften Höcke eine Bühne im Fernsehen geben? Wir haben die Reaktionen am Tag danach zusammengefasst. Watch-Party bei der Jungen Union in Weimar. Gebannt verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsorganisation den Schlagabtausch zwischen ihrem Landesvorsitzenden Mario Vogt und AfD-Mann Björn Höcke. Für sie steht der Sieger fest. Und der heißt hier naturgemäß Mario Vogt. Genauso wie im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Ich bin mir sicher, das geht in die Geschichtsbücher. Also das war eine Sternstunde, fand ich, für die CDU. Wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen, die Widersprüche aufsetzen von diesem Typen und dieser Partei. Und nicht nur von Brandmauern reden, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung, die überzeugt und nichts anderes. Und das war gut. Das sieht der erste und einzige AfD-Landrat in Deutschland an. Das Punktsieg für Höcke findet Robert Sesselmann aus dem thüringischen Sonneberg. Weil Herr Höcke immer seriös geantwortet hat, während Herr Vogt solche Begriffe wie Reichskanzler verwandt hat oder aber auch hier als kleiner Wartenbeißer hier ins Rennen gegangen ist. Das hat Herr Höcke nicht nötig. Deshalb ist aus meiner Sicht Herr Höcke der klare Sieger dieses Duells gewesen. Kritik am Wortgefecht zwischen Höcke und Vogt kommt von FDP und Linksparteien Thüringen. Sie finden viel Selbstdarstellung, wenig Inhalt. Das, was wir da gestern erlebt haben, war ein TV- oder Medienspektakel von zwei Oppositionspolitikern, die, wenn überhaupt, eins bewiesen haben, nämlich, dass sie beide nicht das Format haben, Ministerpräsident für Thüringen zu werden, weil um die konkreten Ideen für das Land ging es gestern Abend nicht. Aber was wir konkret gegen Schulausfall, was wir konkret für die Dynamisierung der Wirtschaft, was wir am Punkt zur Digitalisierung, was wir für die älter werdende Bevölkerung in Thüringen tun wollen, das blieb außen vor. Insofern ist der Thüringer Wähler nicht viel schlauer geworden. Unterschiedliche Meinungen, hitzige Debatten und der Wahlkampf in Thüringen hat gerade erst begonnen. Unser Reporter Steffen Schwarzkopf, der war in Erfurt. Er hat sich umgehört, wie das TV-Duell bei den Menschen dort in der Landeshauptstadt in Thüringen ankam. Also wir erleben heute tagsüber hier in der thüringischen Landeshauptstadt das, was wir auch unmittelbar nach dem TV-Duell gehört haben. Sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen, natürlich auch je nach Parteizugehörigkeit. Wir haben mit den Menschen hier auf den Straßen gesprochen, waren aber auch am Landtag beispielsweise. Von der Linkspartei heißt es da, gestern habe es keinen Gewinner beim TV-Duell gegeben, sondern nur zwei Verlierer, Björn Höcke und Mario Vogt. Und ansonsten wird das natürlich hier weiter diskutiert. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem älteren Herrn hier zu sprechen. Er wollte nicht vor die Kamera, aber sagte zu mir, habe gestern beim TV-Duell gebebt vor Wut, weil Björn Höcke so viele Lügen verbreitet habe. Also diese Reaktionen haben wir, aber dann haben wir auch mit AfD-Anhängern gesprochen, die sagen, Björn Höcke war da ausgesprochen souverän, sehr staatsmännisch, sehr inhaltlich sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob wirklich jetzt hier Wähler von der einen Seite auf die andere Seite ins andere Lager wechseln würden aufgrund dieses TV-Duells. Ich bin mir aber sicher, dass noch in den nächsten Wochen und Monaten darüber gesprochen wird. Der Wahlkampf, der nimmt langsam Fahrt auf, nicht nur der Kommunalwahlkampf. Ende Mai wird ja gewählt, sondern dann vor allem auch in Richtung 1. September. Dann wird sich natürlich alles mehr auf die Straßen verlagern. Björn Höcke, Mario Vogt, beide werden natürlich dann viel hier unterwegs sein, auf den Straßen unterwegs sein, mit den Menschen sprechen, versuchen, sie zu überzeugen. Also all das wird noch passieren. Aber eins ist sicher, das Duell, das wird weiter ausgewertet, hier auf den Straßen, aber natürlich genauso auch in den Parteizentralen. Zufrieden zeigt man sich auch bei der Bundes-CDU. Generalsekretär Carsten Linnemann bezeichnet Vogts Kurs als mutig und goldrichtig. Mein Kollege Achim Unser hat Linnemann heute am Mikrofon. Das TV-Duell Vogt gegen Höcke, das sorgt für Aufmerksamkeit, auch hier im Bundestag. Und darüber spreche ich mit Carsten Linnemann, im CDU-Generalsekretär. Guten Tag, Herr Linnemann. Wo haben Sie das Interview gestern gesehen? Guten Morgen, Herr Unser. Wir waren im Adenhaus, bei uns in der CDU-Zentrale. 30 Leute, Truppe aus Thüringen war da, Unterstützer von Mario Vogt, aber auch viele Socializer. Wir haben das dort geschaut, Pizza gegessen, war gut. Und die Stimmung können Sie noch mal ein bisschen beschreiben? Am Anfang vielleicht ein bisschen nervös und dann merkte man, okay, es läuft ganz gut? Ja, ich war super angespannt, bin ich da auch ganz ehrlich. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die hinterher sagen, nee, es war alles klar, war ich angespannt. Und mir ging es danach richtig gut, weil das war insofern ein Fest, weil ich bin mir sicher, das geht in die Geschichtsbücher. Ja, also das war eine Sternstunde, fand ich, für die CDU. Und auch mich persönlich hat es betroffen gemacht. Ich meine, man ist ja auch Bürger, man ist ja nicht nur Politiker, ja, dass da jemand steht als Geschichtslehrer, der SA-Parolen nicht kennt, selbst wenn du da sagst, geschenkt, und dann noch drei Wochen später das wiederholt, was die SA da paroliert hat. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter und solche Typen dürfen nicht eine Sekunde in Deutschland Verantwortung übernehmen. Und das wurde gestern deutlich. Es gab im Vorfeld ja auch Kritik, dass man gesagt hat, man bietet Herrn Höcke da eine Bühne und Mario Vogt würde ihm eine Bühne geben und ihn sozusagen auch einführen auf großem Parkett. Diese Vorbehalte, gegen die musste sich Mario Vogt vorher erst einmal wehren. Wie sehen Sie sich jetzt in der Nachbetrachtung? Ja, jahrelang hat man ja nur von Brandmauern gesprochen. Also irgendwie hat das nicht funktioniert, oder? Also ich finde seit Jahren, dass es richtig ist, sie sachlich und inhaltlich zu stellen und auf die Bühne zu holen. Und gestern hat Mario Vogt gezeigt, dass das genau der richtige Weg ist. Wir müssen inhaltlich uns auseinandersetzen, die Widersprüche aufsetzen von diesem Typen und dieser Partei und nicht nur von Brandmauern reden, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung, die überzeugt und nichts anderes und das war gut. Die anderen Parteien, gerade in Thüringen, haben gesagt, nee, sollte man eigentlich jetzt nicht machen. Die SPD hat sogar gesagt, schaut lieber was anderes, schaut euch nicht dieses Duell an. Ist das Verhalten der anderen Parteien insofern eines, wo sie sagen, denkt drüber nach, macht es auch? Ist alles gut und schön, was andere Parteien sagen und was kommentiert wird etc. Wir müssen einfach bei uns bleiben und nicht darauf achten, was andere sagen oder was vielleicht gerade innen ist oder was der Zeitgeist ist, sondern was ist unsere Überzeugung? Und meine Überzeugung ist, dass wir Menschen mit Anstand miteinander umgehen, aber in der Sache hart streiten. Und da müssen wir uns auch stellen und nicht wegducken. Und wenn dann noch dabei rauskommt, ja, so ein Duell wie gestern, ja, wo da jemand steht und Zitate nicht mehr kennt, die er selbst gegeben hat, Personen nicht mehr kennt, da muss jedem in Deutschland klar werden, dass solche Typen keine Verantwortung übernehmen dürfen. Und gleichzeitig hat Herr Fucht ja auch gesagt, dass auch wir Fehler gemacht haben. Das gehört doch dazu. Also auch meine Partei muss sagen, was haben wir in den letzten Jahren falsch gemacht? Wo sind Fehler passiert? In der Energiepolitik, in der Migrationspolitik. Das ist nicht schlimm, wenn man mal Fehler macht, mal hinfällt. Man darf sie nur nicht ein zweites Mal machen. Und deshalb haben wir uns ja neu aufgestellt. Deshalb gibt es jetzt ein neues Grundsatzprogramm. Und deswegen wollen wir jetzt volle Kraft voraus und nicht immer nach rechts schauen, links schauen, sondern nur nach vorn. Wenn man in die sozialen Medien schaut, dann bekommt man vor allem mit, dass viele in der AfD dann sagen, Höcke war der Sieger, das hat gar nichts gebracht und so weiter. Also drei gegen einen auch und trotzdem war er der Sieger. Wie haben Sie da die Hoffnung, dass Sie vielleicht möglicherweise sozusagen an diese glühenden AfD-Anhängern doch noch irgendwie rankommen mit Ihren Argumenten? Also diejenigen, die da vertieft AfD wählen, ich glaube, da hat man gestern jetzt nicht jemanden zurückgeholt. Aber es gibt ja auch viele Frustrierte, die gesagt haben, ich bin unzufrieden mit der aktuellen Politik. Und ich glaube, dass man in dem Bereich, aber auch im Bereich der Nichtwähler Menschen überzeugen kann, wieder Union zu wählen. Und deswegen ist es auch meine Aufgabe als Generalsekretär, nicht zu sagen, was die Regierung schlecht macht, sondern wir müssen vielmehr sagen, was wir besser machen. Dann kommen wir da raus. Wir wollen die Zukunft Deutschlands gewinnen. Und ich weiß, welche Herausforderungen es gibt. Und das geht nur, wenn wir professionell unterwegs sind mit klaren Plänen. Die haben wir jetzt. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir noch weiter an Vertrauen gewinnen. Letzte Frage. Haben Sie noch mit Mario Vogt danach gesprochen? Wie hat er das Ganze empfunden? Wir haben uns danach getroffen, haben auch angestoßen, haben noch eine Flasche Bier zusammen getrunken. Und man hat einfach gemerkt bei ihm, dass der Druck einfach abgefallen ist. Er war hochzufrieden, aber ich kenne das ja selber nicht in dieser Dimension. Also so einen Druck habe ich noch nie gespürt, den er gespürt hat. Aber er ist dann irgendwann ins Hotel und da muss er auch mal eine Stunde alleine sein und auch einfach mal sein Handy weglegen und das mal sacken lassen. Aber das muss man ja auch menschlich einfach mal verarbeiten. Der Druck war enorm. Er hat den Stand gehalten. Wirklich Chapeau und Respekt. Eine tolle Persönlichkeit. Vielen Dank. Soweit Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär und wie wir es ja gerade gehört haben, hochzufrieden mit dem Verlauf des gestrigen Duells und mit der Performance von Mario Vogt. Das Duell ist auch das Thema heute im Netz. Sei es in den sozialen Medien oder in den herkömmlichen Medien. Und mein Kollege Paul Klimzing hat die Reaktionen aus dem Netz zusammengetragen. Also alleine unter den Hashtags Höcke, Vogt und TV-Duell, die waren ganz oben auf der Eckseite als die Begriffe, die am meisten gesucht wurden. Und da kamen über 100.000 Kommentare zusammen. Und ich habe mir das gestern Abend auch angesehen und habe bemerkt, dass es doch sehr ausgeglichen ist. Es gibt viele positive Höcke-Kommentare, aber auch viele positive Vogt-Kommentare. Das Ganze hat sich dann aber sehr schnell gewendet. Wenn man heute Morgen oder jetzt im Laufe des Tages auch auf die Kommentare bei Twitter guckt, dann ist das doch sehr AfD-lastig. Wir haben das auch ein bisschen hier mal gekennzeichnet. Eins fällt dann doch auf, dass viele der AfD-treuen Fans ihren Namen dann nicht bekannt geben. Aber es gibt wirklich eine große Flut an Kommentaren von der AfD-Seite. Wieso das Ganze? Naja, man weiß ja, die AfD ist ja ganz gut auf sozialen Netzwerken unterwegs, beispielsweise eben auch auf Twitter. Höcke hat beispielsweise über 100.000 Follower. Herr Vogt nur etwa um die 9000. Soviel zu Ex. Wir blicken jetzt auf die Tageszeitungen, denn Journalisten in ganz Deutschland haben natürlich auch auf dieses Duell geblickt. Und in dem Fall haben wir mal die Süddeutsche Zeitung herausgehoben. Hier schreibt man über Mettbrötchen und NS-Parolen. Über Mettbrötchen, da komme ich gleich noch darauf hin. Und in dem Fall jetzt noch mal Bild, gleich drei Titel hier zu sehen. Unter anderem wird aber auch hier Herr Vogt gelobt, weil er Höcke in die Ecke treibt. Gleiches sieht auch die Frankfurter Allgemeine. Die schreibt, Vogt's Experiment ist gelungen. Und dann noch ein Artikel in dem Fall vom Spiegel. Und jetzt sind wir wieder bei den Mettbrötchen. Da gab es nämlich eine Situation im Duell. Und wie genau die aussieht, da wollen wir jetzt noch mal reinhören. Was ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine Gehacktesbrötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... In Thüringen heißt das Gehacktes, wenn Sie sich in der Hand auskennen. Ich habe gerade gesagt Gehacktesbrötchen. Nee, Sie haben nicht gesagt. Es ist auch völlig egal. Im Eichsfeld sagen wir Gehacktes. Ich habe dann auch noch mal übersetzt Mett, weil nicht jeder Gehacktes versteht. Das sollen Sie mir doch zugestehen. Wir haben an dieser Stelle auch mal... Also neben den vielen ernsten Themen, die hier auch besprochen wurden, versuchte dann in diesem Fall Herr Vogt dann auch Herrn Höcke in die Enge zu treiben. Vor allem, naja, was das Heimatgefühl anbelangt. Und auch die CDU Thüringen hat gleich gepostet, na, wer kennt seine Heimat denn jetzt besser? Das heißt hier bei uns Gehacktes. Und das Ganze zieht noch weitere Kreise, denn selbst Herr Ramelow hat ja im Vorfeld gesagt, er will sich zu diesem TV-Duell gar nicht äußern, hat es jetzt aber doch gemacht. Er war nämlich heute bei einer Veranstaltung und hat nämlich dann Folgendes zu dem Thema Gehacktes gesagt. Es war der 1. Juli 1970. Da habe ich meinen ersten Ausbildungstag im Lebensmitteleinzelhandel absolviert. Habe meine Berufsausbildung gemacht. Bin später dualer Ausbilder geworden. Das heißt, Berufsausbildung ist meine Leib- und Magenangelegenheit. Und ich könnte jetzt fachlich den Unterschied zwischen Gewiegtem, Gehacktem und Met erläutern, falls jemand Bedarf dazu hat. Es gibt aber offenbar auch ein juristisches Nachspiel, denn die Deutsche Telekom widerspricht dem AfD-Politiker. Höcke hatte behauptet, dass die Telekom vor einigen Jahren den Slogan Alles für Deutschland als Wehrbespruch verwendet habe. Diese Behauptung sei falsch, so dass Unternehmen und rechtliche Schritte würden geprüft. Der Satz wurde von der sogenannten Sturmabteilung der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP verwendet. Weil Höcke die Parole in einer Rede verwendet haben soll, muss er sich jetzt vor Gericht verantworten. Sie haben ja vorhin den Holocaust als Schande bezeichnet. Das haben Sie vorhin getan. Warum verwenden Sie dann in öffentlichen Reden die SA-Parole, die ich jetzt wörtlich zitiere, alles für Deutschland? Ich habe gerade schon daran erinnert, dass wir in Deutschland Menschen haben, die fordern Deutschland Verrecke. Nie wieder Deutschland, Bomber, Harris, do it again. Und die die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Das ist in Deutschland nicht strafbar. Wenn aber ein Politiker im Rahmen einer Wahlkampfrede, das war glaube ich 2021 in Sachsen-Anhalt bei den Parteifreunden. Und das Wahlkampfmotto lautete, alles für unsere Heimat. In einer freien Rede, am Ende seiner freien Rede, letztlich America First von Donald Trump, frei interpretierend und ins Deutsche übertragend, durchdekliniert, alles für unsere Heimat, das Wahlkampfmotto, alles für Sachsen-Anhalt, alles für DÖ. Und ich sage jetzt alles für DÖ, weil allein die Nennung des Wortes Deutschland mir wahrscheinlich schon wieder den nächsten Prozess einbringen würde. So weit sind wir mittlerweile gekommen in Deutschland. Nein, so weit sind wir nicht gekommen. Aber das ist Geld in Deutschland schon eingeschränkt. Wollen Sie damit auch... Nein, nochmal, jeder Bürger draußen weiß, dass das keine NS-Parole ist. Ja, aber Sie wussten nicht... Ludwig II. von Bayern... Nein, ich wusste es nicht. Sie wussten nicht, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Also mit Verlaub. Wussten Sie es nicht? Ich frage Sie. Sie wussten nicht, als Sie diese Rede gehalten haben, dass alles für Deutschland eine SA-Parole ist? Ludwig II. von Bayern. Bis Franz Beckenbauer haben diese Parole benutzt. Die Telekom hat mit dieser Parole Werbung gemacht. Diese Parole stand noch bis vor wenigen Jahren als Inschrift an einem Feuerwehrhaus in Brandenburg. Nein, ich wusste es nicht. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Oliver Lembke. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Bochum. Ich grüße Sie. Hallo. Wer geht denn für Sie als Gewinner aus diesem Duell hervor? Gibt es für Sie einen Gewinner? Ja, relativ klar hat das Format gewonnen. Es ist deutlich geworden, dass die Skeptiker, die gedacht haben, oh Gott, man darf dem Höcke keine Plattform bieten, dass sie sich geirrt haben. Man muss ihm eine Plattform bieten, um deutlich zu machen, dass der Populismus an seine Grenzen gerät. Wenn man in einer Situation von Rede und Widerrede, mal unterhaltsam, mal krawallig, einfach die Parolen befragt, wenn man nachfragt. Denn Zeit dafür ist, wenn auch noch ein bisschen mehr Zeit dafür ist, mit einer klugen Moderation darauf hinzuweisen, was dann tatsächlich vor einigen Jahren mal gesagt worden ist. Und da ist dann der Rhetoriker Höcke, der ja von vielen so gesehen wurde, als ob er sozusagen unverwundbar ist, schnell an seine Grenzen geraten. Und es gab Hoch und Tiefs auf beiden Seiten. Nicht jeder hatte immer nur eine Topform, nicht jeder hat geglänzt. Aber in Summe hat dieses Forum sich als sinnvoll erwiesen, deutlich zu machen, wo die Unterschiede sind und auch klarzulegen, sozusagen, was passiert, wenn die Parolen ausgehen, dass nach den Parolen nicht mehr viel kommt. Das heißt, Sie haben jetzt gerade ganz explizit hier Björn Höcke angesprochen. Nochmal die Frage, welcher der beiden Kandidaten hat für Sie, oder glauben Sie, hat die Zuschauer oder die Wähler mehr überzeugt? Naja, als ich meinte, das Format hat gewonnen, das ist, finde ich, das Wichtigste. Und als Punktsieger, würde ich sagen, ist schon auch Mario Vogt vom Platz gegangen. Und zwar auch deswegen, weil man sagen kann, große Mehrheit der Deutschen wollte dieses Format sehen. Schon mal gut. Beitrag zur demokratischen Kultur, würde ich sagen. Ich glaube, die meisten haben gedacht, der Höcke kommt durch und wird dieses Forum für seine Zwecke nutzen. Ich glaube, nicht so viele haben gedacht, dass es dem Vogt gelingt, ihn auch tatsächlich inhaltlich in die Bedrängnis zu bringen. Das hat sich jetzt im Ergebnis anders gezeigt. Und deswegen allein schon gemessen an der Ausgangslage wird man dem Vogt wirklich einen Punktsieg attestieren müssen. Wie wird sich denn das Duell auf die Umfragewerte der beiden auswirken? In ein paar Monaten haben wir Landtagswahlen in Thüringen. Und die AfD führt diese Umfragen der Landtagswahlen aktuell an. Glauben Sie denn, dass dieses Duell jetzt etwas ändern wird oder tatsächlich einen Effekt haben wird, zum Beispiel Menschen von der AfD wegholen könnte oder auch hin zur AfD treiben? Also ich glaube, dass eine Schwalbe macht doch keinen Sommer und dieses Duell wird jetzt noch nicht sozusagen entscheidend gewesen sein. Außerdem ist es noch einige Zeit, aber mehr davon. Also man wird keineswegs alle möglichen AfD-Wähler bekommen. Es gibt einen harten Kern, der ist Höckeaner, er ist rechtsextrem, den werden sie nicht bekommen. Es gibt einen weiteren Kern, auch der wird sich nicht dadurch jetzt ohne weiteres so ansprechen lassen. Aber es gibt einen großen Bereich von Menschen, die unzufrieden sind mit der Regierungspolitik vor der Ampel, mit der Ampelpolitik jetzt unbedingt. Und die sozusagen nicht wirklich geglaubt haben, dass die CDU mal eine echte, in Anführungsstrichen, bürgerliche Alternative sein kann. Und wenn jetzt dem Vogt es gelingt, mit diesem Auftakt gewissermaßen, mit diesem Momentum für ihn, wenn es ihm gelingt, deutlich zu machen, dass er erstens prinzipienfest ist, zweitens aber auch irgendwie für einen Neubeginn, einen frischen Wind für eine neue CDU in Thüringen steht, also dann hat er jede Chance. Er muss aber wachsen. Man hat auch die Grenzen gesehen von ihm. Ja, es ist noch einiges an Luft nach oben. Seine Strategie war, die Kosten des Extremismus deutlich zu machen. Aber gerade dann, wenn er sozusagen Höcke mal mit ökonomischen Zusammenhängen in die Bedröde gebracht hat, merkte man, fehlt auch so ein bisschen noch die Fähigkeit, tatsächlich den Punkt zu verwandeln. Und es fehlt auch so ein bisschen noch an Gewicht. Das muss er zulegen. Und wenn ihm das gelingt, dann sind die Aussichten gut, dass er einige Wähler, Nichtwähler und auch Unzufriedene, die das Kreuzchen beim letzten Mal bei der AfD gemacht hat, in sein Lager holen kann. Aber das ist noch völlig unklar. Und wie gesagt, man sollte dieses Duell jetzt in dieser Hinsicht auch noch nicht überbewerten. Sie haben gerade schon gesagt, also das Interesse Deutschlands an diesem Duell, das war enorm. Und das ist ja ohnehin die Frage, die uns beschäftigt in der aktuellen Zeit mit diesen hohen Umfragen für die AfD. Wie sollen wir umgehen mit dieser Partei? Also soll man ihnen diese Bühne bieten? Soll man sie einladen in Interviews, in Talkshows? Wir von Welt haben uns jetzt dazu entschieden, haben also Höcke und Vogt zu uns eingeladen. Glauben Sie, dass dieses Duell vielleicht auch jetzt so ein Wendepunkt ist und auch dieser Umgang, dieser mediale Umgang mit der Partei sich ändert, auch bundespolitisch? Ja, also das würde ich schon sagen. Es ist fast so eine Art Befreiungsschlag, weil man gezeigt hat, dass etwas, was auch die Mehrheit wollte, dass man das machen kann. Es gibt es nicht sozusagen ohne Kosten. Das hat natürlich Kosten. Man bietet einem einer rechtsextremen Position, man bietet einem Rechtsextremisten eine Bühne. Aber wenn wir ehrlich sind, diese Bühne hatte, Höcke schon, diese Bühne hatte er vor allem auch schon in den und hat er in den sozialen Medien. Also dass er sozusagen jetzt Höcke mal gewissermaßen ans Licht geholt wird und unter Bedingungen, wo auch mit einer Gegenrede und mit einer anderen Meinung und argumentativ gewissermaßen so eine demokratische Kultur gezeigt wird und dass das Gefahren und Risiken hat. Vogt hätte ja scheitern können, aber er hat es gut gemacht und er ist nicht gescheitert. Und man muss, glaube ich, wenn man Boden zurückgewinnen will, wenn man sozusagen auch zeigen will, wie Demokratie tatsächlich funktionieren kann, auch in der Auseinandersetzung mit Kräften, die eben halt nicht wirklich oder gar nicht mehr demokratisch sind, da muss man solche Risiken auch bereit sein einzugehen. Allerdings, die Situation ist in Thüringen eine besondere. Vogt und seine CDU liegt hinten. Sie haben noch nicht wirklich profitiert von dem Ampelverdruss, anders als die Bundes-CDU beispielsweise. Also ich denke, jede Partei und insbesondere auch die CDU muss sich genau überlegen, ob das auch in ihr politiktaktisches Kalkül passt, jetzt die AfD herauszufordern. Aber grundsätzlich, ich würde Ihnen recht geben, grundsätzlich ist das jetzt mal ein Beispiel dafür, dass man so etwas machen kann und dass sich die Gefahren noch einschätzen lassen. Und nochmal, in einem solchen Forum ist es möglich, Deliberation, Argumentation, Rede und Gegenrede zu zeigen und dann zeigt sich eben halt auch relativ schnell, wo die Parolen an ein Ende geraten, wo heiße Luft geblasen wird, wo Quatsch erzählt wird. Und ich meine, es zeigt sich sogar, wie einer, der normalerweise als rhetorisch glänzend angesehen wird, der Höcke, dass der ganz schnell auch ins Schwimmen gerät und dass er nicht so glänzend ist. Er hängt, er verliert den Faden und erzählt auch sozusagen Koran-Publikum einfach nur Quatsch und wirkt dadurch auch in gewisser Weise unernst. Und das ist schon gut gewesen von dem Vogt, sich da nicht reinziehen zu lassen, sondern seine Linie weiter zu verfolgen. Allerdings muss man sagen, ein bisschen mehr Authentizität sozusagen und ein bisschen mehr auch Fähigkeiten, den Gegner etwas direkter dann noch anzugreifen, dass da ist noch Luft nach oben. Aber insgesamt betrachtet war das ein guter Auftrag, ein wirklicher Beitrag zu einer demokratischen Kultur. Und das ist jetzt endlich mal ein Beispiel, an dem wir das sehen können, dass solche Auseinandersetzungen auch mit Populisten ein solcher Beitrag zu einer demokratischen Kultur sein können. Gut so. Oliver Lemke, herzlichen Dank auch für die Blumen im Namen des gesamten Teams hier bei Welt. Dankeschön. Das war unser Spezial zum TV-Duell. Ganz kurze Pause, dann geht's weiter mit den Nachrichten. Und wir sehen uns natürlich wieder um 18 Uhr in der Welt am Abend. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Bis später. Tschüss. Es war das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem CDU-Politiker Mario Vogt und seinem AfD-Kontrahenten Björn Höcke. Statt 45 Minuten lieferten sich die beiden hier bei uns in Welt TV einen zum Teil heftigen Schlagabtausch. Und der dauerte dann 70 Minuten, der zum Teil auch persönliche Attacken beinhaltete. Es ging vor allem um die Themen Europa, Wirtschaft und Migration. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte, weil er Höcke inhaltlich stellte. Der Freistaat wählt am 1. September einen neuen Landtag. In den Umfragen liegt die AfD, die dort von dem Rechtsextremen Björn Höcke angeführt wird, aktuell mit rund 30 Prozent, noch deutlich auf dem ersten Platz. Die Regierungsbildung dürfte daher außerordentlich schwierig werden. Björn Höcke gegen Mario Vogt. Ein TV-Duell, das es so noch nicht gegeben hat. Es kommt immer wieder zu Wortgefechten und heftigen Diskussionen. Beim Thema ausländische Fachkräfte etwa attackiert der Thüringer CDU-Chef den AfD-Mann. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eins sagen, das ist genau das Problem. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Jetzt werden Sie aber radikal-populistisch. Aber auch beim Thema illegale Zuwanderung wird es hitzig. Björn Höcke kritisiert scharf die Migrationspolitik der CDU in den Merkel-Jahren und fordert. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozial am Deutschland ist geschlossen. Ins Schlingern kommt der Thüringer AfD-Chef, als es um eine Stelle in seinem Buch geht. Darin schreibt Höcke Aydan Özos, SPD-Politikerin und inzwischen Bundestagsvizepräsidentin, habe in Deutschland nichts verloren. Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach sechs Jahren noch jede Passage meines Buches... Nee, müssen Sie auch nicht, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt. Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat? Nochmal. Nein, ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Das ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal... Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen, gerne. Soll ich sie Ihnen nochmal vorlesen? Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. In der kommenden Woche steht Höcke wegen der Verwendung der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland vor Gericht. Im TV-Duell verteidigt er sich, er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei. Es ist ein Allerweltssatz, mit dem man sein... Nein, es ist kein Allerweltssatz, es ist die zentrale Losung der SA und Sie sind Geschichtslehrer, Herr Höcke. SPD-Gewerkschaften, Zentrumsgewerkschaften hatten diese Parole als Losung. Es geht um den Kontext, Herr Höcke. Darauf hat die NS doch bitte keinen Alleinvertretungsanspruch. Am Ende macht der AfD-Spitzenkandidat seinem CDU-Kontrahenten für die Landtagswahl in Thüringen noch ein Koalitionsangebot. Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative, patriotische Wende in Thüringen. Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019 und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch... Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Nein, das ist ein... Merz hat sich ja vom Volk verabschiedet. Nein, nein, völkisch. Bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Mario Vogt bleibt auch beim TV-Duell dabei. Die Brandmauer zur AfD steht. Knapp fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Thüringen. Beide wollen Ministerpräsident werden. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Freitagmorgen. Verkehrsmister Volker Wissing bringt bundesweite Fahrverbote an den Wochenenden ins Gespräch. Dazu könne es kommen, wenn die geplante Reform des Klimaschutzgesetzes nicht bald beschlossen werde. Der FDP-Politiker richtete seine Warnung an die Fraktionsvorsitzenden der Ampelparteien. Wissing zufolge sind die jetzigen Vorgaben für den CO2-Ausstoß nur mit Fahrverboten zu erreichen. Die Grünen reagierten umgehend. Und sie kritisierten seine Warnung und sprachen von einer falschen Behauptung des Liberalen. Die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach steht weiter in der Kritik. Scharfe Worte fand die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Diese Reform wird ja so schlecht gemanagt, dass man praktisch von einem Scheitern sprechen müsse. Der SPD-Politiker bekräftigte aber, es gebe weiterhin viel zu viele Krankenhäuser in der Bundesrepublik. Lauterbach will unter anderem, dass sich die Kliniken stärker spezialisieren. Die Bundesregierung will seine Reform noch diesen Monat beschließen. Auch an diesem Thema hier wird gearbeitet. Nun sagt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann, dass er Betroffenen verspricht massive Erleichterungen durch das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Die vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrages werde, Zitat, das Leben von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen spürbar erleichtern und verbessern. Das sagte er dem Relationsnetwerk Deutschland. Mit dem neuen Gesetz behandelt der Staat transgeschlechtliche Menschen endlich als mündige Menschen. Der Bundestag stimmt heute Mittag über dieses Selbstbestimmungsgesetz ab. Teeniefigur ist ein bisschen das Stichwort jetzt, wenn wir zum Wetter kommen. Oh ja, guten Morgen am Oberrhein, 29 Grad, nicht heute, aber zum Wochenende hin. Das ist durchaus... Herzlich willkommen zu Deffner und Schäpitz, der TV-Show zu unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Deffner, Dietmar Deffner, und ich bin hier der Bulle, also der Optimist. Mein Name ist Schäpitz, Zeugel Schäpitz, ich bin hier der Bär, der Pessimist, und gemeinsam streiten wir über die großen Themen für Ihr Geld. Und da auch Zeitgeld ist, läuft immer die Uhr mit, damit hier keiner zu viel redet. Das war diesmal leider keine Bullenwoche, eine Bärenwoche. 1,5 Prozent hat der DAX verloren, und es waren die Inflationssorgen aus den USA, die rübergeschwibbt sind zu uns, und die Zinssorgen, beziehungsweise die sinkenden Zinshoffnungen in den USA, die dem DAX die Laune verdorben haben. Denn die US-Inflation ist mit 3,5 Prozent stärker gestiegen als erwartet von vorher. 3,2 Prozent, die Analysten hatten nur 3,4 Prozent auf dem Zettel. Und ja, dann sind eben die Zinssinkungshoffnungen in den USA geschrumpft. Darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Tatsächlich endlich mal wieder eine richtige Bärenwoche. Und weil dein, habe ich ja nicht mal auch wieder eine Wette gewonnen, habe ich ja lange schon hier nicht mehr, das musste ja auch mal wieder sein. Denn dein Bullenszenario, sinkende Inflation, sinkende Leitzinsen, steigende Aktien, das ist zumindest so ein bisschen jetzt in Frage gestellt. Und was ich auch noch bemerkenswert finde, ist der Goldpreis. Der ist wirklich explodiert, obwohl die Zinsen gestiegen sind, die Marktzinsen. Und das ist für mich ein Alarmsignal. Und insofern war es wieder eine Bestätigung für mich hier. Gold, haben wir ja letzte Woche schon diskutiert, war ich ja auch bullisch. Und da sind es aber auch die geopolitischen Sorgen rund um Israel und Iran, die auch den Ölpreis zum Beispiel jetzt getrieben haben zum Wochenausklang. Und da muss man nicht gleich wieder ein negatives Insgesamt-Szenario draus machen. Trotzdem gab es auch positive Ausnahmen dieser Woche. Mein Bulle der Woche geht an Aurubis, Europas größter Kupferkonzern, hier in Deutschland beheimatet. Die haben ja auch schwierige Jahre hinter sich. Und schwierige Situation. Aber jetzt kommt da wieder etwas Fahrt in die Aktie. In dieser Woche gab es zwei Analysten, die die Aktie hochgestuft haben. Metzler zum Beispiel. Die haben auf Kaufen hochgestuft, weil sie unter anderem davon ausgehen, dass die steigenden Kupferpreise noch nicht in den Gewinnschätzungen des Unternehmens enthalten sind. Sie haben ihre Gewinnschätzungen angehoben und sehen eine gute Zukunft für Aurubis. Dem würde ich mich anschließen. Und auf der anderen Seite muss man auch noch beachten, dass die Energiepreise, unter denen Aurubis auch lange Zeit gelitten haben, in Deutschland ja auch wieder etwas zurückgekommen sind. Davon sollte Aurubis auch profitieren. Und der Kupferpreis, der ist ja gerade heute auch wieder auf den höchsten Stand seit Juni 2022 gestiegen. Und die Bank of America sieht hier auch noch deutliches Potenzial von über 20 Prozent bis zum Jahr 2026. Also da stehen eigentlich alle Ampeln auf grün. Sehr schön. Das ist eine Aktie, die ich habe. Aurubis habe ich auch lange gelitten. Jetzt geht es wieder hoch. Gerade Minen und Metallwerte sind ja gerade gefragt. Und du hast es ja angesprochen. Es geht um den Kupferpreis. Er ist allein im einen Monat um 14 Prozent gestiegen. Und was steht dahinter? Wir haben halt in den letzten Jahren viel zu wenig in Minen investiert, weil das Minen waren Bäh. Und da haben wir zwar gesagt, ja, das ist für die Energiewende wichtig, aber die Minen, die wollten wir nicht haben. Und das schlägt sich halt jetzt nieder. Wir haben also zu wenig Angebot, zu viel Nachfrage. Und dann können die Preise explodieren. Wir haben das ja auch beim Kakao gesehen, was da noch passieren kann. Insofern bin ich zufrieden. Aurubis hat ein KGV nur von sieben, also Kursgewinnverhältnissen, einstellig. Und das ist immer noch die Sache, weil sie ja früher unter Kupferdienstahl gelitten haben. Und ich hoffe mal auch als Aktionär, dass jetzt die höheren Preise auch dieses wieder vergessen machen. Und deswegen sage ich, toller Bulle von dir, der Kupfer und Kupferhütten sind ja auch eine Wette auf eine positive Konjunkturentwicklung. Vor allem auch auf eine Konjunkturerholung in China. Denn China ist der größte Kupfernachfrager. Und da rechnet man ja mit einer Erholung der dortigen Konjunktur. Kommen wir zu meinem Bär der Woche. Mein Bär der Woche ist Vata. Und die Aktie ist heute alleine 34 Prozent gefangen. Und vom Hoch minus 97. Und was steckt dahinter? Jetzt werden alle sagen, Vata, machen die nicht Batterien? Ist das nicht die Zukunft der Elektrifizierung der Welt? Ja, die machen auch Batterien. Und Elektrifizierung haben wir auch. Aber die scheinen da nicht zu profitieren von. Und was ist passiert? Die haben ja im vergangenen Jahr schon so eine Art Restrukturierungsplan gemacht, weil sie zu hohe Schulden haben und zu wenig Einnahmen. Und da haben sie mit den Banken verhandelt. Und jetzt haben sie festgestellt, dieser Restrukturierungsplan geht leider nicht auf. Wir werden doch nicht so schnell profitabel. Jetzt müssen sie neu verhandeln und haben Schulden von insgesamt 560 Millionen. Sie machen so die kleinen Batterien für Hörgeräte und für Kopfhörer. Da kommt China als Konkurrent und macht ihnen die Margen kaputt. Gleichzeitig werden weniger Energiespeicher ab nachgefragt von den Verbrauchern, weil die immer noch zögern, sich eine Wärmepumpe oder was aufs Dach zu setzen. Und das alles zusammen ist eine toxische Bischung. Und deswegen mein Bär der Woche, Warta. Ach, absolut. Da ist der Strom raus aus der Batterie, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte die Aktie auch mal zeitweilig damals in der Spekulation darauf, dass sie ja auch irgendwie eine neue Autobatterie für E-Autos an den Start bringen wollten. Aber das hat auch nie so richtig funktioniert. Und deswegen habe ich dann wieder die Reißleine gezogen und habe die Aktie mit Verlusten verkauft. Und heute bin ich natürlich froh, weil weitere Verluste, die ich vermieden habe, dann. Und deswegen zeigt das mir auch wieder als Lehre, man muss sich einfach auch mal von Positionen trennen, wenn es nicht so läuft, wie man das erwartet. Und bloß zu meinen, weil die Aktie im Minus ist, muss man jetzt warten, bis sie wieder ins Plus steigt. Was schon 70 Prozent gefallen ist, kann weitere 70 Prozent fallen. Sie müssen sich verzehnfahren, ob wieder, wenn du oben eingestiegen bist, das zu machen. Das glaube ich auch nicht. Und ich war im gleichen Dilemma. Irgendwann nehme ich es ja auch so Wut, einfach verkaufe ich, dass diese Aktie macht nichts mehr. So bin ich auch froh. Und jedem kann man nur sagen, guck das Portfolio durch und wenn eine Aktie nichts mehr kann, selbst wenn die Minus ist, raus damit. In der Tat. Ja, unser Thema der Woche, das sind die unterschiedlichen Ausgangslagen für die Notenbanken in Europa und in den USA. Eingang schon mal kurz angesprochen. In den USA eben diese Inflation, die überraschend stark gestiegen ist. Und damit ist jetzt die amerikanische Notenbank in der Bredouille. Die hat ja zuletzt immer drei Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Und das wird jetzt doch sehr angezweifelt. Die Märkte rechnen jetzt eher mit zwei Zinssenkungen. Höchstens noch in diesem Jahr beginnend erst im September und nicht wie zuvor gedacht im Juni schon. Und auf der anderen Seite ist die EZB, die in dieser Woche ihre Zinssitzung hatte. Und da hat man jetzt die Tür ein Stück weit aufgemacht für eine Zinssenkung. Im Juni hat man zwar nicht so ausgesprochen, aber wird jetzt von Ökonomen angenommen, dass man das vorhat. Und ja, ich denke, die EZB wird das durchziehen. Und sie sollte es auch, denn die Inflation hierzulande ist ja auf 2,4 Prozent im März gefallen versus 3,5 Prozent in Amerika. Und da hat sie guten Grund vorauszugehen, wenn man auch davon abweicht, wie es bisher immer war, dass nämlich die Amerikaner in Sachen Zinsvendevoran gegangen sind. Ja, die EZB steckt irgendwie in der Klemme. Die ist zwar 25 Jahre alt und man könnte denken, sie wäre schon alt genug, um alleine was zu machen. Aber man hat es ja auch bei der Pressekonferenz mitbekommen, wie sie immer gefragt hat, könnt ihr auch wirklich die Zinsen senken, wenn die Amerikaner nicht vorangehen? Und Frau Lagarde dann so gesagt hat, wir sind datenabhängig oder hängen nicht an der FED. Da hat sie ja immer wieder versucht zu betonen. Das ist nicht ohne Risiko. Denn wenn man das macht, dann wird die Zinsdifferenz zu Amerika weiter aufgehen. Die ist ja jetzt schon relativ groß. Und dann könnte es einen Kapitalabfluss aus Europa in den Dollarraum geben. Dann würde der Euro weiter fallen. Das haben wir diese Woche schon gesehen. Unter 1,07 ist der Euro gefallen. Das ist der tiefste Stand seit vergangenen November. Und wenn man das weitermacht, dann wäre der Euro zu schwach. Dann müssten wir die ganzen Sachen, die wir importieren müssen, wie Öl. Da wird ja an der Tankstelle, sieht man das sofort. Kakao, was ist auch alles für Rohstoffe, wird dann teurer. Dann wird die Inflation auch wieder angeheizt. Die Verbraucher würden verunsichert. Das können wir nicht gebrauchen. Insofern können wir auch nicht zu sehr alleine gehen. Ich würde sagen, ein paar Zinssenkungen für der EZB sind drin, aber höchstens zwei. Gut, ich denke, dass sie drei machen werden in diesem Jahr. Und dass sie eben mehr die Zinsen senken werden in diesem Jahr. Ja, natürlich wird das den Euro-Kurs drücken. Ich denke, das ist verkraftbar und wird ja auch den Amerikanern dann wieder ermöglichen, dass ihre Inflation ein bisschen zurückgeht bei den Waren, die sie aus dem Euro-Raum importieren. Werden die ja günstiger umgekehrt. Und auf der anderen Seite hilft natürlich ein niedriger Euro auch unserer Exportindustrie. Und das könnte auch die Konjunktur ein bisschen mehr anschieben. Ich kann nur hoffen, dass die Amerikaner auch irgendwas mit den Zinsen machen. Wenn die jetzt nichts machen sollen, dann ist wirklich die EZB richtig in der Klemme. Das Thema wird uns auf jeden Fall nächste Woche weiter beschäftigen an den Märkten. Ich denke mal, dass der DAX nach zwei Minuswochen jetzt mal wieder zulegen kann. Ich würde das auch denken, weil die Berichtssaison geht los. Und wenn die Berichtssaison losgeht, dann könnte wieder ein positiver Impuls kommen. Dann können wir diese ganze Inflationssorgen vielleicht absteigen. Und deswegen würde ich auch sagen, es geht darum. Oh, der Bär im Bullenlager. Es bleibt spannend. Das war es für diese Woche bei Deffner und Schäpitz im TV. Wir sagen tschüss und tschau. Und wer mehr Inflation zu Berichtssaison hören will, hört in den Podcast rein. Bei Welt und überall, wo es Podcast gibt. Es war das mit Spannung. Es war das mit Spannung.